Robert Galbraith, der Seidenspinner Blut und Rache die Bühne, der Tod das Stück, der Federkiel ein blutbeflecktes Schwert, ein tragischer Kerl der Dichte auf hohem Kuturn, dem nicht Lorbeer krönt sein Haupt, jedoch ein Kranz aus sengend heißen Flammen. Thomas Decker, der edle spanische Soldat. Frage. Was nährt dich? Antwort. Unterbrochener Schlaf. Thomas Decker, der edle spanische Soldat. Strike, sagte die heisere Stimme am anderen Ende der Leitung. Ich will schwer für Sie hoffen, dass jemand Berühmtes gestorben ist. Der große, unrasierte Mann, der mit dem Telefon am Ohr durch die Finsternis vor der Morgendämmerung marschierte, musste grinsen. Sowas in der Richtung. Es ist sechs Uhr früh, verdammt nochmal. Halb sieben. Sie müssen schon kommen und es sich holen, wenn Sie es haben wollen, sagte Comeran Strike. Ich bin ganz in der Nähe Ihrer Wohnung. Hier ist ein... Woher wissen Sie, wo ich wohne? Wollte die Stimme wissen. Na ja, von Ihnen, antwortete Strike und unterdrückte ein Gähnen. Sie wollen die Wohnung doch verkaufen. Oh, gutes Gedächtnis, sagte der andere halbwegs besänftigt. Das Café hier hat rund um die Uhr... Nein, verdammt! Kommen Sie später in meinem Büro vorbei und... Culpepper! Ich habe heute Morgen noch einen Termin mit einem anderen Klienten und der zahlt besser als Sie. Außerdem war ich die ganze Nacht wach. Sie brauchen den Kram jetzt, wenn Sie was damit anfangen wollen. Ein Stöhnen. Strike hörte das Rascheln einer Bettdecke. Ja, es ist hoffentlich wirklich heißes Material. Das Smithfield-Café in der Long Lane, sagte Strike und legte auf. Das leichte Humpeln wurde stärker, als er zum Smithfield-Market hinunterging. Das Marktgebäude ragte wie ein Monolith in der Winterschwärze auf, ein gewaltiger, rechteckiger viktorianischer Tempel des Fleisches, wo seit Jahrhunderten an jedem Werktag ab vier Uhr morgens tote Tiere angeliefert, zerlegt, verpackt und an Metzgereien und Restaurants in ganz London verkauft wurden. Stimmen waren durch das Dunkel zu hören, gebrüllte Befehle und das Brummen und Piepen zurücksetzender Lastwagen, aus denen die Kadaver ausgeladen wurden. So wie er die Long Lane betrat, war er nur mehr einer von vielen dickvermummten Männern, die zielstrebig ihren Montag-Morgen-Geschäften nachgingen. Unter einem steinernen Greif, der über einer Ecke des Marktgebäudes wachte, standen mehrere Kuriere in neonfarbenen Westen und hielten Teebecher in den behandschuhten Händen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite glühten die Lichter des rund um die Uhr geöffneten Smithfield-Café wie ein Kaminfeuer in der Dunkelheit. Ein Unterschlupf voller Wärme und fettigem Essen, der gerade so groß war wie ein Schrank. Eine Toilette gab es dort nicht, nur eine Vereinbarung mit dem Ledbrooks-Wettbüro einiger Häuser weiter. Da die Buchmacher jedoch erst in drei Stunden öffnen würden, schlug Strike einen Umweg durch eine Seitengasse ein, wo er seine Blase, die er während der durchwachten Nacht bis zum Bersten mit schwachem Kaffee gefüllt hatte, in einem dunklen Hauseingang entleerte. Müde und hungrig trat er mit einer Vorfreude, wie sie nur ein Mann kennt, der seine körperlichen Grenzen überschritten hat, in das nach Eiern, Speck und Bratfett duftende Kaffee. Zwei Männer in Fleece-Pullovern und Regenjacken waren soeben von einem Tisch aufgestanden. Strike manövrierte seinen massigen Körper in die enge Nische und ließ sich mit einem zufriedenen Grunzen auf den harten Stuhl aus Holz und Metall fallen. Kaum hatte er bestellt, brachte ihm der italienische Inhaber des Cafés auch schon einen großen weißen Becher mit Tee, zu dem kleine dreieckige Butterbrote serviert wurden. Fünf Minuten später stand ein komplettes englisches Frühstück auf einem großen ovalen Teller vor ihm. Strike fiel unter den stämmigen Männern, die in dem Café ein- und ausgingen, nicht weiter auf. Er war groß, dunkel, hatte dichtes, kurzes, gelocktes Haar, das sich über der hohen gewölbten Stirn bereits ein wenig lichtete, eine breite Boxernase und buschige Augenbrauen, die ihm ein mürrisches Aussehen verliehen. Bartstoppeln bedeckten sein Kinn, und er hatte Schatten wie Blutergüsse unter den dunklen Augen. Beim Essen starrte er gedankenverloren auf das Marktgebäude gegenüber. Der nächstgelegene Eingang, als Nummer zwei ausgeschildert, nahm im zunehmenden Tageslicht endlich Gestalt an, und ein strenges, uraltes, bärtiges Steingesicht über dem Torbogen starrte zu ihm zurück. Hatte es je einen Gott der Kadaver gegeben? Er wollte sich gerade über seine Würstchen hermachen, als Dominic Culpepper eintrat. Der Journalist mit dem Teint eines Chorknaben war fast so groß wie Strike, aber deutlich schlanker. Sein Gesicht war seltsam asymmetrisch, als hätte es jemand gegen den Uhrzeigersinn verdreht, um seiner nahezu mädchenhaften Schönheit Einheit zu gebeten. »Ich hoffe, es lohnt sich«, sagte Culpepper und nahm Platz, zog die Handschuhe aus und sah sich beinahe misstrauisch in dem Café um. »Hm, wollen Sie was essen?«, fragte Strike mit dem Mund voll Wurst. »Nein«, antwortete Culpepper. »Sie hätten wohl lieber ein Croissant?«, fragte Strike und grinste. »Ach, Sie können mich mal, Strike!« Es war geradezu erbärmlich einfach, den einstigen Privatschuljungen auf die Palme zu bringen. Trotzig bestellte er sich einen Tee, wobei er den gleichgültigen Kellner mit Kumpel ansprach, wie Strike amüsiert bemerkte. »Also«, fragte Culpepper ungeduldig, sobald er den heißen Becher in seinen großen, blassen Händen hielt. Strike griff in seine Manteltasche, zog einen Umschlag hervor und schob ihn über den Tisch. Culpepper nahm den Inhalt heraus und fing an zu lesen. »Verdammte Scheiße«, flüsterte er nach einer Weile. Er blätterte fieberhaft durch die Seiten, von denen manche mit Strikes Handschrift bedeckt waren. »Wo, wo zum Teufel haben Sie das her?« Strike, der erneut den Mund voll Wurst hatte, tippte mit dem Finger auf ein Blatt, auf das eine Büroadresse gekritzelt war. »Hm, von seiner Assistentin höchstpersönlich, sie stinksauer«, sagte er, nachdem er endlich geschluckt hatte. »Er hat sie gefögelt, genau wie die beiden anderen, von denen Sie ja bereits wissen. Sie hat erst jetzt begriffen, dass sie nicht die nächste Lady Parker sein wird.« »Hä, wie zur Hölle haben Sie das denn herausgefunden?« Aufgeregt sah Culpepper von den Papieren in seinen zitternden Händen zu Strike auf. »Hm, Ermittlungsarbeit«, nuschelte Strike, der bereits auf dem nächsten Wurstbissen kaute. »Habt ihr das nicht auch mal so gemacht, ehe ihr das Ganze an Leute wie mich outgesourced habt? Culpepper, die Frau macht sich Sorgen um ihre Zukunft auf dem Arbeitsmarkt, deshalb will sie ungern in der Geschichte auftauchen, in Ordnung?« Culpepper schnaubte verächtlich. »Daran hätte sie denken sollen, bevor sie das Zeug hier geklaut hat.« Im Nu hatte Strike dem Journalisten die Blätter wieder entrissen. »Sie hat gar nichts geklaut. Er hat ihr gestern Nachmittag aufgetragen, diese Unterlagen auszudrucken. Ihr einziges Vergehen war, sie mir zu zeigen. Culpepper, wenn Sie vorhaben, Ihr Privatleben in der Presse breitzutreten, dann nehme ich den Kram hier sofort wieder an mich.« »Ach, Scheiße«, vergeblich schnappte er nach den Beweisen für einen schweren Fall von Steuerhinterziehung, die Strike in seiner beharten Hand hielt. »Also gut, meinetwegen wird sie nicht erwähnt, aber er wird sich zusammenreiben können, woher wir die Information haben. Er ist ja nicht völlig bescheuert.« »Was soll er denn tun, Sie vor Gericht zerren, damit Sie auch noch jede andere schmierige Sache auspackt, von der Sie in den vergangenen fünf Jahren Wind bekommen hat?« »Na schön«, sagte Culpepper und seufzte, nachdem er einen Augenblick darüber nachgedacht hatte. »Jetzt geben Sie schon her. Ich werde Sie nicht erwähnen, aber mit ihr reden muss ich ja wohl, oder? Mich vergewissern, dass sie koscher ist.« »Die Unterlagen sind koscher. Mit ihr müssen Sie nicht reden«, sagte Strike entschieden. »Die zitternde, verliebte, verratene Frau, von der sich Strike gerade erst verabschiedet hatte, durfte unter keinen Umständen allein mit Culpepper sprechen. Mit ihren wilden Rachegelüsten gegenüber dem Mann, der ihr eine Hochzeit und Kinder versprochen hatte, würde sie sich selbst und ihren Zukunftschancen irreparable Schäden zufügen. Strike hatte nicht lange gebraucht, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Sie war knapp 42, und sie war der irrigen Annahme aufgesessen, schon bald die Mutter von Lord Packers Kindern zu werden. Stattdessen wurde sie jetzt von dem geradezu blutrünstigen Drang beherrscht, es ihm heimzuzahlen. Strike hatte stundenlang mit ihr zusammengesessen, sich die tragische Geschichte ihrer Verblendung angehört, und sie dabei beobachtet, wie sie in ihrem Wohnzimmer weinend auf- und abmarschiert war, sich auf dem Sofa vor- und zurückgewiegt und sich dabei die Fingerknöchel gegen die Stirn gepresst hatte. Schließlich hatte sie zugestimmt zu einem Verrat, mit dem sie all ihre Hoffnungen zu Grabe tragen würde. »Sie werden sie mit keinem Wort erwähnen«, sagte Strike. Er hielt die Unterlagen fest in seiner Faust, die doppelt so groß war wie die seines Gegenübers. »Verstanden! Es ist auch ohne sie eine verdammt heiße Story.« Carpepper zögerte einen Moment, dann verzog er das Gesicht und gab nach. »Ja, schon gut, schon gut. Jetzt gehen Sie her!« Der Journalist stopfte die Unterlagen in die Inntasche seines Mantels und stürzte seinen Tee hinunter. Sein momentaner Zorn auf Strike schien zu verrauchen, angesichts der verlockenden Aussicht, schon bald den Ruf eines Mitglieds des englischen Hochadels zu ruinieren. »Lord Parker of Pennywell«, flüsterte er frohgemut, »du bist wirklich und wahrhaftig am Arsch, Freundchen!« »Das übernimmt auch sicher ihr Arbeitgeber«, fragte Strike, als die Rechnung auf ihrem Tisch landete. »Ja, ja«, Carpepper warf eine Zehn-Pfund-Note daneben. Gemeinsam verließen die beiden Männer das Kaffee. Sobald die Tür hinter ihnen zugefallen war, zündete sich Strike eine Zigarette an. »Wie haben Sie sie zum Reden gebracht?«, fragte Carpepper, als sie durch die Kälte an den Motorrädern und Lieferwagen vorbeigingen, die noch immer vor dem Marktgebäude verkehrten. »Ich hab ihr zugehört«, sagte Strike. Carpepper warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. »Alle anderen Privatschnüffler, mit denen ich zu tun habe, hecken sich normalerweise in irgendwelche Mailboxen ein.« »Das ist illegal«, sagte Strike und blies Rauch in die Dämmerung. »Aber wie, Sie schützen Ihre Quellen und ich meine.« Schweigend legten sie weitere fünfzig Meter zurück. Strikes Humpeln wurde mit jedem Schritt schlimmer. »Das wird riesig, eine Riesensache«, verkündete Carpepper vergnügt. »Dieser scheinheilige alte Sack prangert die Gier der Konzerne an und hat selber zwanzig Millionen auf den Caymans gebunkert.« »Immer gern zu Diensten«, sagte Strike. »Die Rechnung kommt per E-Mail.« Carpepper bedachte ihn mit einem weiteren argwöhnischen Blick. »Haben Sie das von Tom Jones' Sohn letzte Woche in der Zeitung gelesen?« »Tom Jones?« »Na, der walisische Sänger«, sagte Carpepper. »Ach der«, sagte Strike ohne große Begeisterung. »Ich könnte mal einen Tom Jones in der Army.« »Haben Sie es gelesen?« »Nein.« »Schön langes Interview. Er behauptet, dass er seinen Vater nie persönlich getroffen und nie auch nur ein Sterbenswörtchen von ihm gehört hat. Ich wette, dass er weitaus mehr bekommen hat als das, was auf Ihrer Rechnung stehen wird.« »Warten Sie es ab«, sagte Strike. »Ich meine ja nur. Ein einziges kleines Interview, und Sie bräuchten ein paar Nächte lang mal keine Sekretärinnen zu verhören.« »Carpepper, wenn Sie nicht damit aufhören«, sagte Strike, »muss ich aufhören, für Sie zu arbeiten.« »Ich könnte die Story natürlich trotzdem bringen«, sagte Carpepper. »Der verlorene Sohn des Rockstars, ein Kriegsheld, der seinen Vater nie kennengelernt hat, und jetzt als privat jemanden damit zu beauftragen, fremde Telefone anzuzapfen, ist ebenfalls illegal, soweit ich weiß.« Am Ende der Longlane blieben sie stehen und sahen einander an. Carpepper lachte verunsichert. »Heh, na dann, äh, warte ich also auf Ihre Rechnung, ja?« »Geht klar.« Sie gingen in verschiedene Richtungen davon. Strike machte sich auf den Weg zur U-Bahn-Haltestelle. »Strike!« Carpeppers Stimme heilte ihm durch die Dämmerung nach. »Haben Sie sie gevögelt?« »Ich bin gespannt auf Ihre Story, Carpepper«, rief Strike müde zurück, ohne sich umzudrehen. Er humpelte den dunklen U-Bahn-Eingang hinunter und verschwand aus Carpeppers Blickfeld. »Wie lange dauert das Duell? Ich kann nicht bleiben und werde es nicht. Ich bin ein vielgefragter Mann.« Francis Beaumont und Philipp Messenger, der kleine französische Anwalt Die U-Bahn war bereits ziemlich voll. Schlaffe, blasse, verkniffene, resignierte Montag-Morgen-Gesichter. Strike ergatterte einen freien Sitz gegenüber einer jungen Blondine mit verquollenen Augen, deren Kopf ständig zur Seite kippte. Immer wieder schreckte sie aus dem Schlaf, setzte sich gerade auf und versuchte in der Befürchtung, ihre Haltestelle verpasst zu haben, mit dem Blick die vorbeihuschenden Schilder auf den Bahnsteigen zu erfassen. Der Zug ratterte und klapperte, während er Strike zu der schlecht isolierten, kargen zweieinhalb-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung brachte, die er sein Zuhause nannte. Todmüde und umgeben von all den leeren Schafsgesichtern grübelte er über die Umstände nach, die für ihre aller Existenz verantwortlich waren. Jede Geburt war bei genauerer Betrachtung reiner Zufall. Bei einhundert Millionen Spermien, die blind durch die Dunkelheit schwammen, war die Chance, eine bestimmte Person zu werden, verschwindend gering. Wie viele der Fahrgäste in diesem Wagen waren geplant gewesen, fragte er sich vor Müdigkeit ganz benommen, und wie viele waren wie er selbst Unfälle. In seiner Grundschulklasse hatte es ein Mädchen mit einem Feuermal im Gesicht gegeben, und Strike hatte immer eine geheime Verbindung zwischen ihnen verspürt. Beiden haftete seit ihrer Geburt ein unveränderliches Merkmal an, das sie von den anderen unterschied und für das sie nicht verantwortlich waren. Selbst sehen konnten sie es nicht, dafür aber alle anderen, und die hatten nicht einmal den Anstand, es höflich zu ignorieren. Die Faszination, die wildfremde Menschen ihm gegenüber gelegentlich empfanden, hatte der damals Fünfjährige auf seine Einmaligkeit und Einzigartigkeit zurückgeführt. Bis er irgendwann begriff, dass man ihn lediglich als die Zygote eines berühmten Rocksängers betrachtete, als das zufällige Nebenprodukt des Fehltritts eines treulosen Prominenten. Strike war seinem leiblichen Vater nur zweimal begegnet. Johnny Rockaby hatte seine Vaterschaft erst nach einem DNS-Test anerkannt. Dominic Culpepper stellte die Verkörperung der überheblichen Sensationsgier dar, die Strike immer dann entgegenschlug, wenn jemand den grießgrämmigen Ex-Soldaten mit dem alternden Rockstar in Verbindung brachte, was dieser Tage nicht mehr allzu häufig vorkam. Aber wenn doch, dann dachten alle sofort an Treuhandfonds und großzügige Geschenke, Privatschats und VIP-Lounges und die nie versiegene Freigiebigkeit eines Multimillionärs, und angesichts der Bescheidenheit seines Lebensstils und der endlosen Überstunden, die er machte, fragten sie sich dann, was hatte Strike nur getan, um es sich mit seinem Vater zu verscherzen? War seine Armut nur vorgetäuscht, um Rockaby mehr Geld aus den Rippen zu leiern? Was hatte er mit den Millionen angestellt, die seine Mutter aus ihrem reichen Liebhaber herausgequetscht haben musste? In solchen Augenblicken dachte Strike wehmütig an die Army, an die Anonymität eines Berufsstandes, in dem die eigene Herkunft gegenüber der Befähigung und Pflichterfüllung so gut wie keine Rolle spielte. Das Persönlichste während seines Vorstellungsgesprächs bei der Special Investigation Branch war die Bitte gewesen, ob er wohl die beiden seltsamen Namen noch einmal wiederholen könne, die ihm seine übertrieben unkonventionelle Mutter aufgebürdet hatte. Als Strike wieder aus dem Untergrund auftauchte, herrschte auf der Charing Cross Road bereits starker Verkehr. Die graue, halbherzige November-Dämmerung war immer noch voller düsterer Schatten. Erschöpft und todmüde bog er in die Denmark Street und sehnte sich nach einem kurzen Nickerchen, das er sich noch gönnen wollte, ehe um neun Uhr dreißig der erste Klient bei ihm auftauchte. Er winkte der jungen Verkäuferin im Gitarrenladen zu, mit der er hin und wieder auf der Straße eine Zigarette rauchte, schloss die schwarze Tür neben dem Twelve-Bar-Café auf und nahm die schmiedeeiserne Wendeltreppe in Angriff, die sich um den Schacht eines defekten Aufzugs wand. Vorbei am Büro des Grafikdesigners im ersten Stock, vorbei an seinem eigenen Büro mit der gravierten Glastür im zweiten und hinauf auf den dritten und schmalsten Treppenabsatz, der zu seiner derzeitigen Behausung führte. Der vorherige Bewohner, dem die Kneipe im Erdgeschoss gehörte, hatte sich ein anderes, komfortableres Quartier gesucht. Strike, der gezwungen gewesen war, mehrere Monate in seinem Büro zu übernachten, hatte die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und die Wohnung gemietet. Er war dankbar dafür gewesen, seiner Obdachlosigkeit auf so einfache Weise ein Ende setzen zu können. Platz war unter den Dachbalken in jeder Hinsicht knapp bemessen, ganz besonders für einen Mann von 1,92. In der Dusche konnte er sich kaum umdrehen, Küche und Wohnzimmer gingen ungünstig ineinander über, und das Schlafzimmer war fast vollständig von einem Doppelbett ausgefüllt. Trotz der Proteste des Vermieters befanden sich noch immer mehrere Kisten mit Strikes Habseligkeiten auf dem Treppenabsatz. Durch die kleinen Fenster hoch über der Denmark-Street waren die Dächer der Nachbarhäuser zu erkennen. Das ständige Basswurmern aus der Kneipe im Erdgeschoss war hier so weit gedämpft, dass Strike es mit seiner eigenen Musik größtenteils übertönen konnte. Strikes angeborene Ordnungsliebe war unübersehbar. Das Bett war gemacht, das Geschirr sauber und alles an seinem Platz. Er hatte eine Dusche und eine Rasur nötig, doch das konnte warten. Nachdem er seinen Mantel aufgehängt hatte, stellte er den Wecker auf 9.20 Uhr und streckte sich vollständig bekleidet auf dem Bett aus. Binnen Sekunden war er eingeschlafen, und nach einigen weiteren, zumindest kam es ihm so vor, wieder hellwach, weil jemand an seine Tür klopfte. »Kommerin, tut mir leid, wirklich!« Draußen stand seine Assistentin, eine hochgewachsene junge Frau mit langem rotblondem Haar. Ihre bedauernde Miene verwandelte sich bei seinem Anblick in einen Ausdruck melden Entsetzens. »Alles in Ordnung?« »Ah, hab geschlafen, war die ganze Nacht unterwegs, zwei Nächte sogar.« »Tut mir wirklich leid,« wiederholte Robin, »aber es ist schon zwanzig vor zehn und William Baker ist hier und will.« »Scheiße!«, murmelte Strike, »der verdammte Wecker ist wohl, ich brauche noch fünf Minuten.« »Außerdem«, fiel Robin ihm ins Wort, »wartet eine Frau auf Sie. Sie hat keinen Termin, und ich habe ihr gesagt, dass Sie keine Zeit für eine weitere Klientin haben, aber sie weigert sich zu gehen.« Strike gähnte und rieb sich die Augen. »Fünf Minuten, machen Sie Ihnen Tee oder so.« Sechs Minuten später betrat er immer noch unrasierte, aber nach Zahncreme und Deodorant duftende und mit einem frischen Hemd bekleidete Strike das Vorzimmer, wo Robin an ihrem Computer saß. »Naja, besser spät als nie,« sagte William Baker mit einem steifen Lächeln. »Zum Glück haben Sie eine so gut auch sehende Sekretärin, sonst hätte ich vor Langeweile längst das Weite gesucht.« Strike sah, wie Robin vor Zorn errötete, sich abwandte und demonstrativ die Post sortierte. Baker hatte das Wort Sekretärin mit einem unverkennbar beleidigenden Unterton ausgesprochen. Der Geschäftsführer in dem makellosen Nadelstreifenanzug hatte Strike angeheuert, um zwei seiner Aufsichtsratsmitglieder durchleuchten zu lassen. »Morgen, William«, sagte Strike. »Keine Entschuldigung«, murmelte Baker, die Augen zur Decke gerichtet. Strike beachtete ihn nicht weiter, sondern wandte sich an die dünne Frau mittleren Alters, die in einem abgetragenen braunen Mantel auf dem Sofa saß. »Hallo. Und wer sind Sie?« »Leonora Quine«, antwortete sie. Strikes feines Ohr glaubte, einen vertrauten West-Country-Akzent zu hören. »Ich habe heute Morgen einen sehr straffen Terminplan«, sagte Baker und marschierte, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, schnurstracks in Strikes Büro. Als er bemerkte, dass Strike ihm nicht folgte, bekam seine aalglatte Fassade Risse. »Ich glaube kaum, dass Sie in der Army mit Unpünktlichkeit weit gekommen sind, Mr. Strike, wenn ich Sie jetzt bitten dürfte.« Strike schien ihn nicht zu hören. »Was genau kann ich für Sie tun, Mrs. Quine?«, fragte er die schäbig gekleidete Frau auf dem Sofa. »Also, es geht um meinen Mann.« »Mr. Strike, ich habe in knapp einer Stunde einen Termin«, sagte William Baker diesmal etwas lauter. »Und Ihre Sekretärin hat gesagt, dass Sie eigentlich keine Zeit mehr haben, aber ich wollte trotzdem warten.« »Strike«, bätte William Baker, als wollte er einen Hund zurückpfeifen. »Robin«, knurrte der übermütete Strike, der nun doch die Geduld verlor. »Schreiben Sie Mr. Baker eine Rechnung und geben Sie ihm seine Akte, sie ist auf dem neuesten Stand.« »Wie bitte?«, fassungslos kehrte William Baker in das Vorzimmer zurück. »Er hat Sie abgesägt«, bemerkte Leonora Quine zufrieden. »Noch haben Sie Ihren Auftrag nicht erfüllt«, sagte Baker. »Sie sagten, es gäbe noch mehr.« »Das kann jemand anderes für Sie erledigen. Jemand, dem es nichts ausmacht, blöde Wichse als Klienten zu haben.« Die Atmosphäre im Büro kühlte merklich ab. Mit versteinertem Miene holte Robin Bakers Akte aus dem Schrank und hielt sie Strike hin. »Wie können Sie es wagen?« »Hier steht massenhaft brauchbares Zeug drin, das vor Gericht Bestand haben wird«, sagte Strike und reichte die Akte an den Firmenchef weiter. »Sie ist Ihr Geld wert.« »Sie haben Ihren Auftrag, er hat die Schnauze voll von Ihnen«, warf Leonora Quine ein. »Wollen Sie wohl die Kappe halten, Sie dumme«, begann Baker, machte dann jedoch schnell einen Schritt zurück, als Strike seinerseits einen Schritt auf ihn zutrat. Niemand sagte etwas. Der ehemalige Soldat schien auf einmal doppelt so viel Raum einzunehmen, wie noch Sekunden zuvor. »Bitte nehmen Sie in meinem Büro Platz, Mrs. Quine«, sagte Strike ruhig. Sie tat wie geheißen. »Glauben Sie wirklich, dass so eine Ihr Honorar bezahlen kann?«, spöttelte William Baker, der bereits auf dem Rückzug war und die Hand auf die Türklinke gelegt hatte. »Wenn ich den Klienten leiden kann«, sagte Strike, »ist mein Honorar Verhandlungssache.« Er folgte Leonora Quine in sein Büro und zog die Tür mit Nachdruck hinter sich zu. »Und diese Bürden ganz allein zu schultern«, Thomas Decker, der edle spanische Soldat. »Tch, unangenehmer Kerl, was?«, bemerkte Leonora Quine, als sie sich auf den Stuhl vor Strikes Schreibtisch setzte. »Ja«, pflichtete ihr Strike bei und ließ sich schwer auf dem Platz gegenüber fallen. »Stimmt«, sie musste um die fünfzig sein, obwohl sie ein beinahe faltenfreies, rosiges Gesicht hatte und das Weiß in ihren blassblauen Augen makellos war. Zwei Haarkämmer aus Kunststoff verhinderten, dass ihr das dünne, ergrauende Haar ins Gesicht fiel, und sie blinzelte ihn durch eine altmodische Brille mit einem monströsen Plastikgestell an. Ihr Mantel mit den Schulterpolstern und den großen Knöpfen war zwar sauber, aber höchstwahrscheinlich in den Achtzigern gekauft worden. »Es, ähm, es geht also um Ihren Mann, Mrs. Quine?« »Ja«, sagte Leonora. »Er ist verschwunden.« »Hmh, wie lange schon?«, fragte Strike und griff unwillkürlich nach einem Notizbuch. »Zehn Tage«, sagte Leonora. »Haben Sie die Polizei verständigt?« »Mach, die hilft mir auch nicht weiter«, sagte sie ungeduldig, als hätte sie es satt, diese Tatsache immer wieder erläutern zu müssen. »Ich hab schon mal bei denen angerufen, und dann, dann waren die stinksauer, weil er nur bei einer Freundin war. Manchmal haut Ohn einfach ab, er ist Schriftsteller«, sagte sie, als würde das sein Verhalten erklären. »Es gab also schon früher solche Vorfälle?« »Er ist ziemlich emotional«, sagte sie verdrießlich. »Ständig flippt er wegen irgendwas aus. Aber jetzt sind es schon volle zehn Tage, er ist also wahrscheinlich echt stinkwütend. Aber er muss wieder nach Hause kommen, wegen Orlando, und weil ich auch noch was anderes zu tun habe, und außerdem...« »Orlando?«, fragte Strike, dessen müdes Hirn an die Touristenmetropole in Florida dachte. Er hatte keine Zeit, nach Amerika zu reisen, und Leonora Quine in ihrem antiquierten Mantel sah auch nicht so aus, als könnte sie ihm das Flugticket bezahlen. »Das ist unsere Tochter, Orlando«, sagte Leonora. »Jemand muss sich um sie kümmern. Im Moment passt eine Nachbarin auf sie auf, sonst hätte ich gar nicht kommen können.« Es klopfte, und Robins goldener Blondschopf erschien in der Tür. »Möchten Sie einen Kaffee, Mr. Strike? Sie, Mrs. Quine?« Nachdem sie ihre Wünsche geäußert hatten und Robin wieder verschwunden war, fuhr Mrs. Quine fort. »Das Ganze wird nicht lange dauern, weil ich nämlich glaube, dass ich weiß, wo er ist. Aber ich kriege die Adresse nicht raus, und wenn ich irgendwo anrufe, geht niemand ans Telefon. Jetzt sind es schon zehn Tage«, wiederholte sie. »Er muss wieder nach Hause kommen.« Wegen einer solchen Lappalie einen Privatdetektiv anzuheuern, erschien Strike einigermaßen verschwenderisch, insbesondere, da sie nicht gerade wohlhabend aussah. »Wenn es sich nur um ein einfaches Telefonat handelt«, sagte er sanft, »dann bitten Sie doch eine Freundin, oder?« »Edna kann das nicht machen«, fiel sie ihm ins Wort. Dieses indirekte Eingeständnis, nur eine einzige Freundin auf der Welt zu haben, ging Strike, der bei extremer Müdigkeit gelegentlich zu Sentimentalität neigte, unverhältnismäßig zu Herzen. »Owen hat allen gesagt, dass Sie mir nicht verraten sollen, wo er steckt. Dafür«, sagte sie entschieden, »muss ein Mann her. Sie müssen Sie dazu bringen, es Ihnen zu verraten.« »Ihr Mann heißt also Owen, ja?« »Ja«, antwortete sie, »Owen Quine, er hat Hobberts Sünde geschrieben.« Weder der Name noch der Buchtitel sagte Strike etwas. »Und Sie haben eine Vermutung, was seinen Aufenthaltsort betrifft?« »Ja, wir waren neulich auf dieser Party mit einer Horde Verlagsmenschen und so. Erst wollte er mich überhaupt nicht mitnehmen, aber ich habe doch schon einen Babysitter«, habe ich gesagt, »ich komme mit.« Und da habe ich gehört, wie Christian Fischer Owen von diesem Schriftsteller-Refugium erzählt hat. »Ein Haus oder so, wo Sie ungestört arbeiten können. Was ist das für ein Ort, von dem er da geredet hat?«, habe ich Owen später gefragt. »Na, das werde ich dir wohl kaum verraten«, hat er gesagt. »Das ist doch der ganze Witz an der Sache, dass man mal von der Frau und den Kindern wegkommt.« Strike fühlte sich beinahe aufgefordert, ebenso über sie zu lachen wie ihr Mann damals. Sie schien von einem merkwürdigen Stolz auf ihn erfüllt zu sein, so wie manche Mütter vorgeben, auf die Ungezogenheiten ihrer Kinder stolz zu sein. »Wer ist Christian Fischer?«, fragte Strike und zwang sich zur Konzentration. »Ein Verleger, so ein junger, angesagter Typ.« »Haben Sie schon mal versucht, Fischer anzurufen und ihn nach der Adresse dieses Refugiums zu fragen?« »Ja, und zwar täglich, seit einer Woche. Aber Sie sagen immer nur, dass Sie es sich aufgeschrieben hätten und dass er zurückrufen würde. Hat er aber nicht. Ich glaube, dass Owen ihm verboten hat, mir zu verraten, wo er steckt. Aber bei Ihnen wird Fischer schon damit rausrücken. Ich weiß, dass Sie was taugen,« sagte sie. »Sie haben diese Lula-Landry-Sache geklärt, wo die Polizei kein Schimmer hatte.« Vor nicht einmal acht Monaten hatte Strike lediglich einen einzigen Klienten gehabt. Seine Detektei war dem Untergang geweiht, seine Aussichten trostlos gewesen. Dann hatte er der Staatsanwaltschaft gegenüber überzeugend darlegen können, dass ein berühmtes, junges Model nicht Selbstmord begangen hatte, sondern von ihrem Balkon im dritten Stock gestoßen worden war. Der darauffolgende Medienrummel hatte das Geschäft ordentlich angekurbelt. Ein paar Wochen lang war er der bekannteste Privatdetektiv der Stadt gewesen. Johnny Rockabee war zu einer Fußnote in seinem Leben degradiert worden. Strike hatte sich aus eigener Kraft einen Namen gemacht, auch wenn es ein Name war, den die meisten Leute auf Anhieb nicht richtig verstanden und regelmäßig falsch buchstabierten. »Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen«, sagte er und versuchte, sich wieder zu konzentrieren. »Ach wirklich?« »Ja«, mit zusammengekniffenen Augen betrachtete Strike seine krakelige Handschrift auf den Seiten des Notizbuchs. »Sie sagten, wegen Orlando und weil ich auch noch was anderes zu tun habe und außerdem«, »ach ja«, sagte sie, »und außerdem passieren lauter komische Sachen, seit er weg ist.« »Komische Sachen?« »Scheiße«, bemerkte Leonora quiet trocken, »durch den Briefschlitz.« »Ähm, jemand hat Ihnen Fäkalien durch den Briefschlitz gesteckt?«, fragte Strike. »Ja«, »nachdem Ihr Mann verschwunden ist?« »Ja, Hund«, sagte Leonora, und Strike brauchte einen Sekundenbruchteil, ehe er begriff, dass sie damit den Urheber der Exkremente und nicht ihren Ehemann meinte. »Drei- oder viermal schon, immer nachts. Ist nicht gerade angenehm, am frühen Morgen auf sowas zu stoßen. Und, ähm, einmal da, da stand eine merkwürdige Frau vor der Tür.« Sie verstummte und wartete darauf, dass Strike nachhakte. Offensichtlich gefiel es ihr, ausgefragt zu werden. Strike wusste, dass viele einsame Menschen es genossen, im Zentrum der uneingeschränkten Aufmerksamkeit ihres Gesprächspartners zu stehen und bemüht waren, das angenehme Erlebnis nach Möglichkeit zu verlängern. »Mhm. Wann stand diese Frau vor Ihrer Tür?« »Letzte Woche. Sie wollte Owen sprechen. Er ist nicht da,« habe ich gesagt. »Richten Sie ihm aus, dass Angela gestorben ist,« hat sie gesagt, und, äh, dann ist sie wieder gegangen. »Und die Frau war Ihnen völlig unbekannt?« »Ich hab sie noch nie im Leben gesehen.« »Kennen Sie eine Angela?« »Nein, aber Owens weibliche Fans sind manchmal ein bisschen komisch,« sagte Leonora in einem plötzlichen Anfall von Rätseligkeit. »Eine hat ihm mal Briefe geschickt und Fotos von ihr, auf denen sie sich als eine von seinen Romanfiguren verkleidet hat. Die schreiben ihm, weil sie glauben, dass er sie versteht oder so, wegen seinen Büchern. »Ganz schön bescheuert, was?« sagte sie. »Dabei hat er sich das alles doch nur ausgedacht.« »Ist die Adresse Ihres Mannes denn allgemein bekannt?« »Nein,« sagte Leonora, »aber vielleicht war sie eine Schülerin oder so. Ihr gibt manchmal Schreibkurse.« Die Tür ging erneut auf, und Robin betrat mit einem Tablett den Raum. Nachdem sie einen schwarzen Kaffee vor Strike und Tee vor Leonora Quine abgestellt hatte, zog sie sich wieder zurück und machte die Tür hinter sich zu. »Aber sonst ist nichts Außergewöhnliches vorgefallen?«, fragte Strike. »Die Fäkalien und die Frau vor der Tür, das war alles?« »Ich, ähm, ich glaube, ich werde verfolgt. Eine große Frau mit schwarzen Haaren und hängenden Schultern,« sagte Leonora. »Das ist aber nicht dieselbe Frau wie...« »Nein, die vor meiner Tür war eher pummelig, lange rote Haare. Die andere hat schwarze Haare und geht irgendwie gebückt.« »Und Sie sind sicher, dass sie Ihnen gefolgt ist?« »Ja, ich glaube schon. Ich habe sie jetzt schon zwei-, dreimal bemerkt. Sie ist nicht aus der Nachbarschaft. Jedenfalls habe ich sie vorher noch nie gesehen, und ich wohne schon seit über dreißig Jahren in Ledbrook Grove.« »Okay,« sagte Strike langsam. »Ihr Mann war also sehr wütend. Worüber hat er sich denn so aufgeregt?« »Er hatte einen Mordsstreit mit seiner Literaturagentin.« »Wissen Sie, worum es dabei ging?« »Um sein neuestes Buch. Liz, das ist seine Agentin, hat ihm gesagt, es wäre das Beste, das er je geschrieben hätte, und dann urplötzlich, ein Tag später, lädt sie ihn zum Essen ein und sagt ihm, dass man es nicht veröffentlichen kann.« »Warum hat sie ihre Meinung geändert?« »Tja, das müssen Sie sie fragen,« entgegnete Leonora und wirkte nun zum ersten Mal verärgert. »Natürlich hat er sich darüber aufgeregt. Kein Wunder, er hat zwei Jahre lang an diesem Buch geschrieben. Er ist stocksauer nach Hause gekommen und in sein Arbeitszimmer marschiert, und hat es sich geschnappt. Er hat sich was geschnappt?« »Na, sein Buch, das Manuskript, seine Notizen, alles. Hat geflucht wie ein Bierkutscher und das ganze Zeug in seine Tasche gestopft und ist verschwunden. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.« »Hat er ein Handy? Haben Sie ihn mal angerufen?« »Ja, natürlich, aber er geht nicht ran. Aber er geht nie ran, wenn er mal wieder seinen Rappel hat.« »Einmal hat er sein Handy aus dem Autofenster geworfen,« fügte sie hinzu, und wieder meinte Strike in ihrer Stimme einen gewissen Stolz auf das Temperament ihres Mannes wahrzunehmen. »Mrs. Quine,« sagte Strike, »was immer er gegenüber William Baker behauptet haben mochte, seine Großherzigkeit kannte Grenzen.« »Ich will ehrlich sein. Meine Dienste sind nicht gerade billig.« »Nach, kein Problem,« sagte Leonora, ohne mit der Wimper zu zucken. »Die Rechnung geht an Liz.« »Liz?« »Liz. Elizabeth Tassel, Owns Agentin. Es ist ihre Schuld, dass er weg ist. Soll sie es doch von seinem Vorschuss abziehen. Er ist ihr bester Klient. Wenn ihr erst mal klar wird, was sie da angerichtet hat, wird sie ihn bestimmt zurückhaben wollen.« In diesem Punkt war Strike nicht ganz so zuversichtlich wie Leonora. Er warf drei Zuckerwürfel in seinen Kaffee, stürzte ihn hinunter und dachte über sein weiteres Vorgehen nach. In gewisser Weise tat Leonora Quine ihm leid. Sie schien sich an die Eskapaden ihres launischen Mannes gewöhnt zu haben, hatte die Tatsache akzeptiert, dass niemand es für nötig hielt, sie zurückzurufen, und war zu dem Schluss gekommen, dass sie Hilfe nur erwarten konnte, wenn sie auch dafür bezahlte. Ungeachtet ihres leicht exzentrischen Verhaltens schien sie jedoch schonungslos ehrlich zu sein. Nichtsdestoweniger hatte er, seit sein Geschäft so unerwartet begonnen hatte zu florieren, nur noch lukrative Fälle angenommen. Jene wenigen, die in der Hoffnung zu ihm gekommen waren, er wäre durch seine eigenen persönlichen und in der Presse weithin ausgewalzten Schwierigkeiten empfänglich für ihre traurigen Geschichten und würde ihnen unentgeltlich unter die Arme greifen, waren auf taube Ohren gestoßen. Leonora Quine hingegen, die ihren Tee fast ebenso schnell getrunken hatte wie Strike seinen Kaffee, war bereits aufgestanden, als hätten sie sich darauf geeinigt, dass er den Fall übernehmen würde. »Ich muss wieder los«, sagte sie, »ich will Orlando nicht so lange allein lassen. Sie vermisst ihren Daddy. Ich habe ihr gesagt, dass ich zu einem Mann gehe, der ihn finden wird.« Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hatte Strike mehreren reichen jungen Damen dabei geholfen, ihre Börsenmaklermänner loszuwerden, nachdem diese im Zuge der Finanzkrise in ihren Augen erheblich an Attraktivität eingebüßt hatten. Ein Ehepaar wieder zusammenzubringen, erschien ihm verglichen damit als durchaus reizvolle Aufgabe. »Also gut«, sagte er, mit einem Gähnen schob er ihr sein Notizbuch zu. »Ich brauche Ihre Kontaktdaten, Mrs. Quine, und ein Foto Ihres Mannes wäre ebenfalls sehr hilfreich.« In runden, kindlichen Buchstaben schrieb sie ihre Adresse auf. Die Frage nach einer Fotografie schien sie allerdings zu überraschen. »Wozu brauchen Sie ein Foto? Er ist in diesem Refugium. Christian Fischer soll Ihnen sagen, wo das ist.« Noch bevor der erschöpfte und müde Strike sich von seinem Schreibtisch erheben konnte, war sie auch schon durch die Tür. Er hörte noch, wie seine neue Klientin Robin zurief, »Und danke für den Tee«, die Glastür zum Treppenhaus aufriss und mit leichtem Klirren wieder schloss. »Ein gewitzter Freund ist eine seltene Gunst«, William Congreve, Doppelspiel. Strike ließ sich auf das fast nagelneue Sofa im Vorzimmer fallen, eine unvermeidliche Investition, da das gebraucht erstandene Modell, das zur ursprünglichen Mürorausstattung gehört hatte, zu Bruch gegangen war. Der Kunstlederbezug, der ihn im Möbelgeschäft noch so beeindruckt hatte, machte bei jeder unbedachten Bewegung Furzgeräusche. Seine Assistentin, groß und kurvig, mit einem reinen, strahlenden Ton und hellen, graublauen Augen, musterte ihn eingehend über den Rand ihres Kaffeebechers hinweg. »Sie sehen fürchterlich aus.« »Ich habe die ganze Nacht damit zugebracht, einer hysterischen Frau Details über die sexuellen und finanziellen Fehltritte eines Mitglieds des englischen Hochadels aus der Nase zu ziehen«, sagte Strike und gähnte herzhaft. »Lord Parker?«, fragte Robin Japsent. »Genau, der«, sagte Strike. »Er hat mit drei verschiedenen Frauen parallel geschlafen und Millionen am Fiskus vorbei ins Ausland geschafft«, sagte Strike. »Wenn Sie keinen allzu empfindlichen Magen haben, sollten Sie sich am Sonntag die News of the World genehmigen.« »Wie um alles in der Welt haben Sie das herausgefunden?« »Durch den Bekannten, eines Bekannten, eines Bekannten«, psalmodierte Strike. Er gähnte wieder und riss den Mund dabei so weit auf, dass es regelrecht schmerzhaft aussah. »Sie sollten sich hinlegen«, sagte Robin. »Ja, das sollte ich«, erwiderte Strike, machte jedoch keine Anstalten, sich zu bewegen. »Außer Gunfrey um vierzehn Uhr haben Sie keine weiteren Termine.« »Gunfrey«, seufzte Strike und rieb sich die Augen. »Warum sind eigentlich all meine Klienten voll Idioten?« »Mrs. Quine kam mir nicht so vor.« »Woher wissen Sie, dass ich Ihren Fall angenommen habe?« »Ich weiß es eben«, sagte Robin, und konnte sich ein verschmitztes Grinsen nicht verkneifen. »Sie ist genau Ihr Typ.« »Hm, ein mittelaltes Relikt aus den Achtzigern.« »Passt genau in Ihr Klientenschema. Außerdem wollten Sie Baker eins auswischen.« »Tja, hat ja auch geklappt, oder?« Das Telefon klingelte. Immer noch mit einem Grinsen im Gesicht nahm Robin das Gespräch entgegen. »Büro von Comorin Strike«, sagte sie. »Oh, hi«, es war ihr Verlobter Matthew. Sie warf ihrem Chef einen flüchtigen Seitenblick zu. Strike hatte die Augen geschlossen, den Kopf zurückgelehnt und die Arme vor der breiten Brust verschränkt. »Hör mal«, sagte Matthew. Er klang nie besonders freundlich, wenn er von der Arbeit aus anrief. »Wir müssen unsere Feierabenddrinks von Freitag auf Donnerstag verschieben.« »Oh, Matt«, sagte sie und versuchte nicht allzu enttäuscht und frustriert. Es war inzwischen das fünfte Mal, dass dieser spezielle Termin verschoben wurde. Von den drei beteiligten Personen hatte allein Robin noch kein einziges Mal Ort, Datum und Uhrzeit des Treffens geändert, sondern sich vielmehr mit jedem neuen Arrangement einverstanden erklärt. »Warum?«, murmelte sie. Plötzlich ertönte ein lautes Grunzen vom Sofa herüber. Strike war im Sitzen eingeschlafen. Sein massiver Schädel lehnte gegen die Wand, die Arme waren immer noch vor der Brust verschränkt. »Am 19. geht die ganze Belegschaft hier ein Trinken«, sagte Matthew. »Würde nicht gut aussehen, wenn ich mich da nicht blicken ließe.« Sie widerstand dem Drang, ihn anzublaffen. Er arbeitete in einer großen Steuerkanzlei, tat manchmal aber so, als kämen die damit einhergehenden sozialen Verpflichtungen denen eines hochrangigen Diplomaten gleich. Dabei war sie sich ziemlich sicher, den wahren Grund für die Terminverschiebung zu kennen. Bisher hatte Strike jedes geplante Treffen unter dem Vorwand eines dringenden Einsatzes abgesagt, der nur zu später Stunde stattfinden konnte. Obwohl seine Entschuldigungen stets plausibel geklungen hatten, war Matthew zunehmend verärgert gewesen. Er hatte es zwar nie laut ausgesprochen, doch Robin wusste, dass ihr Verlobter argwöhnte, Strike halte seine Zeit für zu wertvoll und seinen Job für zu wichtig, um sich mit Matthew abzugeben. In den acht Monaten, seit sie für Comeran Strike arbeitete, waren sich ihr Chef und Matthew nie persönlich begegnet. Selbst an jenem denkwürdigen Abend nicht, als Matthew sie aus der Notaufnahme abgeholt hatte, in die sie mit Strike gefahren war, ihren Mantel fest um die Stichwunde gewickelt, die ihm der in die Ecke getriebene Mörder beigebracht hatte. Als sie zitternd und blutbefleckt aus dem Krankenhaus getreten war, in dem sie Strike zusammenflickten, hatte Matthew das Angebot, ihren verletzten Chef kennenzulernen, rundheraus abgelehnt. Zu wütend war er über die ganze Sache gewesen, obwohl ihm Robin wieder und wieder beteuert hatte, dass sie selbst zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen sei. Matthew war kategorisch dagegen gewesen, da sie fest bei Strike arbeitete. Von Anfang an hatte er argwohnen gegen den Detektiv gehegt und aus seiner Abneigung gegen dessen Mittellosigkeit, Obdachlosigkeit und, in Matthews Augen absurden Beruf, keinen Hehl gemacht. Das Bisschen, was ihm Robin über ihn erzählt hatte, Strikes Tätigkeit bei der Special Investigation Branch, der zivilen Ermittlungseinheit der britischen Militärpolizei, sein Tapferkeitsorden, der Verlust seines rechten Unterschenkels, seine Erfahrung auf hundert Gebieten, in denen Matthew, der bis dahin der Experte in ihrer Beziehung gewesen war, wenig bis gar nicht bewandert war, hatte, entgegen ihrer Hoffnung, nicht dazu beigetragen, eine Verbindung zwischen den beiden Männern herzustellen, sondern im Gegenteil die Kluft zwischen ihnen nur mehr vergrößert. Strikes plötzlicher Ruhm und sein kometenhafter Aufstieg vom Versager zum erfolgreichen Detektiv hat Matthews Vorbehalte weiter verstärkt. Zu spät hatte Robin begriffen, dass es überaus kontraproduktiv gewesen war, Matthew auf seine widersprüchlichen Aussagen hinzuweisen, erst beschwerst du dich, weil er keine Wohnung hat und arm ist, und jetzt passt es dir nicht, dass er berühmt ist und massenhaft Aufträge an Land zieht. Für Matthew, wie Robin sehr wohl bewusst war, bestand Strikes größte Missetat jedoch in dem hautengen Designer-Kleid, das er ihr nach seinem Krankenhausaufenthalt geschenkt hatte. Das Kleid war eigentlich als Zeichen seiner Dankbarkeit und als Abschiedsgeschenk gedacht gewesen, und sie hatte es Matthew voller Stolz und Freude vorgeführt, doch angesichts seiner Reaktion hatte sie es nicht gewagt, es auch nur ein einziges Mal zu tragen. All das hoffte Robin bei einem persönlichen Treffen auszuräumen, doch Strikes wiederholte Absagen hatten Matthews Abneigung nur noch verstärkt. Zum letzten vereinbarten Termin war Strike gar nicht erst aufgetaucht. Seine Entschuldigung, er war gezwungen gewesen, einen Verfolger abzuschütteln, den der argwöhnische Ehemann einer seiner Klientinnen angeheuert hatte, war von Robin anstandslos akzeptiert worden, da sie natürlich mit den Einzelheiten jenes überaus komplizierten und hässlichen Scheidungsfalls vertraut gewesen war. Für Matthew war das Ganze jedoch lediglich ein weiterer Beweis für Strikes Geltungssucht und Überheblichkeit gewesen. Nur mit Mühe hatte sie Matthew dazu bewegen können, einem neuerlichen Anlauf zuzustimmen. Er hatte Zeit und Ort des Treffens festlegen dürfen, doch jetzt, da Robin Strikes Einwilligung einmal mehr eingeholt hatte, wollte Matthew seinerseits den Termin verschieben. Sie kam nicht umhin, Absicht dahinter zu vermuten, womöglich war dies ein Versuch, Strike zu signalisieren, dass auch er andere Verpflichtungen hatte, dass auch er, wie Robin ihm schweren Herzens unterstellen musste, andere Leute nach Belieben hin und her beordern konnte. »In Ordnung«, seufzte sie ins Telefon, »ich frage Comran, ob er am Donnerstag Zeit hat. Klingt nicht gerade so, als wäre es in Ordnung. »Matt, bitte. Ich will jetzt nicht anfangen zu diskutieren. Ich frage ihn, okay?« »Na dann, bis später«, Robin legte auf. Strike hatte mittlerweile mächtig Fahrt aufgenommen und schnarchte jetzt wie ein Wal aus. Sein Mund stand weit offen, er hatte die Beine gespreizt, die Füße flach auf dem Boden und die Arme nach wie vor verschränkt. Seufzend betrachtete sie ihren schlafenden Chef. Er hatte sich nie ablehnend über ihren Freund geäußert. Allein Matthew schien sich an Strikes Existenz zu stören und ließ keine Gelegenheit aus, um darauf hinzuweisen, dass Robin in einem der vielen anderen Jobs, die man ihr angeboten hatte, bedeutend mehr verdienen könnte, hätte sie sich nicht selbst für diesen hochstapelnden, hochverschuldeten Privatdetektiv entschieden, der nicht in der Lage war, sie ihren Fähigkeiten entsprechend zu entlohnen. Ihr Haussegen könnte erheblich gerader hängen, wenn Matthew sich endlich ihrer Meinung über Comeran Strike anschließen und ihn sympathisch finden, ja vielleicht sogar bewundern würde. Doch Robin war zuversichtlich, sie mochte sie beide, warum also sollten sie einander nicht ebenfalls mögen? Mit einem heftigen Runzen wachte Strike auf, er öffnete die Augen und blinzelte sie an. »Ich hab geschnarcht«, stellte er fest und wischte sich über den Mund. »Nicht sehr«, flunkerte sie ihn an, »ähm, also wär's okay, wenn wir unsere Drinks von Freitag auf Donnerstag vorverlegen könnten?« »Drinks?« »Mit Matthew und mir«, sagte sie, »wissen Sie noch, im King's Arms an der Ruppel Street, ich hab's Ihnen aufgeschrieben«, sagte sie mit leicht aufgesetzter Unbefangenheit. »Ach so, ja, ja«, sagte er, »Freitag, geht klar.« »Nein, Matt will, er kann am Freitag nicht, wäre Donnerstag auch in Ordnung?« »Ähm, ja, sicher«, kam es verschlafen zurück. »Ich glaub, ich, ich leg mich noch ein bisschen aufs Ohr.« »Wunderbar, dann am Donnerstag, ich schreib es Ihnen noch mal auf.« »Was am Donnerstag?« »Die Drinks mit, ach, nicht so wichtig, schlafen Sie sich erst mal aus.« Nachdem die Glastür zugefallen war, starrte sie gedankenverloren auf ihren Bildschirm und zuckte heftig zusammen, als die Tür wieder aufging. »Robin, könnten Sie bitte einen Typ namens Christian Fisher anrufen? Sagen Sie ihm, wer ich bin, dass ich Owen Quine ausfindig machen muss und die Adresse des Schriftsteller-Refugiums brauche, von dem er Quine erzählt hat.« »Christian Fisher, und wo erreiche ich ihn?« »Mist«, murmelte Strike. »Das habe ich Sie nicht gefragt. Ich bin wirklich voll neben der Spur. Er ist Verleger, irgendein junger, angesagter Verleger.« »Kein Problem, das finde ich heraus. Gehen Sie schon und legen Sie sich hin.« So wie sich die Glastür zum zweiten Mal geschlossen hatte, rief Robin Google auf. Binnen dreißig Sekunden hatte sie herausgefunden, dass Christian Fisher der Gründer eines kleinen Verlags namens Crossfire war, der am Exmouth Market residierte. Während sie die Nummer des Verlags wählte, musste sie wieder an die Hochzeitseinladung denken, die schon seit einer Woche in ihrer Handtasche schlummerte. Robin hatte Strike gegenüber das Datum ihrer Vermählung nicht einmal erwähnt, genauso wenig, wie sie Matthew eröffnet hatte, dass sie ihren Chef einladen wollte. Wenn das Treffen am Donnerstag einigermaßen glatt ging, »Crossfire«, meldete sich eine schrille Stimme, und Robin konzentrierte sich wieder auf die Arbeit. »Nichts gibt es, was auch so verdrießlich wäre, als eines Menschen eigene Gedanken.« John Webster, die weiße Teufelin. Um zwanzig nach neun am selben Abend lag Strike in T-Shirt und Boxershorts auf seiner Bettdecke, die Reste einer indischen Take-Away-Mahlzeit neben sich auf einem Stuhl, und las den Sportteil seiner Zeitung. Im Fernseher, den er vor sein Bett gestellt hatte, liefen Nachrichten. Die Metallstange, die ihm als Ersatz für seinen rechten Fuß diente, glänzte silbern im Licht der billigen Schreibtischlampe, die auf einem Umzugskarton neben ihm stand. Für Mittwochabend war in Wembley ein Freundschaftsspiel zwischen England und Frankreich angesetzt, doch Strike interessierte sich vielmehr für das Arsenal-Heimspiel gegen die Spurs am Samstag. Er war seit seiner Kindheit Arsenal-Fan, genau wie sein Onkel Ted. Warum Onkel Ted sich so sehr für die Gunners begeisterte, obwohl er sein ganzes Leben in Cornwall verbracht hatte, war Strike allerdings ein Rätsel. Ein trüber Glanz, den die funkelnden Sterne nur mit Mühe durchdringen konnten, erfüllte den Nachthimmel über dem kleinen Fenster neben ihm. Obwohl er sich am Nachmittag mehrere Stunden ausgeruht hatte, war er immer noch todmüde. Trotzdem wollte er sich mit der großen Portion Lamm-Beriani und einem Pint Bier im Magen nicht sofort schlafen legen. Neben ihm lag ein Stück Papier, auf denen Robins Handschrift zwei Termine notiert waren. Sie hatte ihm den Zettel am Abend in die Hand gedrückt, als er das Büro verlassen hatte. Der erste Termin lautete, Christian Fischer, morgen neun Uhr, Crossfire Publishing, Exmouth Market, EC1. Warum will er mich denn persönlich sprechen? Hatte Strike überrascht gefragt. Ich brauch doch bloß die Adresse dieses Schriftsteller-Refugiums, von dem er Quine erzählt hat. Ich weiß, hatte Robin geantwortet. Und das habe ich ihm auch gesagt, aber er hat darauf bestanden, sie zu treffen, und morgen um neun vorgeschlagen. Ich konnte es ihm nicht ausreden. Was, dachte Strike und starrte konsterniert auf den Zettel, habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Erst hatte er sich am Morgen aus Müdigkeit von seinem Temperament überwältigen lassen und einen betuchten Klienten vom Hof gejagt, von dem bestimmt weitere Aufträge zu erwarten gewesen wären. Dann hatte er sich von Leonora Quine breitschlagen lassen, sie als Klientin anzunehmen, obwohl die Bezahlung alles andere als gesichert schien. Jetzt, da sie nicht mehr vor ihm saß, konnte er sich nur mehr undeutlich an jene Mischung aus Mitleid und Neugier erinnern, die ihn dazu veranlasst hatte, den Fall zu übernehmen. In der Stille seiner kalten, kahlen Dachkammer erschien ihm sein Versprechen, ihren eingeschnappten Ehemann wiederzufinden, ebenso wirklichkeitsfremd wie unverantwortlich. Versuchte er nicht, seine Schulden zu tilgen, um endlich mehr Freizeit zu haben und beispielsweise einen Samstagnachmittag im Stadion verbringen oder sonntags ausschlafen zu können? Endlich, nach monatelanger, fast ununterbrochener Arbeit, war er aus den roten Zahlen heraus und seine Klienten strömten nicht mehr aufgrund kurzlebiger Prominenz, die ihm zuteil geworden war, sondern wegen einer diskreteren, weitaus wirkungsvolleren Mundpropaganda in sein Büro. Hätte er William Baker wirklich keine drei Wochen länger ertragen? Und warum, fragte er sich, während er ein weiteres Mal Robbins handgeschriebene Notiz überflog, wollte dieser Christian Fischer ihn so dringend persönlich treffen? Lag es womöglich an Strike selbst, weil er den Fall Lula Landry gelöst hatte, oder, noch schlimmer, weil er Johnny Rockabys Sohn war? Den eigenen Bekanntheitsgrad richtig einzuschätzen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Eigentlich hatte Strike angenommen, dass sein unerwarteter Ruhm allmählich wieder verblasste. Es war eine anstrengende Zeit gewesen, doch inzwischen hatte er schon seit Monaten keinen Anruf mehr von einem Reporter erhalten, und es war auch nicht mehr bei jedweder Gelegenheit Lula Landrys Name im selben Atemzug gefallen wie sein eigener. Fremde sprachen ihn genau wie früher wieder mit »Cameron Strick« oder irgendeiner Variation davon an. Andererseits besaß der Verleger möglicherweise Informationen über den verschwundenen Owen Quine, die er mit Strike zu teilen bereit war. Warum er diese jedoch der Ehefrau des Schriftstellers vorenthalten hatte, war Strike schleierhaft. Unter den Termin mit Fischer hatte Robin eine zweite Verabredung notiert. Donnerstag, 18. November, 18.30 Uhr im King's Arms, 25 Ruppel Street, SE1 Strike wußte genau, warum sie Datum und Adresse so akkurat dazugeschrieben hatte. Sie war fest entschlossen, dass er, was der dritte oder vierte Versuch, endlich ihren Verlobten kennenlernte. Der ihm immer noch unbekannte Bilanzbuchhalter ahnte ja nicht, wie dankbar Strike für dessen Existenz und für den mit einem Saphir und Diamanten besetzten Ring war, der an Robins Finger funkelte. Er hielt Matthew zwar für einen Vollidioten, Robin hatte nicht die leiseste Ahnung, wie gut er sich an jede einzelne noch so beiläufige Bemerkung erinnern konnte, die sie über ihren Verlobten hatte fallen lassen, Doch er stellte eine nützliche Barriere zwischen Strike und einer Frau dar, die ihn andernfalls womöglich aus dem Gleichgewicht hätte bringen können. Strike hatte trotzdem nicht verhindern können, große Sympathie für Robin zu entwickeln. Schließlich hatte sie in seinen schwersten Stunden zu ihm gehalten und ihm geholfen, das Ruder herumzureißen. Genauso wenig konnte er die Tatsache leugnen, dass sie eine äußerst attraktive Frau war. Er war schließlich nicht blind. Ihre Verlobung erschien ihm wie ein Korken, der ein dünnes, stetiges Rinser verstopfte, das, hätte es ungehindert fließen können, Strikes Wohlbefinden nach und nach ausgehöhlt hätte. Er sah sich gegenwärtig in der Genesungsphase nach einer langen, turbulenten Beziehung, die ebenso geendet, wie sie begonnen hatte, mit einer Lüge. Er hatte nicht das geringste Bedürfnis, sein Singeldasein aufzugeben, das er als angenehm und zweckdienig empfand. Aus diesem Grund war er in den letzten Monaten auch bestrebt gewesen, jedweder emotionalen Verstrickungen aus dem Weg zu gehen, trotz der Versuche seiner Schwester Lucy, Treffen mit unterschiedlichen Frauen zu arrangieren, die auf ihn wie der verzweifelte Bodensatz irgendwelcher Internet-Dating-Seiten gewirkt hatten. Wenn Matthew und Robin erst einmal verheiratet wären, war es durchaus möglich, dass Matthew Kraft seiner neuen Rolle, seine frisch verheiratete Braut dazu überredete, jenen Job aufzugeben, den er so offenkundig verabscheute. Strike hatte Robins zögerliche, ausweichende Reaktionen auf dieses Thema durchaus richtig interpretiert. Robin hätte ihn jedoch gewiss informiert, wenn der Hochzeitstermin bereits feststünde, insofern schätzte er diese Gefahr zumindest im Augenblick als gering ein. Mit einem weiteren lauten Gähnen faltete er die Zeitung zusammen, warf sie auf den Stuhl und widmete seine Aufmerksamkeit den Fernsehnachrichten. Ein Satellitenanschluss war der einzige Luxus, den er sich seit dem Einzug in die enge Dachwohnung gegönnt hatte. Durch das kleine, tragbare Gerät, das jetzt auf einer Skybox stand, hatte das bisher durch die schwache Zimmerantenne empfangene Fernsehbild deutlich an Schärfe gewonnen. Justizminister Kenneth Clark gab soeben sein Vorhaben bekannt, die staatliche Prozesskostenhilfe um 350 Millionen Pfund zu kürzen. Mit einem Schleier der Müdigkeit vor Augen verfolgte Strike wie der rotwangige, korpulente Mann vor dem Parlament seine Intention kundtat, die Menschen davon abzuhalten, bei jeder Gelegenheit einen Anwalt einzuschalten und sie stattdessen zu geeigneteren Methoden der Konfliktlösung zu ermutigen. Womit er selbstverständlich durchblicken ließ, dass in erster Linie die Armen auf einen Rechtsbeistand verzichten sollten. Jene Schicht, die den Löwenanteil von Strikes Klientel bildete, würde sich auch weiterhin teurer Anwälte leisten. Tatsächlich war er inzwischen fast ausschließlich im Auftrag, der ewig misstrauischen und intrigierenden Reichen unterwegs. Er stellte die Informationen bereit, mit deren Hilfe ihre aalglatten Anwälte in schmutzigen Scheidungsprozessen und erbitterten Finanzstreitigkeiten üppigere Einigungen erzielen konnten. Ein steter Strom wohlhabender Klienten empfahl ihn an gleichermaßen wohlhabende Bekannte mit ähnlich langweiligen Problemen weiter. Das war der Dank dafür, dass er sich auf diesem Gebiet den Ruf eines Experten erarbeitet hatte. Und auch wenn diese Arbeit ermüdend war, so war sie zumindest lukrativ. Als die Nachrichten zu Ende gingen, stemmte er sich mühsam vom Bett auf, räumte die Überreste seiner Mahlzeit weg und schleppte sich steif in den kleinen Küchenbereich, um den Abwasch zu erledigen. In derlei Dingen ließ er die Disziplin nicht schleifen. Von diesem in der Army erlernten Ausdruck der Selbstachtung war er auch in Zeiten größter Armut niemals abgewichen. Doch der militärische Drill war nicht der einzige Grund für seine Reinlichkeit. Schon als Kind war er sehr ordentlich gewesen. Auch hier hatte er sich seinen Onkel Ted zum Vorbild genommen, dessen Ordnungsliebe überall, vom Werkzeugkasten bis zum Bootshaus, unübersehbar gewesen war und einen offensichtlichen Gegensatz zu dem Chaos im Leben von Strikes Mutter Leder dargestellt hatte. Zehn Minuten später, nachdem er auf der Toilette gewesen war, die durch die unmittelbare Nachbarschaft zur Dusche nie trocken wurde und sich die Zähne geputzt hatte, was er aus Platzgründen über der Küchenspüle erledigte, kehrte er zu seinem Bett zurück, um die Prothese abzunehmen. Die Nachrichten endeten mit der Wettervorhersage, Temperaturen um den Gefrierpunkt und Nebel. Strike klopfte sich ein wenig Puder auf den Stumpf seines amputierten Beins. Inzwischen waren die Schmerzen nicht mehr ganz so stark wie noch vor einigen Monaten und ungeachtet der Tatsache, dass er sich heute ein komplettes englisches Frühstück sowie ein Abendessen vom Inder einverleibt hatte, war es ihm gelungen, ein wenig abzunehmen, seit er wieder für sich selbst kochte, was wiederum eine gewisse Entlastung seines Beins mit sich brachte. Er richtete die Fernbedienung auf den Bildschirm, machte einer lachenden Blondine und ihrem Waschpulver den Gar aus und kroch schwerfällig unter seiner Bettdecke. Sofern Owen Quine sich wirklich in diesem Schriftsteller-Refugium befand, wurde es ein leichtes sein, ihn aufzuspüren. Selbstgefälliges Arschloch, dachte Strike, sich einfach mir nichts, dir nichts mit seinem ach so wertvollen Buch aus dem Staub zu machen. Das verschwommene Bild eines wutschnaubenden Mannes, der mit einer Reisetasche über der Schulter davonstürmte, verschwand ebenso schnell aus Strikes Gedanken, wie es aufgetaucht war, und er glitt in einen höchst willkommenen, tiefen und traumlosen Schlaf. Das leise Wummern einer Bassgitarre aus der Kneipe im Erdgeschoss wurde schon bald von seinem sägenden Schnarchen übertänt. Oh, Herr Plaudertasche, bei Ihnen ist alles sicher, bekanntermaßen. William Congreve, Liebe für Liebe Eisiger Nebel waberte noch immer um die Gebäude am Exmouth Market, als Strike am folgenden Morgen um zehn vor neun dort ankam. Die Straße war für London alles andere als typisch. Dafür sorgten die Tische und Stühle auf den Gehwegen vor den Lokalen, die pastellfarbenen Fassaden der Häuser und das Gold, Blau und Backsteinrot, der an eine Basilika erinnernden Church of our most holy Redeemer. Die Kirche war ebenso in kalten Nebel gehüllt, wie die vielen Kuriositätenläden und Straßencafés. Fehlten nur noch der Geruch von Salzwasser und das klagende Kreischen der Möwen, und er hätte sich nach Cornwall zurückversetzt gefühlt, wo er die glücklichsten und ruhigsten Jahre seiner Kindheit verbracht hatte. Ein kleines Schild auf einer unscheinbaren Tür neben einer Bäckerei wies auf die Büroräume von Crossfire Publishing hin. Um Punkt neun Uhr drückte Strike auf den Klingelknopf. Die Tür ging auf, und dahinter kam ein steiles, weiß getünchtes Treppenhaus zum Vorschein, das er mit einiger Mühe und unter mehrfacher Zuhilfenahme des Handlaufs erklomm. Auf dem obersten Absatz empfing ihn ein dünner, dandyhafter und bebrillter Mann von etwa dreißig Jahren. Er hatte gewähltes, schulterlanges Haar und trug Jeans, eine Weste und ein Hemd mit Paisley-Muster und leicht aufgerüschten Manschetten. »Hi«, sagte er, »ich bin Christian Fischer.« »Äh, Cameron, richtig?« »Cormoran«, verbesserte ihn Strike unwillkürlich. »Aber eigentlich hätte er noch sagen wollen, dass er nach Jahren des hartnäckigen Missverstehens auch auf den Namen Cameron hörte. Doch Christian Fischer ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Oh, Cameron, wie der Riese aus Cornwall.« »Stimmt, genau«, sagte Strike verblüfft. »Wir haben letztes Jahr ein Kinderbuch mit britischen Volksmärchen herausgegeben«, sagte Fischer. Er stieß eine weiße Doppeltür auf und führte Strike in ein unordentliches Großraumbüro. Die Wände waren mit Plakaten tapeziert und mit einer Handvoll überquellender Bücherregale zugestellt. Eine nachlässig gekleidete, dunkelhaarige junge Frau sah neugierig auf, als Strike an ihr vorüberging. »Kaffee im Tee?«, fragte Fischer, während er Strike in sein Büro führte. Ein kleiner Nebenraum, von dem aus man eine hübsche Aussicht auf die verschlafene, nebelverhangene Straße hatte. »Ich kann Jade schnell runterschicken, damit sie uns was holt.« Strike lehnte mit der Begründung ab, soeben erst einen Kaffee getrunken zu haben, kam jedoch nicht umhin, sich zu fragen, weshalb Fischer mit einem bedeutend längeren Gespräch zu rechnen schien, als es die Umstände rechtfertigten. »Dann nur ein Latte, Jade«, rief Fischer durch die Tür. »Setzen Sie sich doch«, sagte er dann und wieselte vor den Bücherregalen an der Wand herum. »Hat der Riese Comran nicht auf dem St. Michaels Mount gelebt?« »Richtig«, sagte Strike. »Und angeblich hat Jack ihn umgebracht, Jack mit der Bodenranke.« »Es muss hier irgendwo sein«, murmelte Fischer, der immer noch die Regale absuchte. »Volksmärchen der britischen Inseln. Haben Sie Kinder?« »Nein«, sagte Strike. »Ach so«, sagte Fischer, »dann spare ich mir die Mühe.« Lächelnd setzte er sich Strike gegenüber. »Na schön, darf ich fragen, wer Sie engagiert hat? Darf ich raten?« »Tun Sie sich keinen Zwang an«, sagte Strike, der jeglicher Form von Spekulation aus Prinzip nicht abgeneigt war. »Entweder Daniel Schardt oder Michael Fancour«, sagte Fischer. »Habe ich recht?« Die Brillengläser verliehen seinen Augen einen konzentrierten, aufmerksamen Ausdruck. Strike ließ sich seine Überraschung nicht anmerken. Michael Fancour war ein bekannter Schriftsteller, der erst vor kurzem einen wichtigen Literaturpreis verliehen bekommen hatte. Weshalb sollte er sich für den verschwundenen Quine interessieren? »Leider falsch«, sagte Strike. »Es war Quines Frau Leonora.« Fischer machte ein fast schon lächerlich verblüfftes Gesicht. »Seine Frau?«, wiederholte er ungläubig. »Diese graue Maus, die aussieht wie Rose West? Weshalb sollte die denn ein Privatdetektiv anheuern? Ihr Mann ist verschwunden. Seit elf Tagen.« »Quine ist verschwunden?« »Aber, aber dann«, das von Fischer mit so großer Vorfreude erwartete Gespräch, schien einen gänzlich anderen Verlauf zu nehmen, als er sich erhofft hatte. »Und wieso hat sie sie zu mir geschickt?« »Sie glaubt, dass sie wissen, wo er steckt.« »Tja, woher zum Teufel soll ich das wissen?«, fragte Fischer mit ehrlichem Erstaunen. »So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht.« »Mrs. Quine behauptet, dass sie ihrem Mann auf einer Party von einem Refugium für Schriftsteller erzählt haben.« »Ach so«, sagte Fischer. »Bigley Hall. Richtig. Aber dort ist Owen ganz bestimmt nicht.« Sein Lachen verwandelte ihn in einen bebrillten Puck und offenbarte eine geradezu schlitzohrige Heiterkeit. »Dort würden Sie Owen Quine nicht mal aufnehmen, wenn er dafür bezahlte. Er ist ein notorischer Unruhestifter. Außerdem kann Ihnen eine der Betreiberinnen auf den Tod nicht leiden. Er hat Ihren ersten Roman aufs Übelste verrissen. Das hat sie ihm nie verziehen.« »Könnten Sie mir trotzdem die Nummer geben?«, fragte Strike. »Ich habe sie eingespeichert,« sagte Fischer und zog ein Handy aus der Gesäßtasche seiner Jeans. »Ich kann ja kurz anrufen.« Er legte das Telefon zwischen sie beide auf den Schreibtisch und schaltete die Lautsprecherfunktion ein, damit Strike mithören konnte. »Bigley Hall,« antwortete eine atemlose Frauenstimme, nachdem es eine geschlagene Minute lang geklingelt hatte. »Hallo, spreche ich mit Shannon? Hier ist Chris Fischer von Crossfire.« »Oh, hi, Chris, wie geht's?« Die Tür zu Fischers Büro ging auf. Die dunkelhaarige Frau trat ein, stellte wortlos eine Latte vor Fischer ab und verschwand wieder. »Shan,« sagte Fischer, nachdem sich die Tür geschlossen hatte, »ich wollte mich nur schnell erkundigen, ob Owen Quine bei euch aufgetaucht ist.« »Quine?« Selbst aus dieser einzelnen blechernden Silbe, die durch den mit Büchern vollgestemmten Raum halte, war Shannons Abscheu deutlich herauszuhören. »Ja, hast du ihn in letzter Zeit mal gesehen?« »Bestimmt seit über einem Jahr nicht mehr. Warum fragst du? Er hat doch nicht etwa vor, hierher zu kommen?« »Das will ich ihm nicht geraten haben. Keine Sorge, Shannon, ich glaube, da hat seine Frau wohl irgendwas falsch verstanden. Bis bald.« Fischer legte mitten in ihrem Abschiedsgruß auf. Offenbar konnte er es kaum erwarten, wieder mit Strike zu sprechen. »Sehen Sie, ich hab's Ihnen ja gesagt, selbst wenn er wollte, würde man ihn in Bigley Hall niemals einlassen.« »Hätten Sie das nicht auch seiner Frau sagen können?« »Ach deshalb ruft Sie ständig an«, rief Fischer, dem allmählich ein Licht aufging. »Ich bin davon ausgegangen, dass Owen Sie dazu angestiftet hat.« »Warum sollte er das tun?« »Oh, bitte«, sagte Fischer grinsend. Als Strike nicht zurückgrinste, schnaubte er kurz. »Ja, wegen Bombix Mori natürlich. Ich dachte, sowas sieht Quine ähnlich, lässt seine Frau hier anrufen, um mich auszuhorchen.« »Bombix Mori?«, wiederholte Strike und bemühte sich, weder einen zu inquisitorischen Ton anzuschlagen, noch allzu ahnungslos zu klingen. »Ja, ich war der Meinung, Quine will mir auf den Zahn fühlen, ob ich es nicht doch veröffentlichen will. Seine Frau vorzuschicken, wäre typisch für ihn. Wer immer Bombix Mori jetzt noch herausbringen will, also ich ganz bestimmt nicht. Wir sind ein kleiner Verlag, wir können uns keine Gerichtskosten leisten.« So zu tun, als wüsste er, wovon die Rede war, würde Strike nicht weiterbringen, also änderte er seine Taktik. »Bombix Mori ist der Titel von Quines jüngstem Roman, oder?« »Ja«, sagte Fischer und nahm gedankenverloren einen Schluck von seinem Latte Macchiato. »Er ist also tatsächlich verschwunden.« »Ich hätte gedacht, dass er sich diesen Rummel auf gar keinen Fall entgehen lassen würde. Deshalb hat er das Buch doch überhaupt geschrieben, oder nicht? Ob er die Nerven verloren hat? Ach nein, nein, das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen.« »Wie viele Bücher von ihm haben Sie denn schon veröffentlicht?«, fragte Strike. Fischer sah ihn verdutzt an. »Kein einziges«, sagte er schließlich. »Ich dachte, seine letzten drei, oder waren es vier, sind bei Roper Chart erschienen. Nein, es war folgendermaßen. Ich habe Liz Tessel, seine Agentin, vor ein paar Monaten auf einer Party getroffen, und sie hat mir im Vertrauen erzählt, sie hatte schon ein paar Drinks intus, sie gehe nicht davon aus, dass Roper Chart es noch sehr viel länger mit ihm aushält. »Daraufhin sagte ich, dass ich mir sein neues Manuskript ja mal ansehen könne. Inzwischen gehören Quines Bücher in die Kategorie »So schlecht, dass sie schon wieder gut sind.« »Da hätte man marketingtechnisch womöglich irgendwas Unkonventionelles machen können.« »Außerdem«, sagte Fischer, »war Hubert Sünde ein wirklich gutes Buch. Ich hatte ihn noch nicht völlig aufgegeben.« »Hat sie Ihnen Bombex Mori denn zugeschickt?«, fragte Strike vorsichtig und verfluchte sich dafür, Leonora Quine gestern so nachlässig befragt zu haben. Das hatte er nun davon, dass er vollkommen übermüdet Klienten empfing. Strike, der es gewohnt war, besser informiert zu sein als seine Gesprächspartner, kam sich unangenehm nackt vor. »Ja, es kam vorletzten Freitag per Fahrradkurier«, sagte Fischer, und sein puckartiges Grinsen wurde noch boshafter. »Die arme Liz, das war der größte Fehler ihres Lebens.« »Wieso das?« »Weil sie es ohne Zweifel nicht richtig gelesen hatte. Jedenfalls nicht komplett. Zwei Stunden nach Eintreffen des Manuskripts hatte ich eine panische Nachricht von ihr auf der Mailbox. »Chris, mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich hab dir das verkehrte Manuskript geschickt. Bitte lies es nicht, sondern schick es mir sofort zurück. Ich bin im Büro und warte darauf.« »So habe ich Liz Tessel noch nie reden hören. Normalerweise kann sie einem richtig Angst machen. Die hat echt Haare auf den Zähnen.« »Und, ähm, haben Sie es wieder zurückgeschickt?« »Natürlich nicht«, sagte Fischer. »Ich hab fast den ganzen Samstag damit verbracht, es zu lesen.« »Und?«, fragte Strike. »Hat Ihnen das etwa niemand erzählt?« »Erzählt?« »Was in dem Manuskript steht«, erklärte Fischer. »Was Owen getan hat.« »Ähm, was, äh, was hat er denn getan?« Fischers Grinsen verblasste und er stellte seinen Kaffee ab. »Einige von Londons Top-Anwälten haben mir dringend davon abgeraten, darüber zu sprechen.« »Und für wen arbeiten diese Anwälte?«, fragte Strike. »Nicht zufällig für Chart oder Fancour?«, fügte er hinzu, als Fischer nicht antwortete. »Nur für Chart«, sagte Fischer und tappte prompt in Strikes Falle. »Obwohl ich mir an Ownes Stelle größere Sorgen wegen Fancour machen würde. Der kann ein richtiges Arschloch sein und hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Aber bitte zitieren Sie mich nicht«, fügte er hastig hinzu. »Und dieser Chart?«, fragte der immer noch mehr oder minder ahnungslose Strike. »Daniel Chart ist der Geschäftsführer von Roper Chart«, antwortete Fischer leicht ungeduldig. »Keine Ahnung, wie Owen darauf kommt, dass er den Mann, der seine Bücher verlegt, ungeschoren in die Pfanne hauen könnte. Aber so ist Owen eben, der arroganteste, größenwahnsinnigste Hurensohn, den man sich nur vorstellen kann. Er dachte wohl, seine Schilderung von Chart als »Mit einem unbehaglichen Lachen« hielt Fischer inne. »Ich rede mich noch um Kopf und Kragen.« »Na ja, sagen wir es mal so. Es überrascht mich, dass selbst ein Mann wie Owen ernsthaft glaubt, damit durchzukommen. Wahrscheinlich hat er die Nerven verloren, als er begriffen hat, dass alle ganz genau wussten, auf wen er da anspielt und daraufhin das Weite gesucht.« »Also geht es um Rufmord?«, fragte Strike. »Bei einem fiktiven Text ist das immer so eine Sache«, entgegnete Fischer. »Wenn man die Wahrheit nur grotesk genug verzerrt, nicht, dass ich damit andeuten will«, beeilte er sich zu sagen, »dass Owen die Wahrheit geschrieben hätte. Jedenfalls ist es nicht buchstäblich, die Wahrheit. Aber seine Figuren sind samt und sonders ziemlich leicht wiederzuerkennen. Da hatte ein paar Leuten ganz ordentlich ein Übergezogen. Liest sich übrigens fast wie Fancors frühe Sachen, liederweise Blut, dieser kryptische Symbolismus. Manchmal weiß man wirklich nicht, worauf er hinaus will, aber man fragt sich natürlich unwillkürlich, was es mit diesem Sack auf sich hat, oder mit dem Feuer. »Äh, was ist mit dem?« »Äh, ist nicht so wichtig. Das sind nur Szenen aus dem Manuskript.« »Hat Ihnen Leonora gar nichts davon erzählt?« »Nein«, sagte Strike. »Hm, merkwürdig«, sagte Christian Fischer. »Sie muss den Roman doch kennen. Ich habe Quine immer für die Sorte Schriftsteller gehalten, der seiner Familie selbst beim Mittagessen mit seiner Arbeit auf die Nerven geht.« »Wie kamen Sie darauf, dass Chart oder Fanko einen Privatdelektiv engagiert haben könnten, obwohl Sie gar nicht wussten, dass Quine verschwunden ist?« Fischer zuckte mit den Schultern. »Pf, keine Ahnung. Ich dachte, Sie wollten vielleicht herausfinden, was er mit dem Manuskript vorhat, um ihn aufzuhalten oder um seinen neuen Verlag vorzuwahren, dass sie ihn verklagen werden, oder vielleicht um irgendetwas über Ohn auszugraben, um es ihm sozusagen in gleicher Münze heimzuzahlen.« »Wollten Sie mich deshalb persönlich sprechen?«, fragte Strike. »Wissen Sie etwas über Quine?« »Nein«, sagte Fischer und lachte. »Ich war bloß neugierig, worum es hier geht.« Er sah auf die Uhr, drehte den Ausdruck eines Buchumschlags um, der vor ihm lag, und drückte seinen Stuhl ein Stück zurück. »Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben,« sagte Strike, dem die subtilen Hinweise nicht entgangen waren, und stand auf. »Bitte rufen Sie mich an, wenn Ohn Quine sich bei Ihnen meldet.« Erreichte Fischer eine Visitenkarte. Stirnrunzelnd umrundete Fischer seinen Schreibtisch, um Strike nach draußen zu begleiten. »Comeran Strike, Strike, den Namen habe ich doch schon mal gehört.« Dann fiel der Groschen. Fischer war mit einem Mal wie ausgewechselt, als hätte er seine Batterien ausgetauscht. »Na, verdammt! Sie sind doch dieser, dieser Lula-Landry-Typ!« Strike hätte sich wieder hinsetzen, eine Latte Macchiato bestellen und mindestens die nächste Stunde lang Fischers ungeteilte Aufmerksamkeit genießen können, wenn er denn gewollt hätte. Stattdessen verabschiedete er sich ebenso höflich wie bestimmt und trat ein paar Minuten später allein auf die kalte, neblige Straße.« »Bei meinem Leben, solche Lektüre, war meine Sünde nie.« Ben Johnson, jeder nach seinem Temperament. Als Strike Leonora Quine telefonisch mitteilte, dass sich ihr Ehemann nun doch nicht in jenem Schriftsteller-Refugium befand, bekam sie es mit der Angst zu tun. »Aber wo ist er dann?« Es klang, als wäre die Frage mehr an sie selbst denn an Strike gerichtet. »Wo war er denn bisher, wenn er abgehauen ist?« fragte Strike. »In irgendwelchen Hotels,« antwortete sie. »Und einmal war er bei einer Frau, aber mit der hat er nichts mehr zu tun.« »Orlando!« gälte sie am Hörer vorbei. »Leg das wieder hin! Das gehört mir! Das gehört mir!« »Hab ich gesagt!« »Was?« rief sie in Strikes Ohr. »Ich hab nichts gesagt. Ich, ähm... Soll ich denn weiter nach Ihrem Mann suchen?« »Natürlich! Wer soll ihn denn sonst finden? Ich muss hier bei Orlando bleiben. Fragen Sie Liz Tessel, die hat ihn schon mal aufgestöbert.« »Hilton«, schob sie unerwartet hinterher. »Einmal war er im Hilton.« »Aha. Und in welchem?« »Keine Ahnung. Fragen Sie Liz. Sie hat ihn vergrault, also soll sie ihn verflucht noch mal auch helfen, ihn wiederzufinden. Wenn ich anrufe, geht sie nicht ran.« »Orlando, leg das hin!« »Gibt es denn sonst noch jemanden, der...« »Nein, verdammt, sonst hätte ich denjenigen doch schon gefragt, oder nicht?« blaffte Leonora. »Sie müssen ihn finden. Sie sind der Detektiv.« »Orlando!« »Mrs. Quine, wir sollten...« »Nennen Sie mich Leonora.« »Leonora, wir sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen. dass sich Ihr Mann etwas angetan hat. Wir würden ihn bestimmt schneller finden, wenn wir die Polizei einschalteten,« sagte Strike. Angesichts des häuslichen Disputs am anderen Ende der Leitung hatte er die Stimme heben müssen. »Das will ich nicht. Einmal war er eine ganze Woche weg. Da hab ich dort angerufen, und dann war er nur bei dieser... bei dieser Freundin von ihm, und das hat Ihnen ganz und gar nicht gefallen. Wenn ich das noch mal mache, wird das stinksauer. Außerdem würde O'Neill... »Orlando, lass das!« »Die Polizei hat effektivere Fahndungsmethoden, und...« »Ich will keinen Aufstand machen. Er soll einfach nur wieder nach Hause kommen.« »Wo steckt er nur?« jammerte sie. »Er hatte jetzt doch genug Zeit, um sich wieder abzuregen.« »Haben Sie das jüngste Buch Ihres Mannes eigentlich gelesen?« fragte Strike. »Nein, ich warte mit dem Lesen immer, bis seine Bücher gedruckt sind, mit einem richtigen Umschlag und so.« »Hat er Ihnen etwas darüber erzählt?« »Nein, er redet nicht gern über die Arbeit, wenn er...« »Orlando, leg das...« Er hätte nicht sagen können, ob sie versehentlich oder absichtlich aufgelegt hatte. Der frühmorgendliche Nebel hatte sich mittlerweile gelichtet, und inzwischen hingen Regentropfen an seinem Bürofenster. Jeden Moment würde die nächste Klientin eintreffen, eine weitere scheidungswillige Frau, die wissen wollte, wo ihr noch Ehemann sein Vermögen versteckt hielt. Er trat ins Vorzimmer. »Robin,« sagte er, »können Sie mir ein Bild von Owen Quine aus dem Internet ausdrucken, wenn Sie eins finden? Und rufen Sie bitte seine Agentin Elizabeth Tessel an, ob sie mir wohl kurz ein paar Fragen beantworten würde.« Er wollte gerade in sein Büro zurückkehren, als ihm noch etwas einfiel. »Ach, und könnten Sie mal nachsehen, was Bombenbüchse Mori zu bedeuten hat?« »Wie buchstabiert man das?« »Tja, wenn ich das wüsste,« sagte Strike. Die Scheidungswillige traf pünktlich um halb zwölf ein, eine verdächtig jung aussehende Mitvierzigerin, die einen vibrierenden Charme und einen moschusartigen Parfumgeruch verströmte, bei dem Robin das Vorzimmer immer ein wenig beengter vorkam als sonst. Strike verschwand mit ihr in seinem Büro, und in den nächsten zwei Stunden waren nur mehr das sanfte Heben und Senken ihrer Stimmen über dem unaufhörlichen Prasseln des Regens und dem Klackern von Robins Fingern auf der Tastatur zu hören. Heimelige, angenehme Geräusche. Robin hatte sich inzwischen an die Heulkrämpfe, Wehklagen und sogar Schreianfälle gewöhnt, die hin und wieder aus Strikes Büro drangen. Am verdächtigsten war eine plötzliche Stille, wie einmal, als ein Klient buchstäblich in Ohnmacht gefallen war und einen leichten Herzinfarkt erlitten hatte, wie sich später herausstellte, nachdem ihm die Fotos seiner Frau mit ihrem Liebhaber vorgelegt worden waren, die Strike mit einem Teleobjektiv geschossen hatte. Endlich verließen Strike und seine Klientin das Büro. Nachdem sie sich überschwänglich verabschiedet hatte, reichte Robin ihrem Chef ein großes Bild von Owen Quine, das sie auf der Internetseite des Barth Literature Festival gefunden hatte. »Allmächtiger«, entfuhr es ihm. Owen Quine war ein großer, käsiger und korpulenter Mann von etwa sechzig Jahren. Er hatte zerzaustes, weißblondes Haar, einen spitzen Van Dyke-Bart und zwei verschiedenfarbige Augen, was seinem Blick eine eigentümliche Intensität verlieh. Für das Foto hatte er sich in einer Art Wetterfleck aus Loden gehüllt, zu dem er einen federgeschmückten Filzhut trug. »Ich glaube nicht, dass der lange inkognitor bleiben kann«, bemerkte Strike. »Können Sie mir davon Kopien machen? Vielleicht müssen wir damit ein paar Hotels abklappern. Seine Frau sagt, dass er mal in einem Hilton abgestiegen ist, aber sie weiß nicht mehr, in welchem. Könnten Sie vielleicht herumtelefonieren und fragen, ob er irgendwo eingecheckt hat?« »Seinen richtigen Namen wird er höchstwahrscheinlich nicht benutzen, aber er ist dir leicht zu beschreiben.« »Ach, und haben Sie Elizabeth Tessel erreicht?« »Ja, so zu sagen«, sagte Robin, »ob Sie es glauben oder nicht, gerade als ich Sie anrufen wollte, hat Sie hier angerufen.« »Sie hat angerufen?« »Warum denn?« »Christian Fischer hat ihr wohl erzählt, dass Sie bei ihm waren.« »Und?« »Tja, sie hat heute Nachmittag Termine, will sie aber morgen um elf in ihrem Büro empfangen.« »Ach, tatsächlich«, gab Strike amüsiert zurück. »Es wird ja immer interessanter. Haben Sie sie gefragt, ob sie weiß, wo Quine steckt?« »Ja, sie behauptet, sie habe keinen Schimmer, will sie aber trotzdem unbedingt sprechen. Sie klingt wie eine Oberlehrerin, ziemlich herrisch. Ach, übrigens, Bombyx Mori ist der lateinische Name für den Seidenspinner.« »Den Seidenspinner?« »Ja, und wissen Sie was? Ich dachte immer, Seidenspinner wären Spinnen, die Netze aus Seide bauen. Dabei sind es Raupen.« »Und wissen Sie auch, wie man die Seide gewinnt?« »Keine Ahnung.« »Man kocht sie«, erklärte Robin, »und zwar bei lebendigem Leib, damit sie nicht fliehen können und ihre Kokons dabei beschädigen. Die Kokons sind nämlich aus Seide. Grausam, oder? Warum wollten Sie das überhaupt wissen?« »Eigentlich wollte ich wissen, warum Owen Quine seinen Roman Bombyx Mori genannt hat«, sagte Strike, »aber offengestanden bin ich jetzt genauso schlau wie zuvor.« Den Nachmittag verbrachte er mit ermüdendem Papierkram zu einem Überwachungsfall und in der Hoffnung auf besseres Wetter. Da er praktisch nichts Essbares mehr im Haus hatte, würde er wohl oder übel noch einmal vor die Tür gehen müssen. Nachdem Robin nach Hause gegangen war und während die Tropfen immer heftiger an sein Fenster prasselten, arbeitete Strike weiter. Schließlich zog er seinen Mantel an und ging durch den mittlerweile strömenden Regen die nasse, dunkle Charing Crossroad entlang zum nächsten Supermarkt, um sich mit Vorräten einzudecken. Er hatte in letzter Zeit zu oft auf Fastfood zurückgegriffen. Mit prallgefüllten Einkaufstüten in beiden Händen machte er sich wieder auf den Heimweg und betrat, einer spontanen Eingebung folgend, auf halber Strecke ein Antiquariat. Der Verkäufer hatte gerade schließen wollen und wusste auf Anhieb nicht, ob er ein Exemplar von Hubert Sünde, Owen Quines erstem und angeblich bestem Buch, vorrätig hatte, doch nachdem er etwas Unverständliches vor sich hingebrummelt und einen fruchtlosen Blick auf seinen Computerbildschirm geworfen hatte, bot er Strike, die Brüder Balzac, vom selben Autor an. Für zwei Pfund erwarb der müde, durch Neste und hungrige Strike die angestoßene, gebundene Ausgabe und nahm sie mit nach Hause in seine Dachwohnung. Doch erst nachdem er die Einkäufe verstaut und sich Nudeln gekocht hatte und die Nacht bereits kalt und dunkel vor seinem Fenster lauerte, streckte er sich auf seinem Bett aus und schlug das Buch des verschwundenen Schriftstellers auf. Der Stil war schwülstig und überbordend, die Handlung gruselig und surreal. Zwei Brüder namens Varicozele und Vaas waren in einem Gewölbe gefangen, in dem die Leiche ihres älteren Bruders allmählich in einer Ecke verweste. Zwischen alkoholgeschwängerten Streitgesprächen über Literatur, Loyalität und den französischen Schriftsteller Balzac versuchten sie, gemeinsam die Lebensgeschichte ihres verrottenden Bruders zu verfassen. Varicozele griff sie ständig an seine schmerzenden Hoden, was Streit wie eine plumpe Metapher für eine Schreibblockade vorkam, während Vaas die meiste Arbeit verrichtete. »Jetzt geht mir das Ganze langsam auch auf den Sack«, murmelte Streit nach fünfzig Seiten, legte das Buch beiseite und machte sich bereit für den mühseligen Prozess des Zubettgehens. Doch die schwere, behagliche Müdigkeit des gestrigen Abends, wollte sich nicht einstellen. Der Regen hämmerte gegen das Fenster seiner Dachkammer und bescherte ihm einen unruhigen Schlaf. Konfuse Träume von dreunenden Katastrophen füllten seine Nacht aus, und am Morgen wachte Streit mit einem mulmigen Gefühl auf, fast als wäre er verkatert. Der Regen trommelte immer noch gegen die Fensterscheibe, und als er den Fernseher einschaltete, erfuhr er, dass Cornwall von heftigen Überschwemmungen heimgesucht worden war. Menschen waren in ihren Autos eingeschlossen oder mussten aus ihren Häusern evakuiert und in Notunterkünfte verbracht werden. Streit griff nach seinem Handy und wählte eine Nummer, die ihm so vertraut war wie sein eigenes Spiegelbild, eine Nummer, die Zeit seines Lebens für Sicherheit und Stabilität gestanden hatte. »Hallo?« meldete sich seine Tante. »Hier ist Comoran. Geht's euch gut, Joan? Ich hab es gerade in den Nachrichten gesehen.« »Uns geht's gut, mein Schatz, jedenfalls jetzt noch. Am schlimmsten ist es unten an der Küste,« sagte sie. »Hier regnet's und stürmt es zwar, aber nicht annähernd so heftig wie in St. Hostel. Und ich hab's auch gerade im Fernsehen gesehen. Wie geht's dir, Com? Ich hab schon seit einer Ewigkeit nichts mehr von dir gehört. Erst gestern habe ich mit Ted über dich gesprochen. Wir wollten dich fragen, ob du an Weihnachten zu uns kommen willst. Jetzt, da du wieder allein bist, was hältst du davon?« Mit dem Telefon in der Hand konnte er sich weder anziehen noch die Prothese anlegen. Sie unterhielten sich noch eine halbe Stunde lang ein unaufhörlicher Schwall aus lokalem Klatsch mit unvermittelt eingestreuten persönlichen Fragen, auf die er lieber nicht eingehen wollte. Nach einem letzten Versuch, ihn über sein Niebesleben, seine finanzielle Lage und den Zustand seines amputierten Beins auszuhorchen, gab sie endlich auf und sie verabschiedeten sich. Verspätet, müde und gereizt betrat Strike das Büro. Er trug einen dunklen Anzug samt Schlips. Robin fragte sich, ob er nach seinem Termin bei Elizabeth Tassel womöglich mit der brünetten Scheidungskandidatin zum Mittagessen verabredet war. »Haben Sie schon gehört?« »Das Hochwasser in Cornwall?«, fragte Strike und schaltete den Wasserkocher ein. Seine erste Tasse Tee des Tages war kalt geworden, während er Jones Schilderungen gelauscht hatte. »William und Kate haben sich verlobt.« »Wer?« »Na, Prinz William,« erklärte Robin amüsiert. »Und Kate Middleton?« »Oh«, Strike war gänzlich unbeeindruckt. »Das ist doch schön für sie.« Bis vor wenigen Monaten hatte er selbst zum Kreis der Heiratswilligen gezählt. Er hatte weder eine Ahnung, wie weit die neuerliche Verlobung seiner Ex mittlerweile gediehen war, noch wollte er darüber nachdenken, wie sie enden würde. Höchstwahrscheinlich nicht wie die Verlobung mit Strike, deren finale Akterin bestanden hatte, dass sie ihm das Gesicht zerkratzt und ihm ihren Verrat offenbart hatte, sondern vielmehr mit einer Hochzeit, wie er sie ihr niemals hätte bieten können. Er schon würde sie derjenigen ähneln, die William und Kate zweifellos beizufeiern gedachten. Erst nachdem Strike einen halben Becher Tee getrunken hatte, traute sich Robin das düstere Schweigen zu brechen. »Kurz bevor sie gekommen sind, hat Lucy angerufen. Ich soll sie an ihr Geburtstagsessen am Samstag erinnern und sie fragen, ob sie jemanden mitbringen möchten.« Im Handumdrehen sank Strikes Laune um noch ein paar Grade. Die Geburtstagseinladung seiner Schwester hatte er völlig vergessen. »Ja, ja«, sagte er missmutig. »Haben Sie am Samstag Geburtstag?«, fragte Robin. »Nein.« »Wann dann?« Er seufzte. Er wollte weder Kuchen, Glückwunschkarten noch Geschenke. Doch sie sah ihn erwartungsvoll an. »Am Dienstag«, sagte er schließlich. »Den 23.« »Ja.« Nach einer kurzen Gesprächspause hielt er es für angebracht, die höfliche Gegenfrage zu stellen. »Und Sie?« Ihr kurzes Zögern machte ihn nervös. »Oh Gott, doch nicht etwa heute.« Sie lachte. »Nein, schon vorbei. Neunte Oktober. Keine Sorge, das war ein Samstag«, sagte sie, immer noch amüsiert über die Besorgnis in seinem Gesicht. »Und ich habe auch wirklich keinen Blumenstrauß erwartet.« Er lächelte zurück. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er ihren Geburtstag verpasst und sie auch nie danach gefragt hatte und ließ sich zu einer weiteren höflichen Bemerkung hinreißen. »Zum Glück haben Sie und Matthew noch keinen Hochzeitstermin festgelegt. Nicht, dass Sie am selben Tag heiraten wie das königliche Bordpaar.« »Oh«, sagte Robin und errötete, »der Termin steht mittlerweile fest.« »Wirklich?« »Ja, am 8. Januar. Ich habe Ihre Einladung hier«, sagte sie und beugte sich über ihre Tasche. Sie hatte Matthew immer noch nicht gebeichtet, dass sie Strike einladen wollte. »Zu spät.« »Bitte sehr.« »Am 8. Januar?« fragte Strike und nahm den silberfarbenen Umschlag entgegen. »Aber das ist ja in... wann? In sieben Wochen.« »Ganz genau.« Es folgte eine unbehagliche Pause. Strike kam nicht mehr darauf, was er sie eigentlich hatte fragen wollen. Doch dann fiel es ihm wieder ein. »Wie läuft's mit den Hilton Hotels?« Er klopfte sich mit dem silberfarbenen Umschlag geschäftig auf die Handfläche. »Einen Paar habe ich schon angerufen. Unter seinem echten Namen hat er nirgends eingecheckt. Und die Beschreibung hat auch niemand wiedererkannt. Hiltons gibt es wie Sand am Meer, und ich bin immer noch nicht ganz fertig mit meiner Liste. Was haben Sie denn nach Ihrem Termin mit Elizabeth Tessel vor?« fragte sie so beiläufig wie nur möglich. »Ich spiele einen Wohnungsinteressenten in Mayfair. Mir scheint, dass ein gewisser Gatte sein Vermögen flüssig machen und außer Landes schaffen will, bevor die Anwälte seiner Frau ihn davon abhalten können,« sagte er, und schob die ungeöffnete Hochzeitseinladung tief in die Manteltasche. »Also dann nicht. Ich bin dann mal weg. Ich muss einen schlechten Autor suchen.« Ich nahm das Buch, und so verschwand der Alte. John Lylee, Endymion oder Der Mann im Mond. Elizabeth Tessels Büro war nur eine U-Bahn-Haltestelle entfernt. Strike legte die Fahrt im Stehen zurück, obwohl ihn derartige Kurzstrecken anstrengten, weil sie sein Bein belasteten und er ständig fürchten musste, hinzufallen, und dachte darüber nach, warum Robin ihm nicht zum Vorwurf gemacht hatte, dass er den Fall Quine übernommen hatte. Natürlich war sie nicht in der Position, ihrem Brötchengeber Vorhaltungen zu machen. Andererseits hatte sie sich gegen eine weitaus lukrativere Arbeitsstelle und für ihn entschieden. Es war also ihr gutes Recht, eine Gehaltserhöhung zu erwarten, sobald er seine Schulden abbezahlt hatte. Dass sie ihn niemals, auch nicht wortlos, kritisierte, war äußerst ungewöhnlich. Sie war die einzige Frau in Strikes Leben, die nicht das Bedürfnis zu verspüren schien, ihn zu bessern oder zu ändern. Seiner Erfahrung nach verlangten die meisten Frauen, ihre Bemühungen, den Gegenüber auf Teufel komme auszuverändern, als Beweis ihrer Zuneigung zu begreifen. In sieben Wochen würde sie also heiraten. In sieben Wochen wäre sie Mrs. Matthew... Strikes konnte sich beim besten Willen nicht an den Nachnamen ihres Verlobten erinnern, sofern er ihn überhaupt je gekannt hatte. Als er am Ausgang zu Gutsch Street auf den Aufzug wartete, überkam ihn der plötzliche Drang, seine brünette, scheidungswillige Klientin anzurufen. Sie hatte ihm recht unmissverständlich signalisiert, dass sie gegen eine derartige Kontaktaufnahme nichts einzuwenden habe, doch sofort verwarf er den Gedanken wieder, sie heute Nacht in ihrem, wie er es sich vorstellte, großen, weichen und großzügig parfümierten Bett in Knightsbridge zu vögeln. Das wäre Wahnsinn! Noch unverantwortlicher als im Auftrag einer Klientin, die ihn höchstwahrscheinlich nicht bezahlen konnte, nach einer vermissten Person zu suchen. Wieso verschwendete er überhaupt seine Zeit auf Owen Quine? fragte er sich, als er mit gesenktem Kopf durch den eiskalten Regen marschierte. Neugier, lautete die Antwort, die er sich nach kurzer Überlegung selbst gab, und womöglich noch etwas anderes, was weniger leicht zu greifen war. Während er im strömenden Regen die Store Street hinunterging und sich darauf konzentrierte, auf dem glitschigen Pflaster nicht auszurutschen, dachte er darüber nach, wie sehr die endlosen Variationen von Habgier und Rachsucht seiner betuchten Klienten ihm den detektivischen Appetit verdorben hatten. Eine vermisste Person dagegen, in so einem Fall, hatte er schon seit einer Ewigkeit nicht mehr ermittelt. Es würde ihm große Befriedigung verschaffen, Quine wieder mit seiner Familie zu vereinen. Elisabeth Tessels Literaturagentur befand sich in einer überraschend ruhigen Sackgasse mit Wohnhäusern aus dunklem Backstein, die von der geschäftigen Gower Street abging. Strike drückte auf einen Klingelknopf neben einer unscheinbaren Messingplakette. Ein kurzes Poltern ertönte, dann öffnete ein blasser junger Mann mit offenem Hemdkragen die Tür. Hinter ihm war eine mit einem roten Läufer ausgelegte Treppe zu erkennen. »Sind Sie der Privatdetektiv?«, fragte er mit einer Mischung aus Angst und neugieriger Aufregung. Strike folgte ihm die Treppe hinauf, wobei er den abgewetzten Läufer volltropfte und durch eine Mahagonitür in einen großen Büroraum, der früher womöglich einmal Flur und Wohnzimmer einer Wohnung dargestellt hatte. Doch die altehrwürdige Eleganz machte allmählich einer gewissen Schäbigkeit Platz. Die Fenster waren beschlagen und in der Luft hing abgestandener Zigarettenrauch. Eine Vielzahl vollgestopfter Bücherregale stand an den Wänden und die vergebte Tapete war fast restlos von gerahmten Cartoons und Karikaturen literarischer Persönlichkeiten bedeckt. Zwei schwere Schreibtische standen sich auf einem abgenutzten Teppich gegenüber. Keiner davon war besetzt. »Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen?«, fragte der junge Mann, als plötzlich eine dünne, furchtsam dreinblickende junge Frau hinter einem der Schreibtische hervorkam. Sie hielt einen schmutzigen Putzschwamm in der Hand. »Ich kriege es nicht raus, Ralph«, flüsterte sie dem Mann verzweifelt zu. »Verdammt«, murmelte Ralph gereizt. »Elisabeths alter schwache Töle hat unter Sallys Schreibtisch gekotzt,« erklärte er mit gedämpfter Stimme, während er Strike, den durchnässten Crombie-Mantel abnahm und ihn an einen viktorianischen Kleiderständer neben der Tür hängte. »Ich sag ihr Bescheid, dass Sie da sind. Versuch's weiter!«, riet er seiner Kollegin und ging zu einer weiteren Mahagonitür. Er öffnete sie einen Spaltbreit und schlüpfte hindurch. »Lis, Mr. Strike ist jetzt da!« Das Bellen eines Hundes ertönte, unmittelbar gefolgt von dem Husten eines menschlichen Wesens, tief und rasselnd, wie aus der Kehle eines alten Kohlengrubenarbeiters. Dann rief eine heisere Stimme, »Halt ihn fest!« Die Tür zum Büro der Literaturagentin ging auf und gab den Blick auf Ralph frei, der das Halsband eines Dobermanns umklammerte. Das Tier hatte offensichtlich trotz seines hohen Alters nichts von seiner Angriffslust eingebüßt. Hinter ihm stand eine große, untersetzte Frau von etwa sechzig Jahren mit markanten, aber wenig ansprechenden Gesichtszügen. Der geometrisch perfekte, stahlgraue Pagenkopf, das schwarze, streng geschnittene Kostüm und ein Hauch von scharlachrotem Lippenstift verliehen ihr die gewisse herrschaftliche Aura, mithilfe derer ältere, erfolgreiche Frauen oft ihre schwindenden, sexuellen Reize kaschierten. »Ralph, bring ihn ein bisschen raus!« sagte die Agentin und richtete ihre dunklen, olivfarbenen Augen auf Strike. Der Regen prasselte nach wie vor gegen die Fensterscheiben. »Und vergiss die Plastiktöten nicht, er hat leichten Durchfall. Kommen Sie rein, Mr. Strike!« Angewidert zerrte ihr Assistent den großen, anubisköpfigen Hund aus dem Büro. Als der Dobermann an Strike vorbeikam, knurrte er vernehmlich. »Sally, Kaffee!« befahl die Agentin der ängstlichen Frau, die es gerade noch geschafft hatte, den Schwamm verschwinden zu lassen. Sie sprang auf und schlüpfte durch eine Tür hinter ihrem Schreibtisch. Strike hoffte, dass sie sich vor der Zubereitung des Kaffees gründlich die Hände wusch. Elisabeth Tessels stickiges Büro war eine Art Miniaturausgabe des großen Vorzimmers. Es roch nach Zigarettenrauch und altem Hund. Unter dem Schreibtisch stand ein mit einer Tweetdecke ausgelegter Hundekorb. An den Wänden hingen überall alte Fotos und Drucke. Auf einer der größeren Fotografien erkannte Strike einen hochbetagten Mann wieder, einen halbwegs bekannten Kinderbuchautor namens Pinkelman. Ob dieser noch am Leben war, entzog sich allerdings seiner Kenntnis. Wortlos deutete die Agentin auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch. Strike musste erst einen Stapel Papier und ein paar alte Ausgaben des Bookseller wegräumen, bevor er sich setzen konnte. Die Agentin angelte eine Zigarette aus einer Schachtel auf dem Schreibtisch, zündete sie mit einem Onyx-Feuerzeug an, nahm einen tiefen Zug und brach dann in einen längeren, rassenden Hustenanfall aus. »Also«, krächzte sie, als der Husten abgeklungen war und sie auf dem Ledersessel hinter dem Schreibtisch Platz genommen hatte, »Christian Fischer hat mir erzählt, dass Owen mal wieder abgetaucht ist.« »Stimmt«, sagte Strike. Er verschwand am selben Abend, als er sich mit ihnen über sein Buch gestritten hat. Sie wollte wieder etwas sagen, doch die Worte gingen erneut in einem Hustenanfall unter. Kräßliche, furchterregende Geräusche drangen aus der Tiefe ihres Oberkörpers. Strike wartete schweigend ab, bis auch dieser Anfall vorüber war. »Klingt nicht gut«, sagte er, als sie wieder verstummt und unglaublicherweise einen weiteren tiefen Zug von ihrer Zigarette genommen hatte. »Grippe«, keuchte sie. »Ich werde sie einfach nicht los. Wann war Leonora bei Ihnen?« »Vor zwei Tagen.« »Kann Sie sich das überhaupt leisten?«, krächzte sie. »Man sollte meinen, dass der Mann, der den Fall Landry gelöst hat, nicht gerade billig ist.« »Mrs. Quine hat angedeutet, dass Sie mich bezahlen werden«, sagte Strike. Ihre rauen Wangen liefen rot an, und die dunklen, vom vielen Husten tränenden Augen verengten sich zu schlitzen. »Tja, dann können Sie Leonora gleich ausrichten«, und ihre Brust bebt unter dem schwarzen Jackett, als sie mit einem erneuten Hustenreiz rang. »Dass ich keinen Penny beraten werde, um dieses Arschloch aufzuspüren. Er ist nicht länger mein Klient. Sagen Sie ihr«, »sagen Sie ihr««, ein weiterer gewaltiger Hustenanfall brach sich Bahn. Die Tür ging auf, und die dünne Assistentin trat ein. Sie kämpfte sichtlich mit einem schweren, mit Tassen und einer Cafetiere beladenen Holztablett, und Strike stand auf, um es ihr abzunehmen. Auf dem Schreibtisch war kaum Platz dafür, das Mädchen versuchte, ihn freizuräumen, und stieß in ihrer Nervosität einen Papierstapel um. Eine wütende Droge werde der hustenden Agentin ließ das arme Ding angsterfülltes Weite suchen. »Nichtsnutzige, Kleine«, keuchte Elizabeth Tessel. Strike stellte das Tablett auf den Schreibtisch, ohne den Papieren am Boden weiter Beachtung zu schenken. Dann setzte er sich wieder. Die Agentin gehörte zu jener tyrannischen Sorte älterer Frauen, die es sich bewusst oder unbewusst zunutze machten, dass sie in jedem, der dafür empfänglich war, Kindheitserinnerungen an übermächtige, besitzergreifende Mütter weckten. Strike war gegen derartige Einschüchterungsversuche immun. Zum einen hatte ihn seine junge Mutter, an sonstigen Unzulänglichkeiten zum Trotz, abgöttisch geliebt. Zum anderen war ihm die Verletzlichkeit dieses Drachens nicht entgangen, das Kettenrauchen, die vergebten Fotografien und der Hundekorb ließen auf eine empfindsamere, weniger selbstsichere Seite schließen, die ihren jungen Untergebenen offenbar bislang verborgen geblieben war. Sobald sich ihr Husten wiedergelegt hatte, reichte er ihr eine Tasse, die er bereits mit Kaffee gefüllt hatte. »Danke«, murmelte sie schroff. »Sie haben Quine also die Zusammenarbeit aufgekündigt?«, fragte er. »Haben Sie ihm das während Ihres gemeinsamen Abendessens mitgeteilt?« »Das weiß ich nicht mehr«, krächtste sie. Das Ganze lief im Nu aus dem Ruder. Owen sprang mitten in diesem Restaurant auf, um mich umso heftiger anschreien zu können. Dann stürmte er hinaus und ich durfte die Rechnung übernehmen. Für unser Gespräch gibt es garantiert eine Menge Zeugen, wenn Sie das nachprüfen wollen. Owen war sehr bedacht darauf, dass auch wirklich jeder seine kleine Szene mitbekam. Sie griff nach einer weiteren Zigarette und bot Strike nach kurzem Überlegen ebenfalls eine an. »Was hat Christian Fischer Ihnen erzählt?«, fragte sie, nachdem sie ihnen beiden Feuer gegeben hatte. »Nicht viel«, sagte Strike. »Ich will für Sie beide hoffen, dass das stimmt«, zischte sie. Strike rauchte schweigend und trank seinen Kaffee. Elisabeth wartete ab, sichtig neugierig auf weitere Informationen. »Hat er Bombex Mori erwähnt?«, fragte sich schließlich. Strike nickte. »Was hat er Ihnen darüber gesagt?« »Dass zahlreiche Figuren einen hohen Wiedererkennungswert besitzen.« Darauf folgte eine spannungsgeladene Pause. »Das ist also seine Vorstellung davon, stillschweigend zu bewahren. Hoffentlich jetzt schart ihm seine Anwälte auf den Hals.« »Haben Sie versucht, Quine zu erreichen, nachdem Sie ihn, ähm, ähm, wo haben Sie sich damals eigentlich zum Essen getroffen?«, fragte Strike. »Im River Café«, röchelte sie. »Nein, ich, ich hab nicht versucht, ihn zu erreichen. Es, es gibt nichts mehr zu sagen.« »Und er hat Sie auch nicht kontaktiert?« »Nein.« Laut Leonora haben Sie Quine gesagt, dass es das beste Buch sei, das er je geschrieben hat. Dann haben Sie Ihre Meinung geändert und sich geweigert, es zu vertreten. »Was hat sie behauptet? Das hab ich nicht... hab ich nicht...« Es folgte der bisher schwerste Hustenkrampf. Strike verspürte das dringende Bedürfnis, der nach Luft dringenden Frau die Zigarette aus der Hand zu reißen. Endlich war der Anfall vorüber und sie trank die Hälfte des heißen Kaffees in einem Zug, was ihr ein wenig Linderung zu verschaffen schien. »Das hab ich nicht gesagt«, wiederholte sie mit festerer Stimme. »Das beste Buch, das er je geschrieben hat, das hat der Leonora erzählt?« »Ja, was haben Sie denn tatsächlich gesagt?« »Ich hatte die Grippe«, sagte sie heiser, ohne auf seine Frage einzugehen, »und lag eine Woche lang im Bett.« »Ona hat hier im Büro angerufen, um mir mitzuteilen, dass er sein Roman beendet habe. Ralf sagte ihm, dass ich krank zu Hause liege, woraufhin er das Manuskript per Kurier direkt an meine Privatadresse geschickt hat. »Ich musste aufstehen, um den Eingang zu quittieren, typisch für ihn. Ich hatte vierzig Fieber und konnte kaum gehen, aber das war ihm völlig egal. Sein Roman war fertig und da erwartete er selbstverständlich, dass ich ihn mir sofort vornehmen würde.« Sie nahm einen weiteren Schluck Kaffee. »Ich habe das Manuskript auf den Tisch im Flur geworfen und bin schnurstracks zurück ins Bett gegangen. Doch dann hat Owen praktisch im Stundentakt angerufen, weil er wissen wollte, was ich davon halte. Er hat mich den ganzen Mittwoch und Donnerstag belästigt. Und da habe ich etwas getan, was ich in den dreißig Jahren, in denen ich in dieser Branche arbeite, noch nie getan habe,« röchelte sie. »Ich wollte an jenem Wochenende einen Ausflug machen. Darauf hatte ich mich schon lange gefreut. Und ich wollte ihn nicht absagen, und damit Owen mich im Urlaub nicht alle drei Minuten anrufen würde, habe ich, damit er Ruhe gab, und mir ging es immer noch richtig schlecht, habe ich es ihm überflogen.« Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. Es folgte der unvermeidliche Husten. »Auf den ersten Blick war Bombix Mori nicht schlechter als seine vorherigen Romane, womöglich sogar ein wenig besser. Die Grundanlage war nicht uninteressant und die Bildsprache durchaus faszinierend. Ein Gruselmärchen, eine pervertierte Version der Pilgerreise.« »Haben Sie in den Abschnitten, die Sie gelesen haben, jemanden wiedererkannt?« »Die Figuren schienen mir überwiegend symbolischer Natur zu sein,« sagte sie ausweichend, »einschließlich seines hagiografischen Selbstporträts. Massenhaft perverser Sex,« sie hielt inne, um erneut zu husten. »Die übliche Mischung, dachte ich, aber ich muss offen gestehen, ich habe es nicht sorgfältig gelesen.« Strike sah ihr an, dass sie es nicht gewohnt war, Fehler einzugestehen. »Ich... Also, das letzte Viertel, das von Michael und Daniel handelt, habe ich wirklich nur überblättert. Ich warf einen kurzen Blick auf das Ende, das ziemlich grotesk und fast schon albern war. Wenn ich nicht so krank gewesen wäre, wenn ich es gründlich gelesen hätte, dann hätte ich ihm natürlich sofort sagen können, dass er niemals damit durchkommen würde. Daniel ist ein ein... ein eigenwilliger Mann und überaus... Eikel!« Wieder versagte ihr die Stimme, aber mit wilder Entschlossenheit versuchte sie, den Satz zu Ende zu bringen. »Und Michael ist der Allerschlimmste, der... der Allerschlimmste!« Dann wurde sie ein weiteres Mal von explosivem Husten heimgesucht. »Was hätte Mr. Quine davon, ein Buch zu veröffentlichen, für das er verklagt werden könnte?« fragte Strike, so wie sie sich wieder gefasst hatte. »Ach, Owen glaubt, dass er im Gegensatz zu allen anderen nicht an soziale Normen gebunden ist,« antwortete sie Barsch. »Er hält sich für ein Genie, ein Enfant terrible. Er ist regelrecht stolz darauf, wenn er irgendwo aneckt. Das findet er mutig und heroisch.« »Was haben Sie mit dem Buch gemacht, nachdem Sie es überflogen hatten?« »Ich habe Owen angerufen,« sagte sie und schloss für einen Augenblick die Augen, offensichtlich wütend auf sich selbst. »Ja, wirklich ganz toll,« habe ich gesagt. »Dann habe ich Ralph gebeten, das verdammte Manuskript bei mir abzuholen, zwei Kopien zu machen und eine davon an Jerry Walgrave, uns Lektor bei Roper Chart zu schicken, und die andere, Gott möge mir verzeihen, an Christian Fischer.« »Warum haben Sie das Manuskript nicht einfach an Ihr Büro gemeld?«, fragte Strike neugierig. »Hatten Sie es nicht auf einem Memory-Stick gespeichert oder so?« Sie drückte ihre Zigarette in dem überquellenden Aschenbecher aus. »Own benutzt ausschließlich die alte elektrische Schreibmaschine, auf der er Hobarts Sünde verfasst hat. Ich weiß nicht, ob das nur affektiertes Gehabe oder tatsächliche Dummheit ist. Was moderne Technologien angeht, ist er bemerkenswert rückständig. Vielleicht hat er es ja mal mit einem Laptop versucht und ist kläglich gescheitert. Oder es ist einfach nur eine weitere seiner Marotten?« »Und warum haben Sie das Manuskript gleich an zwei Verlage geschickt?«, fragte Strike, obwohl er die Antwort bereits kannte. »Na ja, Jerry Walgrave mag ein heiliger und der netteste Mensch im Verlagsgeschäft sein,« antwortete sie und nippte an ihrem Kaffee. »Aber selbst er war drauf und dran mit Owen und seinen Laun die Geduld zu verlieren. Uns letztes Buch bei Roper Chart hat sich ausnehmend schlecht verkauft. Ich hielt es nur für vernünftig, ein zweites Eisen im Feuer zu haben. »Mhm. Wann haben Sie erfahren, was tatsächlich in dem Buch steht?« »Am Abend desselben Tages,« krächzte sie. Ralph rief mich an. Er hatte die beiden Kopien verschickt und dann einen Blick ins Original geworfen. »List, hast du es überhaupt gelesen?« »Hat er mich gefragt?« Strike konnte sich die Bestürzung des blassen Jungassistenten nur zu gut vorstellen, den Mut, den er für diesen Anruf hatte aufbringen müssen, die verzweifelten Diskussionen mit seiner Kollegin, bevor er den Entschluss gefasst hatte. »Hatte ich nicht,« musste ich gestehen, »zumindest nicht gründlich,« murmelte sie. »Er las mir ein paar Passagen vor, die mir entgangen waren, und, äh...« Sie nahm das Onyx-Vorzeug in die Hand und spielte gedankenverloren damit herum. Dann sah sie zu Strike auf. Da geriet ich in Panik und rief sofort bei Christian Fischer an, landete aber nur auf seiner Mailbox. Ich hinterließ ihm die Nachricht, dass das Manuskript, das ich ihm geschickt hatte, nur ein Entwurf gewesen sei. Er soll es nicht lesen. Ich hätte einen Fehler gemacht, und ob er es bitte so schnell, so schnell wie möglich zurückschicken könne. Dann versuchte ich es bei Jerry, aber auch den konnte ich nicht erreichen. Er hatte mit seiner Frau anlässlich ihres Hochzeitstags übers Wochenende verreisen wollen, und ich hoffte inständig, dass er keine Zeit finden würde, um es zu lesen. Auch ihm habe ich eine Nachricht hinterlassen, und dann habe ich Owen wieder angerufen. Sie zündete sich noch eine Zigarette an. Ihre großen Nasenlöcher weiteten sich, als sie inhalierte, und die Falten um ihren Mund wurden tiefer. Ich brachte keinen Ton heraus, aber selbst wenn, in seiner typischen Art, ließ Owen mich vor lauter Selbstzufriedenheit ohnehin kaum zu Wort kommen. Er wollte sich mit mir zum Essen treffen und den Abschluss seines Romans feiern. Also zog ich mich an, schleppte mich ins River Café und wartete. Und dann kam Owen, ausnahmsweise sogar pünktlich, und er schwebte auf Wolke Sieben. Er glaubte wirklich, er hätte etwas, etwas Mutiges, etwas Großartiges verbracht. Noch ehe ich ihm widersprechen konnte, redete er auch schon über eine mögliche Verfilmung. Rauch quoll aus ihrem scharlachroten Mund. In Kombination mit den funkelnden schwarzen Augen erinnerte sie jetzt vollends an einen Drachen. Als ich ihm erklärte, dass ein Machwerk widerwärtig, infam und nicht zu veröffentlichen sei, sprang er auf, warf seinen Stuhl um und fing an zu schreien. Nachdem er mich sowohl auf professioneller als auch auf persönlicher Ebene beleidigt hatte, verkündete er lautstark, dass er es dann eben auf eigene Faust publizieren würde, als E-Book, wenn ich nicht länger den Mut hätte, ihn zu vertreten. Dann stürmte er hinaus und ließ mich mit der Rechnung setzen. Das zumindest, knurrte sie, war nichts Ungewöhnlich. Ihre Entrüstung löste den bis dato schlimmsten Hustenanfall aus. Strike befürchtete schon, sie könnte ersticken und hatte sich bereits von seinem Stuhl erhoben, doch sie winkte ab. Als der Anfall vorüber war, saß sie mit tränenüberströmten, puterrotem Gesicht da. Ihre Stimme knirschte wie Kies. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Schaden zu begrenzen. Mein Ausflug ans Meer war ruiniert. Ich hing das ganze Wochenende am Telefon und versuchte, Fischer und Walgrave zu erreichen. Ich saß auf diesen verdammten Klippen in Gwythian fest und schickte eine Nachricht nach der anderen ab, sofern ich mal Empfang hatte. »Stammen Sie ursprünglich von dort?« fragte Strike mit leichtem Erstaunen, da er nicht den geringsten Anflug jenes Dialekts in ihrer Stimme vernommen hatte, den er aus seiner Kindheit in Cornwall kannte. Eine meiner Autorinnen lebt dort. Ich habe ihr irgendwann einmal erzählt, dass ich London seit vier Jahren nicht mehr verlassen hatte, worauf sie mich übers Wochenende eingeladen hat. Sie wollte mir all die wundervollen Schauplätze zeigen, an denen ihre Bücher spielen. Wirklich eine der schönsten Landschaften, die ich je gesehen habe. Aber ich hatte ständig nur dieses verdammte Bombüx Mori im Kopf und überlegte, wie ich verhindern konnte, dass die anderen es lasen. Nachts habe ich kein Auge zugetan. Es war furchtbar. Am Sonntagmittag rief endlich Jerry an. Er war übers Wochenende doch nicht weggefahren, und das Buch hatte er auch gelesen, da er, wie er behauptete, keine einzige meiner Nachrichten erhalten hatte. Er war wütend und empört. Ich versicherte ihm, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun würde, um das verdammte Ding unter Verschluss zu halten. Aber ich musste ihm natürlich beichten, dass ich es auch an Christian geschickt hatte. Da hat Jerry einfach aufgelegt. Haben Sie ihm erzählt, dass Quine damit gedroht hatte, das Buch ins Internet zu stellen? Nein, natürlich nicht, sagte sie heiser. Das hielt ich für eine leere Drohung. Was Computer angeht, ist Owen gänzlich unbelegt. Trotzdem habe ich mir Sorgen gemacht... Sie verstummte. Sie haben sich Sorgen gemacht? Hackte Strike nach. Sie antwortete nicht. Diese Selbstverlagsgeschichte erklärt natürlich einiges, bemerkte Strike beiläufig. Leonora hat mir erzählt, dass er seine Kopie des Manuskripts und sämtliche Notizen mitgenommen hat, als er Hals über Kopf aufgebrochen ist. Ich habe mich schon gefragt, ob er es vielleicht verbrennen oder in einen Fluss werfen wollte. Aber es sieht mittlerweile eher so aus, als wolle er ein E-Book daraus machen. Diese Information schien Elisabeth Tessel nicht gerade zu besänftigen. Er hat eine Freundin, zischte sie mit zusammengewissenen Zähnen. Sie haben sich bei einem seiner Schreibkurse kennengelernt. Sie publiziert ihre Machwerke im Internet. Das weiß ich, weil Owen mal versucht hat, mir ihre, ihre grottenschlechten, erotischen Fantasy-Romane schmackhaft zu machen. Haben Sie sie angerufen? fragte Strike. In der Tat, ich wollte sie einschüchtern, ihr sagen, dass sie sich der Mittäterschaft strafbar machen würde, wenn sie sein Manuskript digitalisierte und ins Netz stellte. Wie hat sie reagiert? Ich konnte sie nicht erreichen, obwohl ich es mehrmals versucht habe. Vielleicht war es die falsche Nummer, keine Ahnung. Haben Sie Ihre Kontaktdaten? fragte Strike. Ralph hat ihre Visitenkarte. Ich habe ihn gebeten, es weiter bei ihr zu versuchen. Ralph! bellte sie. Er ist noch mit Bo unterwegs, quietschte das ängstliche Mädchen aus dem Vorraum. Elisabeth Tessel verdrehte die Augen und stand mühsam auf. Die brauche ich wohl gar nicht erst zu fragen. Sobald sich die Tür hinter der Agentin geschlossen hatte, stand Strike auf, umrundete den Schreibtisch und beugte sich vor, um eine ganz bestimmte Fotografie genauer zu betrachten, wozu er allerdings erst das davorstehende Doppelporträt zwei Adobermänner beiseite nehmen musste. Das betreffende, bereits ein wenig verblichene Farbfoto war so groß wie eine A4-Seite. Nach der Kleidung der vier Personen zu urteilen, war das Bild vor mindestens 25 Jahren vor eben diesem Gebäude aufgenommen worden. Elisabeth war leicht wiederzuerkennen, die einzige Frau in der Gruppe, groß und nicht sonderlich hübsch, mit langem, winzerzaustem Haar und einem unvorteilhaften, tieftaillierten Kleid in dunkelrosa und türkis. Sie wurde von zwei Männern flankiert, der eine schlank, blond, jung und extrem gut aussehend, der andere klein, blass, missmutig und mit einem Kopf, der viel zu groß für seinen Körper wirkte. Er kam Strike vage bekannt vor, womöglich hatte er ihn schon einmal in der Zeitung oder im Fernsehen gesehen. Neben dem ihm unbekannten, aber möglicherweise berühmten Mann stand ein deutlich jüngerer Owen Quine. Er war der größte der vier, trug einen zerknitterten weißen Anzug und eine Frisur, die man am ehesten als Kreuzung von Igelschnitt und Fukuhila beschreiben konnte. Unweigerlich musste Strike an einen fetten David Bowie denken. Die Tür ging in den wohlgeölten Angeln auf. Strike versuchte gar nicht erst, seine Neugier zu verbergen. Stattdessen drehte er sich zu der Agentin um, die ein Blatt Papier vor sich hertrug. »Das ist Fletcher«, sagte sie und richtete den Blick auf das Hundeporträt in Strikes Hand. »Er ist letztes Jahr gestorben«, er stellte das Foto ins Bücherregal zurück. »Oh«, sagte sie, als der Groschen fiel, »Sie haben sich das andere Bild angesehen.« Sie trat auf die vergebte Aufnahme zu. Schulter an Schulter bemerkte Strike, dass sie über 1,80 groß war. Sie roch nach John Player Specials und Arpege. »Das war der Tag, an dem ich meine Agentur eröffnet habe, meine ersten drei Klienten.« »Wer ist das?«, fragte Strike und deutete auf den hübschen, blonden Jüngling. »Joseph North, bei weitem der talentierteste der drei. Leider ist der Jung verstorben.« »Und wer?« »Michael Fankow, natürlich«, sie klang überrascht. »Er kam mir gleich so bekannt vor. Vertreten Sie ihn immer noch?« »Nein, ich dachte...« Obwohl sie den Satz nicht beendete, wusste Strike genau, was sie hatte sagen wollen. Ich dachte, das wüsste mittlerweile jeder. Gut möglich, dass das literarische London wusste, warum der berühmte Fankow nicht länger ihr Klient war. Strike jedoch, der nicht in der Bücherwelt beheimatet war, hatte keine Ahnung. »Und warum nicht?«, fragte er und setzte sich wieder. Sie reichte ihm das Blatt Papier. Es war die Fotokopie einer fleckigen, abgegriffenen Visitenkarte. »Vor Jahren musste ich mich zwischen Michael und Owen entscheiden«, sagte sie. »Und in meiner unsäglichen Dumm... Dummheit«, wieder hustete sie, und ihre Stimme ging in einem guturalen Krächzen unter. »Entschied ich mich für Owen?« »Das hier sind alle Kontaktdaten von Catherine Kent, die ich habe«, fügte sie energisch hinzu, um jede weitere Diskussion über Fankow im Keim zu ersticken. »Vielen Dank«, sagte er, faltete das Papier zusammen und steckte es in seine Brieftasche. »Wissen Sie, wie lange sie schon mit Quine zusammen ist?« »Eine Weile. Er schleppt sie sogar auf Partys mit. Da ist er völlig schamlos. Und währenddessen sitzt Leonora mit Orlando zu Hause fest.« »Und Sie haben wirklich keine Ahnung, wo er stecken könnte?« »Leonora hat mir erzählt, dass Sie ihn bisher immer aufgestöbert haben, wenn ich habe Owen noch nie aufgestöbert«, zischte sie. »Üblicherweise ruft er mich nach einer Woche von irgendeinem Hotelhaus an und fragt nach einem Vorschuss. Zumindest ist das eine Bezeichnung für die Beträge, die ich ihm gelegentlich zukommen lasse, um die Minibar-Rechnung begleichen zu können.« »Und Sie geben ihm das Geld?«, fragte Strike. Sie kamen ihm nicht gerade vor wie jemand, der sich leicht über den Tisch ziehen ließ. Ihr Gesicht schien eine Schwäche zu offenbaren, derer sie sich schämte, umso unerwarteter war ihre Antwort. »Haben Sie Orlando schon kennengelernt?« Nein. Sie wollte schon fortfahren, überlegte es sich dann jedoch anders. »Own und ich, wir kennen uns schon sehr lange«, sagte sie stattdessen. »Wir waren gute Freunde.« »Fruher«, konstatierte sie mit tiefer Bitterkeit. »In welchen Hotels ist er denn bisher abgestiegen?« »An jedes einzelne kann ich mich nicht erinnern. Einmal im Kensington Hilton, im Danubius in St. Jones Wood. Große, anonyme Hotels mit allerlei Annehmlichkeiten, die er zu Hause nicht hat. Von seiner Körperhygiene einmal abgesehen ist, oh, nicht gerade der Bohem zuzurechnen.« »Anscheinend kennen Sie ihn ziemlich gut. Könnten Sie sich vorstellen, dass er...« Sie beendete seinen Satz mit dem Anflug eines höhnischen Lächelns. »Etwas Dummes getan hat?« »Natürlich nicht. Er würde die Welt niemals um das Genie eines Owen Quine berauben. Nein, nein, er steckt irgendwo dort draußen und schmiedet finstere Pläne, um sich an uns allen zu rächen. Bestimmt ist er tödlich beleidigt, weil noch keine landesweite Großfahndung eingeleitet wurde.« »Er erwartet eine Großfahndung, obwohl er sich zur Gewohnheit gemacht hat, gelegentlich abzutauchen?« »Aber ja«, sagte Elisabeth, »er geht bei jeder seiner Eskapaden davon aus, dass sie Schlagzeilen macht. Das liegt wohl daran, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Das war vor vielen Jahren nach einem Streit mit seinem ersten Lektor. Damals gab es tatsächlich einen winzigen Skandal und ein gewisses Interesse von Seiten der Presse, und darauf hofft er seitdem immer wieder.« »Seine Frau hat angedeutet, dass es nicht in seinem Sinne wäre, wenn sie die Polizei verständigen würde.« »Ich weiß wirklich nicht, wie sie darauf kommt«, sagte Elisabeth und nahm sich eine weitere Zigarette. »Für Owen sind Hubschrauber und Spürhunde doch das Mindeste, was diese Nation einem Mann von seiner Prominenz schuldig ist.« »Gut, also dann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben«, sagte Strike und wollte schon aufstehen, doch Elisabeth Tessel hob eine Hand. »Aber nicht doch. Ich wollte Sie noch etwas fragen.« Jetzt war er gespannt. Sie war es nicht gewohnt, andere um etwas zu bitten, so viel stand fest. Mehrere Sekunden lang widmete sie sich ihrer Zigarette, was einen weiteren, mühevoll unterdrückten Hustenanfall zufolge hatte. »Diese... diese Bombüx-Mori-Geschichte hat mir sehr geschadet«, keuchte sie schließlich. »Ich wurde von der Roper-Chart-Jubiläumsfeier am Freitag wieder ausgeladen, und Sie haben mir zwei Manuskripte, die ich Ihnen angeboten hatte, ohne ein Dankeschön zurückgeschickt.« »Jetzt mache ich mir natürlich Sorgen um Pinkermans neues Buch«, sie deutet auf das Foto des alten Kinderbuchautors an der Wand. »Es geht das hässliche Gerücht um, dass ich mit Owen unter einer Decke stecken würde, dass ich ihn dazu angestiftet hätte, diesen alten Skandal, um Michael Fancore aufzuwärmen und Unruhe zu stiften, um eine teure Auktion, um das Buch anzuzetteln. »Ich gehe davon aus, dass Sie Owens Umfeld in nächster Zeit genauer beleuchten werden«, sagte sie und kam endlich zum Punkt. »Ich wäre Ihnen überaus dankbar, wenn Sie allen, insbesondere Jerry Walgrave, wenn Sie ihn treffen sollten, mitteilen könnten, dass ich keine Ahnung hatte, was in dem Manuskript stand. Wenn ich nicht zu krank gewesen wäre, hätte ich es nie und nimmer verschickt, schon gar nicht an Christian Fischer. »Das war«, sie zögerte, »das war fahrlässig, aber mehr auch nicht.« Deshalb hatte sie ihn also unbedingt sprechen wollen. Keine unangemessene Gegenleistung für zwei Hoteladressen und die Kontaktdaten einer Maitresse, wie er fand. »Das gebe ich gern weiter«, sagte Strike und stand auf. »Danke«, sagte sie knapp. »Ich begleite Sie hinaus.« Als sie das Büro verließen, empfing sie lautes Gebell. Ralph und der Dobermann waren von ihrem Spaziergang zurück. Der Assistent, dem das nasse Haar am Kopf klebte, konnte den grauschnäuzigen Hund nur mit Mühe im Zaum halten. Wieder knurrte das Tier Strike an. »Er mag keine Fremden«, sagte Elisabeth Tessel nüchtern. »Ohn hat er sogar mal gebissen«, verkündete Ralph, als würde dies die Aggressivität des Tieres irgendwie entschuldigen. »Oh ja«, sagte Elisabeth Tessel. »Leider«, sie wurde von einem weiteren rasselnden, keuchenden Husten übermannt. Die drei übrigen Anwesenden ließen es schweigend über sich ergehen. »Leider hat er es überlebt«, krächzte sie schließlich. »Es hätte uns allen sehr viel Ärger erspart.« Ihre Assistenten blickten schockiert dreien. Strike gab ihr die Hand und verabschiedete sich reihum. Die Tür fiel ins Schloss, und damit verstummte auch das Knurren des Dobermanns. »Ist der Herr Wankelmuth hier, Jungfer?« William Congreve, »Der Lauf der Welt« Strike blieb am Ende der regennassen Gasse stehen und rief Robin an, besetzt. Er lehnte sich an eine feuchte Mauer, stug den Mantelkragen hoch und drückte alle paar Sekunden auf die Wahlwiederholungstaste. Dabei fiel sein Blick auf ein blaues Schild am gegenüberliegenden Haus, eine Gedenktafel für die Literaturmäzenin Lady Ottoline Morrell, die einst dort gewohnt hatte. Zweifellos war seinerzeit auch hinter diesen Mauern über skandalträchtige Schlüsselromane debattiert worden. »Hi, Robin«, sagte Strike, als sie endlich abhob. »Ich werde mich verspäten. Könnten Sie Gunfrey Bescheid geben, dass ich für morgen ein Treffen mit der Zielperson vereinbart habe, und sagen Sie Caroline Ingalls, dass nichts weiter passiert ist, und ich Sie morgen anrufe, um Sie auf den neuesten Stand zu bringen.« Sobald er seine Termine neu arrangiert hatte, trug er ihr auf, im Danubius-Hotel in St. John's Wood nachzufragen, ob Owen Quine dort residierte. »Hat sich bei den Hiltons irgendetwas ergeben?« »Nein, nichts«, sagte Robin. »Bis auf zwei habe ich alle angerufen. Wenn er dort irgendwo abgestiegen ist, dann unter falschem Namen und verkleidet. Oder das Personal hat Tomaten auf den Augen. Dabei kann man ihn doch gar nicht übersehen, ganz besonders nicht, wenn er diesen Umhang trägt.« »Haben Sie schon im Hilton in Kensington versucht?« »Ja, Fehlanzeige.« »Egal, ich habe eine neue Spur, eine Geliebte namens Catherine Kent, die ihre Romane im Selbstverlag publiziert. Vielleicht statte ich ihr heute noch einen Besuch ab. Später am Nachmittag werde ich nicht mehr ans Telefon gehen können. Da beschatte ich Miss Brocklehurst. Wenn Sie mich brauchen, schicken Sie mir eine SMS.« »Alles klar, Weidmannsheil.« Doch es wurde ein eintöniges und ergebnisloses Unterfangen. Strike war einer ausnehmend gut bezahlten Privatsekretärin auf den Fersen, die von ihrem paranoiden Chef und Liebhaber verdächtigt wurde, nicht nur sexuelle Gefälligkeiten, sondern auch Geschäftsgeheimnisse mit einem Rivalen zu teilen. Miss Brocklehursts Behauptung, den Nachmittag zur Erbauung ihres Chefs für ein Waxing, eine Maniküre und den Besuch eines Sonnenstudios freigenommen zu haben, entsprach tatsächlich der Wahrheit. Fast vier Stunden lang beobachtete Strike den Eingang des Schönheitssalons durch das regennasse Fenster des Café Nero gegenüber, wobei er sich die Missgunst mehrerer Frauen mit Kinderwagen zuzog, die einen Ort für ein ungestörtes Schwätzchen gesucht hatten. Endlich tauchte die braten Soßenbraune und vermutlich vom Hals abwärts entharte Miss Brocklehurst wieder auf. Nachdem er ihr eine Weile gefolgt war, stieg sie in ein Taxi. Kurz bevor sie außer Sichtweite geriet, konnte Strike ebenfalls ein Taxi ergattern, bei diesem Wetter ein wahres Wunder. Die schleppende Verfolgungsjagd durch die verstopften, verregneten Straßen endete, wie aufgrund der eingeschlagenen Richtung kaum anders zu erwarten, vor der Wohnung des misstrauischen Vorgesetzten. Strike, der während der Fahrt heimlich Fotos geschossen hatte, befand sich mental bereits im Feierabend, als er die Taxifahrt bezahlte. Obwohl es noch nicht einmal 16 Uhr war, ging bereits die Sonne unter und der unaufhörliche Regen wurde noch kälter. Weihnachtslichter funkelten ihm aus dem Fenster einer Trattoria entgegen und seine Gedanken schweiften in Richtung Cornwall, dessen verführerischen Lockruf er in jüngster Zeit gleich dreimal vernommen hatte. Wie lange war er schon nicht mehr in jenem idyllischen Küstenstädtchen gewesen, in dem er die beschaulichste Zeit seiner Kindheit verbracht hatte? Vier Jahre? Fünf? Seine Tante und sein Onkel traf er nur, wenn sie, wie sie es bescheiden ausdrückten, rauf nach London kam und sich bei seiner Schwester Lucy einquartierten, um die Vorzüge der Großstadt zu genießen. Bei ihrem letzten Besuch hatte sich Strike mit seinem Onkel im Emirates-Stadion ein Spiel gegen Manchester City angesehen. Das Handy vibrierte in seiner Tasche. Robin, die wie immer akkurat seine Anweisungen befolgte, hatte ihm eine SMS geschrieben. »Mr. Gunfrey bittet um einen neuen Termin. Morgen um zehn in seinem Büro. Außerdem weitere Neuigkeiten. L. X.« »Danke«, schrieb Strike zurück. Das kleine X, das ein Küsschen symbolisierte, verwendete er selbst ausschließlich in Nachrichten an seine Schwester oder an seine Tante. In der U-Bahn dachte er über die nächsten Schritte nach. Der vermisste Quine war wie ein Juckreiz in seinem Gehirn. Dass der Schriftsteller so schwer zu fassen war, ärgerte ihn und weckte gleichzeitig seine Neugier. Er zog den Zettel, den Elisabeth Tessel ihm gegeben hatte, aus der Brieftasche. Unter dem Namen Catherine Kent stand die Adresse einer Mietskaserne in Fulham sowie eine Telefonnummer. Am unteren Seitenrand waren zwei weitere Worte aufgedruckt. »Freier Autoren«. In gewissen Londoner Vierteln kannte Strike sich besser aus als jeder Taxifahrer. Die hochklassigen Wohngegenden hatte er als Kind zwar nur selten besucht. Der nomadische Lebensstil seiner verstorbenen Mutter hatte es jedoch mit sich gebracht, dass sie innerhalb der Hauptstadt ständig den Wohnsitz gewechselt hatten. Meistens waren es irgendwelche Bruchbuden oder Sozialwohnungen gewesen, gelegentlich auch, wenn ihr jeweils aktueller Partner es sich leisten konnte, ein wenig gehobenere Quartiere. Und so erkannte er auch Catherine Kent's Adresse wieder. Der Clement-Adley-Court bestand aus mehreren alten Sozialwohnblocks, von denen die meisten sich inzwischen in Privatbesitz befanden. Hässliche, rechteckige Backsteinbauten mit Balkonen auf jedem Stockwerk, nur wenige hundert Meter von den sündhaft teuren Anwesen des wohlhabenderen Teils von Fulham entfernt. Zu Hause wartete niemand auf ihn, und er hatte während des langen Nachmittags im Café Nero eine Menge Kaffee und Backwaren zu sich genommen. Daher verzichtete er darauf, mit der Northern Line zu fahren, nahm stattdessen die District Line bis West Kensington und schlenderte in der Dämmerung die North End Road hinunter, vorbei an indischen Restaurants und kleinen Läden mit brettervernagelten Schaufenstern, die der Rezession zum Opfer gefallen waren. Als er den Wohnblock erreichte, war es bereits dunkel. Das Stafford-Cripps-Haus war das der Straße am nächsten gelegene Hochhaus des Blocks und befand sich gleich hinter einem gedrungenen, modernen Ärztezentrum. Der optimistische Architekt des Sozialwohnungskomplexes hatte, möglicherweise inspiriert von sozialistischem Idealismus, jede einzelne Wohnung mit einem winzigen Balkon ausgestattet. Hatte er tatsächlich geglaubt, dass die glücklichen Bewohner dort Blumenkästen aufhängen oder sich über das Geländer beugen würden, um ihren Nachbarn einen Gruß zuzutrellern? Augenscheinlich nutzte jeder von ihnen seinen Balkon als Abstellkammer. Alte Matratzen, Kinderwagen, Küchengroßgeräte und bergeweise schmutzige Kleidung waren dort den Elementen ausgesetzt, als hätte man die Rückwände großer, mit Gerümpel gefüllter Schränke entfernt, um ihren Inhalt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mehrere jugendlichen Kapuzenpullovern standen rauchend neben einer Reihe großer Plastikmüllcontainer. Argwöhnisch beäugten sie den vorbeigehenden Mann, an dessen Größe und Breite keiner von ihnen heranreichte. »Hey, der Typ ist ja voll das Tier!« hörte Strike ein der Jugendlichen murmeln, bevor er den Hauseingang betrat, den wie zu erwarten defekten Lift links liegen ließ und die Betontreppe in Angriff nahm. Catherine Kents Wohnung befand sich im dritten Stock und war über einen langen, dem Wind ausgesetzten Laubengang zu erreichen. Im Gegensatz zu ihren Nachbarn hatte sie richtige Vorhänge an den Fenstern angebracht. Er klopfte an die Tür. Keine Antwort. Wenn Owen Quine hier war, schien er fest entschlossen zu sein, nicht in Erscheinung zu treten. Es brannte kein Licht. Keine Bewegung war zu erkennen. Eine wütend aussehende Frau mit einer Zigarette im Mundwinkel steckte so blitzschnell, dass es fast schon komisch wirkte, den Kopf zur Tür der Nachbarwohnung heraus. Nachdem sie Strike kurz gemustert hatte, verschwand sie wieder. Ein schneidender Wind pfiff über den Gang. Strikes Mantel glänzte vor Nässe, doch dem kurzen, lockigen Haar auf seinem unbedeckten Haupt konnte der Regen nichts anhaben. Es behielt sein Aussehenden selbst bei stärkster Feuchtigkeitsanwirkung bei. Er steckte die Hände tief in die Taschen und ertastete einen steifen Briefumschlag, den er schon ganz vergessen hatte. Da die Außenbeleuchtung vor Catherine Kents Wohnung defekt war, marschierte er zwei Türen weiter. Unter einer funktionierenden Glühbirne öffnete er den silberfarbenen Umschlag. Mr. und Mrs. Ellicott freuen sich, sie anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter, Robin Venetia, mit Mr. Matthew John Canliffe begrüßen zu dürfen. Die Trauung findet am Samstag, den 8. Januar 2011, um 14 Uhr in der Church of St. Mary the Virgin in Massam statt. Anschließend gemütliches Beisammensein in Swinton Park. Die Einladung verströmte die Unerbittlichkeit eines militärischen Befehls. Die Trauung wird zum festgelegten Zeitpunkt in der beschriebenen Art und Weise durchgeführt. Er und Charlotte waren nie so weit gekommen, cremefarbene Umschläge mit glänzend geprägter Schreibschrift in Auftrag zu geben. Strike steckte die Einladung wieder in die Tasche und kehrte zu Catherines unbeleuchteter Eingangstür zurück. Gedanken verloren starrte er auf den dunklen Asphalt der Lily Road, in dem sich der bernsteinfarbene und rubinrote Schein der vorbeirauschenden Autoscheinwerfer und Rückleuchten spiegelte. Ständig änderte sich die Konstellation der vor dem Haus herumlungernden Jugendlichen. Einige verabschiedeten sich, andere kamen hinzu und bildeten neue Grüppchen. Um halb sieben setzte sich der Trupp geschlossen in Bewegung. Strike beobachtete die Jugendlichen, bis sie fast außer Sichtweite waren. In entgegengesetzter Richtung kam ihnen eine Frau entgegen. Sie durchquerte den Lichtkegel einer Straßenlaterne und eine volle leuchtend rote Haarpracht blitzte unter einem schwarzen Regenschirm hervor. Die Frau ging leicht zur Seite geneigt. In der Hand, die nicht den Schirm hielt, trug sie zwei schwere Einkaufstüten. Auf diese Entfernung wirkte sie mit den dichten Locken, die sie gelegentlich zurückwarf, nicht unattraktiv. Ihr Winzerzaustes Haar war ein echter Hingucker und unter dem weiten Mantel ragten schlanke Beine hervor. Sie kam immer näher, und ohne sich seines neugierigen Blicks aus dem dritten Stock bewusst zu sein, überquerte sie den asphaltierten Vorplatz und verschwand wieder aus seinem Sichtfeld. Fünf Minuten später betrat sie den Laubengang, auf dem Strike gewartet hatte. Aus der Nähe verriet die gespannte Vorderseite des zugeknöpften Mantels einen schweren, apfelförmigen Torson. Sie hielt den Kopf gesenkt und bemerkte Strike erst, als sie nur noch drei Meter von ihm entfernt war. Als sie aufsah, starrte er in ein faltiges, leicht aufgedunsenes und wesentlich älteres Gesicht, als er erwartet hatte. Sie blieb wie angewurzelt stehen und schnappte nach Luft. Du? Aufgrund der defekten Beleuchtung konnte sie lediglich seine Silhouette ausmachen. Du verdammtes Arschloch! Die Tüten fielen zu Boden, mit einem Klirren ging Glas zu Bruch, und sie stürzte auf ihn zu und schwang dabei die zu Fäusten geballten Hände. Du Arschloch! Du Arschloch! Das verzei ich dir nie, nie! Hau bloß ab! Strike musste mehrere ungestüme Hieber abwehren. Er trat einen Schritt von der kreischenden Frau zurück, deren Schläge die Deckung des einstigen Boxers nicht zu durchdringen vermochten. Wart's ab! Pippa wird dich umbringen, verdammt! Wart's nur ab! Wieder öffnete sich die Tür zur Nachbarwohnung und dieselbe Frau mit Zigarette im Mundwinkel später heraus. Hey! rief sie. Aus ihrer Wohnung fiel Licht auf Strike und offenbarte seine wahre Identität. Mit einem gekäuchten Aufschrei taumelte die rothaarige Frau rückwärts. Was zum Teufel ist da los? wollte die Nachbarin wissen. Eine Verwechslung nehme ich an, sagte Strike besänftigend. Die Nachbarin knallte die Tür zu, sodass der Detektiv und seine Angreiferin wieder im Dunkeln standen. Wer... wer sind Sie? flüsterte sie. Was wollen Sie? Sind Sie Catherine Kent? Was wollen Sie? Allmählich geriet sie in Panik. Wenn Sie deshalb hier sind, damit habe ich nichts zu schaffen. Wie bitte? Wer sind Sie dann? fragte sie und klang noch ängstlicher als zuvor. Mein Name ist Comeran Strike, ich bin Privatdetektiv. Inzwischen hat er sich an die Reaktion der Menschen gewöhnt, die ihn aus heiterem Himmel auf ihrer Türschwelle antrafen. Catherines verblüfftes Schweigen war durchaus typisch. Sie entfernte sich einen weiteren Schritt von ihm und wäre dabei beinahe über die Tüten am Boden gestolpert. Wer... wer hat ein Privatdetektiv auf mich angesetzt? Das war sie, oder? fragte sie wütend. Ich wurde damit beauftragt, den Schriftsteller Owen Quine zu finden, erklärte Strike. Er wird seit fast zwei Wochen vermisst, und da Sie eine Bekannte von ihm sind... Nein, bin ich nicht! sagte sie und bückte sich, um die klirrenden Tüten aufzunehmen. Richten Sie ihr das aus! Von mir aus! Kann sie ihn behalten! Sie haben nichts mehr miteinander zu tun? Dann wissen Sie wohl auch nicht, wo er steckt. Es ist mir scheißegal, wo er steckt! Eine Katze stolzierte arrogant am Geländer des Laubengangs entlang. Darf ich fragen, wann Sie ihn zuletzt... Nein, dürfen Sie nicht! Vielleicht sagte sie mit einer zornigen Handbewegung, bei der eine der Tüten in ihrer Hand zusehends in Schlenk angeriet. Strike zuckte zusammen, befürchtete er doch, dass die Katze, die sich nun auf derselben Höhe mit der wütenden Frau befand, vom Geländer des Laubengangs und ins Jenseits befördert werden könnte. Das Tier fauchte und sprang vom Sims. Catherine schickte ihm einen kurzen, gehässigen Tritt hinterher. Blödes Vieh! sagte sie. Die Katze huschte davon. Würden Sie mich vorbeilassen? Ich möchte in meine Wohnung! Er trat ein paar Schritte von der Tür zurück, doch sie konnte ihren Schlüssel nicht finden. Nachdem sie ein paar unbehagliche Sekunden lang ihre Taschen abgeklopft hatte, war sie gezwungen, die Einkaufstüten zu ihren Füßen abzusetzen. Mr. Quine ist nach einem Streit mit seiner Agentin verschwunden. Es ging um sein neues Buch, sagte Strike, während Catherine in ihren Manteltaschen wühlte. Da habe ich mich gefragt, ob sie womöglich... Sein Buch interessiert mich einen Scheiß. Ich habe sie gelesen, fügte sie hinzu. Ihre Hände zitterten. Mrs. Kent... Miss! sagte sie. Miss Kent. Mr. Quines Frau behauptet, dass eine Unbekannte vor ihrer Tür gestanden und ihn habe sprechen wollen. Der Beschreibung nach... Endlich hatte Catherine Kent den Schlüssel gefunden, doch dann glitt er ihr aus den Fingern. Strike beugte sich vor und hob ihn für sie auf. Sie riss ihn ihm aus der Hand. Ich weiß nicht, wovon Sie reden! Sie wollten ihm letzte Woche nicht zufällig einen Besuch abstatten. Wenn ich es Ihnen noch sage, ich weiß nicht, wo er steckt. Ich weiß gar nichts! zischte sie, rammte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn herum. Dann hob sie die beiden klirrenden Tüten auf, die, wie Strike bemerkte, aus einem Baumarkt in der Nähe stammten. Sieht schwer aus. Neues Schwimmerventil! blaffte sie ihn an, und damit schlug sie ihm die Tür vor der Nase zu. Verdone! Wir sind gekommen, um zu kämpfen. Claremont, kämpfen sollt ihr Herren auch und nicht zu knapp, doch vorher geht noch ein paar Schritte. Francis Bermond und Philipp Messenger, der kleine französische Anwalt. Als Robin am nächsten Morgen mit einem nutzlosen Regenschirm in der Hand die Haltestelle hinter sich ließ, war sie verschwitzt und fühlte sich unwohl. Nach Tagen strömenden Regens, in denen es in der U-Bahn nach nasser Kleidung gerochen hatte, die Bürgersteige glitschig und die Fenster mit dicken Tropfen übersät gewesen waren, hatte sie der plötzliche Umschwung hin zu Sonnenschein und trockenem Wetter überrascht. Die Laune anderer Menschen mochte sich durch das Ausbleiben der Regengüsse und der tiefgrauen Wolken gebessert haben, Robins Laune nicht. Matthew und sie hatten sich heftig gestritten. Sie öffnete die Glastür, in die Strikes Name und Berufsbezeichnung eingraviert waren, und stellte beinahe erleichtert fest, dass ihr Chef hinter verschlossener Tür in seinem Büro saß und telefonierte. Sie hatte das unbestimmte Gefühl, sich erst sammeln zu müssen, bevor sie ihm gegenüber trat. Er war das Thema ihres Streits am Vorabend gewesen. »Du hast ihn zu unserer Hochzeit eingeladen?« hatte Matthew sie angefahren. Aus Angst, Strike könnte die Einladung bei ihrer Verabredung am heutigen Abend erwähnen, hatte sie ihren Verlobten einweihen wollen, um zu vermeiden, dass Strike Matthews Unmut zum Opfer fiel. »Seit wann laden wir irgendwelche Leute ein, ohne einander Bescheid zu sagen?« hatte er wissen wollen. »Ich wollte es dir ja sagen. Ich dachte, ich hätte es dir gesagt.« In diesem Augenblick war Robin auf sich selbst wütend geworden. Noch nie zuvor hatte sie Matthew angelogen. »Er ist mein Chef. Der wird da doch eine Einladung erwarten.« Was nicht ganz stimmte. Sie vermutete, dass es Strike einerlei war, ob er an der Hochzeitsfeier teilnahm oder nicht. »Wie auch immer. Ich möchte, dass er kommt«, sagte sie. Zumindest das entsprach der Wahrheit. Sie wollte ihr Arbeitsleben, das ihr mehr Freude bereitete denn je, mit ihrem Privatleben, das sich momentan mit Händen und Füßen dagegen wehrte, zu einer befriedigenden Einheit zusammenführen. Sie wollte Strike inmitten der Gratulantenschar sehen, wollte die Gewissheit, dass er ihrer Vermählung mit Matthew seinen Segen gab. Seinen Segen? Wie kam sie nur auf die Idee, auf seinen Segen angewiesen zu sein? Natürlich war ihr klar gewesen, dass Matthew nicht erfreut sein würde, doch sie hatte gehofft, dass die beiden Männer sich zu diesem Zeitpunkt bereits kennen und schätzen gelernt hätten. Es war schließlich nicht ihre Schuld, dass dazu bislang keine Gelegenheit gewesen war. »Als ich Sarah Shetlock einladen wollte, hast du ein Riesentheater gemacht«, hatte Matthew gesagt, ein Schlag, der nach Robins Empfinden eindeutig unter die Gürtellinie gegangen war. »Na dann lad sie doch ein«, hatte sie wütend entgegnet, »auch wenn das nicht annähernd das Gleiche ist, immerhin hat sich Comran nie an mich rangemacht, da brauchst du gar nicht zu höhnisch zu lachen.« Der Streit war in vollem Gange gewesen, als Matthews Vater angerufen hatte, »der Schwächeanfall, den seine Mutter in der vergangenen Woche erlitten hatte, hatte sich als leichter Schlaganfall entpuppt.« Nach dieser Nachricht hatten sie und Matthew ihr kleinliches Geplänkel über Strike als unangebracht erachtet. Sie hatten sich in einem unbefriedigenden Zustand der theoretischen Versöhnung schlafen gelegt, beide, wie Robin genau wusste, mit ordentlich Wut im Bauch. Es war fast Mittag, als Strike endlich sein Büro verließ. Diesmal trug er keinen Anzug, sondern einen schmutzigen, löchrigen Pullover, Jeans und Tonschuhe. Sein Gesicht war mit den dichten Bartstoppeln bedeckt, die unweigerlich sprossen, sobald er sich nicht alle vierundzwanzig Stunden rasierte. Schlagartig waren Robins Sorgen vergessen, und sie starrte ihn an. Selbst an jenen Tagen, dass Strike in seinem Büro genächtigt hatte, war seine Erscheinung nie so verwahrlost gewesen. »Ich habe ein bisschen wegen der Ingelssache rumtelefoniert und ein paar Nummern im Longman-Fall in Erfahrung gebracht,« teilte er Robin mit und reichte ihr die entsprechenden altmodischen Aktendeckel aus braunem Karton, deren Rücken handschriftlich mit fortlaufenden Nummern versehen waren. Während seiner Zeit bei der Special Investigation Branch hatte er ähnliche Mappen benutzt. Sie waren sein bevorzugtes Medium zum Sammeln und Ordnen von Informationen geblieben. »Ist diese Aufmachung Absicht?«, fragte sie und starrte auf die vermeintlichen Schmierölflecken über den Knien seiner Jeans. »Ach so, ja, wegen Gunfrey. Lange Geschichte.« Strike machte ihnen Tee, danach sprachen sie die aktuellen Fälle durch. Der Detektiv brachte Robin auf den neuesten Stand und erteilte ihr weitere Rechercheaufträge. »Was ist mit Owen Quine?«, fragte Robin, als sie ihren Becher entgegennahm. »Was hat seine Agentin gesagt?« Strike ließ sich auf dem Sofa nieder, das sein übliches Flatulenzgeräusch von sich gab, und berichtete von den Einzelheiten des Gesprächs mit Elizabeth Tessel sowie von seinem Besuch bei Catherine Kent. Als sie mich gesehen hat, hat sie mich garantiert mit Quine verwechselt, wetten. Robin lachte. »So dick sind sie nun auch wieder nicht.« »Herzlichen Dank auch, Robin«, sagte er trocken. Als sie irgendwann bemerkte, dass ich nicht Quine war, aber noch nicht wusste, wer ich wirklich bin, hat sie gerufen. »Damit habe ich nichts zu schaffen.« »Was könnte das bedeuten?« »Keine Ahnung, aber«, fügte sie schüchtern hinzu, »ich habe mich gestern ein bisschen über Catherine Kent schlau gemacht.« »Wie das?«, fragte Strike verblüfft. »Na ja, Sie haben doch gesagt, dass sie Schriftstellerin sei und ihre Romane im Selbstverlag vertreibe,« rief Robin ihm in Erinnerung. »Also habe ich mich im Internet auf die Suche gemacht und«, nach zwei Mausklicks, hatte sie eine Webseite geöffnet. »Sie hat einen Blog.« »Gut gemacht«, sagte Strike, stemmte sich erfreut vom Sofa hoch und umrundete den Schreibtisch, um über Robins Schulter hinweg auf den Bildschirm sehen zu können. Die amateurhafte Webseite war mit »Mein literarisches Leben« überschrieben und mit Abbildungen von Federkählen und einem äußerst schmeichelhaften Porträt von Catherine geschmückt, das nach Strikes Dafürhalten mindestens zehn Jahre alt sein musste. Die Blog-Einträge waren wie ein Tagebuch nach Datum sortiert. »Sie lässt sich lang und breit darüber aus, dass die traditionellen Verlage ein gutes Buch selbst dann nicht erkennen, wenn man es ihnen über den Kopf schlägt«, erklärte Robin und scrollte langsam nach unten, damit er mitlesen konnte. »Sie hat drei Teile einer, wie sie es nennt, erotischen Fantasy-Serie geschrieben. Die Melina-Saga. Man kann sie sich auf den Kindle laden.« »Nein, danke, keine weiteren schlechten Bücher. Die Brüder Blödsack haben mir völlig gereicht«, sagte Strike. »Schreibt sie auch was über Quine?« »Jede Menge«, sagte Robin, »vorausgesetzt, dass er der Mann ist, den sie den berühmten Autor oder kurz DBA nennt.« »Ich bezweifle, dass sie gleich mit zwei Schriftstellern ins Bett steigt«, sagte Strike. »Das ist er ganz bestimmt. Berühmt ist allerdings ein bisschen hochgegriffen, finde ich. Oder hatten Sie schon mal von Quine gehört, bevor Leonora hier hereingeschneit ist?« »Nein«, gestand Robin, »hier ist er. Sehen Sie, das ist der Eintrag vom 2. November.« »Heut Abend tolles Gespräch mit DBA über den Unterschied zwischen Handlung und Erzählung. Das ist nämlich nicht dasselbe. Für die Neugierigen unter euch, Doppelpunkt, Handlung ist das, was passiert, und Erzählung ist das, was man den Lesern mitteilt und wie man es ihnen mitteilt.« Hier ein Beispiel aus meinem zweiten Roman »Melinas Opfer«. Auf dem Weg zu den Wäldern von Hardenell hob Lendor sein erhabenes Profil, um zu erblicken, wie weit es bis dort noch war, seinen wohlgeformter Körper gestellt durch regelmäßiges Reiten und Bogenschießen. »Scrollen Sie mal nach oben«, sagte Strike. »Vielleicht kommt noch mehr über Quine.« Robin befolgte seine Anweisung, bis sie auf den Eintrag vom 21. Oktober stieß. »DBA hat angerufen, weil er, wieder mal, keine Zeit hat. Familienprobleme. Was kann ich da sagen, außer, dass ich das verstehe? Ich wusste von Anfang an, dass unsere Liebe kompliziert wird. Natürlich kann ich hier nicht ins Detail gehen. Ich sage nur, sage, S-G-A-E geschrieben. »Ich sage nur, dass er gegen seinen Willen mit einer Frau zusammenlebt, und zwar wegen einer dritten Person. Das ist weder seine Schuld, noch die der dritten Person. Seine Frau lässt ihn einfach nicht gehen, auch wenn das für alle das Beste wäre. Manchmal kommt mir die Situation, in der wir uns befinden, wie das Fegefeuer vor. Die Frau weiß von mir und tut so, als wüsste sie von nichts. Ich weiß nicht, wie sie es aushält«, schon wieder falsch geschrieben. »Mit einem Mann zusammenzuleben, der eine andere liebt«, ich könnte das nicht. »DBA sagt, die dritte Person ist der Frau, auch falsch geschrieben, wichtiger als alle anderen, ihn eingeschlossen. Komisch, wie oft hinter angeblicher Aufopferungsbereitschaft reiner Egoismus steckt. »Manche würden bestimmt behaupten, dass alles meine Schuld ist, weil ich mich in einen verheirateten Mann verliebt habe. Das weiß ich selbst. Meine Schwester und meine Mutter sagen mir das auch ständig. Ich wollte es ja beenden, aber was soll man machen? Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Und heute Abend vergieße ich aus einem ganz anderen Grund. Mine Tränen. Er hat mir gesagt, dass er bald sein Meisterwerk vollenden wird, das beste Buch, das er je geschrieben hat. Hoffentlich gefällt's dir. Du kommst auch drin vor. Was sagt man, wenn einem ein berühmter Autor einen Auftritt in seinem besten Buch verschafft? Dieses Geschenk kann niemand begreifen, der selber kein Schriftsteller ist. Ich bin stolz und fühle mich geehrt. Ha, geehrt wahrscheinlich. Natürlich haben auch wir Schriftsteller Platz für andere Menschen in unseren Herzen, aber in unseren Büchern? Das ist was ganz Besonderes, was völlig anderes. Ich liebe DBA nun mal. Das Herz hat seine Gründe. Unter dem Eintrag fanden sich mehrere Kommentare. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzählen würde, dass er mir daraus vorgelesen hat? Pippa, 2011. Das ist doch wohl ein Scherz, Pip. Mir liest er nie was vor. Cat. Nur Geduld. Pippa, 2011. XXXX. Hm, interessant, sagte Strike. Sogar hochinteressant. Als Kent gestern auf mich losgegangen ist, hat sie geschrien, dass mich jemand namens Pippa umbringen würde. Dann sehen Sie sich das mal an, sagte Robin aufgeregt und scrollte weiter zum 9. November. Als ich DBA zum allerersten Mal traf, sagte er, du kannst erst richtig schreiben, wenn Blut dafür vergossen wurde, vielleicht sogar deines. Die Leser dieses Blogs wissen natürlich, dass ich metaphorisch gesprochen meine Adern sowohl hier als auch in meinen Romanen geöffnet habe. Aber heute fühle ich mich, als hätte mich jemand, dem ich vertraue, tödlich verwundet. Ach, MacHeath, ich habe keine ruhige Stunde mehr. Geteert und gefedert gehörst du, du Hund. Das würde mir richtig gehen Spaß machen. Was ist denn das für ein Zitat? fragte Strike. Roberts flinke Finger huschten über die Tasten. Die Bettleroper von John Gay. Ziemlich belesen für eine Frau mit einer so fragwürdigen Rechtschreibung. Wir können nicht alle literarische Genies sein, sagte Robin tadelnd. Dem Himmel sei Dank, sagte Strike, nach allem, was man so über die hört. Sehen Sie sich mal den Kommentar unter dem Zitat an, sagte Robin, die ihrer Aufmerksamkeit wieder Catherine Spock zugewandt hatte. Sie klickte auf den Link und ein einzelner Satz erschien auf dem Bildschirm. Ich spann ihn für dich auf die Besch... Folterbank, Kath. Auch dieser Kommentar stammte von Pipa2011. Dieser Pipa scheint mir ja eine echte Nummer zu sein, meinte Strike. Steht da, was Kent beruflich macht? Mit ihren erotischen Fantasien wird sie doch wohl kaum ihre Miete bezahlen können. Das hier ist auch merkwürdig. Sehen Sie mal... Am 28. Oktober hatte Catherine geschrieben. Wie die meisten Schriftsteller habe auch ich einen Brotberuf. Aus Sicherheitsgründen darf ich nicht viel sagen. Diese Woche wurden die Sicherheitsmaßnahmen bei uns noch mal verschärft. Was bedeutet, dass ein gewisser aufdringlicher Kollege von mir, ein fanatischer Christ, der sich ständig scheinheilig in mein Privatleben einmischt, mal wieder einen Grund hatte, der Geschäftsleitung vorzuschlagen, sie sollen alle Blocks etc. überwachen, für den Fall, dass wir geheime Informationen ausplaudern. Zum Glück hat die Vernunft gesiegt, sodass nichts in dieser Richtung passieren wird. Hm, mysteriös, sagte Strike, verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Ein Frauengefängnis vielleicht? Eine psychiatrische Klinik? Oder geht es um irgendwelche Firmengeheimnisse? Und hier, am 13. November, Robin scrollte bis zum jüngsten Blockeintrag, der letzte Eintrag nach demjenigen, in dem Catherine behauptet hatte, tödlich verwundet worden zu sein. Vor drei Tagen hat meine geliebte Schwester ihren langen Kampf gegen den Brustkrebs verloren. Ich danke euch allen für die vielen guten Wünsche und eure Unterstützung. Darunter hatte Robin zwei Kommentare aufgerufen. Pieper, 2011, hatte geschrieben, »Tut mir schrecklich leid, das zu hören, Kath. Alle Liebe der Welt. XXX.« Und Catherine hatte geantwortet, »Danke, Pieper. Du bist eine wahre Freundin. XXXX.« Catherines vorweggenommene Dankesworte für die vielen guten Wünsche wirkten angesichts dieser knappen Konversation umso trauriger. »Warum?«, fragte Strike seufzend. »Warum was?«, fragte Robin und sah zu ihm auf. »Warum machen die Leute so was?« »Bloggen, meinen Sie?« »Keine Ahnung. Hat nicht irgendjemand mal gesagt, dass ein Leben ohne Prüfung und Erforschung nicht lebenswert sei?« »Ja. Platon«, sagte Strike. »Aber hier geht es nicht um Selbsterforschung, sondern um Selbstdarstellung.« »Oh Gott«, rief Robin schuldbewusst und zuckte so sehr zusammen, dass sie sich mit Tee bekleckerte. »Das habe ich ganz vergessen. Christian Fischer hat gestern angerufen, kurz bevor ich nach Hause gegangen bin. Er will wissen, ob Sie nicht vielleicht ein Buch schreiben möchten.« »Er will was?« »Ein Buch«, sagte Robin und musste sich in Anbetracht von Strikes entsetzter Miene das Lachen verkneifen. »Über Ihr Leben, Ihre Zeit in der Army und die Lösung des Falls Lula.« »Rufen Sie ihn zurück«, sagte Strike, »und sagen Sie ihm, dass ich nicht daran interessiert bin, ein Buch zu schreiben.« Er lehrte seinen Becher und ging hinüber zum Kleiderständer, wo neben seinem schwarzen Mantel eine alte Lederjacke häng. »Sie kommen noch heute Abend?«, fragte Robin und spürte, wie sich der Knoten in ihrem Magen, der sich kurzzeitig gelöst hatte, wieder zusammenzog. »Heute Abend?« »Die Drinks«, sagte sie verzweifelt. »Mit mir und Matthew im King's Arms.« »Natürlich komme ich«, sagte er und fragte sich, weshalb sie plötzlich so angespannt und missmutig aussah. »Ich werde den ganzen Nachmittag unterwegs sein, also treffen wir uns am besten direkt dort.« »Um acht?« »Um halb sieben«, sagte Robin noch angespannter. »Halb sieben, genau. Bis später. Venetia.« Sie sah ihn überrascht an. »Woher wissen Sie?« »Steht auf der Einladung«, sagte Strike, »ungewöhnlicher Vorname. Woher kommt er?« »Also ich, ich wurde angeblich dort gezeugt«, sagte sie mit hochrotem Kopf. »In Venedig. Haben Sie einen zweiten Vornamen?«, fragte sie halb amüsiert, halb beleidigt über sein Gelächter hinweg. »C.B. Strike, wofür steht das B?« »Ich muss los«, sagte Strike, »bis um acht.« »Halb sieben«, brüllte sie die sich schließende Tür an. Strikes Ziel an diesem Nachmittag war ein Elektrogeschäft in Crouch End, wo in einem Hinterzimmer gestohlene Handys und Laptops entsperrt, die persönlichen Daten ausgelesen und Geräte sowie Informationen getrennt voneinander an interessierte Abnehmer verkauft wurden. Der Inhaber dieses florierenden Geschäfts bereitete Strikes Klienten Mr. Gunfrey erhebliche Kopfschmerzen. Zwar hatte Mr. Gunfrey ebenso viel Dreck am Stecken wie jener Mann, dessen Hauptquartier Strike endlich aufgespürt hatte, allerdings betrieb Gunfrey seine krummen Geschäfte in weitaus größerem und auffälligerem Stil und hatte überdies den Fehler begangen, den falschen Leuten ans Bein zu pinkeln. Strike hatte ihm den guten Rat erteilt, das Weite zu suchen, solange er noch konnte. Er wusste, wozu dessen Widersacher fähig war. Sie hatten einen gemeinsamen Bekannten. Die Zielperson begrüßte Strike in einem Büroraum im ersten Stock, in dem es ähnlich unangenehm roch wie bei Elizabeth Tessel. Zwei Jugendliche in Trainingsanzügen lungerten im Hintergrund herum und inspizierten ihre Fingernägel. Strike war von just jenem gemeinsamen Bekannten als Mann fürs Grobe empfohlen worden. Sein vermeintlicher Auftraggeber vertraute ihm an, dass er es auf Mr. Gunfrees halbwüchsigen Sohn abgesehen habe, über dessen Aktivitäten und bevorzugte Aufenthaltsorte er beängstigend gut informiert war. Er ging sogar soweit, Strike ein konkretes Angebot zu unterbreiten, 500 Pfund, um dem Jungen mehrere Schnittwunden beizubringen. »Ich will ihn ja nicht umbringen, nur seinem Vater eine Botschaft schicken, klar?« Als sich Strike endlich wieder loseisen konnte, war es bereits nach sechs. Nachdem er sich als erstes vergewissert hatte, dass er nicht verfolgt wurde, rief er zuallererst Mr. Gunfrees an. Dessen entsetzte Schweigen verriet Strike, dass der Mann endlich begriffen hatte, wem er ins Gehege gekommen war. Danach wählte er Robins Mama. »Ich komme ein bisschen später, tut mir leid«, sagte er. »Wo sind Sie?«, fragte sie gepresst. Er hörte Pappgeräusche im Hintergrund, Gesprächsfetzen und Gelächter. »Crouch End«. »Oh Gott«, murmelte sie, »das dauert ja eine Ewigkeit.« »Ich nehme ein Taxi«, beruhigte er sie, »ich beeil mich.« »Warum?«, fragte sich Strike, als er im Taxi über die Upper Street rumpelte, hatte Matthew ausgerechnet einen Papp in Waterloo gewählt. Damit Strike eine möglichst umständliche Anreise hätte? Um sich dafür zu rächen, dass Strike bei den zuvor geplanten Treffen für ihn selbst günstig gelegenen Lokalitäten ausgesucht hatte? Strike hoffte, dass es im King's Arms etwas zu essen gab. Mit einem Mal hatte er einen Bärenhunger. Er brauchte vierzig Minuten bis zu seinem Ziel, was unter anderem daran lag, dass die Straßenseite vor den Arbeiterreinhäusern aus dem neunzehnten Jahrhundert, auf der sich auch der Papp befand, für den Verkehr gesperrt war. Irgendwann beschloss Strike, den Versuchen des mürrischen Taxifahrers aus der scheinbar willkürlichen und keiner Logik folgenden Hausnummerierung schlau zu werden, ein Ende zu setzen, stieg aus und ging zu Fuß weiter, wobei er argwöhnte, dass Matthew sich absichtlich eine so schwierig zu erreichende Lokalität ausgesucht hatte. Das King's Arms stellte sich als pittoresker, viktorianischer Eckpapp heraus, vor dessen Eingang ein Grüppchen rauchender und trinkender Studenten und junger Geschäftsmänner in Anzügen stand. Die kleine Menge teilte sich bei Strikes Ankunft bereitwillig, machte ihm sogar mehr Platz, als für einen Mann seiner Größe und Statur unbedingt nötig gewesen wäre. Als er die Schwelle zu dem kleinen Gastraum überschritt, überlegte er, nicht ohne die leise Hoffnung zu hegen, dass es tatsächlich so kommen möge, ob man ihn aufgrund seiner schäbigen Kleidung sogleich zum Gehen auffordern würde. Unterdessen sah Matthew im lauten Hinterzimmer, oder vielmehr in dem eher ungeschickt, mit allen möglichen Tant vollgestellten und mit einem Glasdach versehenen Innenhof ungeduldig auf die Uhr. »Es ist jetzt fast Viertel nach«, sagte er. Mit seinem gut sitzenden Anzug war er, wie immer, der stattlichste Mann weit und breit. Robin war daran gewöhnt, dass sich die Frauen nach ihm umdrehten. Allerdings hatte sie nie herausfinden können, wie sehr sich Matthew dieser flüchtigen, glühenden Blicke bewusst war. Wie er so auf der langen Holzbank saß, die sie sich mit einer Horde gackernder Studenten teilen mussten, ähnelte er mit seinen 1,85, dem markanten Grübchenkinn und den hellblauen Augen einem Vollblut, das man auf eine Koppel voller Highland-Ponys gesperrt hatte. »Da ist er«, sagte Robin und wurde gleichzeitig von Erleichterung und Besorgnis ergriffen. Strike schien auf einmal viel grobschlächtiger und größer zu wirken als im Büro. Er meanderte durch die Menge, hatte den Blick auf Robins goldenes Haar gerichtet und hielt ein Pint-Hop-Head in der großen Hand. Matthew stand auf. Fast sah es so aus, als wollte er eine Verteidigungsposition einnehmen. »Comeran, hi! Sie haben's gefunden!« »Sie müssen Matthew sein«, sagte Strike und hielt ihm die Hand hin. »Entschuldigen Sie die Verspätung, ich wollte schon früher los, aber mein Gesprächspartner gehörte zu der Sorte, der man besser nicht einfach so den Rücken zukehrt.« Matthew setzte ein gezwungenes Lächeln auf. Genau solche dramatisierenden, vorgeblich geheimnisvollen Bemerkungen über dessen Beruf hatte er von Strike erwartet. Dabei sah dieser Typ eher danach aus, als hätte er gerade ein LKW-Reifen gewechselt. »Setzen Sie sich doch«, sagte Robin nervös und rutschte so weit an die Kante der Bank, dass sie fast heruntergefallen wäre. »Haben Sie Hunger? Wir wollten gerade bestellen.« »Das Essen hier ist ganz anständig«, sagte Matthew. »Tie, nicht gerade das Mango-Tree, aber genießbar.« Strike zwang sich zu einem Lächeln. Genau solche Bemerkungen über hippe Restaurants in Belgravia hatte er von Matthew erwartet, als müsste dieser ihm unbedingt beweisen, dass er nach einem knappen Jahr in London bereits ein erfahrener Großstädter war. »Wie ist es heute Nachmittag gelaufen?«, fragte Robin. Noch hatte sie die Hoffnung nicht verloren, dass Matthew genauso fasziniert wie sie selbst von der detektivischen Tätigkeit seien, und seine Vorurteile über Bord werfen würde, wenn er erst in Strikes eigenen Worten gehört hatte, womit sich dieser beschäftigte. Doch Strikes knappe Beschreibung des Nachmittages, bei der er sämtliche Details aussparte, durch die man die beteiligten Personen hätte identifizieren können, stieß bei Matthew auf kaum verholene Gleichgültigkeit. Da das Pärchen vor leeren Gläsern saß, erbot sich Strike, die nächste Runde zu holen. »Zeig wenigstens ein bisschen Interesse«, zischte Robin Matthew zu, so wie Strike außer Hörweite war. »Robin, er hat einen Mann in einem Elektroladen getroffen«, sagte Matthew, »ich glaube kaum, dass in nächster Zeit die Filmrechte daran verkauft werden.« Zufrieden mit seiner Schlagfertigkeit widmete er seine Aufmerksamkeit dem Speisenangebot, das auf einer Tafel an der gegenüberliegenden Wand stand. Sobald Strike mit den Getränken zurück war, bestand Robin darauf, sich durch das Gedränge zur Theke durchzuschlagen, um ihre Essensbestellung aufzugeben. Er war nicht wohl bei dem Gedanken, die beiden Männer allein zu lassen, andererseits hoffte sie, dass sie sich ohne sie schneller zusammenraufen würden. Matthews kurzer Anflug von Selbstgefälligkeit veräppte in Robins Abwesenheit. »Sie waren in der Armee?«, fragte er und hätte sich im selben Moment auf die Zunge beißen können, war er doch fest entschlossen gewesen, Strikes Biografie nicht die Unterhaltung dominieren zu lassen. »Richtig,« sagte Strike, »SIB.« Matthew wusste nicht genau, wofür diese Abkürzung stand. »Mein Vater war bei der RAF,« sagte er, »zur selben Zeit wie Jeff Young.« »Wie wer?« »Der walisische Rugby-Spieler, 23-Länder-Spieler.« »Ach, richtig,« sagte Strike, »ja, Dad war Staffelführer, bis 86, der hatte sich mit einer eigenen Immobilienverwaltung selbstständig gemacht. Er verdient ganz gut, natürlich nicht so gut wie Ihr Vater,« fügte Matthew in fast anklagendem Ton hinzu. »Aber okay.« »Vollidiot,« dachte Strike. »Worüber unterhaltet Ihr Euch?«, fragte Robin besorgt und setzte sich wieder. »Na, über Dad,« sagte Matthew. »Der Arme,« sagte Robin. »Wieso das denn?«, blaffte Matthew. »Na ja, er macht sich sicher große Sorgen um deine Mom, oder nicht? Wegen des Schlaganfalls.« »Ach so,« sagte Matthew. »Ja, natürlich.« In der Armee hatte Strike viele Männer wie Matthew kennengelernt, Offiziersanwärter, hinter deren selbstbewusster Maske gerade so viel Unsicherheit lauerte, dass sie zu einer bisweilen fast schon bedenklichen Überkompensation neigten. »Wie läuft es bei der Lauder French?«, fragte Robin, um Matthew die Gelegenheit zu geben, Strike zu beweisen, was für ein netter Kerl er war, um den echten Matthew nach außen zu kehren, den Mann, den sie liebte. »Matthew prüft gerade die Bücher eines ziemlich kauzigen kleinen Verlags. Lustige Haufen, oder?«, fragte sie ihren Verlobten. »Lustig ist gut. Die stecken so tief in den Miesen, dass es nicht mehr feierlich ist,« sagte Matthew und hörte, bis das Essen kam, gar nicht mehr aufzureden, wobei er ständig mit Ausdrücken wie neunzig Riesen und viertel Mio um sich warf. Jeder Satz war geschliffen wie ein Spiegel, der ihn im Bestmöglichen nicht darstellen sollte, wie schlau und gewitzt er war, wie er behäbigere und dümmere, aber in der Hierarchie über ihm stehende Kollegen ausstach, wie er den Schwachköpfen aus der Patsche half, deren Bücher er prüfte. »Auch noch eine Weihnachtsfeier, obwohl sie nach zwei Jahren gerade mal so den Break-Even-Point erreichen, wird wohl eher eine Trauerfeier.« Matthew musste seine scharfe Kritik an dem kleinen Unternehmen beenden, als das Essen kam. Schweigend nahm sie ihre Mahlzeiten ein. Robin, die gehofft hatte, Matthew würde einige der netteren, liebenswerteren Anekdoten über den exzentrischen Verlag zum Besten geben, wusste nicht, was sie noch sagen sollte. Strike hingegen hatte die Erwähnung der Verlagsfeier auf eine Idee gebracht. Bedächtig kauend, dachte er über die exzellenten Möglichkeiten nach, die ihm eine solche Feier im Hinblick auf neue Erkenntnisse im Quinefall bieten mochte, und sein scharfes Gedächtnis förderte eine Information zutage, die er fast schon vergessen hatte. »Haben Sie eine Freundin, Comerain?« fragte Matthew unverblümt, ein Thema, das ihn brennend interessierte, insbesondere da sich Robin dahingehend stets sehr vage ausgedrückt hatte. »Nein,« antwortete Strike, gedankenverloren. »Entschuldigen Sie mich bitte, ich bin gleich wieder da, muss nur kurz telefonieren.« »Gar kein Problem,« sagte Matthew gereizt, allerdings erst, als Strike ihn nicht mehr hören konnte. »Sie sind ja nur vierzig Minuten zu spät gekommen, da können Sie sich mitten im Essen ruhig wieder verpissen.« »Wir warten einfach hier, bis Sie geruhen, sich wieder zu uns zu gesellen. Matt!« So wie er den dunklen Bürgersteig erreicht hatte, zog Strike seine Zigaretten und das Handy aus der Tasche. Er zündete sich einer an, wandte den anderen Rauchern den Rücken zu und verzog sich in einen ruhigeren Abschnitt der Seitenstraße, wo er in den Schatten unter den Steinbögen einer Eisenbahnüberführung stehen blieb. Carl Pepper hob nach dem dritten Klingeln ab. »Strike,« sagte er, »wie geht's?« »Gut, Sie müssen mir ein Gefallen tun.« »Nämlich?« fragte Carl Pepper unverbindlich. »Sie haben noch eine Cousine namens Nina, die für Roper Chart arbeitet.« »Tch, woher zum Teufel wissen Sie das?« »Haben Sie mir selbst erzählt,« antwortete Strike geduldig. »Wann denn das?« »Vor ein paar Monaten, als ich diesen zwielichtigen Zahnarzt für Sie unter die Lupe genommen habe.« »Oh, Ihr verdammtes Gedächtnis!«, sagte Carl Pepper und klang eher verärgert als beeindruckt. »Es ist doch nicht normal. Was ist mit dir?« »Könnten Sie mir Ihre Nummer geben?«, fragte Strike. »Roper Chart feiert morgen irgendein Jubiläum und da wäre ich gern dabei.« »Wieso?« »Hat mit einem Fall zu tun,« sagte Strike ausweichend. Er hatte es sich zur Regel gemacht, Carl Pepper niemals in die Details der High Society-Scheidungsfälle und Finanzstreitigkeiten einzuweihen, in denen er ermittelte, auch wenn ihn der Reporter oft genug darum gebeten hatte. »Außerdem habe ich Ihnen gerade die größte Story Ihrer verdammten Karriere verschafft.« »Ja, ja, schon gut«, sagte der Journalist widerwillig und nach kurzem Zögern. »Den Gefallen kann ich Ihnen wohl tun.« »Ist Sie single?« »Was? Wollen Sie Sie jetzt auch noch vögeln?«, fragte Carl Pepper eher amüsiert, als alarmiert angesichts der Vorstellung, dass Strike mit seiner Cousine anbandelte. »Nein, aber sonst würde es vielleicht verdächtig wirken, wenn Sie mich zu dieser Feier mitnehme.« »Ach so! Ich glaube, sie hat gerade mit jemandem Schluss gemacht, keine Ahnung. Ich schicke Ihnen eine SMS mit Ihrer Nummer. Freuen Sie sich übrigens auf Sonntag«, fügte Carl Pepper mit kaum vor. Er holen eine Häme hinzu. »Die Scheiße wird auf Lord Parker niederprasseln wie ein verdammter Wolkenbruch.« »Aber rufen Sie nie nach vorher an, ja?«, sagte Strike. »Erzählen Sie ihr, wer ich bin, damit sie ungefähr im Bilde ist.« Carl Pepper versprach es ihm und legte auf. Strike, der es nicht sonderlich eilig hatte, zu Matthew zurückzukehren, rauchte erst seine Zigarette bis zum Filter herunter, bevor er wieder den Papp betrat. Als er sich einen Weg durch die Menge bahnte und von der Decke hängenden Blumenampeln und Straßenschildern auswich, kam er zu dem Schluss, dass Matthew genau wie dieser Raum hier war, bemüht. Die Dekoration, bestehend aus einem altertümlichen Ofen und einer altmodischen Registrierkasse, mehreren Einkaufskörben, alten Drucken und Porzellantellern, war ein gekünsteltes Sammelsurium aus Flohmarkt-Trödel. Matthew hatte sich alle Mühe gegeben, seine Nudeln vor Strikes Rückkehr aufzuessen, nur um zu unterstreichen, wie lange dieser weg gewesen war, doch es war ihm nicht ganz gelungen. Robin sah in des Kreuz unglücklich aus, und Strike fragte sich, was in seiner Abwesenheit wohl zwischen den beiden vorgefallen war. Er hatte Mitleid mit ihr. »Robin hat mir erzählt, dass Sie Rugby spielen,« sagte er und versuchte so, die Atmosphäre ein wenig aufzulockern. »Sie haben es bis in die Counties geschafft, stimmt das?« Eine weitere Stunde lang bemühten sie sich um Konversationen. Am besten lief es, wenn Matthew über sich selbst sprechen konnte. Strike entging nicht, dass Robin ihm regelmäßig Stichworte und Andeutungen für weitere Themengebiete soufflierte, auf denen er sich hervortun konnte. »Wie lange sind Sie überhaupt schon zusammen?«, fragte er. »Nein Jahre,« sagte Matthew und kehrte fast unmerklich zu seiner abweisenden Art zurück. »So lange schon?«, fragte Strike überrascht. »Waren Sie etwa schon an der Uni ein Paar?« »Äh, sogar schon in der Schule,« sagte Robin lächelnd, »seit der Oberstufe.« »Es war keine große Schule,« sagte Matthew. »Sie war die einzige dort, die was in der Birne hatte und noch dazu gut aussah.« »Klarer Fall.« »Wichser,« dachte Strike. Den nächtlichen Heimweg legten sie bis zur Haltestelle Waterloo gemeinsam zurück, wobei sie weiter Smalltalk betrieben. Am Eingang zur U-Bahn verabschiedeten sie sich voneinander. »Na bitte,« sagte Robin resigniert, als sie und Matthew in Richtung Rolltreppe gingen. »Er ist doch ganz nett, oder?« »Unpünktlichkeit geht gar nicht,« entgegnete Matthew, dem nichts anderes einfiel, was er Strike vorwerfen konnte, ohne dass ihn Robin für verrückt erklärt hätte. »Wetten, er kommt auch zur Hochzeit zu spät und ruiniert uns den Gottesdienst,« woraus Robin schloss, dass er inzwischen Strikes Anwesenheit bei der Feier, wenn auch unwillig, in Kauf nahm, was in Anbetracht der Lage als Erfolg zu werten war. Matthew grübelte indessen insgeheim über Dinge nach, die er niemals jemandem anvertraut hätte. Robin hatte ihren Chef korrekt beschrieben, Locken wie Schamhaare, Boxernase, nur dass Matthew sich ihn bedeutend kleiner vorgestellt hatte. Der Detektiv hatte ihn, der das Privileg genoss, der größte in seiner Abteilung zu sein, gleich um mehrere Zentimeter überragt, und mehr noch. Hätte Strike mit seinen Erlebnissen in Afghanistan und im Irak geprahlt oder sich über die Umstände ausgelassen, die zum Verlust seines Beines oder der Auszeichnung mit jenem Orden geführt hatten, der Robin so sehr beeindruckte, wäre dies in Matthews Augen einer verachtenswerten Selbstdarstellung gleichgekommen. Strikes diesbezügliche Schweigen schien ihm allerdings jetzt fast der noch viel größere Affront zu sein, denn die Heldentaten des Detektivs, sein ereignisreiches Leben, seine Reisen und die durchgestandenen Gefahren hatten wie ein Gespenst über ihrer Unterhaltung geschwebt. Schweigend legten sie die U-Bahn-Fahrt zurück. Für Robin war der Abend eine einzige Katastrophe gewesen. So hatte sie Matthew noch nie erlebt, oder hatte sie ihn nur noch nie so wahrgenommen? Während sie im polternden Zug darüber nachdachte, dämmerte es ihr, dass es an Strike gelegen hatte. Irgendwie hatte er sie dazu gebracht, Matthew mit seinen Augen zu säen. Sie konnte sich beim besten Willen nicht erklären, wie er das angestellt hatte, diese ständigen Fragen über Matthews Rugby, man hätte sie für höflich halten können. Doch Robin wusste es besser. Oder war sie nur beleidigt, weil er sich verspätet hatte und machte ihm deshalb ungerechtfertigte Vorwürfe? Vereint in ihrem unausgesprochenen Ärger auf jenen Mann, der sich im selben Moment laut schnarchend auf der Northern Line von ihnen entfernte, fuhren die beiden Verlobten nach Hause. Wodurch verdient ich von euch solche Unbill? John Webster, der Herzogin von Amalfi Spreche ich mit Comeran Strike? fragte eine mädchenhafte Stimme aus der oberen Mittelschicht am folgenden Morgen um zwanzig vor neun. Ja, sagte Strike, hier ist Nina, Nina Lassels, Dominic hat mir ihre Nummer gegeben. Ah, richtig, sagte Strike, der mit nacktem Oberkörper vor dem Rasierspiegel stand, den er meistens neben dem Spülbecken in der Küche aufstellte, weil das kleine Bad zu dunkel und beengt war. Während er sich mit dem Unterarm Rasierschaum vom Kinn wischte, fragte er, hat er Ihnen gesagt, worum es geht, Nina? Ja, Sie wollen sich auf Robert Shards Jubiläumsparty einschleichen. Einschleichen geht ein bisschen weit, aber es klingt viel aufregender, wenn wir einschleichen sagen. Na gut, sagte er amüsiert. Sie machen also mit? Oh ja, Spaß. Darf ich raten, weshalb Sie kommen und einen nachspionieren wollen? Auch nachspionieren ist nicht ganz. Ach, seien Sie doch kein Spielverderber. Darf ich also raten? Na gut, meinetwegen, sagte Strike, nahm einen Schluck aus seinem Teebecher und sah aus dem Fenster. Es war wieder neblig. Der Sonnenschein war nur ein kurzes Zwischenspiel gewesen. »Bombux Mori«, sagte Nina. »Habe ich recht? Ich habe recht, Nina. Sagen Sie, dass ich recht habe.« »Sie haben recht«, sagte Strike und löste mit seiner Antwort ein freudiges Quieken aus. »Darüber durfte ich nicht mal reden. Strikte Geheimhaltung, E-Mails an alle Mitarbeiter, Anwälte, die in Daniels Büro und wieder herausstürmen. Wo wollen wir uns verabreden? Wir sollten uns vorher irgendwo treffen und gemeinsam dort aufkreuzen. Finden Sie nicht auch?« »Ja, sicher«, sagte Strike. »Wo würde es Ihnen denn passen?« Er zog einen Stift aus der Tasche seines Mantels, der hinter der Tür hing, und sehnte sich im selben Moment nach einem Abend zu Hause, nach langem, erholsamem Schlaf und einem Intermezzo aus Ruhe und Frieden, ehe er früh am Samstagmorgen losziehen würde, um den treulosen Ehemann seiner brünetten Klientin zu beschatten. »Kennen Sie das The Old Cheshire Cheese?«, fragte Nina. »In der Fleet Street? Dort gehen meine Kollegen nicht hin, aber der Verlag ist zu Fuß zu erreichen. Ich weiß, es ist echt kitschig, aber ich mag es.« Sie verabredeten sich für halb acht. Als Strike mit seiner Rasur fortfuhr, fragte er sich, wie wahrscheinlich es war, dass er auf dieser Verlagsparty jemandem begegnete, der wusste, wo Quine steckte. »Dein Problem ist«, schallte er sein Bild in dem runden Spiegel, während sie beide sich Bartstoppeln vom Kinn scharpten, »dass du so tust, als wärst du immer noch bei der SIB. Der Stab bezahlt dich nicht mehr dafür, dass du gründlich bist, Kumpel.« Aber er kannte nun mal keine andere Arbeitsweise. Sie entsprach der knappen, aber unverrückbaren Verhaltensmaxime, die schon sein ganzes Erwachsenenleben bestimmt hatte. »Tu deine Arbeit und tu sie gut.« Strike hatte vor, den Tag größtenteils im Büro zu verbringen, was ihm unter normalen Umständen Spaß machte. Robin und er erledigten den anfallenden Papierkram üblicherweise gemeinsam. Dabei fungierte sie als intelligenter und oft inspirierender Resonanzboden und war von den Mechanismen seiner Ermittlungsarbeit immer noch genauso fasziniert wie am ersten Tag. Trotzdem ging er heute fast widerstrebend nach unten, und tatsächlich registrierten seine erprobten Antennen bei ihrer Begrüßung sofort eine gewisse Befangenheit, die, so fürchtete er, schon bald in der Frage gipfeln würde, »wie fanden sie Matthew?« Genau deshalb, dachte Strike, als er sich in sein Büro zurückzog und unter dem Vorwand telefonieren zu müssen, die Tür hinter sich zumachte, war es eine schlechte Idee, sich nach Büroschluss mit seiner einzigen Mitarbeiterin zu treffen. Nach einigen Stunden zwang der Hunger, ihnen wieder hervorzukommen. Robin hatte wie immer Sandwiches besorgt, aber diesmal nicht an seine Tür geklopft, um Bescheid zu geben, dass sie da waren. Auch das schien auf eine gewisse Verlegenheit in Bezug auf den gestrigen Abend hinzudeuten. Um den Augenblick hinaus zu zögern, da er erwähnt werden musste, und in der Hoffnung, dass sie das Thema vielleicht nie anschneiden würde, wenn er es nur lange genug vermied, auch wenn er noch nie erlebt hatte, dass diese Taktik bei Frauen funktionierte, erzählte Strike, er habe soeben mit Mr. Gunfrey telefoniert, was im Übrigen der Wahrheit entsprach. »Wird er zur Polizei gehen?«, fragte Robin. »Äh, nein. Gunfrey ist nicht der Typ, der zur Polizei geht, wenn ihn jemand belästigt. Er ist fast genauso kriminell wie der Kerl, der seinen Sohn aufs Korn nehmen will, aber er hat gemerkt, dass er sich diesmal übernommen hat.« »Und Sie sind nicht auf die Idee gekommen, das Angebot dieses Gangsters aufzuzeichnen und selbst damit zur Polizei zu gehen?«, fragte Robin impulsiv. »Nein, Robin, weil dann klar wäre, woher die Aufnahme stammt und das Geschäft leiden würde, wenn ich mich vor Profikillern verstecken müsste, während ich Leute überwache. Aber Gunfrey kann doch seinen Sohn nicht für immer zu Hause einsperren. Das ist auch nicht nötig. Er wird mit seiner Familie zu einem Spontanurlaub in die Staaten fliegen, unseren Messerhelden von L.A. aus anrufen und ihm mitteilen, er habe nachgedacht und nicht mehr die Absicht, sich in seine Geschäfte einzumischen. Das dürfte nicht allzu verdächtig wirken. Der Kerl hat ihm so sehr zugesetzt, dass eine Abkühlphase nur natürlich erscheinen wird. Ziegelsteine durch die Frontscheibe, Drohanrufe bei seiner Frau, und ich muss nächste Woche wohl wieder nach Crouch End fahren, behaupten, der Junge wäre nie aufgetaucht und ihm das Geld zurückgeben. Strike surfte. Nicht sehr glaubwürdig, aber ich will nicht, dass Sie auf der Suche nach mir hierher kommen. Er hat Ihnen... Geld gegeben. 500 Pfund, sagte Strike. Strike. Schockierend wenig, um einen Teenager zu verletzen, kommentierte Robin empört, ehe sie Strike mit heruntergelassener Deckung erwischte. Wie fanden Sie Matthew? Sehr netter Kerl. Er hütete sich davor, mehr zu sagen. Robin war nicht dumm. Sie hatte ihn schon mehr als einmal mit ihrem untrüglichen Instinkt für die Lüge, für den falschen Zungenschlag beeindruckt. Trotzdem konnte er nicht anders, als umgehend ein neues Thema anzuschneiden. Ich habe mir überlegt, dass wir im kommenden Jahr, wenn die Geschäfte richtig gut gehen und sie ihre Gehaltserhöhung bekommen haben, vielleicht noch jemanden einstellen sollten. Ich arbeite ständig am Limit. Endlos kann ich so nicht weitermachen. Wie viele Klienten haben Sie in letzter Zeit weggeschickt? Ein paar, antwortete Robin Kühl. Kurz danach zog Strike, der ahnte, dass er in Bezug auf Matthew nicht hinreichend begeistert geklungen hatte, aber entschlossen war, nicht noch mehr zu heucheln, sich in sein Büro zurück und schloss wieder die Tür. Doch diesmal hatte Strike nur zur Hälfte recht. Tatsächlich hätte seine Antwort Robin ernüchtert. Hätte er Matthew wirklich sympathisch gefunden, hätte er ihn niemals ausdrücklich als »sehr netten Kerl« bezeichnet, das wusste sie. Er hätte gesagt, ja, er ist ganz in Ordnung, oder sie hätten es schlechter treffen können, denke ich mal. Was sie allerdings irritierte und sogar verletzte, war sein Vorschlag, zusätzlich jemanden einzustellen. Robin wandte sich wieder ihrem Computer zu und begann, auf die Tastatur einzudreschen. Sie hämmerte in ihrer Wut wesentlich fester in die Tasten als sonst, als sie die wöchentliche Rechnung für die scheidungswillige Brünette schrieb. Sie hatte geglaubt, offenbar irrtümlich, sie sei mehr als nur Strike-Sekretärin. Sie hatte ihm geholfen, die Beweise zusammenzutragen, die Lula Landrys Mörder überführt hatten. Einige davon hatte sie sogar allein und in Eigeninitiative beschafft. In den seither vergangenen Monaten hatte sie mehrmals weit mehr getan, als zur Stellenbeschreibung einer Sekretärin gehörte. Sie hatte Strike zu Überwachungen begleitet, weil sie als Paar unauffälliger wirkten und Türsteher und widerspenstige Zeugen bezirzt, die intuitiv vor Strikes bedrohlicher Erscheinung und finsterer Miene zurückgeschreckt wären. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich am Telefon als verschiedene Frauen ausgegeben hatte, die Strike mit seiner Bassstimme niemals hätte imitieren können. Robin hatte angenommen, Strike denke ähnlich wie sie. Zumindest hatte sie geglaubt, dies seinen gelegentlichen Äußerungen, das ist gut für ihre Detektivausbildung oder sie könnten einen Kurs in Gegenüberwachung brauchen, entnehmen zu können. Sie war davon ausgegangen, dass sie die Ausbildung, die sie benötigte, erhalten werde, sobald das Geschäft wieder festen Boden unter den Füßen hatte, und sie konnte mit Fug und Recht behaupten, einiges dazu beigetragen zu haben. Doch nun schien sich seine Hinweise als bloße Phrasen, als beiläufiges Kopftätscheln für die Schreibkraft zu entpuppen. Was tat sie überhaupt noch hier? Warum hatte sie auf viel Besseres verzichtet? In ihrer Wut vergaß Robin, dass sie jenen Job in einer Personalabteilung überhaupt nicht hatte haben wollen, auch wenn er noch so gut bezahlt gewesen wäre. Bestimmt würde die neue Mitarbeiterin all die spannenden Tätigkeiten übernehmen, während Robin nur mehr als Empfangsdame und Sekretärin für beide fungieren und den Schreibtisch überhaupt nicht mehr verlassen würde. Nein, nein, dafür hatte sie nicht bei Strike ausgeharrt, auf ein weit besseres Gehalt verzichtet und wiederholt auftretende Spannungen in ihrer Beziehung in Kauf genommen. Um Punkt fünf Uhr nahm Robin mitten im Satz die Hände von der Tastatur, warf sich ihren Trenchcoat über und ging, wobei sie die Glastür heftiger als nötig hinter sich zuzog. Das Klirren ließ Strike hochschrecken. Er hatte mit dem Kopf auf den Armen an seinem Schreibtisch gesessen und tief geschlafen. Ein Blick auf seine Armbanduhr zeigte ihm, dass es bereits siebzehn Uhr war und er fragte sich, wer gerade ins Büro gekommen sein mochte. Erst als er die Tür zum Vorzimmer öffnete und sah, dass Robins Mantel und Tasche verschwunden waren und der Bildschirm schwarz war, dämmerte es ihm, dass sie gegangen war, ohne sich zu verabschieden. Ach, scheiße, verdammt, entfuhr es ihm. Robin war fast nie schlecht gelaunt. Das gehörte zu den vielen Dingen, die er an ihr schätzte. Was tat es denn zur Sache, wenn er Matthew nicht mochte? Schließlich war er es nicht, der ihn heiraten wollte. Verärgert vor sich hinmummelnd schloss er ab und stieg die Treppe in seine Dachwohnung hinauf, um zu essen und sich umzuziehen, bevor er sich mit Nina Lassels traf. Sie ist ein Frauenzimmer von vieler Welt und die einen sehr glücklichen Witz und eine geläufige Zunge hat. Ben Johnson Episcene oder das stille Frauenzimmer Am Abend war Strike mit tief in den Manteltaschen vergrabenen Fäusten auf der dunklen kalten Strand in Richtung Fleet Street unterwegs und marschierte so schnell, wie die Müdigkeit und sein zunehmend wundes rechtes Bein es zuließen. Er bedauerte, die Ruhe und Behaglichkeit seiner himmlischen Dachwohnung verlassen haben zu müssen, war sich nicht sicher, ob bei dieser abendlichen Expedition irgendetwas Brauchbares herauskommen würde und bewunderte im frostigen Dunst der Winternacht fast gegen seinen Willen wieder einmal die reife Schönheit jener alten Stadt, der er seit seiner Kindheit eine zwiespältige Loyalität schuldete. Der eisige Novemberabend hatte jeglichen Makel des Touristischen weggefegt, die aus dem siebzehnten Jahrhundert stammende Fassade der Old Bell Tavern, deren Bleiglasfenster vielfarbig leuchteten, strahlte ehrwürdige Altertümlichkeit aus. Der Drache auf der Säule am Tempelbar hob sich stark und grimmig als Silhouette vom gestirnten Nachthimmel ab, und in weiter Ferne leuchtete die Kuppel von St. Pauls wie ein aufgehender Mond. Als Strike sich seinem Ziel näherte, standen an einer Ziegelmauer hoch über ihm Namen, die von der Pressevergangenheit der Fleet Street kündeten, der People's Friend, der Dundee-Korea, doch Culpepper und seinesgleichen waren längst aus ihrer alten Heimat nach Wapping und Canary Wharf umgesiedelt worden. Hier beherrschte mittlerweile die Justiz das Feld, und die Royal Courts of Justice, der höchste Tempel seiner Branche, blickten stumm auf den vorbeihastenden Detektiv hinab. In dieser merkwürdig sentimentalen und nachsichtigen Stimmung näherte Strike sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der gelben runden Lampe, die den Zugang zum The Old Cheshire Cheese markierte. Durch eine schmale Passage gelangte er zum Eingang und zog den Kopf ein, um sich nicht an dem niedrigen Türsturz zu stoßen. Ein enger, holzgetäfelter Vorraum mit alten Ölgemälden an den Wänden führte in einen winzigen Salon. Strike zog erneut den Kopf ein, um dem verblassten Holzrahmen mit der Aufschrift »Gentlemen only served in this bar« auszuweichen und wurde von einer blassen, zierlichen jungen Frau mit auffällig großen braunen Augen sofort mit enthusiastischem Winken begrüßt. Sie saß in einem schwarzen Mantel am Kaminfeuer und hielt ein leeres Glas in den schmalen, hellen Händen. »Nina?« »Ich wusste, dass Sie es sind. Dominic hat Sie auf den Punkt beschrieben.« »Was kann ich Ihnen mitbringen?« Sie bat um ein Glas Weißwein. Für sich selbst bestellte Strike ein Glas Sam Smith und quetschte sich dann neben sie auf die unbequeme Holzbank. Londoner Stimmen füllten den Raum. Als hätte sie erraten, was er dachte, sagte Nina. »Das hier ist noch ein echter Pub. Nur Leute, die nie hierher kommen, glauben, er wäre voller Touristen. Dickens war hier zu Gast und Johnson und Yates. Ich find's toll.« Sie strahlte ihn an und er erwiderte ihr Lächeln. Nach einigen Schlucken Bier sogar mit aufrichtiger Wärme. »Wie weit ist es zu Ihrem Büro?« »Ungefähr zehn Minuten zu Fuß,« sagte sie. »Wir sind fast an der Strand in einem Neubau mit Dachgarten. Dort um ist es bestimmt arschkalt,« fügte sie mit einem präventiven Zittern hinzu und zog den Mantel enger um sich. »Aber so hatten die Bosse eine Ausrede, kein Restaurant mieten zu müssen. Es sind harte Zeiten im Verlagsgeschäft.« »Mit Bombex Mori gibt's Probleme,« haben sie gesagt, fragte Strike, um gleich zur Sache zu kommen, während er das Bein mit der Prothese so weit wie möglich unter dem Tisch ausstreckte. »Probleme,« sagte sie, »ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Man macht Daniels Schad nicht zum Schurken eines schmutzigen Romans. Geht gar nicht, nein, ganz schlechte Idee, auch wenn er komisch ist. Angeblich ist er in das Familienunternehmen gedrängt worden, obwohl er ursprünglich Künstler werden wollte. »Wie Hitler?«, fügte sie kichernd hinzu. Die Lampen über der Bar spiegelten sich in ihren großen Augen. Sie erinnerte Strike an eine hellwache, aufgeregte Maus. »Hitler?«, wiederholte er leicht amüsiert. Wenn er wütend ist, tobt er wie Hitler, zumindest das, wissen wir seit dieser Woche. Bis dahin hatte nie jemand gehört, dass er auch nur die Stimme erhoben hätte. Er hat Jerry angebrüllt und gekreischt, dass man's durchs ganze Gebäude hören konnte. »Haben Sie das Manuskript gelesen?« Sie zögerte doch, ein unartiges Lächeln umspielte ihre Lippen. »Nicht offiziell,« sagte sie schließlich. »Aber inoffiziell?« »Vielleicht habe ich mal heimlich reingespickt,« sagte sie. »Ist es denn nicht unter Verschluss?« »Na ja, also, es liegt in Jerry's safe.« Ein listiger Blick aus dem Augenwinkel lud Strike dazu ein, sich ihrem leisen Spott über den ahnungslosen Lektor anzuschließen. Das Dumme ist nur, dass er allen die Kombination verraten hat, weil er sie ständig vergisst und dann herumfragen muss, bis jemand sie ihm sagt. Jerry ist der liebste, anständigste Mensch der Welt, und ich bezweifle, dass er auf die Idee käme, dass wir's lesen würden, wenn wir nicht dürfen. Wann haben Sie es sich angesehen? Am Montag, nachdem er es bekommen hatte, da hat die Gerüchteküche schon gebrodelt, weil Christian Fischer übers Wochenende ungefähr fünfzig Leute angerufen und ihn aus dem Manuskript vorgelesen hatte. Man munkelt, dass er es sogar eingescannt und ganze Passagen per E-Mail herumgeschickt hat. Das war noch bevor die Rechtsanwälte ins Spiel gekommen sind? »Klar, sie haben uns alle zusammengerufen und uns diesen lächerlichen Vortrag gehalten, was alles passieren würde, wenn wir nicht dicht hielten. Völliger Blödsinn, nur um uns einzubläuen, der Ruf des Verlags würde leiden, wenn der Chef ins Lächerliche gezogen wird. Der Verlag soll an die Börse, heißt es gerüchteweise, was letztlich unsere Jobs gefährden könnte. Ich weiß nicht, wie dieser Anwalt das mit todernster Miene vortragen konnte. Mein Dad ist Kronanwalt«, fügte sie im Plauderton hinzu. »Und er meint, dass Chard praktisch gegen keinen von uns vorgehen kann, nachdem schon so viele Außenstehende Bescheid wissen.« »Ist Chard ein guter Geschäftsführer?«, fragte Strike. »Ich denke schon«, antwortete sie ungeduldig, »aber er tut immer wahnsinnig vornehm und geheimnisvoll. Da ist es einfach witzig, was Quine über ihn geschrieben hat.« »Aha, und das wäre?« »Na ja, ähm, bei ihm heißt Chard Phallus Impudicus und«, Strike verschluckte sich an seinem Bier, Nina kicherte. »Er heißt unsüchtiger Pimmel?«, fragte Strike lachend und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. Mit einem überraschend schmutzigen Viren für eine junge Frau, die aussah wie ein ehrgeiziges Schulmädchen, fiel Nina in sein Lachen mit ein. »Sie hatten Latein? Ich hab's irgendwann aufgegeben. Ich hab's gehasst. Aber wir wissen alle, was Phallus heißt, nicht wahr? Ich muss das nachschlagen. Phallus Impudicus ist der wissenschaftliche Name der gemeinen Stinkmorchel.« »Hm, sie riecht wohl ziemlich übel und, na ja«, sie kicherte erneut, »sieht aus wie ein gammeliger Phallus. Ein Owen-Klassiker, schmutzige Namen, die alle auf die Palme bringen.« »Ah, okay, und was treibt dieser Phallus Impudicus?« »Na ja, er geht wie Daniel, redet wie Daniel, sieht aus wie Daniel und hat kurzzeitig seinen nekrophilen Spaß an einem gut aussehenden Schriftsteller, den er ermordet hat. Alles ziemlich blutrünstig und eklig. Jerry sagt immer, dass Owen jeden Tag, an dem seine Leser nicht mindestens zweimal wirken müssen, für verloren hält. »Armer Jerry«, fügte sie halblaut hinzu. »Wieso »Armer Jerry«? fragte Strike. »Er kommt ebenfalls in dem Buch vor.« »Und was für eine Art Phallus ist er?« Nina kicherte erneut. »Hm, das kann ich Ihnen nicht sagen. Was über Jerry drinsteht, habe ich nicht gelesen. Ich habe nur durchgeblättert, um Daniel zu finden, weil alle meinten, das wäre so widerlich und witzig.« »Ich hatte nicht viel Zeit, weil Jerry nur ungefähr eine halbe Stunde lang nicht in seinem Büro war. Aber wir wissen alle, dass Jerry auch darin vorkommt, weil Daniel ihn in sein Büro zitiert hat, damit er die Anwälte kennenlernt und all die bescheuerten E-Mails mit unterschreibt, in denen uns gedroht wird, dass der Himmel einstürzt, wenn wir über Bombüx Mori reden. Bestimmt ist Daniel froh, dass Owen auch Jerry aufs Korn genommen hat. Er weiß, dass alle Jerry lieben, und jetzt glaubt er vermutlich, dass wir alle den Mund halten werden, um ihn zu schützen. »Nach weiß der Teufel, weshalb Owen Jerry angegriffen hat«, sagte Nina mit leicht verblassenem Lächeln. »Jerry hat nicht einen einzigen Feind auf der ganzen Welt.« »Own ist echt ein Dreckskerl«, fügte sie als nachträglichen Einfall leise hinzu und starrte ihr leeres Weinblas an. »Möchten Sie noch einen Drink?«, fragte Strike. Er ging an die Bar zurück. An der Wand gegenüber saß ein ausgestopfter Graupapagei in einem Glaskasten, das einzig Unpassen verkünstelte, das er rundum entdecken konnte, und in seiner Geneigtheit für diesen authentischen Winkel Altlondons war er gern bereit anzunehmen, dass der Vogel tatsächlich einst hier gekreischt und geplappert hatte, statt als mottenzerfressenes Deko-Element eingeführt worden zu sein. »Sie wissen, dass Quine verschwunden ist?«, fragte Strike, als er wieder neben Nina saß. »Ja, ich habe so ein Gerücht gehört. Nach dem Skandal, den er ausgelöst hat, wundert mich das nicht.« »Kennen Sie Quine persönlich?« »Eigentlich nicht. Hin und wieder kommt er in den Verlag und versucht zu flirten, wissen Sie, mit seinem dämlichen Umhang, in den er sich immer hüllt, angeberisch und immer darauf aus, die Leute zu schocken. Ich finde ihn ehrlich gesagt erbärmlich und habe seine Bücher immer gehasst. Jerry hat mich dazu überredet, Hobarts Sünde zu lesen. Ich fand's grässlich.« »Wissen Sie, ob in letzter Zeit jemand von Quine gehört hat?« »Nicht, dass ich wüsste,« sagte Nina. »Und niemand weiß, weshalb er ein Buch geschrieben hat, von dem klar war, dass es einen Rechtsstreit provozieren würde?« »Alle vermuten, dass er einen Riesenkrach mit Daniel gehabt hat. Letzten Endes zerstreitet er sich mit jedem. Über die Jahre war er bei Weiß Gott wie vielen Verlagen. Ich habe gehört, dass Daniel Owen nur verlegt, um die Leute glauben zu machen, Owen hätte ihm verziehen, wie unmöglich er John North behandelt hat. Dass Owen und Daniel einander nicht wirklich leiden können, ist allgemein bekannt.« »Inwiefern hat Chad North unmöglich behandelt?« »Ich kenne nicht alle Details,« sagte Nina, »aber ich weiß, dass er es getan hat, und ich weiß, dass Owen geschworen hat, niemals für Daniel zu arbeiten. Aber nachdem er bei praktisch allen anderen Verlagen abgeblitzt war, musste er so tun, als hätte er Daniel falsch beurteilt, und Daniel hat ihn unter Vertrag genommen, weil er dachte, das wäre gut für sein Image. Das sagen jedenfalls alle.« »Wissen Sie, ob Owen mal Krach mit Jerry Walgrave gehabt hat?« »Nein, und genau das ist ja so bizarr. Wozu Jerry angreifen? Er ist ein Schatz. Aber nach allem, was ich gehört habe, kann man nicht wirklich...« Soweit Strikus beurteilen konnte, dachte sie jetzt erstmals darüber nach, was sie sagen wollte, bevor sie etwas nüchterner fortfuhr. »Nun, worauf Owen in der Episode mit Jerry hinaus will, ist nicht wirklich zu erkennen, und ich habe sie, wie gesagt, auch nicht selbst gelesen. Aber Owen lässt sich über eine Menge Leute aus,« fuhr Nina fort. »Wie man hört, kommt auch seine eigene Frau darin vor, und offenbar ist er eklig zu Liz Tassel, die ein Miststück sein mag, aber durch dick und dünn zu ihm gehalten hat, wie jeder weiß. Liz wird nie wieder ein Buch bei Robert Chart unterbringen. Alle sind wütend auf sie. Ich weiß, dass sie auf Daniels Anweisung für heute Abend ausgeladen wurde. Ziemlich demütigend. Dabei soll in ein paar Wochen diese Party für Larry Pinkleman steigen, für einen anderen ihrer Autoren. Bei dieser Party kann sie nicht ausgeladen werden. Larry ist ein richtiger alter Schatz. Alle lieben ihn, aber weiß der Teufel, welchen Empfang sie ihr bereiten werden, wenn sie dort aufkreuzt. »Apropos«, sagte Nina, schüttelte sich den hellbrauen Pony aus der Stirn und änderte abrupt das Thema. »Woher sollen Sie und ich uns eigentlich kennen, wenn wir gleich auf die Party gehen? Sind Sie mein Freund, oder was?« Darf man seinen Partner denn mitbringen? »Klar, aber ich habe ja quasi noch keinem von Ihnen erzählt, also können wir noch nicht lang zusammen sein. Wir sagen einfach, dass wir uns vergangenes Wochenende auf einer anderen Party kennengelernt haben, okay?« Strike hörte mit zu fast gleichen Teilen Beunruhigung und befriedigter Eitelkeit den Enthusiasmus, mit dem Nina ihre fiktive Affäre vorschlug. »Ich muss noch mal aufs Klo, bevor wir gehen«, sagte er und stemmte sich schwerfällig von der Holzbank, während sie ihr drittes Glas leerte. Die Kellertreppe zu den Toiletten des »The Old Cheshire Cheese« war schwindelerregend steil und die Decke so niedrig, dass er sich selbst in gebückter Haltung den Kopf anstieß. Als er sich halblaut fluchend die Schläfe rieb, hatte er das Gefühl, soeben einen göttlichen Schlag über den Schädel bekommen zu haben, der ihn daran erinnern sollte, was eine gute Idee war und was nicht. Es kam mir zu Gehör, ihr hättet so ein Buch, darin ihr einschreibt, was ein Spitzel zuträgt, die Namen all der ärgsten Gauner, die hier im Stadtkreis lauern. John Webster, »Die weiße Teufelin« Strike wusste aus Erfahrung, dass es einen bestimmten Frauentyp gab, der ihn außerordentlich attraktiv fand. Gemeinsame Merkmale waren Intelligenz und eine flackernde Intensität, wie bei Glühbirnen mit einem Wackelkontakt. Die Frauen waren häufig gut aussehend und meistens, wie sein ältester Freund Dave Polworth es gern ausdrückte, arschklar total durchgeknallt. Was genau an ihm diesen Typ Frau anzog, hatte Strike noch nie analysiert, obwohl Polworth ein Mann mit vielmarkigen Theorien die Ansicht vertrat, dass derlei Frauen, nervös überzüchtet, unbewusst nach etwas suchten, was er »Karrengaulblut« nannte. Strikes Ex-Verlobte Charlotte hätte als die Königin dieser Spezies durchgehen können. Schön, intelligent, temperamentvoll und psychisch geschädigt, war sie gegen den Willen ihrer Familie und trotz des kaum verholenden Abscheus ihrer Freunde wieder und wieder zu Strike zurückgekehrt. Im März hatte ihr ihre sechzehn Jahre andauernde, immer wieder von Trennungsphasen gezeichnete Beziehung beendet, und sie hatte sich fast augenblicklich mit jenem früheren Freund verlobt, von dem Strike sie einst in Oxford erobert hatte. Bis auf eine außergewöhnliche Nacht war Strike in Liebesdingen seither freiwillig keusch geblieben. Die Arbeit hatte praktisch jede Wachestunde ausgefüllt, und er hatte alle offenen oder verdeckten Avancen von Frauen, wie seiner glamourösen, brünetten Klientin, abgewehrt, von Entscheidung lebenden Frauen, die Zeit totschlagen und ihre Einsamkeit lindern wollten. Und doch gab es immer wieder diesen gefährlichen Drang nachzugeben, für eine oder zwei tröstliche Nächte alle potenziellen Komplikationen auf sich zu nehmen. Und nun hastete Nina Lassels auf der düsteren Strand neben ihm her, machte zwei Schritte, während er einen machte, und verriet ihm ihre Adresse in St. Jones Wood. Damit es so aussieht, als wärst du schon mal dort gewesen! Sie reichte ihm kaum bis zur Schulter. Strike hatte kleine Frau noch nie sonderlich attraktiv gefunden, Ihre Sturzflut von Klatsch über Roper Chart war von mehr Lachen begleitet als unbedingt nötig, und sie berührte ein paar Mal seinen Arm, wenn sie einen Punkt unterstreichen wollte. »Da sind wir!« sagte sie endlich, als sie sich einem modernen Hochhaus mit einer Drehtür und den Worten »Roper Chart« in leuchtend orange-roten Plexiglasbuchstaben auf Naturstein näherten. Eine weitläufige Eingangshalle, in der bereits reger Betrieb herrschte, führte zu Aufzügen in der Rückwand. Nina zog eine Einladung aus ihrer Umhängetasche und hielt sie einem offenbar eigens für den Abend angeheuerten Mann in einem schlecht sitzenden Smoking hin. Dann betraten Strike und sie mit zwanzig anderen eine große, verspiegelte Kabine. »Diese Etage ist für Meetings«, rief Nina zu ihm hinauf, als sie in ein überfülltes Großraumbüro hinausdrängten, wo eine Band vor einer nur spärlich besuchten Tanzfläche spielte. »Normalerweise ist sie unterteilt. Also, mit wem möchtest du sprechen?« »Mit jedem, der Quine gut genug kennt und vielleicht eine Idee haben könnte, wo er steckt.« »Ach, das ist eigentlich nur Jerry.« Ein neuerliches Kontingent Gäste aus dem Aufzug schob sie tiefer in den Raum hinein. Strike glaubte zu spüren, dass Nina sich wie ein Kind hinten an seinem Mantel festhielt. Trotzdem dachte er nicht daran, seinerseits ihre Hand zu ergreifen oder den Eindruck, sie wären ein Paar sonst wie zu befördern. Er hörte, wie sie im Vorbeigehen mehrmals Leute begrüßte. An der Rückwand des Raums bogen sich Tische unter Partyhäppchen. Dahinter standen Kellner an weißen Jacken. Hier konnte man sich unterhalten, ohne schreien zu müssen. Strike nahm sich ein paar appetitliche Krabbenpastetchen und bedauerte ihre wirklich winzige Größe, während Nina sich umsah. »Ach, ich kann Jerry nirgends sehen. Bestimmt ist er auf dem Dach, eine Rauchen. Wollen wir es da mal versuchen? Ach, guck mal, Daniel Schad, der sich unter das Volk mischt. Welcher ist es? Na, der mit der Glatze.« Um den Verlagsleiter herum war ein respektvoller kleiner Freiraum entstanden, wie niedergebogenes Korn unter einem starrtenen Hubschrauber. Er sprach mit einer kurvigen jungen Frau in einem engen schwarzen Kleid. »Phalus Impulikus.« Obwohl Strike sich ein amüsiertes Grinsen nicht verkneifen konnte, mußte er gestehen, dass die Kahlheit Schad gut zu Gesicht stand. Er war jünger und fitter, als Strike erwartet hatte, und sah mit seinen dunklen, buschigen Augenbrauen über tief in den Höhlen liegenden Augen der Adlernase und dem schmallibbigen Mund auf ganz eigene Weise gut aus. Sein anthrazitgrauer Anzug war unauffällig, doch auf seiner breiten, blass-malvenfarbenen Krawatte prangten gezeichnete Menschennasen. Strike, der sich immer konventionell gekleidet hatte, ein Instinkt, der in der Sergentenmesse verfeinert worden war, war von dieser kleinen, aber nachdrücklich non-konformistischen Geste des Geschäftsführers unwillkürlich beeindruckt, zumal sie gelegentlich überraschte oder amüsierte Blicke auf sich zog. »Wo gibt's die Drinks?«, fragte Nina und stellte sich völlig zwecklos auf die Zehenspitzen. »Dort drüben«, sagte Strike, der die Bar vor den zu dunklen Temse hinausgehenden Fenstern sehen konnte. »Bleib hier. Ich hole uns etwas. Weißwein?« »Ach, Schampus, wenn Daniel welchen hat springen lassen!« Er legte seine Rute durchs Gedränge so an, dass sie ihn unauffällig in Charles' Nähe brachte, der sich darauf beschränkte, allein seine Gesprächspartnerin reden zu lassen. Sie hatte den leicht verzweifelten Gesichtsausdruck einer Unterhalterin, der klar war, dass ihr allmählich der Gesprächsstoff ausging. Strike fiel auf, dass der Rücken von Charles' Hand, in der er ein Glas Wasser hielt, mit flammendroten Eczemen bedeckt war. Er blieb dicht hinter Charles stehen, vorgeblich, um eine Gruppe junger Frauen in die Gegenrichtung vorbeizulassen. »Ach, war wirklich zum Tod lachen!«, sagte die junge Frau in dem schwarzen Kleid nervös. »Ja«, sagte Charles, unverkennbar gelangweilt, »das war's bestimmt. Und war New York wunderbar? Ich meine, nicht wunderbar, war's nützlich, unterhaltsam?« »Hektisch«, erwiderte Charles, und obwohl Strike das Gesicht des Geschäftsführers nicht sehen konnte, glaubte er, ein Gähnen zu hören. Viel Digitalgerede. Ein stämmiger Mann in einem Dreiteiler, der bereits betrunken zu sein schien, obwohl es kaum erst halb neun war, machte vor Strike Halt und ließ ihm mit übertrieben höflicher Geste den Vortritt. Strike blieb nichts anderes übrig, als der umständlichen Aufforderung, Folge zu leisten, wodurch er außer Hörweite von Daniel Charles' Stimme gerät. »Danke«, sagte Nina, als sie einige Minuten später ihren Champagner entgegennahm. »Gehen wir hoch in den Dachgarten?« »Großartig«, sagte Strike. Auch er hatte Champagner genommen, nicht weil er ihn mochte, sondern weil ihm die anderen Getränke noch weniger zugesagt hatten. »Wer ist die Frau, mit der Daniel Charles sich gerade unterhält?« Während Strike sie zu der eisernen Wendeltreppe führte, verrenkte Nina sich den Hals, um zu sehen, wen er meinte. »Joanna Walgrave, Jerrys Tochter, sie hat gerade ihren ersten Roman geschrieben. Wieso? Ist sie dein Typ?«, fragte sie mit einem kleinen, gehauchten Lachen. »Nein.« Als sie die Drahtgitterstufen hinaufstiegen, vertraute Strike wieder einmal schwer auf das Geländer. Eisige Nachtluft drang tief in ihre Lungen, als sie auf das Dach des Gebäudes traten. Samtener Rollrasen, Blumentröge und junge Bäume, dazwischen überall Bänke und sogar ein beleuchteter Teich, in dem Fische flammengleich unter schwarzen Seerosenblättern umherflitzten. Zwischen den ordentlichen Rasenquadraten waren Heizgeräte wie riesige Pilze in Gruppen aufgestellt worden. Unter ihnen drängten sich Gäste, die sich von der künstlich-ländlichen Szenerie ab und ihren Mitrauchern zugewandt hatten. Überall glomm Zigarettenglut. Der Blick über die Stadt war spektakulär, samt schwarz und glitzernd, das Landenei leuchtend neonblau, der Oxotaur mit rubinroten Fenstern, während rechter Hand das Southbank Center, Big Ben und der Palace of Westminster in goldenem Licht erstrahlten. »Komm!«, sagte Nina, nahm Strike resolut an der Hand und führte ihn zu einem nur aus Frauen bestehenden Trio, das weiße Wolken ausstieß, selbst wenn es gerade keinen Zigarettenrauch ausatmete. »Hi, Mädels!«, sagte Nina. »Hat eine von euch vielleicht Jerry gesehen?« »Er ist besoffen!«, sagte eine Rothaarige unverblümt. »Oh nein!«, rief Nina, »dabei hatte er sich die ganze Zeit so gut im Griff.« Eine schlachsige Blondine sah sich über die Schulter um und murmelte. »Letzte Woche im Abiutes war ja auch schon ziemlich blau.« »Und alles nur wegen Bombüx Mori«, sagte eine gereizt aussehende Schwarzhaarige mit kurzer Schnitt. »Das Pariser Wochenende zum Hochzeitstag hat auch nicht geklappt. Fenella ist bestimmt mal wieder ausgerastet. Wann verlässt er sie endlich?« »Ist sie hier?«, fragte die Blondine eifrig. »Irgendwo«, sagte die Schwarzhaarige. »Willst du uns nicht bekannt machen, Nina?« Es folgte eine hektische Vorstellung, nach der Strike immer noch nicht wusste, wer nun Miranda, wer Sarah und wer Emma war. Dann stürzten die vier Frauen sich wieder in die Analyse von Jerry Walgraves Unglück und Trunkenheit. »Ihr hätte Fenella schon vor Jahren abservieren sollen«, sagte die Schwarzhaarige. »Gemeines Biest!« »Psst«, zischte Nina, und alle vier wurden schlagartig still, als ein Mann, der fast so groß war wie Strike, auf sie zugeschlendert kam. Sein teigiges, rundes Gesicht verschwand teilweise unter einer riesigen Hornbrille und zerzausten braunen Haaren. Das randvolle Glas Rotwein in seiner Linken lief nur durch ein Wunder nicht über. »Schuldbewusstes Schweigen«, stellte er freundlich lächelnd fest. Er sprach mit der sonoren, übertriebenen Sorgfalt, die einen Gewohnheitstrinker verrät. »Dreimal darf ich raten, was eure Themen waren. Bombyx, Mori, Quine.« »Hi«, fügte er hinzu und streckte Strike die Hand hin. »Wir kennen uns noch nicht, stimmt's?« »Jerry?« »Cameron?« »Cameron?« »Jerry«, sagte Nina sofort. »Mein Date«, fügte sie hinzu, wobei diese Information eher für die drei anderen Frauen bestimmt war als für den hochgewachsenen Lektor. »Cameron, ja?« fragte Walgrave mit der Hand hinter dem rechten Ohr. »Kommt hin«, erwiderte Strike. »Sorry«, sagte Walgrave. »Auf einer Seite taub.« »Und, habt ihr Ladies vor dem großen, dunklen Fremden getratscht?«, fragte er behäbig, obwohl Mr. Chard doch unmissverständlich angeordnet hat, dass kein Außenstehender von unserem, unserem schlimmen Geheimnis erfahren darf. »Du verpetzt uns doch nicht, Jerry?«, fragte die Schwarzhaarige. »Wollte Daniel das Buch wirklich geheim halten?«, sagte die Rothaarige aufsässig, aber mit einem raschen Blick in die Runde, um sich zu vergewissern, dass der Chef nicht in der Nähe war. »Sollte er nicht Anwälte ausschwärmen lassen, die versuchen, es zu vertuschen? Ständig rufen mich Leute an, die wissen wollen, was los ist.« »Jerry«, fragte die Schwarzhaarige, »warum musstest du eigentlich mit den Anwälten reden?« »Weil ich mit drinstecke, Sarah«, sagte Walgrave und schwenkte dabei sein Glas, sodass ein wenig des Inhalts auf den gepflegten Rasen schwappte. »Bis über meine tauben Ohren in dem Buch.« Die Frauen gaben alle möglichen schockierten und protestierenden Laute von sich. »Was sollte Quine denn über dich sagen, wo du so anständig zu ihm bist?«, fragte die Schwarzhaarige. »Es geht ihm vermutlich darum, dass ich unnötig grausam zu seinen Meisterwerken bin«, sagte Walgrave und machte mit der freien Hand eine Geste, als schnittte er mit einer Schere. »Oh, ist das alles?«, fragte die Blondine und klang dabei fast schon ein wenig enttäuscht. »Riesensache, so wie er sich aufhört, kann er von Glück reden, dass er überhaupt noch verlegt wird.« »Sieht so aus, als sei er wieder untergetaucht«, sagte Walgrave, »telefonisch nicht zu erreichen. »Feiger Mistkerl«, fauchte die Rothaarige. »Tatsächlich mache ich mir ziemliche Sorgen.« »Sorgen«, wiederholte die Rothaarige unglaublich, »das ist nicht dein Ernst, Jerry.« »Du wirst auch besorgt, wenn du dieses Buch gelesen hättest«, sagte Walgrave mit einem winzigen Hixer. »Undreht durch«, fürchte ich es, »es liest sich wie ein Abschiedsbrief.« Die Blondine wollte schon loslachen, hielt sich aber zurück, als Walgrave ihr einen Blick zuwarf. »Das ist mein voller Ernst. Ich glaube, er hatte einen Nervenzusammenbruch.« Die unterschwellige Botschaft unter den üblichen Grotesken lautet, »alle sind gegen mich, alle haben es auf mich abgesehen, alle hassen mich.« »Es hassen ihn doch wirklich alle«, warf die Blondine ein. »Kein vernünftiger Mensch würde annehmen, man könnte das veröffentlichen, und jetzt, jetzt ist er verschwunden.« »Aber das macht er doch immer«, warf die Rothaarige ungeduldig ein. »Ist das nicht sein Kabinettstück, dass er abtaucht? Daisy Carter von Davis Green hat mir erzählt, dass er damals zweimal wutschnaubend abgetaucht ist, als sie die Brüder Walzack mit ihm gemacht haben.« »Ich mache mir trotzdem Sorgen um ihn«, sagte Walgrave unbeirrt, und nach einem großen Schluck Wein fuhr er fort. »Vielleicht hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten.« »Oh, und würde nie Selbstmord begehen«, höhnte die Blondine. Walgrave blickte auf sie hinab, mit einer Mischung aus Mitleid und Abscheu, wie Strike fand. »Menschen bringen sich um«, weißt du, Miranda, »wenn sie befürchten, dass ihnen ihr ganzer Lebenszweck genommen werden könnte.« »Die bloße Tatsache, dass andere Menschen ihr Leid für einen Witz halten, reicht nicht aus, um sie davon abzuhalten.« Die Blondine machte ein ungläubiges Gesicht, dann sah sie sich hilfesuchend in der Runde um, doch niemand sprang ihr bei. »Schriftsteller sind anders«, sagte Walgrave. »Ich habe nie einen gekannt, der irgendwas getaugt hätte und kein Spinner war. Etwas, woran die verdammte Liz Tessel sich erinnern sollte.« »Sie wusste angeblich nicht, was in dem Buch steht«, sagte Nina. »Sie erzählt überall herum, sie wäre krank gewesen und hätte es nicht richtig gelesen.« »Ich kenne Liz Tessel«, knurrte Walgrave, und mit Interesse sah Strike bei dem liebenswürdigen, betrunkenen Lektor echten Zorn aufblitzen. »Scheiße! Sie wusste genau, was sie tat, als sie das Manuskript rausgeschickt hat. Sie hat geglaubt, es wäre ihre letzte Chance, mit Owen noch ein bisschen Geld zu machen. Ein hübscher PR-Gag im Kiewasser des Skandals um Fankur, den sie seit Jahren hasst. »Aber nachdem die Bombe geplatzt ist, distanziert sie sich von ihrem Autor. Das ist wirklich empörend.« »Daniel hat sie für heute Abend ausladen lassen«, sagte die Schwarzhaarige. »Ich musste sie anrufen und es ihr sagen. Es war... ach, es war grässlich.« »Hast du eine Ahnung, Jerry, wohin Owen sich abgesetzt haben könnte?«, fragte Nina. Walgrave zuckte mit den Schultern. »Er... er könnte überall sein, aber ich hoffe wirklich, dass ihm nichts fehlt, wo immer er auch ist. Trotz allem habe ich einfach eine Schwäche für den verrückten Kerl.« »Was war denn nun dieser große Skandal um Fankur, über den er geschrieben hat?«, fragte die Rothaarige jetzt. »Ich habe jemanden sagen hören, dass es irgendwas mit einer Rezension zu tun gehabt haben soll.« Alle außer Strike begannen nun durcheinander zu reden, doch Walgraves Stimme war am lautesten und die anderen verstummten mit jener instinktiven Höflichkeit, die Frauen oft gegenüber gehandicapten Männern erkennen ließen. »Dachte, die Story kennt inzwischen jeder«, sagte Walgrave mit einem weiteren kleinen Hixer. »Kurz gesagt hatte Elspeth, Michaels erste Frau, einen echt schlechten Roman geschrieben, und in einer Literaturzeitschrift erschien daraufhin eine anonyme Parodie. Sie hat die Parodie ausgeschnitten, vorn an ihr Kleid gepinnt, à la Sylvia Plath den Kopf in einen Gasbackofen gesteckt und Selbstmord verübt.« Die Rothaarige holte erschrocken Luft. »Sie, sie hat sich umgebracht?« »Jep«, sagte Walgrave und nahm einen großen Schluck Wein. »Schriftsteller, alle gestört.« »Und wer hat diese Parodie geschrieben?« »Es heißt seit jeher, sie sei von Owen. Er hat es immer abgestritten, aber das ist nur verständlich, wenn man das Ergebnis in Betracht zieht«, sagte Walgrave. »Nach Elspeths Tod haben Owen und Michael nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Aber in »Bombücks Mori« deutet Owen ziemlich geschickt an, der wahre Autor der Parodie sei Michael selbst gewesen.« »Gott«, sagte die Rothaarige erschrocken. »Apropos«, sagte Walgrave mit einem Blick auf seine Armbanduhr, »ich soll euch allen ausrichten, dass um neun Uhr unten etwas Wichtiges bekannt gegeben wird. Das solltet ihr nicht versäumen, Mädels.« Dann schlenderte er davon. Zwei der jungen Damen drückten ihre Zigaretten aus und folgten ihm. Die Blondine schloss sich einer anderen Gruppe an. »Ist Jerry nicht ein Schatz?«, fragte Nina. Sie zitterte in den Tiefen ihres Wollmantels. »Sehr großmütig«, sagte Strike. »Außer ihm scheint niemand zu glauben, dass Owen nicht genau wusste, was er tat. Willst du wieder ins Warme?« Erschöpfung laute an den Rändern seines Bewusstseins. Er sehnte sich danach, nach Hause fahren zu können, um den mühsamen Prozess in Angriff zu nehmen, sein Bein schlafen zu legen, wie er es für sich selbst beschrieb, dann die Augen zu schließen und zu versuchen, acht Stunden am Stück zu schlafen, ehe er wieder aufstehen musste, um einen weiteren treulosen Ehemann zu beschatten. Unten in der großen Halle war das Gedränge mittlerweile noch größer geworden. Nina blieb mehrmals stehen, um irgendwelchen Bekannten etwas zuzuschreien, machte Strike mit einer untersetzten Autorin bekannt, die Frauenromane schrieb, und von dem Glanz billigen Champagnes und der lauten Bench hier geblendet zu sein schien, und stellte ihn schließlich Jerry Walgraves Frau vor, die Nina durch ihre zerzauste schwarze Mähne hindurch überschwänglich und angetrunken begrüßte. »Immer kriecht sie einem hinten rein«, sagte Nina kühl, nachdem sie sich aus der Umarmung befreit und Strike näher ans Podium herangeführt hatte. »Sie stammt aus einer stinkreichen Familie und betont in einem fort, dass die Ehe mit Jerry ein Abstieg für sie gewesen sei. Schrecklicher Snob.« »Dass dein Vater Kronanwalt ist, imponiert ihr was«, fragte Strike. »Dein Gedächtnis kann einen echt Angst machen«, Nina sah ihn bewundernd an. »Nein, ich glaube...« »Also tatsächlich bin ich The Honorable Nina Lassels, aber ich meine, wen interessiert das schon? Nur Leute wie Fenella fahren auf sowas ab.« Auf dem Podium in der Nähe der Bar bog ein Unterling jetzt das Mikrofon über einem hölzernen Rednerpult zurecht. Ein darüber ausgespanntes Spruchband war mit der Aufschrift »Hundert Jahre«, dem Logo von Robert Schad, und einem Seilknoten zwischen den beiden Namen geschmückt. Es folgte eine zehnminütige, ermüdende Wartezeit, in der Strike höflich und angemessen auf Ninas Geplappe antwortete, was ihn einige Mühe kostete, weil sie so viel kleiner war als er selbst und der Lärm immer größer wurde. »Ist Larry Pinkleman auch da?«, fragte er, als er sich an den alten Kinderbuchautor an Elisabeth Tessels Wand erinnerte. »Oh nein, ihr hasst Partys«, sagte Nina fröhlich. »Ich dachte, ihr wolltet eine für ihn geben.« »Woher weißt du das?«, fragte sie verblüfft. »Du hast es mir selbst erzählt vorhin im Pub.« »Wow! Du hörst einem ja wirklich gut zu. Ja, anlässlich der Neuauflage seiner Weihnachtsgeschichten soll ein Abendessen stattfinden, aber in ganz kleinem Kreis. Larry hasst Menschenmassen, er ist wahnsinnig schüchtern.« Endlich hatte Daniel Chartres Podium erreicht. Der Lärm wurde zu einem Murmeln, und er starb schließlich ganz. Strike spürte eine gewisse Nervosität in der Luft, als Chart seine Notizen sortierte und sich dann räusperte. »Er musste reichlich Übung darin haben,«, dachte Strike, »und trotzdem war sein Auftritt als Redner nur mäßig kompetent.« Chart fixierte in regelmäßigen Abständen über die Menge hinweg einen bestimmten Punkt, sah niemanden direkt an und sprach manchmal fast unverständlich leiser. Nachdem er seine Zuhörer auf eine kurze Reise durch die illustre Geschichte von Roba Publishing mitgenommen hatte, stug er einen kurzen Umweg ein zu den Ursprüngen von Chart Books, dem Verlag seines Großvaters, und schilderte, im selben ausdruckslosen Tonfall heruntergeleiert wie den Rest, ihren Zusammenschluss und sein bescheiden stolzes Entzücken darüber, sich zehn Jahre später an der Spitze eines Global Players wiederzufinden. Seine kleinen Scherze wurden mit schallendem Gelächter quittiert, das nach Strikes Meinung von Unbehagen und von Alkohol gleichermaßen befeuert wurde. Strike ertappte sich dabei, dass er die entzündeten, verbrüht aussehenden Hände des Verlegers anstarrte. In der Armee hatte er einmal einen jungen Gefreiten gekannt, dessen Eczeme unter Stress so schlimm geworden waren, dass er ins Lazarett eingeliefert werden musste. Ganz ohne Zweifel, sagte Chart und erreichte damit, wie Strike als einer der größten anwesenden Männer und von seiner günstigen Position aus genau sehen konnte, die letzte Seite seines Manuskripts, befindet sich die Verlagsbranche in einer Zeit schneller Veränderungen und neuer Herausforderungen, aber eines ist heute so wahr wie vor hundert Jahren. Die Inhalte entscheiden. Solange wir die besten Autoren der Welt verlegen, wird Robert Chart weiter anregen, herausfordern und unterhalten. Und in diesem Zusammenhang, der Höhepunkt kündigte sich nicht durch noch größere Nervosität, sondern durch sichtliche Entspannung an. Chart wusste, dass die Tortur gleich vorüber war. Ist es mir eine Ehre und ein Vergnügen, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir uns die Talente eines der besten Schriftsteller der Welt gesichert haben. »Ladies und Gentlemen, Applaus für Michael Fancour!« Ein hörbares Einatmen ging wie ein Windstoß durch die Menge. Eine Frau quietschte aufgeregt. Irgendwo ganz hinten brach Beifall aus und breitete sich nach vorn aus wie ein lautknackender Buschbrand. Strike sah, wie im Hintergrund eine Tür aufging, erblickte kurz einen riesigen Kopf mit sauer töpfischer Miene, ehe Fancour von begeisterten Verlagsangestellten umringt wurde. Es dauerte mehrere Minuten, bis er auf dem Podium erschien, um Chart die Hand zu schütteln. »Oh mein Gott!«, sagte Nina immer wieder und klatschte aufgeregt. »Oh mein Gott!« Jerry Walgrave, der die überwiegend weibliche Menge genau wie Strike um Kopf und Schultern überragte, stand ihnen auf der anderen Seite des Podiums fast genau gegenüber. Weil er wieder ein volles Glas in der Hand hielt, konnte er nicht applaudieren, aber er hob das Glas an die Lippen, ohne zu lächeln, und sah zu, wie Fancour am Mikrofon mit einer Handbewegung um Ruhe bat. »Danke, Dan! Nun, ich hätte nie erwartet, mich hier wiederzufinden,« sagte er, was scheinendes Gelächter auslöste, »aber mir kommt es wie eine Heimkehr vor. Ich habe für Chart geschrieben und, und dann habe ich für Roper geschrieben, und es war eine schöne Zeit. Damals war ich ein zorniger junger Mann«, weithin kichern, »und jetzt bin ich ein zorniger alter Mann«, – lautes Lachen und sogar ein kleines Lächeln von Daniel Chart. »Und ich freue mich darauf, für Sie zu wüten!« Überschwingliches Gelächter von Seiten Charts und aller Anwesenden. Strike und Walgrave schienen die einzigen zu sein, die sich nicht vor Lachen bogen. »Ich bin entzückt, wieder hier zu sein, und werde mein Bestes geben damit. Wie war das gleich wieder, denn Roper Chart anregend, herausfordernd und unterhaltsam bleibt!« Ein Beifallssturm, unter dem die beiden Männer sich im Blitzlichtgewitter die Hände schüttelten. »Halbe Millionen, schätze ich«, sagte ein betrunkener Hinterstrike, »und zehn Riesen dafür, dass Sie heute Abend aufgekreuzt sind.« Fancourt verließ direkt vor Strike das Podium. Sein gewohnheitsmäßig mürrischer Gesichtsausdruck hatte sich für die Fotografen kaum verändert, doch angesichts der ihm entgegengestreckten Hände machte er einen zufriedenen Eindruck. Bewunderung wies ein Michael Fancourt nicht zurück. »Wow!« sagte Nina zu Strike. »Ist das nicht unglaublich?« Fancourt's übergroßer Kopf verschwand in der Menge. Die kurvige Joanna Walgrave erschien aus dem Nichts und versuchte, zu dem berühmten Autor aufzuschließen, doch auf einmal war ihr Vater hinter ihr, streckte betrunken die Hand aus und packte sie unsanft am Oberarm. »Er muss mit anderen Leuten reden, Joe. Lass ihn. Mami ist auf dem kürzesten Weg zu ihm hin. Warum grabst du dir nicht sie?« Strike beobachtete, wie Joanna ihren Vater sichtlich wütend stehen ließ. Auch Daniel Chard war jetzt verschwunden. Strike fragte sich, ob er zur Tür hinausgeschlüpft war, während sich die Menge auf Fancourt konzentriert hatte. »Dein Chef mag das Rampenlicht wohl nicht,« bemerkte Strike an Nina Gewand. »Angeblich ist er schon viel besser geworden. Sie sah immer noch in Fancourt's Richtung. Vor zehn Jahren konnte er nicht einmal von seinen Notizen aufsehen, aber er ist wirklich ein guter Geschäftsmann, gerissen. Neugier und Müdigkeit lagen in Strike im Widerstreit. »Nina«, sagte er schließlich und zog seine Begleiterin, die sich bereitwillig von ihm führen ließ, von der Menschentraube um Fancourt weg. »Wo liegt gleich wieder das Manuskript von Bombex Mori?« »In Jerry's Safe«, sagte sie. »Eine Etage tiefer.« Ihre riesigen Augen funkelten, während sie an ihrem Champagner nippte. »Du willst doch nicht etwa andeuten, was ich glaube?« »Wie große Schwierigkeiten könntest du deswegen bekommen?« »Och, riesige«, sagte sie unbekümmert. »Aber ich habe meine Schlüsselkarte dabei, und alle anderen sind beschäftigt, oder nicht?« »Ihr Vater«, dachte Strike und warf alle Skrupel über Bord, »ist Kronanwalt. Da wird man nicht so leicht entlassen. »Glaubst du, wir könnten vielleicht eine Kopie machen?« »Na los«, sagte sie und trank ihr Glas aus. Der Aufzug war leer, die untere Etage dunkel und verlassen. Mit der Magnetkarte öffnete Nina die Tür zu ihrer Abteilung und führte Strike geradewegs an dunklen PC-Bildschirmen und unbesetzten Schreibtischen vorbei in ein geräumiges Eckbüro. Das einzige Licht kam von der ewig beleuchteten Stadt vor den Fenstern und den blinkenden, orange-roten LEDs einzelner Computer im Standby-Modus. Walgrafes Bürotür war unverschlossen, aber sein Safe hinter einem Bücherregal, das sich an Angeln vorziehen ließ, war mit einem Zahlenfeld gesichert. Nina tippte vier Ziffern ein, die Tür sprang auf, und Strike sah einen unordentlichen Stapel Papier vor sich liegen. »Voilà«, sagte sie selbstzufrieden, »tsch, nicht so laut«, meinte Strike. Er stand schmiere, während sie auf dem Kopiergerät vor der Tür eine Kopie für ihn anfertigte. Das endlose Raschen und Summen war eigenartig beruhigend. Niemand kam, niemand sah etwas. Eine Viertelstunde später legte Nina das Manuskript in den Safe zurück und schloss ihn wieder. »Bitte sehr«, sie übergab ihn den von mehreren starken Gummibändern zusammengehaltenen Papierstapel. Als sie ihn entgegennahm, lehnte sie sich einen Moment lang an ihn, ein beschwipstes Schwanken, bei dem sie ihn ein wenig länger als unbedingt nötig berührte. Er war ihr etwas schuldig, aber er war auch entsetzlich müde, und die Vorstellung, mit ihr in das Apartment in St. Jones Wood zu fahren oder sie in seine Dachwohnung an der Denmark Street mitzunehmen, behagte ihm ganz und gar nicht. Genügte ein Drink, vielleicht morgen Abend als Kompensation? Dann fiel ihm wieder ein, dass für den kommenden Abend das Geburtstagsessen bei seiner Schwester geplant war. Hatte Lucy nicht gesagt, er könne jemanden mitbringen? »Sag mal, möchtest du mich morgen zu einer langweiligen Dinnerparty begleiten?« Hörbar erfreut lachte sie. »Was ist denn so langweilig daran?« »Alles, du würdest die ganze Sache aufheitern. Hast du Lust?« »Na ja, warum nicht?« sagte sie fröhlich. Die Einladung schien sie zufriedenzustellen. Er spürte regelrecht, wie ihr Verlangen nach einer körperlichen Geste veräppte. Mit der Kopie von Bombüx Mori und der Strikes Mantelschoß verließen sie die dunkle Abteilung in einer Atmosphäre freundlicher Kameradschaft, und nachdem er sich Ninas Adresse und Telefonnummer notiert hatte, trug er erleichtert und erlöst dafür Sorge, dass sie ein Taxi bekam. Dort sitzt er manches Mal den ganzen Nachmittag und liest jene abscheulichen, widerwärtigen »Ihnen die Pest, ich kann sie nicht leiden« schurkischen Verse. Ben Johnson, jeder nach seinem Temperament. Am folgenden Tag marschierten sie gegen den Krieg, in dem Strikes sein Bein verloren hatte. Tausende und Soldatenfamilien an der Spitze, die sich mit Spruchbändern und Plakaten durch das eisige London schlängelten. Obwohl Strikes von Kameraden gehört hatte, dass die Eltern von Gary Topley, der bei der Detonation, die Strikes das Bein gekostet hatte, umgekommen war, unter den Demonstranten sein würden, kam es ihm nicht in den Sinn mitzumarschieren. Seine Gefühle in Bezug auf den Krieg ließen sich nicht in Schwarz auf einem weißen Papierquadrat zusammenfassen. Seine Arbeit tun und sie gut tun, das war damals wie heute sein Credo gewesen, und an der Demonstration teilzunehmen, hätte einen Bedauern impliziert, das er nicht empfand. Also schnallte er die Prothese an, warf sich in seinen besten italienischen Anzug und machte sich auf den Weg zur Bonn Street. Der treulose Ehemann, auf den er es abgesehen hatte, behauptete steif und fest, seine von ihm entfremdete Frau, Strikes brünette Klientin, hätte bei einem Hotelaufenthalt des Ehepaars durch betrunkene Fahrlässigkeit einige sehr wertvolle Schmuckstücke verloren. Strikes wußte zufällig, dass der Ehemann an diesem Morgen einen Termin an der Bonn Street hatte und hegte den Verdacht, einige der angeblich verschwundenen Schmuckstücke könnten dort überraschend wieder auftauchen. Die Zielperson betrat das Juweliergeschäft, während Strikes sich interessiert der Auslage eines Ladens auf der anderen Straßenseite widmete. Als der Mann eine halbe Stunde später wieder gegangen war, ließ Strikes noch zwei Stunden verstreichen, ehe er dasselbe Geschäft betrat, und behauptete, seine Frau habe eine große Schwäche fürs Maragde, woraufhin er verschiedene Stücke vorgelegt bekam, die er allesamt zurückwies, bis nach gut einer halben Stunde genau die Halskette auf dem Tresen landete, die der treulose Ehemann nach Ansicht der brünetten Gattin eingesteckt haben musste. Strikes erwarb sie auf der Stelle, was er nur konnte, weil seine Klientin ihm just für diesen Zweck zehntausend Pfund vorgestreckt hatte. Zehntausend Pfund, um den Betrug ihres Ehemanns zu beweisen, bedeuteten rein gar nichts für eine Frau, die mit einer Millionenabfindung rechnen konnte. Auf dem Heimweg kaufte Strikes sich einen Döner. Nachdem er die Halskette in den kleinen Safe in seinem Büro gelegt hatte, der normalerweise zum Schutz belastender Fotos diente, ging er nach oben, machte sich einen becherstarken Tee, zog den Anzug aus und schaltete den Fernseher ein, um die Vorberichterstattung zum Spiel Arsenal gegen Tottenham im Auge behalten zu können. Dann streckte er sich bequem auf seinem Bett aus und begann, das Manuskript zu lesen, das er in der vergangenen Nacht gestohlen hatte. Wie Elizabeth Tessel ihm erklärt hatte, war Bombyx Mori eine Pervertierung von John Bunyons Pilgerreise und spielte in einem folkloristischen Niemandsland, in dem der namengebende Held, ein genialer junger Schriftsteller, von einer Insel voller in Inzucht gezeugter Idioten, die zu blind waren, um sein Talent zu erkennen, zu einer offenbar weitgehend symbolischen Reise in eine ferne Stadt aufbrach. Der Reichtum und die Fremdartigkeit von Sprache und Bilderwelt des Autors waren Strike nach der Lektüre der Brüder Balzac mittlerweile vertraut. Es war sein Interesse für die Handlung, das ihn weiterlesen ließ. Die erste Person, die aus den dichten, oft obszönen Sätzen hervortrat, war Leonora Quine. Als der brillante junge Bombyx durch eine von allen möglichen Gefahren und Ungeheuern besiedelte Landschaft zog, begegnete er Succuba, einer Frau, die er explizit als »ausgeleierte Hure« bezeichnete und die ihn gefangen nahm, fesselte und in der Folge vergewaltigte. Ihre Beschreibung entsprach ganz der Realität, mager und abgewirtschaftet, mit einer großen Brille und nüchtern ausdrucksloser Art. Nachdem Succuba ihn tagelang missbraucht hatte, gelang es Bombyx endlich, sie zu überreden, ihn freizulassen. Allerdings war sie derart verzweifelt über seinen Weggang, dass Bombyx sich schließlich bereit erklärte, sie mitzunehmen. Der erste einer ganzen Reihe befremdlicher, traumähnlicher Handlungsumschwünge, durch die alles, was zuvor schlecht und beängstigend gewesen war, ohne Erklärung oder Rechtfertigung gut und vernünftig wurde. Einige Seiten später wurden Bombyx und Succuba von einem Wesen angegriffen, das als »Zecke« bezeichnet wurde und in dem »Strikes of Ford« Elisabeth Tessel wiedererkannte. Energisches Kinn, tiefe Stimme, furchterregend. Wieder hatte Bombyx Mitleid mit dem Wesen und ließ es mitziehen, so wie es mit seinen Misshandlungen fertig war. Die Zecke hatte die schlimme Angewohnheit, an Bombyx zu saugen, wenn er schlief, und so wurde er zusehends dünner und schwächer. Bombyx Geschlecht schien seltsam wandelbar zu sein. Abgesehen davon, dass er anscheinend stillen konnte, ließ er schon bald Anzeichen einer Schwangerschaft erkennen, obwohl er weiter die Nymphomaninnen beglückte, die regelmäßig seinen Weg kreuzten. Während Stryke durch schwülstige Obszönitäten wartete, fragte er sich, wie viele Porträts realer Personen er wohl übersah. Die Gewalt in Bombyx Begegnungen mit anderen Menschen war beunruhigend. Ihre Perversität und Grausamkeit ließ kaum eine Körperöffnung aus. Das Ganze glich einem sadomasochistischen Rausch. Trotzdem waren Bombyx grundlegende Unschuld und Reinheit ein Dauerthema. Die schlichte Feststellung, er sei ein Genie, war anscheinend alles, was der Leser brauchte, um ihm die Verbrechen zu verzeihen, an denen er ebenso bereitwillig teilnahm, wie die angeblichen Monster um ihn herum. Als Stryke weiterblätterte, erinnerte er sich wieder daran, dass Jerry Walgrave gemutmaßt hatte, Quine habe möglicherweise einen Nervenzusammenbruch erlitten. Je weiter er las, umso mehr Sympathie entwickelte er für diese Vermutung. Der Anpfiff stand kurz bevor. Stryke legte das Manuskript beiseite und hatte das Gefühl, eine halbe Ewigkeit ohne Tageslicht und frische Luft in einem dunklen, muffigen Keller eingesperrt gewesen zu sein. Er war zuversichtlich, dass Arsenal das Heimspiel gewinnen würde. Die Spurs hatten seit siebzehn Jahren nicht mehr auswärts gegen sie gewonnen. 45 Minuten lang verlor sich Stryke in Vergnügen und immer wieder hervorgebellten Anfeuerungen, während sein Team eine 2-zu-0-Führung herausschoss. In der Halbzeitpause stellte er widerstrebend den Ton ab und kehrte in Owen Quines bizarre Fantasiewelt zurück. Er erkannte niemanden mehr wieder, bis Bombüx sich endlich der Stadt näherte, die sein Ziel war. Dort stand auf einer Brücke über dem Wassergraben, der die Stadtmauern umgab, eine große, ungeschlachte, kurzsichtige Gestalt, der Schnittmeister. Der Schnittmeister trug statt einer Hornbrille eine flache Mütze und hatte einen zappelnden, blutbefleckten Sack über der Schulter. Bombüx akzeptierte dessen Anerbieten, Succubar die Zecke und ihn selbst zu einer Geheimtür in die Stadt zu führen. Strike, der inzwischen gegen die geschilderte sexuelle Gewalt immun war, war nicht im geringsten überrascht, als sich zeigte, dass der Schnittmeister es darauf anlegte, Bombüx zu kastrieren. In dem hieraus entstehenden Gerangel fiel der blutbefleckte Sack zu Boden und eine zwergenhafte weibliche Gestalt purzelte daraus hervor. Der Schnittmeister ließ Bombüx, Succubar und die Zecke entkommen und stellte stattdessen der Zwerge nach. Indessen gelang es Bombüx und seinen Gefährten, eine Lücke in der Stadtmauer zu finden. Als sie zurückblickten, sahen sie, wie der Schnittmeister das kleine Wesen im Stadtgraben ertränkte. Strike war von der Lektüre so gefesselt, dass er gar nicht bemerkte, dass das Spiel längst wieder angepfiffen worden war. Er sah zu dem stummen Fernseher auf. »Scheiße!« »Zwei zu zwei.« Die Spurs hatten den Ausgleich erzielt. »Unglaublich!« Entsetzt warf Strike das Manuskript zur Seite. Arsenals Abwehr zerbröselte vor seinen Augen. Dieses Spiel hätte sein Team gewinnen müssen. Es war auf dem Sprung an die Tabellenspitze gewesen. »Scheiße!« brüllte Strike zehn Minuten später, als ein Kopfball an Fabianski vorbei im Netz landete. Die Spurs hatten gewonnen. Unter diversen Kraftausdrücken schaltete er den Fernseher aus und sah auf die Uhr. Ihm blieb nur noch eine halbe Stunde, um zu duschen und sich umzuziehen, bevor er Nina Lassels in St. John's Wood abholen sollte. Die Weiterfahrt nach Bromley mit dem Taxi würde ihn ein Vermögen kosten. Die Vorstellung, auch das letzte Viertel von Quines Manuskript lesen zu müssen, erfüllte ihn mit Abscheu, und er konnte Elizabeth Tessel, die den Rest lediglich überflogen hatte, nur zu gut verstehen. Er wusste nicht einmal, weshalb er Quines Roman überhaupt las, außer aus reiner Neugier. Niedergeschlagen und gereizt, stellte er sich unter die Dusche, wünschte sich, er könnte den Abend zu Hause verbringen, und hatte die abseitige Vorstellung, Arsenal hätte vielleicht gewonnen, wenn er sich nicht durch die obszöne Albtraumwelt vom Bombüx Mori hätte einleunen lassen. Aber ich will euch sagen, dass es in der Stadt gar nicht Mode ist, seine Verwandten zu kennen. William Congreve, der Lauf der Welt »Na, was hältst du von Bombüx Mori?«, fragte Nina, als sie mit einem Taxi, das er sich nicht leisten konnte, von ihrer Wohnung wegfuhr. Hätte Strike sie nicht eingeladen, wäre er mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bromley und zurückgefahren, so unbequem und zeitraubend das auch gewesen wäre. »Produkt eines kranken Gehirns«, antwortete Strike. Nina lachte. »Du hast noch keins von Owens anderen Büchern gelesen. Die sind fast genauso schlimm. Ich gebe zu, dass dieses einen erheblichen Würgefaktor aufweist. Was hältst du von Daniels schwärendem Schwanz?« »Soweit bin ich noch nicht. Da steht mir ja noch was bevor.« Unter ihrem warmen Wollmantel vom Vorabend trug sie ein figurbetontes schwarzes Cocktailkleid mit Spaghetti-Trägern, das Strike ausgiebig hatte bewundern können, als sie ihn in St. Johns Wood hereingebeten und Schlüssel und Handtasche zusammengesucht hatte. Außerdem lag eine Flasche Wein auf ihrem Schoß, die sie aus ihrer Küche geholt hatte, nachdem ihr aufgefallen war, dass er nichts dergleichen bei sich trug. Eine kluge, hübsche junge Frau mit guten Manieren. Aber ihre Bereitwilligkeit, gleich am zweiten Abend ihrer Bekanntschaft, noch dazu an einem Samstagabend mit ihm auszugehen, ließ auf einen gewissen Leichtsinn oder aber Bedürftigkeit schließen. Wieder einmal fragte sich Strike, was er sich bei der ganzen Sache eigentlich dachte. Sie waren aus dem Herzen Londons unterwegs ins Reich der Eigenheimbesitzer, unterwegs zu großzügigen Häusern mit Kaffeevollautomaten und HD-Fernsehern, die er nie besessen hatte, von denen seine Schwester jedoch glaubte, sie müssten sein oberstes Ziel sein. Ein Geburtstagsessen in ihrem eigenen Haus für ihn auszurichten, sah Lucy ähnlich. Sie hatte schlicht und ergreifend keine Fantasie, und obwohl sie daheim immer gestresster wirkte als andernorts, schätzte sie die Attraktion ihres Zuhauses offensichtlich hoch ein. Und auch gegen seinen ausdrücklichen Willen, ein Essen für ihn zu geben, war typisch für sie. Sie konnte einfach nicht verstehen, dass er auf so etwas keinen Wert legte. In Lucys Welt wurden Geburtstage nun mal gefeiert, mit Torte und Kerzen und Karten und Geschenken. Ein Ehrentag musste begangen, die Ordnung gewahrt, Traditionen mussten hochgehalten werden. Während das Taxi durch den Blackwell-Tunnel fuhr und sie auf schnellstem Wege unter der Thamse hindurch nach South London brachte, erkannte Strike, dass die Tatsache, dass er Nina zu einer Familienfeier mitbrachte, als Ausdruck der Unangepasstheit aufgefasst werden konnte. Trotz der konventionellen Flasche Wein auf ihrem Schoß, war sie aufgekratzt und bereit, sich auf Risiken und Chancen einzulassen. Sie lebte allein und sprach von Büchern statt von Babys. Sie war kurz gesagt alles andere als Lucys Typ Frau. Fast eine Stunde, nachdem er die Denmark-Street verlassen hatte und um fünfzig Pfund erleichtert, half Strike Nina im frostigen Halbdunkel auf Lucy's Straße aus dem Taxi und führte sie unter der großen Magnolie hindurch, die den Vorgarten beherrschte. Ehe er klingelte, sagte Strike mit einem gewissen Widerstreben, »Eigentlich hätte ich's dir schon früher sagen sollen. Dies hier ist ein, ähm, ein Geburtstagsdinner, für mich.« »Oh, warum hast du denn nicht herzlichen...« »Ist nicht heute«, fiel Strikey ans Wort, »ist keine große Sache.« Dann drückte er auf den Klingelknopf. Greg, Strikes Schwager, ließ sie ein. Es folgten lebhafte Schulterklopfen sowie eine übertriebene Äußerung von Freude bei Ninas Anblick. Auffällig nicht vorhanden war dieses Gefühl bei Lucy, die mit einem Pfannenwender, den sie wie ein Schwert vor sich hertrug, und mit einer Schürze über dem Cocktailkleid der Kleid durch die Diele schwirrte. »Du hast mir nicht gesagt, dass du jemanden mitbringst,« zischte sie Strike ins Ohr, als sie sich hinunterbeugte, um sie auf die Wange zu küssen. Lucy war klein, blond und rundgesichtig. Niemand hätte jemals vermutet, dass sie Geschwister waren. Sie war das Ergebnis einer weiteren Lesung ihrer Mutter mit einem bekannten Musiker. Rick war Rhythmusgitarrist, pflegte jedoch im Gegensatz zu Strikes Vater eine freundschaftliche Beziehung zu seinem Nachwuchs. »Ich dachte, du hättest mich aufgefordert, einen Gast mitzubringen,« murmelte Strike, während Greg Nina ins Wohnzimmer führte. »Ich hab dich gefragt, ob du jemanden mitbringst,« fauchte Lucy wütend. »Oh Gott, ich muss einen zusätzlichen Platz eindecken. Und die, und die arme Margaret.« »Wer ist Margaret?« fragte Strike, doch Lucy hastete bereits mit hocherhobenem Pfannenwender in Richtung Esszimmer und ließ ihren Ehrengast in der Diele stehen. Mit einem Seufzer folgte Strike Greg und Nina ins Wohnzimmer. »Überraschung!« sagte ein blonder Mann mit zurückweichendem Haaransatz und sprang vom Sofa auf, während seine bebrillte Frau Strike ein strahlendes Lächeln schenkte. »Allmächtiger!« rief Strike und trat vor, um mit aufrichtiger Freude die ausgestreckte Hand zu schütteln. Nick und Ilsa gehörten zu seinen ältesten Freunden und verkörperten die Schnittstelle der beiden Hälften seines früheren Lebens, London und Cornwall, glücklich vermählt. »Kein Mensch hat mir gesagt, dass ihr kommen würdet. Natürlich nicht, es sollte ja eine Überraschung sein, Augie«, sagte Nick, als Strike sich hinunterbeugte, um Ilsa auf die Wange zu küssen. »Kennst du Margaret?« »Ähm, nein«, sagte Strike, »bisher noch nicht.« Dies war also der Grund dafür, dass seine Schwester sich im Vorfeld erkundigt hatte, ob er jemanden mitbringen wollte. Die Art Frau, in die er sich, Lucys Ansicht nach, verlieben sollte, um mit ihr in einem Haus mit einer Magnolie im Vorgarten zusammenzuleben. Margaret war schwarzhaarig, hatte fettige Haut und wirkte mürrisch. Sie trug ein purpurotes Satankleid, das sie gekauft haben musste, als sie noch ein wenig schlanker gewesen war. Strike war sich sicher, dass sie geschieden war. In Bezug auf diese Eigenschaft entwickelte er allmählich hellseherische Fähigkeiten. »Hi«, sagte sie, während Nina in ihrem kleinen Schwarzen mit Greg plauderte. In der knappen Begrüßung lag eine Welt von Bitterkeit. Nun waren sie also beim Essen zu siebt. Strike hatte seine Zivilistenfreunde nicht mehr oft gesehen, seit er als Invalide aus der Army ausgeschieden war. Seine freiwillig hohe Arbeitsbelastung ließ die Grenzen zwischen Werktagen und Wochenenden verschwimmen, und erst jetzt wurde ihm wieder bewusst, wie sehr er Nick und Ilsa mochte und wie viel schöner es hätte sein können, wenn sie irgendwo zu dritt indisch essen gegangen wären. »Woher kennen Sie Comoran?« fragte Nina interessiert. »Ich bin in Cornwall mit ihm zur Schule gegangen«, sagte Ilsa. Sie lächelte Strike über den Tisch an. »Zumindest ab und zu. Du warst hier nur sporadisch, da nicht wahr, Korn?« Zum Räucherlachs wurde die Geschichte von Comorans und Lucys fragmentierter Kindheit ausgebreitet. Die Umzüge mit ihrer unsteten Mutter, die regelmäßige Rückkehr nach St. Mors, sowie der Onkel und die Tante, die in ihrer Kindheit und Jugend als Ersatzeltern fungiert hatten. »Und dann ist Comoran von seiner Mutter wieder nach London mitgenommen worden, als er...« »Wie alt warst du damals, siebzehn?« fragte Ilsa. Strike wusste, dass Lucy an dieser Unterhaltung nicht den geringsten Spaß hatte. Sie verabscheute es, über die unkonventionelle Erziehung durch ihre berüchtigte Mutter zu reden. »Und so ist er bei mir in einer guten alten Hunsgemeingesamtschule gelandet,« sagte Nick. »War eine schöne Zeit.« »Es war gut, mit Nick befreundet zu sein,« sagte Strike. »Er kennt London wie seine Westentasche. Sein Vater ist Taxifahrer.« »Sind Sie auch Taxifahrer?« fragte Nina, die die Andersartigkeit von Strikes Freunden aufregend zu finden schien. »Nein,« sagte Nick fröhlich, »ich bin Gastroenterologe. Oggi und ich haben gemeinsam unseren Achtzehnten gefeiert. Und Comoran hatte dazu seinen Freund Dave und mich aus St. Mors eingeladen,« erzählte Ilsa. »Zum ersten Mal in London, ich war so aufgeregt. Und da haben wir uns kennengelernt,« schloss Nick und grinste seiner Frau zu. »Und nach so vielen Jahren immer noch keine Kinder?« fragte Greg, selbst stolzer Vater dreier Söhne. Es entstand eine winzige Pause. Strike wusste, dass Nick und Ilsa sich seit Jahren vergeblich bemühten, ein Kind zu bekommen. »Noch nicht,« antwortete Nick. »Was machen Sie beruflich, Nina?« Bei der Erwähnung des Verlags Robert Schad wurde Margaret, die Strike vom Tischende aus mürrisch beobachtet hatte, als wäre er ein außer Reichweite platzierter Leckerbissen ein wenig lebhafter. »Michael Fanko ist jetzt bei Robert Schad unter Vertrag,« verkündete sie. »Das habe ich heute Morgen auf seiner Webseite gesehen.« »Manometer, das ist doch gestern erst bekannt gegeben worden,« sagte Nina. Die Art, wie sie Manometer sagte, erinnerte Strike daran, wie Dominic Colpepper Bedienungen Kumpel nannte. Es war für Nick bestimmt gewesen, dachte er, und sollte obendrein womöglich Strike gegenüber unter Beweis stellen, dass auch sie sich munter unter das Proletariat mischen konnte. Charlotte, seine Ex-Verlobte, hatte ihr Vokabular und ihren Akzent unabhängig davon, wo sie war, niemals geändert. Sie hatte auch keinen seiner Freunde gemocht. »Oh, ich bin ein großer Fan von Michael Fanko,« sagte Margaret, »das Haus der Lehre gehört zu meinem Lieblingsroman. Ich liebe die Russen, und Fanko hat etwas an sich, was mich an Dostoyevsky erinnert.« Lucy hatte ihr garantiert erzählt, dass Strike in Oxford studiert hatte und ein kluger Kopf war. Er wünschte sich einmal mehr, Margaret wäre tausend Meilen weit entfernt, und Lucy kenne ihn besser. »Fanko kann keine Frauen,« sagte Nina verächtig. »Er gibt sich alle Mühe, aber er kann's einfach nicht. Seine Frauen bestehen nur aus Temperament, Titten und Tampons.« Nick hatte bei dem unerwarteten Wort »Titten« in seinen Wein geschnaubt. Strike musste lachen, weil Nick hatte lachen müssen, und Ilza sagte mit einem Kichern, »Ihr seid beide 36, Himmel, noch mal.« »Also, ich finde ihn wundervoll,« wiederholte Margaret ohne jede Andeutung eines Lächelns. Sie war um einen potenziellen Partner gebracht worden, auch wenn er übergewichtig und einbeinig war, und dachte nicht daran, nun auch auf Michael Fanko zu verzichten. »Und unglaublich attraktiv, kompliziert und klug, eine Mischung, der ich noch nie widerstehen konnte.« Die Andeutung war an Lucy adressiert und spielte offenbar auf vergangene Kalamitäten an. »Sein Kopf ist zu groß für seinen Körper,« sagte Nina und leugnete rundheraus, wie aufgeregt sie selbst am Vorabend bei Fankurs Anblick gewesen war. »Und er ist phänomenal arrogant.« »Ich fand es immer schon rührend, was er für diesen jungen amerikanischen Schriftsteller getan hat«, fuhr Margaret fort, während Lucy die Vorspeisen abtrug und Greg ein Zeichen gab, ihr in der Küche zu helfen. »Dass er dessen Roman fertiggestellt hat, dieser junge Schriftsteller, der an Aids gestorben ist.« »Wie hieß er gleich wieder?« »Joan North«, sagte Nina. »Erstaunlich, dass du überhaupt noch hergekommen bist«, sagte Nick halblau zu Strike, nach heute Nachmittag. Nick war leider ein Spurs-Fan. Greg, der mittlerweile mit dem Lammbraten zurückgekommen war und Nicks Worte gehört hatte, schlug sofort in dieselbe Kerbe. »Muss echt wehgetan haben, was kommen, als alle schon dachten, die Partie wär gelaufen.« »Worum geht's?«, fragte Lucy wie eine Lehrerin, die ihre Klasse zur Ordnung rief, während sie Schüsseln voll Kartoffeln und Gemüse auf den Tisch stellte. »Oh, kein Fußball, Greg, bitte!« Und so konnte Margaret weiter das Gesprächsthema bei Tisch vorgeben. »Ja, Haus der Lehre wurde durch das Haus inspiriert, das Fankurs toter Freund ihm hinterlassen hatte, ein Ort, an dem sie in jüngeren Jahren glücklich gewesen waren. Ach, eine schrecklich anrührende Geschichte. Im Grunde genommen handelt sie von Reue, Verlust, geplatzten Träumen. »Joan North hat das Haus Michael Fankur und Owen Quine zu gleichen Teilen hinterlassen,« stellte Nina ennagisch richtig, »und beide haben davon inspirierte Romane geschrieben. Michael hat dafür den Booker bekommen, und Owens Buch wurde allgemein verrissen,« fügte sie für Strike bestimmt halblort hinzu. »Was ist mit dem Haus passiert?«, fragte Strike, während Lucy ihm ein Stück Lammbraten reichte. »Oh, das ist ewig her, es ist bestimmt verkauft worden,« mutmaßte Nina. »Die beiden würden nichts gemeinsam besitzen wollen. Sie hassen sich seit Jahren, seit Elspeth Fankur damals wegen dieser Parodie Selbstmord verübt hat.« »Du weißt nicht zufällig, wo sich dieses Haus befindet?« »Er ist doch nicht dort,« raunte Nina ihm zu. »Wer ist nicht dort?«, fragte Lucy mit kaum verholender Gereiztheit. Ihr Plan für Strike war durchkreuzt worden. Nina hatte bei ihr keine Chance mehr. »Einer unserer Autoren ist verschwunden,« erklärte Nina, »und seine Frau hat Comran gebeten, ihn aufzuspüren.« »Irgendjemand Erfolgreiches?«, fragte Greg. Zweifellos hatte er es satt, dass seine Frau sich wortreich Sorgen um ihren brillanten, aber mittlosen Bruder machte, dessen Geschäft kaum je die Gewinnzone erreichte, obwohl er so schwer schuftete. Doch das Wort »Erfolgreich« mit all seinen Nebenbedeutungen, so wie Greg es ausgesprochen hatte, wirkte auf Strike wie Nesselfieber. »Nein«, sagte er, »ich glaube kaum, dass man Quine erfolgreich nennen kann.« »Wer hat dich engagiert, Comran? Der Verlag?«, fragte Lucy besorgt. »Seine Frau«, sagte Strike. »Sie kann hoffentlich die Rechnung bezahlen, oder?«, fragte Greg. »Keine Nieten mehr, komm, das muss dein Geschäftsgrundsatz Nummer eins sein.« »Erstaunlich, dass du dir diese Plan der Weisheit nicht aufschreibst,« sagte Nick Halbler zu Strike, während Lucy Margaret noch einmal von allem anbot, was auf dem Tisch stand, als Entschädigung dafür, dass sie Strike nicht mit nach Hause nehmen und heiraten durfte, um sich zwei Straßen weiter mit ihm und einem chromblitzenden neuen Kaffee-Vollautomaten von Lucy und Greg niederzulassen.« Nach dem Abendessen zogen sie sich auf die beigefarbene Sitzgarnitur im Wohnzimmer zurück, wo Glückwunschkarten und Geschenke dargereicht wurden. Lucy und Greg hatten Strike eine neue Armbanduhr gekauft. »Ich weiß doch, dass deine Alte kaputt gegangen ist,« sagte Lucy. Er war gerührt, dass sie sich noch daran erinnerte, und für einen Moment überspülte eine Woge der Zuneigung Strikes Verärgerung darüber, dass sie ihn heute Abend herzitiert hatte, an seinen Lebensentscheidungen herumnörgelte und Greg geheiratet hatte. Er nahm die billige, aber brauchbare Armbanduhr ab, die er sich ersatzweise gekauft hatte, und legte stattdessen Lucys Geschenk an. Die Uhr an dem Metallarmband war groß und protzig und sah aus wie ein Duplikat von Gregs Armbanduhr. Nick und Ilse hatten ihm diesen Whisky, den du so magst, mitgebracht, einen Aaron-Single-Malt, der ihn an Charlotte erinnerte, mit der er ihn einst erstmals gekostet hatte, doch jedwede melancholische Erinnerung wurde durch das plötzliche Erscheinen von drei gestaltenden Schlafanzügen im Keim erstickt, von denen die Größte fragte, »Gibt's jetzt Torte?« Strike hatte nie Kinder haben wollen, eine Einstellung, die Lucy missbilligte, und kannte seine Neffen kaum, weil er sie nur selten sah. Der Älteste und der Jüngste folgten ihrer Mutter nach draußen, um die Geburtstagstorte zu holen. Der Mittlere trat geradewegs auf Strike zu und hielt ihm eine selbst gemalte Karte hin. »Das bist du«, verkündete Jack und deutete auf das Bild, »wie du deinen Orden kriegst.« »Du hast einen Orden?« fragte Nina mit großen Augen und lächelte. »Dank dir, Jack«, sagte Strike. »Ich will auch Soldat werden«, verkündete der Junge. »Deine Schuld, komm«, sagte Greg mit einer gewissen Feindseligkeit. »Du hast dem Spielzeugsoldaten gekauft und ihm von deiner Waffe erzählt.« »Von zwei Waffen«, korrigierte Jack sein Vater. »Du hattest zwei Waffen«, sagte er an Strike gewandt. »Aber du musstest sie zurückgeben.« »Gutes Gedächtnis«, sagte Strike anerkennt. »Du wirst es weit bringen.« Lucy erschien mit einer selbstgebackenen Torte, auf der sechsunddreißig Kerzen brannten und die mit Hunderten von Smarties dekoriert zu sein schien. Als Greg das Licht ausmachte und alle zu singen begann, wurde Strike von dem fast überwältigenden Drang erfasst, die Flucht zu ergreifen. Er würde sich ein Taxi rufen, sobald er diesen Raum verlassen konnte. Bis dahin rang er sich ein Lächeln ab, blies die Kerzen aus und vermied es, Margaret anzusehen, die ihn mit einem entnervenden Mangel an Zurückhaltung von ihrem Sessel aus anfunkelte. Er konnte schließlich nichts dafür, dass seine wohlmeinenden Freunde und Angehörigen ihn den ordensgeschmückten Tröster verlassener Frauen spielen lassen wollten. Von der Toilette aus bestellte Strike telefonisch ein Taxi und verkündete eine halbe Stunde später mit angemessenem Bedauern, Nino und er würden jetzt fahren, weil er morgen früh aufstehen müsse. Draußen in der überfüllten lauten Diele, Strike hatte es geschickt vermieden, von Margaret auf den Mund geküsst zu werden, während seine Neffen ihre Aufregung und den spätabendlichen Zuckerschub ausagierten und Greg niener Form vollendet in den Mantel half, murmelte Nick Strike zu. »Ich wusste gar nicht, dass du auf kleine Frauen stehst.« »Tue ich auch gar nicht«, antwortete Strike leise, »aber sie hat gestern etwas für mich geklaut.« »Ja, ja? Na dann zeig ihr deine Dankbarkeit, indem du sie auf dir reiten lässt«, sagte Nick, »sonst zerquetschst du sie wie ein Insekt.« »Lasst euer Nachtmahl nicht roh sein, denn ihr sollt Blut genug haben und einen vollen Bauch.« Thomas Decker und Thomas Middleton, die ehrbare Dirne. Als Strike am folgenden Morgen aufwachte, wusste er sofort, dass er nicht in seinem eigenen Bett lag. Es war zu bequem, die Bettwäsche zu glatt, das Tageslicht, das die Steppdecke sprenkelte, fiel von der falschen Seite herein, und das Geräusch des ans Fenster prasselnden Regens wurde von zugezogenen Vorhängen gedämpft. Er stemmte sich hoch, sah sich blinzelnd in Ninas Schlafzimmer um, das er am Vorabend nur kurz bei Licht gesehen hatte, und erkannte im Spiegel gegenüber seinen eigenen nackten Oberkörper wieder, mit dichter schwarzer Brustbehaarung, die einen dunklen Fleck vor der blassblauen Wand hinter ihm bildete. Nina war nicht da, aber er konnte Kaffee riechen. Wie erwartet war sie im Bett engagiert und energiegeladen gewesen und hatte den Anflug von Melancholie vertrieben, der ihn nach seiner Geburtstagsfeier zu verfolgen gedroht hatte. Nun fragte er sich allerdings, wie schnell er sich aus der Affäre ziehen konnte. Länger zu verweilen, würde Erwartungen wecken, die er nicht bereit war zu erfüllen. Seine Prothese lehnte neben dem Bett an der Wand. Als Strike gerade aus dem Bett rutschen wollte, um danach zu greifen, ging die Schlafzimmertür auf und er zog sich schnell wieder zurück. Herein kam Nina, vollständig angezogen und mit feuchtem Haar, Zeitungen unter dem Arm, zwei Kaffeebechern in einer Hand und einem Teller Croissants in der anderen. »Ich war kurz unten«, sagte sie atemlos. »Gott, draußen ist es schauderhaft. Fühl mal meine Nase. Ich bin halb erfroren.« »Das wäre nicht nötig gewesen«, sagte er und zeigte auf die Croissants. »Ach, ich bin am Verhungern und unten an der Straße gibt es eine fabelhafte Bäckerei.« »Hier, sieh mal die News of the World, Doms großer Exklusivbericht.« Ein Foto des entehrten Adligen, über dessen Geheimkonten Strike Carl Pepper in Kenntnis gesetzt hatte, füllte die Titelseite. Eingerahmt wurde es auf drei Seiten von Fotos zweier seiner Geliebten und der Dokumente von den Cayman Islands, die Strike sich von dessen Assistentin verschafft hatte. »Lord Protz von Profitquell«, kreischte die Schlagzeile. Strike ließ sich von Nina die Zeitung geben und überflog die Story. Carl Pepper hatte Wort gehalten. Die Assistentin, mit dem gebrochenen Herzen, wurde mit keiner Silbe erwähnt. Nina saß neben Strike auf der Bettkante, las mit und gab leicht amüsierte Kommentare ab. »Oh Gott, wie kann man nur? Sieh ihn dir an!« »Und wow, das ist echt widerlich!« »Wird Carl Pepper nicht schaden«, sagte Strike und faltete, als beide fertig waren die Zeitung zusammen. Dabei fiel ihm die Datumszeile ins Auge. »21. November, der Geburtstag seiner Ex-Verlobten«. Ein leichtes, schmerzhaftes Ziehen unter dem Sonnengeflecht und ein plötzlicher Ansturm lebhafter, unerwünschter Erinnerungen. Vor einem Jahr, fast auf die Stunde genau, war er in der Holland Park Avenue neben Charlotte aufgewacht. Er erinnerte sich an ihr langes, schwarzes Haar, die braungefleckten grünen Augen und an einen Körper, wie er ihn nie wieder sehen, nie wieder würde berühren dürfen. An jenem Morgen waren sie glücklich gewesen. Ihr Bett hatte einer Rettungsinsel geglichen, die auf der aufgewühlten See ihrer sich endlos wiederholenden Schwierigkeiten tanzte. Er hatte ihr einen Armreif geschenkt, für den er, auch wenn sie das nicht wusste, einen schrecklich teuren Kredit hatte aufnehmen müssen. Und zwei Tage später, an seinem Geburtstag, hatte sie ihm einen italienischen Anzug geschenkt. Sie waren zum Abendessen ausgegangen und hatten tatsächlich einen Termin festgelegt, an dem sie sechzehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung endlich heiraten wollten. Die Festlegung dieses Termins hat jedoch eine schreckliche neue Phase in ihrer Beziehung eingeläutet, als hätte sie das fragile Gleichgewicht, in dem sie zu leben gewohnt waren, irgendwie beschädigt. Charlotte war zusehends launisch und unberechenbar geworden, Wortgefechte und Szenen, zerschlagenes Porzellan, Vorwürfe, er sei ihr untreu gewesen, obwohl sie selbst sich damals schon, wie er inzwischen zu wissen glaubte, heimlich mit dem Mann getroffen hatte, mit dem sie mittlerweile verlobt war. Noch fast vier Monate lang hatten sie durchgehalten, bis schließlich alles in einer letzten schmutzigen Explosion aus Vorwürfen und Wutanfällen zu Ende gegangen war. Ein Rascheln von Baumwolle, Strike sah sich um und war beinahe überrascht, sich immer noch in Nina's Schlafzimmer zu befinden. Sie war drauf und dran, ihr Top abzustreifen, anscheinend wollte sie wieder zu ihm ins Bett kommen. »Ich kann nicht bleiben«, sagte er und streckte die Hand nach der Prothese aus. »Warum nicht?« fragte sie mit vor dem Oberkörper gekreuzten Armen und beiden Händen am Saum ihres Oberteils. »Ach komm schon, es ist Sonntag.« »Ich muss arbeiten«, luk er. »Detektive werden auch sonntags gebraucht.« »Oh«, sagte sie. Es hatte sachlich klingen sollen, aber sie wirkte geknickt. Er trank seinen Kaffee aus und achtete darauf, dass die Konversation weiter freundlich, aber unverbindlich blieb. Sie sah ihm dabei zu, wie er seine Prothese anlegte und ins Bad ging. Als er zurückkam, um sich anzuziehen, saß sie mit angewinkelten Beinen in einem Sessel und knabberte mit leicht verzweifelter Mine an einem Croissant. »Und du weißt sicher nicht, wo dieses Haus steht, das Haus, das Quine und Fancourt geerbt haben?« fragte er, während er seine Hose anzog. »Wie bitte?« sagte sie verwirrt. »Oh Gott, du willst doch nicht etwa dorthin. Es ist bestimmt schon seit Jahren verkauft.« »Ich sollte Quines Frau danach fragen«, sagte Strike. Er versprach sie anzurufen, kurz angebunden, damit sie wusste, dass es nur leere Worte waren, bloße Formsache, und verließ ihr Haus mit einem Gefühl matter Dankbarkeit und ohne schlechtes Gewissen. Der Regen peitschte ihm ins Gesicht, als er die fremde Straße in Richtung U-Bahn-Haltestelle entlang schlenderte. Weihnachtslichter blinken in der Auslage der Bäckerei, in der Nina eben noch Croissants gekauft hatte. Strikes großes Spiegelbild mit den hochgezogenen Schultern glitt über die regenbenetzte Glasfront. In einer kalten Faust hielt er die Plastiktüte, die Lucy ihm dankenswerterweise mitgegeben hatte, damit er seine Glückwunschkarten, seinen Geburtstags-Whisky und das Etui seiner glänzenden neuen Uhr transportieren konnte. Unwillkürlich wanderten seine Gedanken zu Schale zurück, die heute ihren Geburtstag mit ihrem neuen Verlobten feierte. Sie war sechsunddreißig, sah aber wie fünfundzwanzig aus. Vielleicht hatte sie Diamanten geschenkt bekommen, dachte Strikes. Sie hatte immer behauptet, auf derlei Dinge keinen Wert zu legen, aber wenn sie sich gestritten hatten, war ihm der Glanz all dessen, was er ihr nicht hatte bieten können, manchmal boshaft ins Gesicht geschleudert worden. Irgendjemand Erfolgreiches? hatte Greg in Bezug auf Owen Quine gefragt und damit gemeint, großes Auto, schönes Haus, dickes Bankkonto. Strike kam am Beatles-Coffeeshop vorbei, aus dem ihn die neckisch positionierten Schwarz-Weiß-Köpfe der Fab Four anstarrten und betrat die beheizte U-Bahn-Station. Er wollte diesen verregneten Sonntag nicht allein in seiner Dachgeschosswohnung an der Denmark Street verbringen. Am Jahrestag von Charlotte Campbells Geburt brauchte er Beschäftigung. Er blieb stehen, um sein Handy herauszuholen und Leonora Quine anzurufen. »Hallo«, meldete sie sich brüsk. »Hi, Leonora, hier ist Comeran Strike.« »Haben Sie Owen gefunden?« »Leider noch nicht. Ich rufe an, weil ich erfahren habe, dass Ihr Mann von einem Freund ein Haus geerbt hat.« »Was für ein Haus!« Ihre Stimme klang müde und gereizt. Strike musste an diverse reiche Ehemänner denken, mit denen er beruflich zu tun gehabt hatte, Männer, die ihren Frauen Zweitwohnungen verheimlichten und fragte sich unwillkürlich, ob er drauf und dran war, etwas preiszugeben, was Quine seiner Familie vorenthalten hatte. »Ähm, stimmt das etwa nicht?« »Hat nicht ein Schriftsteller namens John North sein Haus zwei Freunden?« »Ach das«, sagte sie, »Talga Throats.« »Na klar, aber das war vor über dreißig Jahren. Was interessiert Sie das jetzt noch?« »Es ist wohl verkauft worden.« »Nein«, sagte sie erbittert, »weil dieser verdammte Fankur sich quergestellt hat. Bloß um uns zu ärgern, benutzen tut er es nie. Es steht einfach nur rum, nützt niemandem und fällt langsam in sich zusammen.« Strike lehnte sich an die Wand neben den Fahrkartenautomaten und fixierte die Glaskuppel über sich, die von einem Spinnennetz aus Stahlstreben getragen wurde. »Das kommt davon«, sagte er sich wieder, wenn man in geistiger Umnachtung Klienten annimmt. Er hätte sie gleich eingangs fragen müssen, ob sie sonst noch irgendwelchen Besitz hatten. Das hätte er kontrollieren müssen. »Hat denn schon irgendjemand nachgesehen, ob sich ihr Mann dort aufhält, Mrs. Quine?« Sie reagierte mit einem höhnischen Lachen. »Dort würde er im Leben nicht hingehen«, sagte sie, als hätte Strike angedeutet, ihr Mann halte sich im Buckingham-Palast versteckt. »Er hasst es abgrundtief und macht einen weiten Bogen darum. Außerdem glaube ich nicht, dass dort noch Möbel stehen oder sonst irgendwas. Haben Sie einen Schlüssel?« »Keine Ahnung, aber Owen würde dort nie hingehen. Er war seit Jahren nicht mal mehr in der Nähe. Es wäre ein schlimmer Aufenthaltsort, alt und leer.« »Wenn Sie trotzdem mal nach dem Schlüssel sehen könnten.« »Ich kann jetzt nicht in die Targath Road, ich hab Orlando«, entgegnete sie erwartungsgemäß. »Und Sie können mir wirklich glauben, dass er nie...« »Ich könnte gleich bei Ihnen vorbeikommen«, bot Strike an, den Schlüssel abholen, sofern Sie ihn finden können und in dem Haus nachsehen, nur um sicherzustellen, dass wir überall gesucht haben. »Okay, aber heute ist Sonntag«, sagte sie hörbar überrascht. »Ich weiß. Meinen Sie, Sie könnten den Schlüssel raussuchen?« »Also gut«, sagte sie nach einer kurzen Pause. »Aber«, fügte sie in einem letzten Aufbäum hinzu, »dort ist er garantiert nicht.« Strike nahm die U-Bahn, stieg um in Richtung Westbound Park und marschierte dann mit gegen die eisige Sintflut hochgeschlagenem Mantelkragen zu der Adresse, die Leonora bei ihrer ersten Begegnung auf einen Zettel gekritzelt hatte. Dies war ein weiterer jener seltsamen Winkel Londons, in dem Millionäre nur einen Steinwurf entfernt von Arbeiterfamilien residierten, die ihre Häuser seit vierzig oder mehr Jahren bewohnten. Die regnerische Szenerie bildete ein seltsames Diorama, elegante Apartmentgebäude hinter schlichten, unprätentiösen Reihenhäusern, das luxuriöse Neue und das behagliche Alte. Das Haus der Familie Quine stand an der Southern Row, einer ruhigen Nebenstraße mit flachen Klinkerbauten, unweit eines weißgetünchten Pups namens »The Chilled Eskimo«. Strike, der von Kopf bis Fuß nass war und froh, sah im Vorbeigehen zu dem Schild über der Tür auf. Es zeigte einen Inuk, der mit dem Rücken zur aufgehenden Sonne zufrieden an einem Eisloch hockte. Die Haustür der Quines war schlammgrün gestrichen und blätterte bereits an einigen Stellen ab, und auch sonst wirkte die Front bis hin zum Gartentor, das nur an einer Angel hing, ziemlich heruntergekommen. Als Strike klingelte, musste er wieder an Quines Vorliebe für bequeme Hotelzimmer denken, und der Vermisste sank in seiner Achtung noch ein wenig tiefer. »Sie waren ja schnell«, lautete Leonores schroffe Begrüßung, als sie ihm aufmachte. »Kommen Sie rein«, er folgte ihr durch einen engen, düsteren Flur. Links führte eine offenstehende Tür in einen Raum, der aussah wie Owen Quines Arbeitszimmer. Es wirkte unaufgeräumt und schmuddelig. Schubladen standen offen und windschief auf dem Schreibtisch stand eine alte elektrische Schreibmaschine. Strikes erregelrecht vor sich, wie Quine in seinem Zorn auf Elizabeth Tessel die letzte Seite aus der Maschine riss. »Haben Sie den Schlüssel gefunden?«, fragte er Leonora, als sie am Ende des Flurs die dunkle, muffige Küche betraten. Die Haushaltsgeräte schienen samt und sonders mindestens dreißig Jahre alt zu sein. Strikes meinte, eine braune Mikrowelle wieder zu erkennen, die auch seine Tante Joan in den Achtzigerjahren besessen hatte. »Also, ich habe ein Paar gefunden«, erklärte Leonora und deutete auf ein halbes Dutzend Schlüssel auf dem Küchentisch. »Keine Ahnung, ob einer davon der richtige ist.« Keine der Schlüssel war gekennzeichnet, und einer davon war so groß, dass er eigentlich nur an eine Kirchentür passen konnte. »Welche Hausnummer in der Talgath Road ist es?«, fragte Strikes. »179.« »Wann waren Sie zuletzt dort?« »Ich? Tch, ich bin noch nie dort gewesen«, sagte sie, und klang dabei unverhohlen gleichgültig. »Hat mich nie interessiert. War reine Dummheit.« »Was war reine Dummheit?« »Es den beiden zu hinterlassen.« Als Strikes ein höflich fragendes Gesicht machte, erklärte sie ungeduldig. »Dieser Joe North, der es Owen und Michael Fankow vererbt hat. Sie sollten dort schreiben, aber das haben Sie nie getan. Nutzlos.« »Und Sie sind nie dort gewesen?« »Nein. Sie haben's geerbt, als Orlando zur Welt gekommen ist. Hat mich nie interessiert«, wiederholte sie. »Orlando ist damals geboren worden?«, fragte Strikes überrascht. In seiner unbestimmten Vorstellung war Orlando eine hyperaktive Zehnjährige gewesen. »86, ja«, sagte Leonora. »Sie ist behindert.« »Oh«, sagte Strikes. »Verstehe. Sie ist gerade oben und schmollt, weil ich sie ausschimpfen musste. «, sagte Leonora in einem ihrer Anfälle von Rätseligkeit. »Sie klaut Sachen. Sie weiß, dass das Unrecht ist, aber sie tut's trotzdem. Ich hab sie dabei erwischt, wie sie Edna von nebenan die Geldbörse aus der Handtasche gezogen hat, als sie hier war. Nicht wegen dem Geld«, fügte sie rasch hinzu, als hätte er diesen Verdacht geäußert, »sondern weil sie die Farbe mochte.« »Edna versteht das. Sie kennt Orlando, aber das tun nicht alle. Ich sag ihr immer wieder, dass es Unrecht ist. Sie weiß, dass es Unrecht ist.« »Sie haben also nichts dagegen, wenn ich die hier mitnehme und ausprobiere?«, fragte Strikes und wischte die Schlüssel vom Tisch in die offene Hand. »Nur zu«, sagte Leonora und fügte dann trotzig hinzu. »Aber dort ist er garantiert nicht.« Strikes steckte seine Beute ein, lehnte Leonoras verspätet angebotenen Tee oder Kaffee ab und trat wieder in den kalten Regen hinaus. Auf dem Weg zur U-Bahn-Haltestelle Westbourne Park, die ihm eine kurze Fahrt ohne häufiges Umsteigen ermöglichte, stellte er fest, dass er wieder hinkte. In seiner Eile Ninas Wohnung zu verlassen, hatte er die Prothese weniger sorgfältig als sonst angelegt und auch keine Salbe zur Stumpfpflege auftragen kann. Vor acht Monaten, am selben Tag, an dem er später einen Messerstich in den Oberarm bekommen hatte, war er auf einer Treppe schwer gestürzt. Der Orthopäde, bei dem er danach gewesen war, hatte ihm erklärt, er habe eine Bänderverletzung im Knie des amputierten Beins und zu Eis, Schonung und weiteren Untersuchungen geraten. Doch Strikes, der sich keine Pause und keine weiteren Arzttermine leisten konnte, hatte das Knie bandagiert und bemühte sich seither, das Bein möglichst oft hochzulegen. Die Schmerzen klangen allmählich ab, aber wenn er viel zu Fuß unterwegs war, begann das Knie wieder zu pochen und schwoll an. Die Straße, auf der Strikes unterwegs war, beschrieb eine leichte Rechtskurve, und er marschierte vor einer großen, hageren Gestalt her, die den Kopf gesenkt und die Schultern hochgezogen hatte, sodass nur der Scheitel der Kapuze eines schwarzen Mantels sichtbar war. Vernünftiger wäre es natürlich gewesen, jetzt heimzufahren und das Knie zu schonen. Es war Sonntag. Kein Grund für ihn, im Regen durch ganz London zu spazieren. »Dort ist er garantiert nicht«, sagte Leonoras Stimme in seinem Kopf. Die Alternative wäre jedoch gewesen, in die Denmark-Street zurückzukehren, das Prasseln des Regens gegen das undichte Fenster neben seinem Bett unter der Dachschräge zu hören und Fotoalben voller Aufnahmen von Charlotte in gefährlicher Reichweite zu wissen, in den Kartons auf dem Treppenabsatz. Da war es besser, in Bewegung zu bleiben und über die Probleme anderer Leute nachzudenken. Im Regenblinzeln sah er zu den Häusern auf, an denen er vorüberging, und nahm am äußersten Rand seines Gesichtsfelds die Gestalt wahr, die ihm in zwanzig Metern Abstand folgte. Obwohl der schwarze Mantel formlos war, hatte Strike aufgrund der kleinen, schnellen Schritte den Eindruck, dass es sich um eine weibliche Person handelte. Und dann, dann fiel ihm etwas Seltsames an ihrer Gangart auf, etwas Unnatürliches. Ihr fehlte die Selbstversonnenheit einer einsamen Spaziergängerin, an einem nasskalten Tag. Sie hatte den Kopf nicht gesenkt, um sich gegen den Wind und den Regen zu schützen, und sie stapfte auch nicht einfach gleichmäßig weiter, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie veränderte ihr Tempo in geringen, aber für Strike deutlich wahrnehmbaren Nuancen, und das unter der Kapuze verborgene Gesicht wurde alle paar Sekunden dem vom Wind getriebenen eisigen Regen ausgesetzt, nur um gleich wieder im Schatten zu verschwinden. Sie hatte ihn im Visier. Was hatte Leonora bei ihrer ersten Begegnung gesagt? Ich glaube, ich werde verfolgt. Eine große Frau mit schwarzen Haaren und hängenden Schultern. Striking ein wenig schneller, dann allmählich wieder langsamer. Der Abstand zwischen ihnen blieb immer gleich. Nur das verborgene Gesicht, ein blasser, rosiger Schemen, kam jetzt häufiger unter der Kapuze hervor, um seine Position zu kontrollieren. Sie hatte offensichtlich keine Erfahrung darin, jemanden zu beschatten. Als Experte hätte Strike die gegenüberliegende Straßenseite genommen und so getan, als telefonierte er mit dem Handy. Er hätte sein ausschließliches Interesse an der Zielperson besser getarnt. Zu seinem eigenen Vergnügen täuschte er ein plötzliches Zögern vor, als wäre er im Zweifel, ob er den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Die überrumpelte Gestalt machte Halt und blieb wie angewurzelt stehen. Strike schlenderte weiter und hörte nur Sekunden später erneut das Echo ihrer Schritte auf dem nassen Pflaster hinter sich. Sie war zu unbedarft, um auch nur zu erkennen, dass sie durchschaut worden war. Ein kleines Stück voraus kam die Haltestelle Westbourne Park in Sicht, ein niedriger, langgestreckter, goldfarbener Klinkerbau. Dort würde er ihr gegenüber treten, sie nach der Uhrzeit fragen, sich bei dieser Gelegenheit ihr Gesicht ansehen. Er betrat das Gebäude und verschwand sofort auf einer Seite des Eingangs, um dort unbemerkt auf sie zu warten. Keine dreißig Sekunden später sah er die große dunkle Gestalt, immer noch mit den Händen in den Manteltaschen, durch den glitzernden Regen in Richtung Eingang joggen. Sie fürchtete offensichtlich, abgehängt worden zu sein, und hatte Angst, er könnte bereits in einen Zug eingestiegen sein. Rasch trat er hinter der Tür hervor, um sie aufzuhalten, als sein künstlicher Fuß auf den nassen Fliesen ausrutschte und unter ihm weglitt. Scheiße! Mit einem unbeholfenen Spagat verlor Strike den Boden unter den Füßen und stürzte. In der endlos langen, wie in Zeitlupe ablaufenden Sekunde, bevor er auf den schmutzigen, nassen Fliesen aufkam und schmerzhaft auf die Whiskyflasche in seiner Plastiktüte fiel, sah er sie im Eingangsbereich als Silhouette erstarren, ehe sie wie ein erschrecktes Reh die Flucht ergriff. Mist! keuchte er vom nassen Boden herauf. Die Leute vor den Fahrkartenautomaten starrten ihn an. Bei seinem Sturz hatte er sich erneut das Bein verdreht. Vielleicht war diesmal ein Band gerissen. Sein Knie, das zuvor nur wund gewesen war, kreischte jetzt regelrecht. Lautlos verfluchte er rutschige Fußböden und Prothesen mit starren Knöchern und versuchte, sich aufzurappeln. Niemand wollte ihm helfen. Bestimmt hielten sie alle ihn für betrunken. Nix und Ilzas Whiskyflasche war aus der Plastiktasche gerollt und scheppernd davongekullert. Schließlich half ihm ein U-Bahn-Mitarbeiter auf, der irgendetwas von einem Schild murmelte, das vor der Rutschgefahr warnte. Ob der Gentleman es nicht gesehen habe, sei es nicht auffällig genug angebracht. Er drückte Strike den Whisky in die Hand, dieser murmelte gedemütigt seinen Dank und humpelte zu den Sperren hinüber, um den unzähligen starrenden Augen zu entkommen. Als er endlich sicher in der U-Bahn gen Süden saß, streckte er das pochende Bein aus und tastete sein Knie ab, so gut das durch den Hosenstoff möglich war. Genau wie nach seinem Treppensturz im Frühjahr war das Knie druckempfindlich und wund. Er war wütend auf die junge Frau, die ihn verfolgt hatte, und versuchte, sich zu erklären, wie alles abgelaufen war. Seit wann hatte sie ihn verfolgt? Hatte sie das Haus der Quines beobachtet, ihn hineingehen gesehen? Hatte sie ihn, eine wenig schmeichelhafte Option, für Owen Quine gehalten? Catherine Kent hatte dies in der Dunkelheit zumindest kurzzeitig getan. Um sich besser auf den womöglich riskanten Schritt aus dem U-Bahnwagen vorbereiten zu können, war Strike schon Minuten, bevor er in Hammersmith umsteigen musste, auf den Beinen. Als er seinen Zielort Barons Court erreichte, hinkte er stark und wünschte sich, er hätte einen Gehstock. Auf dem Weg durch die in viktorianischem Erbsengrün gekachelte Schalterhalle achtete er sorgfältig darauf, wohin er auf den mit schmutzigen Fußabdrücken übersäten, nassen Fliesen trat. Viel zu bald trat er aus dem Schutz dieses kleinen Juwels einer U-Bahn-Haltestelle mit ihren Jugendstil-Schriften und Steingiebeln und tummelte durch den strömenden Regen auf die in der Nähe verlaufende Schnellstraße zu. Dankbar und erleichtert stellte er fest, dass er in genau demjenigen Abschnitt der Targath Road ausgestiegen war, wo das gesuchte Haus stehen musste. Obwohl London reich an baulichen Anomalien dieser Art war, hatte er noch nie Gebäude gesehen, die so wenig zu ihrer Umgebung passen. Die alten Häuser standen in einer würdevollen Reihe wie dunkelrote Relikte aus einer optimistischeren, fantasievolleren Zeit, während vor ihnen unaufhörlich der Verkehr in beide Richtungen vorüberrumpelte. Die Targath Road war die Hauptausfallstraße aus London in Richtung Westen. Er betrachtete die verschnörkelten, spätviktorianischen Künstlerbehausungen, deren Erdgeschosse Bleiglasfenster wie Gitternetzlinien aufwiesen, während die übergroßen gewölbten Nordfenster der Obergeschosse wie Fragmente des zerstörten Crystal Palace wirkten. Obwohl Strike müde war, froh und Schmerzen hatte, blieb er einen Augenblick stehen, um zur Nummer 179 aufzusehen, die markante Architektur zu bewundern und sich zu fragen, wie viel die Quines wohl dafür bekommen würden, wenn Fancourt endlich nachgäbe und dem Verkauf zustimmte. Er stapfte die weiße Eingangstreppe hinauf. Die Haustür war vor dem Regen durch ein Klinkervordach geschützt, das reich mit in Stein gehauenen Ranken, Blätterleisten und Emblemen geschmückt war. Strike probierte mit klammen, fast gefühllosen Fingern einen Schlüssel nach dem anderen aus, der vierte ließ sich mühelos ins Schloss stecken und drehte sich, als wäre er täglich benutzt worden. Ein leises Klicken, dann war die Haustür offen. Er trat über die Schwelle und drückte die Tür hinter sich zu. Ein Schock wie ein Schlag ins Gesicht, wie ein Eimer voll Eiswasser. Strike tastete nach seinem Mantelkragen und zog ihn schützend über Mund und Nase. Wo er nur Staub und altes Holz hätte riechen sollen, überwältigte ihn ein heftiger chemischer Gestank, der sich in Nase und Rachen fraß. Unwillkürlich griff er nach einem Lichtschalter an der Wand und zwei von der Decke baumelnde nackte Glühbirnen flammten aus. Die schmale, unmöbierte Dealer war mit honigfarbenem Holz getäfelt. Etwa auf halber Strecke trugen gedrechselte Säulen aus dem gleichen Holz einen Bogen, der luftig, elegant, perfekt proportioniert wirkte. Strike kniff die Augen zusammen und ließ seinen Blick langsam über die wie verbrannt aussehenden Flecken auf der alten Vertäfelung gleiten. In einem offenbar mutwilligen Akt von Vandalismus war überall eine stark ätzende Säure verspritzt worden, von der die staubige Luft noch immer brannte. Die Säure hatte die Firnis von dem alten Parkett geätzt, die Patina der Holztreppe vor ihm zerstört und große Flecken an den Wänden zurückgelassen, wo der Anstrich sich verfärbt hatte. Nach ein paar schweren Atemzügen durch die dicke Wollsherrsch seines Mantelkragens fiel Strike überdies auf, dass es viel zu warm war für ein unbewohntes Haus. Die Heizung war hochgedreht worden, was den starken chemischen Geruch noch durchdringender machte, als wenn er sich bei kalten Wintertemperaturen hätte verflüchtigen können. Papier raschelte unter seinen Füßen. Ein Blick nach unten offenbarte ihm ein paar Flyer von Schnellimbissen und einen Briefumschlag mit der Aufschrift »An den Hausbesitzer« »Hausmeister«. Er bückte sich und hob ihn auf. Der Umschlag enthielt die kurze handschriftliche Mitteilung eines Nachbarn, der sich über den Gestank beschwerte. Er ließ den Zettel zurück auf die Fußmatte fallen, ging weiter durch die Diele und betrachtete die Flecken auf sämtlichen Flächen, die mit der Säure in Berührung gekommen waren. Vor ihm links befand sich eine Tür, die er aufstieß. Der Raum dahinter war dunkel und leer und gänzlich ohne Säureflecken. Eine marode Küche bis auf Herd und Anrichte unmöbliert stellte den einzig weiteren Raum im Erdgeschoss dar. Hier wiederum hatte die Säureflut Spuren hinterlassen, selbst ein angetrockneter halber Brotleib auf der Anrichte war damit getränkt worden. Langsam stieg Strike die Treppe hinauf. Irgendjemand war hier nach oben oder unten gegangen und hatte aus einem großen Behälter scharfe, korrosive Flüssigkeit ausgeschüttet. Sie war überall hingespritzt, am Treppenabsatz, sogar bis auf das Fensterbrett, dessen Lackierung Blasen geworfen hatte und abgeplatzt war. Im ersten Stock machte Strike Halt. Selbst durch den dicken Stoff seines Mantels konnte er jetzt noch etwas anderes riechen, etwas, was nicht einmal der stechend chemische Geruch überdecken konnte. Süßlich, faulig, widerlich. Der Gestank von verwesendem Fleisch. Er hielt sich nicht damit auf, eine der geschlossenen Türen im ersten Stock zu öffnen. Während sein Geburtstags-Whisky in der Plastiktüte dämlich hin- und herschlenkerte, folgte er stattdessen der Säurespur eine zweite Treppe hinauf. Auch hier war der Anstrich auf den Stufen teilweise weggeätzt. Selbst das kunstvoll geschnitzte Treppengeländer mitsamt Pfosten hatte seinen Glanz verloren. Mit jedem Schritt, den Strike machte, wurde der Verwesungsgestank stärker. Er gemahnte ihn an eine Zeit, in der sie in Bosnien lange Stangen in den Erdboden getrieben und wieder herausgezogen hatten, um an den Enden zu riechen, eine sichere Methode, um Massengräber ausfindig zu machen. Er drückte sich den Mantelkrag noch fester auf die Nase, als er den zweiten Stock mit dem Atelier erreichte, in dem einst ein viktorianischer Künstler bei stets gleichbleibendem Nordlicht gearbeitet hatte. Auf der Schwelle zögerte Strike nur kurz, um den Hemdärmel über seine nackte Hand zu ziehen, damit er keine Spur an der Klinke zurückließ, und stieß dann die Holztür auf. Stille, wenn man von den leise quietschenden Angeln absah, und dann das Summen von Fliegen. Er hatte den Tod erwartet, aber nicht das. Ein Kadaver, gefesselt, stinkend und verfaulend, leer und ausgeweidet, auf dem Boden liegend, statt an einem Metallhaken hängend, an den er eher zu gehören schien. Doch was wie ein geschlachtetes Schwein aussah, trug Menschenkleidung. Der Tote lag unter hohen Deckenbalken, war ein Licht gebadet, das durch das gigantische Dachfenster einfiel, und obwohl dies ein Privathaus war und draußen weiter der Verkehr vorüber brandete, hatte Strike das Gefühl, er stimmte würgend in einem Tempel und wäre Augenzeuge eines rituellen Opfers, eines Akts unheiliger Entweihung. Um den verwesenden Leichnam herum waren sieben Teller und sieben Gedecke platziert worden, als wäre er ein gigantischer Braten. Der Torso war von der Kehle bis zum Becken aufgeschlitzt, und Strike war groß genug, um selbst von der Schwelle aus die klaffende schwarze Höhle erkennen zu können, die daran zurückgeblieben war. Die inneren Organe und Eingeweide fehlten, als wären sie verzehrt worden. Überall waren Stoff und Fleisch weggeätzt, was den grausigen Eindruck verstärkte, die Leiche wäre gebraten und teilweise verspeist worden. An manchen Stellen glänzte die verätzte Haut des verwesenden Kadavers, wirkte fast flüssig. Vier leise zischende Heizkörper beförderten die Verwesung. Das zerstörte Gesicht lag am weitesten von Strike entfernt in Fensternähe. Er betrachtete es mit zusammengekniffenen Augen, ohne sich zu bewegen, fast ohne zu atmen. Am Kinn hing noch ein Büschel gäblicher Barthaare, und gerade noch war eine einzelne leere Augenhöhle sichtbar. In der beinahe erstickenden Kombination aus Chemie und Verwesungsgestank musste Strike trotz seiner Erfahrung mit Tod und Verstümmelung gegen einen überwältigenden Brechreiz ankämpfen. Er nahm die Plastiktüte in die linke Hand, zog sein Handy heraus und fotografierte die Szene aus möglichst vielen Blickwinkeln, ohne tiefer in das Zimmer treten zu müssen. Dann ging er rückwärts wieder hinaus, ließ die Tür zufallen, was den fast greifbaren Gestank mit dem Geringsten minderte, und wählte den Notruf. Langsam und vorsichtig, fest entschlossen, trotz seiner Gier nach frischer, sauberer, vom Regen eingewaschener Luft nicht auszurutschen und hinzufallen, stieg Strike die fleckige Treppe hinab, um auf der Straße auf die Polizei zu warten. Nutz deinen Atem, solange du kannst, denn nach dem Tod trinkt keiner mehr. John Fletcher, der blutige Bruder Es war nicht das erste Mal, dass sich Strike of Drängen der Metropolitan Police im New Scotland Yard einfand. Auch bei seiner vorigen Befragung war es um eine Leiche gegangen, und als der Detektiv, dessen Knie dank der aufgezwungenen Untätigkeit mittlerweile etwas weniger schmerzte, viele Stunden später in einem Vernehmungsraum saß, fiel ihm überdies ein, dass er auch damals am Abend zuvor Sex gehabt hatte. Allein in einem Raum, der kaum größer war als der Papierschrank eines Großraumbüros, verharrten seine Gedanken wie Fliegen bei der verwesenen Obszönität, die er in dem Atelier entdeckt hatte. Er war immer noch fassungslos. Als Ermittlungsbeamter hatte er Leichen gesehen, die in Position gebracht worden waren, die einen Selbstmord oder Unfall vortäuschen sollten. Er hatte Körper untersucht, die schreckliche Spuren der Versuche getragen hatten, die Folterqualen, die sie vor ihrem Tod erlitten hatten, zu überdecken. Er hatte verstümmelte und zerstückelte Männer, Frauen und Kinder gesehen. Doch die Bilder aus der Talguth-Road 179 waren etwas vollkommen Neuartiges für ihn gewesen. Die Boshaftigkeit des dort verübten Verbrechens hatte etwas fast Orgiastisches, ein sorgfältig inszeniertes Schauspiel sadistischer Selbstdarstellung. Am schlimmsten war die Frage, in welcher Reihenfolge die Säure verschüttet bzw. der Körper ausgeweidet worden war. War es Folter gewesen? War Quine noch am Leben oder tot gewesen, als ein Mörder die Gedecke aufgelegt hatte? In dem großen, hohen Atelier, in dem der tote Quine lag, wimmelte es jetzt bestimmt von Männern in Schutzanzügen, die Spuren und Beweismaterial sich hatten. Strike wünschte sich, er wäre ebenfalls dort. Nach einer derartigen Entdeckung war ihm Untätigkeit zutiefst verhasst, er brannte von professioneller Frustration. Seit dem Augenblick, da die Polizei eingetroffen war, war er ausgeschlossen und zu jemandem degradiert worden, der den kunstvoll arrangierten Tatort rein zufällig entdeckt hatte. Und tatsächlich war ihm das Ganze wie ein Arrangement, wie eine Bühneninszenierung vorgekommen. Der gefesselte Leichnam in dem durch ein kirchengroßes Fenster einfallenden Licht, ein irgendeiner dämonischen Macht dargebrachtes Opfer, sieben Teller, sieben Gedecke. Die Milchglas-Scheibe des Vernehmungsraums ließ nichts erkennen, außer der Färbung des inzwischen nachtschwarzen Himmels. Strike saß bereits eine halbe Ewigkeit in diesem winzigen Zimmer, und die Polizei war immer noch nicht fertig damit, seine Aussage zu Protokoll zu nehmen. Wie sehr der Wunsch, seine Vernehmung zu verlängern, auf einem echten Verdacht oder lediglich auf Feindseligkeit beruhte, war schwer zu beurteilen. Natürlich war es richtig, jemanden, der ein Mordopfer entdeckt hatte, gründlich zu befragen, weil er oft mehr wusste, als er bereit war, zuzugeben, nicht selten sogar alles. Aber indem Strike den Mord an Lula Landry aufgeklärt hatte, hatte er die Metropolitan Police düpiert, die zuvor so felsenfest überzeugt von Selbstmord gesprochen hatte. Strike hielt sich mitnichten für paranoid, als er glaubte, in der Haltung der Kriminalbeamtin mit dem Kurzhaarschnitt, die gerade den Raum verlassen hatte, eine gewisse Entschlossenheit zu entdecken, ihn schwitzen zu lassen. Ebenso wenig hielt er es für unbedingt nötig, dass gar so viele ihrer Kollegen zu ihm hereinschauten, manche nur, um ihn anzustarren, andere aber auch, um eine hämische Bemerkung zu machen. Falls sie glaubten, ihm dadurch Unannehmlichkeiten zu bereiten, täuschten sie sich. Er hatte nichts Wichtiges mehr vor, und sie hatten ihm eine durchaus anständige Mahlzeit hingestellt. Hätten sie ihn nur rauchen lassen, wäre es fast behaglich gewesen. Die Frau, die ihn eine Stunde lang vernommen hatte, hatte ihm erklärt, er dürfe in Begleitung auf eine Zigarette ins Freie gehen, doch Neugier und Trägheit hatten ihn auf seinem Stuhl ausharren lassen. Sein Geburtstags-Whisky stand in der Plastiktüte neben ihm auf dem Fußboden. Vielleicht würde er ihn anbrechen, dachte er, falls sie ihn noch länger hier behielten. Sie hatten ihm einen Plastikbecher mit Wasser hingestellt. Die Tür hinter ihm raschelte über den dichten grauen Teppichflur. Mystic Bob, Richard Enstis von der Metropolitan Police und der Territorial Army kam grinsend herein, mit vom Regen feuchtem Haar und einem Papierstapel unter dem Arm. Eine Hälfte seines Gesichts war stark vernarbt, die Haut unter dem rechten Auge straff gespannt. Die Ärzte im Feldlazarett in Kabul hatten sein Augenlicht retten können, während Strike dort im Koma gelegen hatte und die Chirurgen sich bemüht hatten, das Knie seines abgerissenen Beins zu erhalten. Enstis, rief Strike und schüttelte dem Polizeibeamten die Hand. Was zum »Hab mein Dienstgrad ausgespielt, Kumpel, und den Fall übernommen?« sagte Enstis und ließ sich auf den Stuhl fallen, auf dem gerade noch die mürrische Kriminalbeamtin gesessen hatte. »Du bist hier nicht gerade beliebt, ist dir das klar? Zum Glück hast du Onkel Dickey auf deiner Seite, der sich für dich verbirgt.« Er hatte stets behauptet, Strike habe ihm das Leben gerettet und möglicherweise stimmte das sogar. Sie waren in Afghanistan auf einer staubigen Schotterstraße beschossen worden. Strike hätte nicht sagen können, wie er die unmittelbar bevorstehende Detonation vorausgeahnt hatte. Der vor ihnen vom Straßenrand flüchtende Jugendliche, der einen kleineren Jungen an der Hand hinter sich herzog, hatte vielleicht nur versucht, dem Beschuss zu entkommen. Er wusste nur noch, dass er dem Fahrer des Viking-Schützenpanzers zugebrüllt hatte, sofort zu bremsen. Ein Befehl, der nicht befolgt, womöglich nicht einmal gehört worden war, dass er nach vorn gegriffen, Enstis am Hemd gepackt und in den hinteren Teil des Fahrzeugs gerissen hatte, wäre Enstis auf seinem Platz geblieben, wäre es ihm vermutlich genauso ergangen wie dem jungen Gary Topley, der direkt vor Strike gesessen hatte und von dem nur noch Rumpf und Kopf gefunden und beigesetzt werden konnten. »Wir müssen die Geschichte noch mal durchgehen, Kumpel«, sagte Enstis und bereitete das von der Kriminalbeamten aufgenommene Protokoll vor sich aus. »Was dagegen, wenn ich mir einen Drink genehmige?« fragte Strike müde. Unter Enstis amusiertem Blick holte Strike den Aaron-Singer-Malt aus der Tüte und kippte zwei Fingerbreit Whisky in das lauwarme Wasser in seinem Plastikbecher. »Also, du bist von der Ehefrau beauftragt worden, den Toten zu finden. Wir gehen davon aus, dass der Ermordete dieser Schriftsteller ist, dieser Owen Quine, ja«, ergänzte Strike, als Enstis die Augen zusammenkniff und sich bemühte, die Handschrift seiner Kollegin zu entziffern. Quines Frau hat mich vor sechs Tagen engagiert. Und zu diesem Zeitpunkt war er seit wann vermisst? Seit zehn Tagen. Aber sie war nicht bei der Polizei. Nein, das hat er häufiger gemacht. Er ist abgetaucht und nach einiger Zeit wieder heimgekommen. Er hat gern ohne seine Frau in irgendwelchen Hotels residiert. Und weshalb hat sie diesmal dich eingeschaltet? Schwierigkeiten zu Hause. Sie hat eine behinderte Tochter und das Geld wurde langsam knapp. Außerdem war er diesmal länger weg als sonst. Sie vermutete, er hätte sich in ein Refugium für Schriftsteller zurückgezogen. Den genauen Namen wusste sie nicht, aber ich habe nachgeforscht. Dort war er nicht. Ich verstehe trotzdem nicht, warum sie sich an dich statt an uns gewandt hat. Sie meinte, einmal hat sie euch alarmiert, als er abgehauen ist, woraufhin er rasen wurde vor Wut. Offenbar war er damals mit einer Geliebten zusammen. Das muss ich nachprüfen, sagte Enstis und schrieb sich etwas auf. Was hatte ich dazu veranlasst, in dieses Haus zu gehen? Ich habe gestern Abend erfahren, dass es zur Hälfte den Quines gehört. Eine kurze Pause. Und das hatte seine Frau nicht erwähnt? Nein, sagte Strike. Sie meinte, dass er das Haus gehasst habe und nie auch nur in der Nähe gewesen sei. Sie hat auf mich gewirkt, als hätte sie schon halb vergessen, dass es ihnen überhaupt gehörte. Ist das denn wahrscheinlich, murmelte Enstis und rieb sich das Kinn, wenn sie doch finanziell so klamm waren? Die Sache ist ein bisschen kompliziert, sagte Strike. Der Miteigentümer ist Michael Fancour. Äh, den kenne ich dem Namen nach und er lässt sie das Haus nicht verkaufen, sagt sie. Zwischen Fancour und Quine hat es wohl böses Blut gegeben. Strike nahm einen Schluck Whisky, der ihm Kehle und Magen wärmte. Quines Magen, sein gesamter Verdauungsapparat wäre herausgeschnitten worden. Wo zum Teufel war er? Jedenfalls bin ich mittags reingegangen und da lag er, zumindest größtenteils. Der Whisky trug dazu bei, dass er sich mehr denn je nach einer Zigarette sehnte. Soweit ich gehört habe, sieht die Leiche echt beschissen aus, sagte Enstis. Willst du sie sehen? Strike zog sein Handy heraus, holte die Fotos von der Leiche aufs Display und reichte es über den Tisch. Heilige Scheiße, sagte Enstis. Nachdem er den verwesenen Leichnam eine Minute lang schweigend betrachtet hatte, fragte er angewidert. Was steht da um ihn herum? Teller? Jupp, bestätigte Strike. Sagt dir das was? Nein. Irgendeine Idee, wann er zuletzt lebend gesehen worden ist? Seine Frau hat ihn zuletzt am Abend des Fünften gesehen. Zuvor war er mit seiner Agentin zum Essen verabredet und die hat ihm wohl erklärt, es sei unmöglich, sein neuestes Buch zu veröffentlichen, weil er darin weiß Gott, wie viele Leute verleubende, darunter auch ein paar sehr streitbare Männer. Enstis blätterte in dem Protokoll, das er von Detective Inspector Rawlins bekommen hatte. Das hast du Bridget nicht erzählt. Sie hat nicht danach gefragt. Wir waren nicht gerade auf einer Wellenlänge. Seit wann ist dieses Buch im Handel? Es ist nicht im Handel, sagte Strike und schenkte sich Whisky nach. Es ist noch nicht erschienen. Er hatte wie gesagt Streit mit seiner Agentin, nachdem sie ihm erklärt hatte, er könne es nicht veröffentlichen. Hast du es gelesen? Größtenteils. Hat seine Frau es dir gegeben? Nein. Sie sagt im Übrigen, dass sie es nie gelesen hat. Sie hat vergessen, dass ihnen ein zweites Haus gehört und liest die Bücher ihres eigenen Mannes nicht, sagte Enstis ohne besonderen Nachdruck. Sie behauptet, dass sie sie erst liest, wenn sie gedruckt sind, sagte Strike, und wenn du mich fragst, ich glaube eher. Hm. Enstis ergänzt Strikes Aussage um eine handschriftliche Notiz. Du bist also zu einem Exemplar des Manuskripts gekommen. Wie? Das möchte ich lieber nicht sagen. Könnte ein Problem sein, sagte Enstis und sah auf. Nicht für mich, sagte Strike. Vielleicht müssen wir darauf zurückkommen, Bob. Strike zuckte mit den Schultern. Dann fragte er, was, seine Frau ist schon? Inzwischen müsste sie es erfahren haben, ja. Strike hatte Leonora nicht angerufen. Die Nachricht vom Tod ihres Mannes musste persönlich von jemandem überbracht werden, der dafür ausgebildet war. Strike hatte schon viele solcher Nachrichten überbracht, aber er war außer Übung. Außerdem war er an diesem Nachmittag den entweiten, sterblichen Überresten Owen Quines verpflichtet gewesen. Er hatte bei ihnen Wache gehalten, bis er sie sicher in polizeiliche Obhut hatte übergeben können. Er war sich nur zu bewusst, was Leonora durchmachen musste, während er am Scotland Yard vernommen wurde. Er hatte sich vorgestellt, wie sie einem Polizeibeamten oder vielleicht auch Zweien die Haustür öffnen und beim Anblick der Uniformen den ersten Anflug von Sorge empfinden würde, dann der Hammerschlag aufs Herz, durch die ruhige, verständnisvolle, mitfühlende Aufforderung ins Haus zurückzutreten, danach die schreckliche Mitteilung, obwohl sie ihr nicht, zumindest nicht gleich von den dicken purpurroten Seilen erzählen würden, mit denen ihr Mann gefesselt gewesen war, und auch nicht von der dunklen leeren Höhle, in die der Mörder Quines Brust und Bauchraum verwandelt hatte. Sie würden ihr nicht erzählen, dass ein Gesicht von Säure verätzt war, oder dass jemand um ihn herum Teller aufgestellt hatte, als wäre er ein gigantischer Braten. Strike musste an den Lammbraten denken, den Lucy vor rund vierundzwanzig Stunden herumgereicht hatte. Er war wirklich nicht zimperlich, aber plötzlich schien ihm der weiche Malt-Whiskey in der Kehle zu kratzen, und er stellte den Plastikbecher ab. Was schätzt du, wie viele Leute wissen, was in diesem Buch steht? fragte Ernst es langsam. Keine Ahnung, antwortete Strike. Könnten inzwischen ziemlich viele sein. Quines Agentin Elizabeth Tessel mit Doppel S, fügte er hilfsbereit hinzu, während Ernst es mitschrieb, hat es an Christian Fischer von Crossfire Publishing geschickt, und Fischer ist ein Mann, der gern tratscht. Mittlerweile wurden Anwälte hinzugezogen, weiteres Gerede möglichst zu unterbinden. Tja, wird er immer interessanter, murmelte Ernst es, der immer noch mitschrieb. Möchtest du eigentlich noch was essen, Bob? Lieber eine Zigarette. Dauert nicht mehr lange, versprach Ernst es. Wen hat er alles verleubendet? Die Frage ist er, sagte Strike und bewegte sein schmerzendes Bein, ob er Leute verleubendet oder die Wahrheit über sie geschrieben hat. Aber die Figuren, die ich erkannt habe, waren »Gib mir Papier und Bleistift«, verlangte er, weil es einfacher war, die Namen aufzuschreiben, als sie ihm zu diktieren. Er las die Namen laut vor, während er sie notierte. Michael Fancour, der Autor, Daniel Schardt, Quines Verleger, Catherine Kent, Quines Geliebte. Es gibt eine Geliebte? Ja, die beiden scheinen über ein Jahr lang zusammen gewesen zu sein. Ich war bei ihr, Stafford Cripps Haus, gehört zum Clement Adley Court. Sie hat behauptet, er sei nicht in ihrer Wohnung gewesen und sie habe ihn auch nicht mehr gesehen. Liz Tessel, seine Agentin, Jerry Walgrave, sein Lektor und ein kaum wahrnehmbares Zögern, seine Frau. Ach, seine Frau kommt auch darin vor? Ja, sagte Strike und schob Enstest die Liste über den Tisch. Aber es gibt noch eine Menge weiterer Figuren, die ich vermutlich nicht erkennen würde. Wenn du die Leute identifizieren willst, die in diesem Buch vorkommen, dann liegt ein weites Feld vor dir. Ist das Manuskript immer noch in deinem Besitz? Nein, Strike hatte diese Frage erwartet und log, ohne mit der Wimper zu zucken. Sollte Enstest sich doch ein eigenes Exemplar beschaffen, das nicht Ninas Fingerabdrücke trug. Fällt dir sonst noch was Nützliches ein? fragte Enstest und setzte sich auf. Ja, sagte Strike, ich glaube nicht, dass seine Frau es war. Enstest warf ihm einen fragenden Blick zu, aus dem durchaus auch Wärme sprach. Strike war der Taufpate seines Sohnes, der nur zwei Tage vor der Detonation, die sie beide aus dem Viking geblasen hatte, zur Welt gekommen war. Strike war ein paar Mal mit Timothy Comeran Enstest zusammen getroffen, der Junge hatte ihn allerdings nicht sonderlich beeindruckt. Okay, Bob, unterschreib hier unten, dann kann ich dich heimfahren. Strike las das Protokoll aufmerksam durch, machte sich den Spaß, D. I. Rawlins Rechtschreibung an einigen Stellen zu verbessern und unterschrieb. Als Enstest und er, Strike mit stark schmerzendem Knie, durch den langen Korridor zu den Aufzügen unterwegs waren, klingelte sein Handy. Comeran Strike, ich bin's Leonora, sie klang wie immer, auch wenn ihre Stimme diesmal vielleicht einen Hauch weniger ausdruckslos war. Strike bedeutete Enstest zu warten, entfernte sich ein Stück und trat an ein dunkles Fenster, unter dem sich der Straßenverkehr durch den endlosen Regen band. War die Polizei schon bei Ihnen? fragte er. Ja, ich bin immer noch mit Ihnen zusammen. Herzliches Beileid, Leonora. Alles in Ordnung mit Ihnen? Mit mir? fragte Strike überrascht. Mir fehlt nichts. Polizisten haben gesagt, Sie werden verhört. Ich habe zu Ihnen gesagt, er hat Owen nur gefunden, weil ich ihn darum gebeten habe. Wozu ist er jetzt verhaftet worden? Ich bin nicht verhaftet worden, stellte Strike richtig, musste nur eine Aussage machen. Aber Sie sind so lange festgehalten worden. Woher wissen Sie wie lange? Ich bin hier, sagte sie, unten in der Eingangshalle. Ich muss Sie sprechen. Ich als erstes in den Sinn kam. Wer kümmert sich um Orlando? Edna, antwortete Leonora, die Strikes Sorge um ihre Tochter für selbstverständlich zu halten schien. Wann lassen Sie sie wieder laufen? Ich bin gerade auf dem Weg nach unten, sagte er. Wer war das? fragte Anstice, als Strike das Gespräch beendet hatte und zu ihm zurückkam. Charlotte, die sich Sorgen um dich macht? Gott bewahre, entgegnete Strike, als sie in den Aufzug traten. Er hatte völlig vergessen, dass er Anstice nie von ihrer Trennung erzählt hatte. Als Angehöriger der Polizei spielte Anstice in einer Liga, in die umlaufende Gerüchte nicht vordrang. Das ist vorbei, schon seit Monaten. Wirklich? Echt Pech, sagte Anstice, während der Aufzug mit ihnen in die Tiefe sank und sah dabei aufrichtig betrübt gehört, die am meisten von Charlotte, ihrer außergewöhnlichen Schönheit und ihrem schmutzigen Lachen fasziniert gewesen waren. Kommt endlich mal wieder vorbei, war Anstice häufiger Refrain gewesen, nachdem sie sich nach Lazarett und Militärdienst in ihrer gemeinsamen Heimatstadt wiedergefunden hatten. Strike empfand den instinktiven Wunsch, Leonora vor Anstice zu beschützen, doch das war unmöglich. Als sich die Aufzugtüren öffneten, stand sie direkt vor ihnen, dünn und mausgrau, das strähnige Haar mit Kämmen hochgesteckt, in einen alten Mantel gewickelt und mit einer Anmutung, als steckten ihre Füße immer noch in Pantoffeln, obwohl sie abgewetzte schwarze Schuhe trug. Flankiert wurde sie von einer uniformierten Polizeibeamtin und einem Kollegen, die ihr offenbar die Nachricht von Quines Tod überbracht und sie dann hierher mitgenommen hatten. Aus der Art, Grundgeliefert hatte, misstrauisch zu sein. Die Reaktion auf die Nachricht, dass jemand tot war, war ihnen offenbar ungewöhnlich vorgekommen. Leonora, die wie immer sachlich nüchtern wirkte und auch keine verweinten Augen hatte, schien erleichter zu sein, als sie Strike sah. Da sind sie ja, rief sie. Warum sind sie denn so lange festgehalten worden? Enstis betrachtete sie neugierig. Strike machte keine Anstalten, die beiden miteinander bekannt zu machen. Während er neben ihr durch die Eingangshalle hinkte, spürte er, wie sich die drei Polizeibeamten hinter ihnen zusammenstellten. Wie fühlen sie sich? fragte er nicht, ohne die Hoffnung zu hegen, sie könnte zumindest ein bisschen Verzweiflung erkennen lassen, um die Erwartungen der drei Beobachter zu befriedigen. Weiß nicht, sagte sie und ließ sich auf einen der Kunststoffsitze fallen. Ich kann's noch nicht ganz glauben. Hätte nie gedacht, dass er dort hingehen würde, der Dummkopf. Vielleicht hat er ja einen Einbrecher überrascht. Er hätte wie immer in ein Hotel gehen sollen, finden Sie nicht? Sie hatten ihr also nicht viel erzählt. Er vermutete, dass ihr Schock tiefer saß, als sie erkennen ließ, und schwerer wog, als sie selbst ahnte. Dass sie zu ihm hierher gekommen war, kam ihm wie das desorientierte Handeln einer Frau vor, die nicht wusste, was sie sonst tun sollte, außer sich an denjenigen zu wenden, den sie nach Hause bringen, fragte Strike. Ich nehme an, dass die mich heimfahren, sagte sie mit jenem selbstverständlichen Anspruchsdenken, das schon aus ihrer Behauptung gesprochen hatte, Elizabeth Tessel werde Strikes Honorar übernehmen. Ich wollte nur sehen, ob mit ihnen alles in Ordnung ist, dass sie meinetwegen keine Probleme gekriegt haben und ob sie weiter für mich arbeiten wollen. Äh, weiter für sie arbeiten, wiederholte Strike. Eine zehntel Sekunde lang fragte er sich, ob sie möglicherweise nicht begriffen hatte, was passiert war, und weiterhin glaubte, Quine könne immer noch irgendwo dort draußen aufgegriffen werden. Kaschierte ihre leicht exzentrische Art womöglich etwas Ernsthafteres, irgendein grundlegendes kognitives Problem? Sie denken, dass ich was darüber weiß, sagte Leonora, das merke ich. Strike zögerte und hätte fast gesagt, das bilden sie sich nur ein, aber das wäre gelogen gewesen. Er war die Ehefrau eines nichtsnutzigen treulosen Mannes, die nicht zur Polizei gegangen war, sondern stattdessen zehn Tage untätig hatte verstreichen lassen, er sie mit großer Geste die Suche nach ihm ausgerufen hatte, die einen Schlüssel zu dem leeren Haus besessen hatte, in dem seine Leiche aufgefunden worden war, und ihn dort jederzeit hätte überraschen können. Trotzdem fragte er, wie kommen Sie darauf? Das merke ich, wiederholte sie, wie Sie mit mir geredet haben, und Sie haben gesagt, Sie wollen sich in unserem Haus und in seinem Arbeitszimmer umsehen. Das war Routine, aber er konnte ihr ansehen, dass sie es als zudringlich und bedrohlich empfand. »Weiß Orlando schon, was passiert ist?« fragte er. »Ich habe sie gesagt, aber ich glaube nicht, dass sie es begreift,« sagte Leonora, und erstmals sah er Tränen in ihren Augen. »Wie Mr. Poop hat sie gesagt, das war unser Kater, der überfahren wurde, aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich versteht. Bei Orlando kann man das nicht immer sagen, dass jemand ihn umgebracht hat, habe ich ihr noch nicht erzählt, Es folgte eine kurze Pause, in der Strike hoffte, obwohl es nichts zur Sache getan hätte, dass er keine Whisky-Fahne hatte. »Arbeiten Sie weiter für mich?« fragte sie ihn gerade heraus. »Sie sind besser als die, darum wollte ich sie von Anfang an. Tun sie es? Ja, sagte er, weil ich merke, dass sie glauben, ich hätte was damit zu tun, wiederholte sie und stand auf. Dann schlurfte sie wieder zu ihrer Eskorte zurück. Der Polizistin schien es zu widerstreben, wie eine Taxifahrerin behandelt zu werden, aber nach einem Blick wechsel mit Anstas erklärte sie sich bereit, Leonora heimzufahren. »Was zum Teufel wollte sie von dir?« fragte Anstas, so wie die beiden Frauen außer Hörweite waren. »Sie hat befürchtet, du würdest mich verhaften. Biss ein exzentrisch, was? Ja, ein bisschen. Du hast dir doch nichts erzählt, fragte Anstas. Nein, sagte Strike, der die Frage unverschämt fand. Er würde sich hüten, Ermittlungsdetails an eine Verdächtige weiterzugeben. »Nimm dich in Acht, Bob,« sagte Anstas unbehäufen, als sie durch die Drehtür in die Regennacht hinaustraten, damit du niemandem ins Gehege kommst. Hier geht es um Mordkumpel und du hast hier nicht allzu viele Freunde. Beliebtheit wird überbewertet. Hör mal, ich nehme mir ein Taxi. Nein, sagte er energisch, als Anstas protestieren wollte. Ich muss erst eine rauchen, bevor ich irgendwo hinfahre. Danke, Rich, für alles. Sie gaben einander die Hand, dann schlug Strike seinen Mantelkragen gegen den Regen hoch und humpelte mit einem Abschiedswinken über den dunklen Gehweg davon. Dass er Anstas abgeschüttelt hatte, genoss er fast so sehr wie den ersten köstlichen Zug an seiner Zigarette. Denn solches ist gewiss, wo Eifersucht im Spiel, Hörner im Kopf sind schlimmer als darauf. Ben Johnson, jeder nach seinem Temperament. Strike hatte völlig vergessen, dass Robin am Freitagnachmittag das Büro Schmollen verlassen hatte. Zumindest hatte er ihren grußlosen Abgang so gedeutet. Er wusste lediglich, dass sie die einzige war, mit der er sich über die jüngsten Ereignisse austauschen wollte, und während er im Allgemeinen davor zurückschreckte, sie an den Wochenenden anzurufen, fand er, dass derart außergewöhnliche Umstände eine SMS rechtfertigten. Aus einem Taxi, er fand, nachdem er eine Viertelstunde bei Nacht über nasskalte Straßen geirrt war, schrieb er ihr eine Nachricht. Robin hatte es sich zu Hause mit investigative Befragungen, Psychologie und Praxis, das sie online gekauft hatte, in einem Sessel bequem gemacht. Matthew saß auf dem Sofa und telefonierte übers Festnetz mit seiner Mutter in Yorkshire, der wieder einmal unwohl war. Er verdrehte jedesmal die Augen, wenn Robin sich dazu durchrang, aufzublicken und seiner Verärgerung mit einem Lächeln zu begegnen. Als ihr Smartphone vibrierte, war Robin irritiert. Sie hatte versucht, sich auf investigative Befragungen zu konzentrieren. Habe Quine ermordet aufgefunden? C. Die Mischung aus scharfem Einatmen und einem leisen Aufschrei ließ Matthew zusammenfahren. Das Buch rutschte ihr vom Schoß und fiel unbeachtet zu Boden. Mit dem Handy in der Hand lief sie ins Schlafzimmer. Matthew telefonierte weitere zwanzig Minuten mit seiner Mutter, dann stand er auf und lauschte an der geschlossenen Schlafzimmertür. Er konnte hören, wie Robin Fragen stellte und anscheinend lange ausführliche Antworten erhielt. Irgendetwas an ihrem Tonfall gab ihm die Gewissheit, dass sie mit Strike telefonierte. Er biss die Zähne zusammen, wobei sein markantes Kinn noch deutlicher hervortrat. Als Robin endlich schockiert und schaudernd aus dem Schlafzimmer zurückkam, eröffnete sie ihrem Verlobten, dass Strike den Vermissten, nachdem er gesucht hatte, ermordet aufgefunden habe. Matthews natürliche Neugier zog ihn in die eine Richtung, seine Abneigung gegen Strike und die Tatsache, dass der freche Kerl Robin an einem Sonntagabend belästigt hatte in die andere. »Freut mich für dich, dass heute Abend doch noch was Spannendes passiert ist, sagte er. Mams Gesundheit ist dir ja offenbar egal. Ach, verdammter Heuchler, fauchte Robin, seine Ungerechtigkeit verschlug ihr regelrecht den Atem. Der Streit eskalierte beängstigend schnell. Strikes Einladung zur Hochzeit, Matthews spöttische Einstellung zu Robins Job, wie ihr gemeinsames Leben aussehen würde, was sie einander schuldig waren. Robin war entsetzt, wie bald sogar die Grundlagen ihrer Beziehung auf den Prüfstand kamen, um durchleuchtet und für Vorwürfe genutzt zu werden. Doch sie gab nicht klein bei. Ein wohlvertrauter Frust und Ärger über die Männer in ihrem Leben nahmen von ihr Besitz, über Matthew, weil er nicht merkte, wie viel dieser Job ihr bedeutete und über Strike, weil er ihr Potenzial nicht erkannte. Andererseits hatte er sie benachrichtigt, als er die Leiche aufgefunden hatte. Sie hatte es geschafft, ihm eine Frage zu stellen. Wem haben sie noch davon erzählt? Und er hatte geantwortet, ohne erkennen zu lassen, dass er ahnte, wie viel ihr das bedeutete, niemandem, nur ihnen. Unterdessen hatte Matthew das Gefühl, mehr als ungerecht behandelt zu werden. Ihm war in letzter Zeit immer wieder etwas aufgefallen, worüber er sich jedoch nicht zu beschweren wagte, weil ihm im Gegenteil sein Gefühl sagte, dass er sich damit würde abfinden müssen. Bevor sie bei Strike angefangen hatte, war es stets Robin gewesen, die bei jedem Streit als erste nachgegeben, sich als erste entschuldigt hatte. Ihre versöhnliche Art schien unter diesem verdammten Scheißjob gelitten zu haben. Sie hatten nur ein Schlafzimmer. Robin zog eine Wolldecke vom Kleiderschrank, schnappte sich frische Bettwäsche und verkündete, sie werde auf dem Sofa übernachten. Matthew, der sich sicher war, dass sie schon bald klein beigeben würde, das Sofa war hart und unbequem, unternahm nicht einmal den Versuch, sie davon abzubringen. Doch seine Rechnung, dass sie schon weich werden würde, ging nicht auf. Als er am folgenden Morgen aufwachte, war das Sofa leer und Robin bereits fort. Sein Zorn wuchs ins Unermessliche. Zweifelsohne war sie eine Stunde früher als sonst ins Büro gefahren und in seiner Vorstellung, normalerweise war Matthew nicht sonderlich Fantasiebegabt, öffnete dieser große, ungeschlachte Dreckskerl ihr gerade seine Wohnungstür und nicht die Bürotür einen Stock tiefer. Ich will euch öffnen, das Buch einer schwarzen Sünde, tief in mich eingebrannt. Mein Leiden liegt in meiner Seele. Thomas Decker, der edle spanische Soldat. Strike hatte seinen Wecker früher gestellt, um ein wenig Zeit, ohne störende Klienten oder Anrufe zu haben. Er stand sofort auf, duschte, frühstückte, befestigte die Prothese vorsichtig an seinem eindeutig geschwollenen Knie und hinkte eine Dreiviertelstunde nach dem Aufwachen mit dem ungelesenen Teil von Bombüx Mori in sein Büro hinunter. Ein Verdacht, den er ernstes gegenüber verschwiegen hatte, trieb ihn an, das Buch so schnell wie möglich zu Ende zu lesen. Nachdem er sich einen becherstarken Tee gemacht hatte, setzte er sich an Robins Schreibtisch, wo das Licht am besten war, und begann zu lesen. Nachdem Bombüx dem Schnittmeister entkommen war und endlich die Stadt erreicht hatte, die sein Ziel gewesen war, beschloss er, die beiden Gefährtinnen auf seiner langen Reise, Succubar und die Zecke abzuschütteln, indem er sie in ein Bordell steckte, wo beide anscheinend breitwillig ihre Arbeit aufnahmen. Allein zog Bombüx weiter, auf der Suche nach Prahlhans, einem berühmten Schriftsteller und dem Mann, von dem er hoffte, er würde zu seinem Mentor werden. Auf halber Strecke durch eine dunkle Gasse wurde Bombüx von einer Frau mit langem roten Haar und einem dämonischen Gesichtsausdruck angesprochen, die mit einer Handvoll erlegter Ratten fürs Abendessen auf dem Heimweg war. Als Harpüje erfuhr, wen sie vor sich hatte, lud sie Bombüx in ihr Haus ein, das sich als eine mit Tierschädeln übersäbte Höhle erwies. Strecke überblätterte die nun folgende Sexszene, die volle vier Seiten einnahm und in der Bombüx an der Decke aufgeknüpft und ausgepeitscht wurde. Schließlich versuchte Harpüje, ebenso wie zuvor die Zecke, an Bombüx Brust zu saugen, doch obgleich er gefesselt war, gelang es ihm, sie abzuwehren. Während aus seinen Brüsten blendendes übernatürliches Licht leckte, brach Harpüje in Tränen aus und entblößte ihre eigenen Brüste, aus denen etwas dunkelbraun-zähflüssiges austrat. Bei diesem Bild verzog Strecke das Gesicht. Quines Stil wirkte inzwischen nicht mehr nur parodistisch und vermittelte Strecke dadurch ein Gefühl angeeggelter Übersättigung. Die ganze Szene las sich überdies wie eine Explosion der Bösartigkeit, eine Eruption von aufgestautem Sadismus. Hatte Quine tatsächlich Monate, wenn nicht Jahre seines Lebens darauf verwendet, so viel Schmerz und Verzweiflung wie nur möglich zu verursachen? War er bei geistiger Gesundheit gewesen? Konnte man einen Mann, der so meisterhaft seinen Stil beherrschte, auf einer Strike ganz und gar nicht lag, als verrückt bezeichnen? Er nahm einen weiteren Schluck Tee, beruhigend heiß und rein, und glas weiter. Bombyx war gerade im Begriff Harpyries Haus angewidert zu verlassen, als eine weitere Gestalt hereinplatzte, Episcine, die ihm von der schluchzenden Harpyie als ihre Adoptivtochter vorgestellt wurde. Die junge Frau, deren offene Gewänder ein männliches Glied entblößten, bestand darauf, dass Bombyx und sie verwandte Seelen seien, verstünden sie sich doch beide sowohl auf das männliche als auch auf das weibliche. Episcine nut ihn ein, sich an ihrem hermaphroditenleib gütlich zu tun, doch zuerst müsse er sie singen hören. Sie bildete sich offenbar ein, eine schöne Stimme zu haben, bellte dabei aber wie ein Seehund, bis Bombyx, der sich die Ohren zuhalten musste, die Flucht ergriff. Jetzt erst bekam Bombyx erstmals hoch auf einem Hügel mitten in der Stadt das Schloss des Lichts zu Gesicht. Er stieg in steilen Gassen zu eben diesem Schloss hinauf, bis er aus einem dunklen Hauseingang von einem Zwerg angesprochen wurde, der sich ihm als der Schriftsteller Prahlhans vorstellte. Er hatte Fankurs Augenbrauen, Fankurs mürrische Miene und hämische Art und bot Bombyx ein Bett für die Nacht an, weil ich von deinen großen Talenten gehört habe. Zu Bombyx Entsetzen war in dem Haus eine junge Frau angekettet und saß schreibend an einem Sekretär mit Rollverschloss. Im Feuer lagen weißglühende Brandeisen, an denen in gewundener Metallschrift Ausdrücke wie »aufdringlicher Gründling« und »chrysostomatischer Beischlaf« aufgeschweißt waren. Prahlhans, der offenbar erwartete, dass Bombyx sich darüber amüsieren würde, erklärte ihm, er habe seine junge Frau Effigie daran gesetzt, ihr eigenes Buch zu schreiben, auf das sie ihn nicht störe, während er sein nächstes Meisterwerk erschaffe. Leider, fügte Prahlhans hinzu, habe Effigie kein Talent, wofür sie bestraft werden müsse. Er nahm eines der Brandeisen aus dem Feuer, woraufhin Bombyx von Effigies gellenden Schmerzenschrein verfolgt, aus dem Haus flüchtete und weiter dem Schloss des Lichts entgegen eilte, in dem er Zuflucht zu finden hoffte. Dort prangte über dem Eingang der Name »Phalus Empudicus«, doch auf Bombyx klopfen antwortete niemand, woraufhin er einen Rundgang um das Schloss machte und durchs Fenster hineinsah, wo er einen nackten, kahlköpfigen Mann über dem Leichnam eines goldblonden Jünglings stehen sah, dessen Körper mit Stichwunden übersät war, von denen jede das gleiche gleißend helle Licht abstrahlte, wie Bombyx Brustspitzen. Phallus' erigiertes Glied schien angefaut zu sein. »Hi«, Strike zuckte zusammen, vor ihm stand Robin in ihrem Trenchcoat, mit rosig angehauchtem Teint, ihr langes rotblondes Haar leicht zerzaust und von der durchs Fenster einfallenden Morgensonne vergoldet. In diesem Augenblick fand Strike sie wunderschön. »Warum sind Sie denn so früh da?«, hörte er sich sagen. »Wollte wissen, wie es weitergeht.« Sie schlüpfte aus ihrem Mantel und Strike sah weg. Er tadelte sich ins Geheim. Natürlich sah sie gut aus, wenn sie im selben Augenblick aufkreuzte, da ihm gerade ein nackter, kahlköpfiger Mann mit Gammelpenis vor Augen gestanden hatte. »Möchten Sie noch einen Tee?« »Äh, das wäre großartig, danke«, sagte er, ohne von dem Manuskript aufzusehen. »Geben Sie mir fünf Minuten, ich möchte das hier nur noch zu Ende lesen.« Und mit dem Gefühl, wieder in Schmutzwasser einzutauchen, vertiefte er sich nochmals in die groteske Welt vom Bombyx Mori. Während Bombyx noch wie gelähmt von dem schrecklichen Anblick, den Phallus Impudikus und die Leiche boten, durch das Schlossfinster starrte, wurde er von einer Horde Schergen in Kapuzengewändern ergriffen, grob ins Schloss gezerrt und vor Phallus Impudikus entkleidet. Bombyx Leib war unterdessen gewaltig angeschwollen und er schien kurz vor der Niederkunft zu stehen. Phallus Impudikus erteilte seinen Schergen ominöse Anweisungen, die bei dem gutgläubigen Bombyx die Vorstellung erweckten, er solle bei einem Festmahl der Ehrengast sein. Zu den sechs Gestalten, die Strike erkannt hatte, Sacjuba, die Zecke, der Schnittmeister Harpüje, Prahlhans und Impudikus, gesäte sich nun auch noch Episin. Die sieben Gäste nahmen an einer langen Tafel Platz, auf der ein großer Krug mit einer rauchenden Flüssigkeit sowie eine mannsgroße leere Fleischplatte standen. Als Bombyx den Speisesaal betrat, stellte er überrascht fest, dass für ihn kein Platz vorgesehen war. Die anderen Gäste erhoben sich, kamen mit Stricken in den Händen auf ihn zu und überwältigten ihn. Er wurde gefesselt, auf die Platte gelegt und aufgeschnitten. Die in seinem Innern angewachsene Masse erwies sich als eine Kugel aus übernatürlichem Licht, die von Phallus Impudikus herausgerissen und in einem Deckelkorb eingeschlossen wurde. Der Inhalt des rauchenden Kruges erwies sich als Vitriol, das von den sieben Angreifern lachend über den noch lebenden kreischenden Bombyx gekippt wurde. Als er endlich verstummte, machten sie sich über ihn her. Das Buch endete damit, dass die Gäste das Schloss verließen, wobei sie ohne jede Reue über ihre Erinnerungen an Bombyx sprachen. Sie hinterließen einen leeren Saal mit den noch immer qualmenden Überresten des Leichnams auf dem Tisch. Über ihm baumelte die in den Korb eingesperrte Lichtkugel wie eine Lampe. »Scheiße«, sagte Strike halblaut. Er sah auf. Robin hatte ihm unbemerkt frischen Tee hingestellt. Jetzt saß sie auf dem Sofa und wartete geduldig darauf, dass er fertig würde. »Hier steht alles drin«, sagte Strike. »Alles, was Quine zugestoßen ist. Es steht alles hier drin.« »Wie... wie meinen Sie das?« »Der Held von Quines Roman stürmt genau wie Quine selbst, gefesselt, ausgeweidet, mit Säure übergossen. In dem Buch wird er überdies aufgegessen.« Robin starrte ihn an. »Die Teller? Gabeln? Messer?« »Ganz genau«, sagte Strike. Ohne darüber nachzudenken, zog er sein Smartphone aus der Tasche und rief die Fotos auf, die er geschossen hatte. Erst da sah er Robins ängstlichen Gesichtsausdruck. »Nein«, sagte er rasch. »Sorry, ich hab vergessen, dass Sie nicht...« »Ach, geben Sie schon her«, sagte sie. Was hatte er vergessen? Dass sie nicht ausgebildet oder erfahren war, keine Polizeibeamtin oder Soldatin? Doch sie wollte genau das sein. Sie wollte weiterkommen, mehr sein, als sie bislang gewesen war. »Ich will Sie sehen«, log Robin. Sichtlich widerstrebend reichte er ihr das Handy. Robin ließ sich nichts anmerken, doch als sie den ausgeweideten Kadaver betrachtete, hatte sie das Gefühl, ihre inneren Organe würden sich vor Entsetzen zusammenziehen. Sie hob ihren Teebecher an den Mund, merkte dann aber, dass sie keinen Schluck hinunterbekommen würde. Am schlimmsten war die schiefe Nahaufnahme des Gesichts, von Säure zerfressen, schwarz, mit einer leer gebrannten Augenhöhle. Die Teller erschienen ihr geradezu obszön. Strike hatte einen davon herangesoomt, das Gedick war sorgfältig arrangiert worden. »Mein Gott«, sagte sie wie betäubt, als sie ihm das Handy zurückgab. »Lesen Sie jetzt das hier«, sagte Strike und legte ihr die betreffenden Seiten hin. Schweigend tat Robin wie geheißen. Als sie fertig war, sah sie zu ihm auf. Die Größe ihrer Augen schien sich verdoppelt zu haben. »Mein Gott«, sagte sie noch einmal. Ihr Handy klingelte, sie zog es aus ihrer Umhängetasche auf dem Sofa und warf einen Blick darauf. Matthew. Sie war noch immer wütend auf ihn und drückte auf »Ignorieren«. »Wie viele Leute glauben Sie«, fragte sie, »haben dieses Manuskript gelesen?« Inzwischen könnten es ziemlich viele sein. Fischer hatte Teile davon in der ganzen Stadt herumgemäht, das, und die Anwaltsbriefe haben es zu einer ziemlich heißen Sache gemacht. Und noch während Strike das sagte, schoss ihm unwillkürlich ein merkwürdiger Gedanke durch den Kopf. Quine hätte keine bessere Publicity bekommen können, selbst wenn er sich darum bemüht hätte, aber er hatte sich nicht eigenhändig mit Säure überschütten können, während er gefesselt war, oder sich selbst ausweiden. »Bei Robert Chart liegt es in einem Safe, dessen Kombination der halbe Verlag zu kennen scheint«, fuhr er fort. »So bin ich drangekommen.« »Aber glauben Sie nicht, dass der Mörder jemand ist, der in dem Buch«, Robins Handy klingelte erneut. Sie sah auf den Bildschirm. »Matthew«, wieder drückte sie auf »Ignorieren«. »Nicht unbedingt«, sagte Strike, der damit ihre unausgesprochene Frage beantwortete. »Aber die Leute, über die er geschrieben hat, stehen natürlich weit oben auf der Liste, sobald die Polizei mit den Vernehmungen beginnt. Von den Gestalten, die ich erkannt habe, behauptet Leonora, es nicht gelesen zu haben, und Catherine Kent sagt das Gleiche.« »Glauben Sie ihnen?«, fragte Robin. »Leonora glaube ich. Bei Catherine Kent bin ich mir nicht so sicher. Wie lautete dieses Zitat gleich wieder? »Geteert und gefedert gehörst du, du Hund. Das würde mir richtiggehend Spaß machen.« »Ich kann nicht glauben, dass eine Frau dazu imstande wäre«, sagte Robin mit einem flüchtigen Blick auf Strike's Handy, das jetzt auf dem Schreibtisch zwischen ihnen lag. »Kennen Sie die Geschichte von der Australierin, die ihren Geliebten enthauptet, ihm die Haut abgezogen, Kopf und Kehrseite gekocht und seinen Kindern vorgesetzt hat?« »Das ist nicht Ihr Ernst.« »Doch, mein voller Ernst. Können Sie im Internet nachlesen. Wenn Frauen durchdrehen, dann richtig«, sagte Strike. »Er war ein großer, schwerer Mann. Aber wenn es eine Frau war, der er vertraut hat, eine Frau, mit der er zum Sex verabredet war?« »Von wem wissen wir bestimmt, dass er oder sie es gelesen hat.« »Christian Fischer, Elisabeth Tessels Assistent Ralph, Tessel selbst, Jerry Walgrave, Daniel Chart, außer Ralph und Fischer, kommen alle daran vor. Nina Lassels.« »Wer sind Walgrave und Chart? Und wer ist Nina Lassel?« »Quine's Lektor, sein Verleger und eine Verlagsangestellte, die mir geholfen hat, das hier zu klauen«, sagte Strike und gab dem Manuskript mit der flachen Hand einen Klaps. Robins Handy klingelte zum dritten Mal. Sie entschuldigte sich und nahm den Anruf entgegen. »Ja, Robin?« Matthews Stimme klang seltsam gepresst. Normalerweise weinte er nicht und war nach einem Streit auch noch nie von Gewissensbissen heimgesucht worden. »Ja«, sagte sie etwas weniger barsch. »Mom, Mom hatte wieder einen Schlaganfall. Sie ist... Sie... Sie ist...« Ein Faustschlag in die Magengrube. »Matt?« Er weinte. »Matt!« Jetzt war sie alarmiert. »Sie ist tot«, sagte er wie ein kleiner Junge. »Ich komme«, sagte Robin. »Wo bist du jetzt? Ich mach mich sofort auf den Weg.« Strike hatte ihr Gesicht nicht aus den Augen gelassen. Er konnte ihr ansehen, dass sie eine Todesnachricht bekommen hatte und hoffte, dass es niemand war, der ihr besonders nahe stand. Kein Elternteil, keiner ihrer Brüder. »In Ordnung«, sie war bereits auf den Beinen. »Bleib da, ich komme«, dann erklärte sie Strike. »Es ist Mads Mutter. Sie ist gestorben.« Es fühlte sich vollkommen irreal an. Sie konnte es nicht glauben. »Die beiden haben gestern Abend noch miteinander telefoniert«, sagte sie. Bei der Erinnerung daran, wie Matt die Augen verdreht hatte und immer noch mit seiner gepressten Stimme im Ohr wurde sie von Mitgefühl und Zärtlichkeit überwältigt. »Tut mir schrecklich leid, aber gehen Sie nur«, sagte Strike, »und richten Sie ihm ein Beileid aus, ja?« »Natürlich«, sagte Robin, deren Finger ihr vor Aufregung kaum gehorchen wollten, als sie ihr Handy zurück in die Tasche steckte. Sie hatte Mrs. Cundiff seit der Grundschule gekannt. Sie warf sich ihren Trenchcoat über den Arm, die Glastür blitzte auf und schlug hinter ihr wieder zu.« Strikes Blick blieb noch ein paar Sekunden auf die Tür gerichtet, durch die Robin verschwunden war. Dann sah er noch einmal auf seine Armbanduhr. Es war kurz vor neun Uhr. Die brünette Scheidungswillige, deren Smaragde sicher in seinem Safe lagen, hatte erst in gut einer halben Stunde einen Termin bei ihm. Er räumte die Becher weg, spülte sie ab, holte die sichergestellte Halskette aus dem Safe, legte stattdessen das Manuskript von Bombyxmore hinein, füllte den Wasserkocher und überflog seine E-Mails. »Sie werden die Hochzeit verschieben.« Darüber wollte er sich nicht freuen. Er griff nach seinem Handy und rief Anstice an, der sich fast augenblicklich meldete. »Bob, Anstice, ich weiß nicht, ob du es schon erfahren hast, aber es gibt etwas, was du wissen solltest. In Quines jüngstem Roman wird seine Ermordung geschildert.« »Wie bitte?« Strike legte ihm den Sachverhalt dar. Das kurze Schweigen, als er geendet hatte, verriet ihm, dass Anstice keine Ahnung gehabt hatte. »Bob, ich brauche eine Kopie dieses Manuskripts. Wenn ich jemanden rüberschicke, lass mir eine Dreiviertelstunde Zeit«, sagte Strike. Er stand immer noch am Kopierer, als seine brünette Klientin eintraf. »Wo ist denn Ihre Sekretärin?« waren Ihre ersten Worte, als sie sich mit Kokett gespielter Überraschung an ihn wandte, als glaubte sie zu wissen, er hätte bewusst dafür gesorgt, dass sie allein waren. »Hat sich mit Brecht durch Fallkrank gemeldet«, sagte Strike, um ihr Einhalt zu gebieten. »Gehen wir gleich rein?« Ist das Gewissen ein Kamerad für einen alten Soldaten? Francis Bowman und John Fletcher Die Verwechslung Spätabends saß Strike allein an seinem Schreibtisch, während draußen der Verkehr durch den Regen rumpelte, aß mit einer Hand Singapurnudeln und schrieb mit der anderen eine für ihn selbst bestimmte Liste. Nachdem die Erwerbsarbeit getan war, konnte er sich endlich wieder auf den Mord an Owen Quine konzentrieren und in seiner kragligen, schwer zu entziffernden Schrift die Dinge notieren, die als nächstes getan werden mussten. Neben einige Punkte hatte er den Buchstaben A für Ernstes geschrieben, und sofern Strike dachte, es könnte anmaßend oder arrogant aussehen, wenn ein Privatdetektiv ohne Ermittlungsbefugnisse sich einbildete, dem leitenden Ermittler in einer Mordsache Anweisungen erteilen zu dürfen, bereitete ihm das kein Kopfzerbrechen. Er hatte in Afghanistan mit Ernstes zusammengearbeitet und keine allzu hohe Meinung von den Fähigkeiten des Polizeibeamten. Er hielt Ernstes für kompetent, aber einfallslos für einen Mann, der effizient Verhaltensmuster erkannte, zuverlässig dem Offensichtlichen nachging. Diese Eigenschaften waren keineswegs zu verachten, das Offensichtliche war meist die Antwort, die sich beweisen ließ, indem man methodisch Kästchen abhackte, doch Strikes Ansicht nach war dieser Mord kompliziert, eigenartig, sadistisch und grotesk, literarisch in seiner Inspiration und skrupellos in der Ausführung. Wurde Ernstes sich wirklich in den Geist hineinversetzen können, der im fruchtbaren Boden von Quines Fantasie einen Mordplan herangezüchtet hatte? Das Klingen von Strikes Handy durchbrach die Stille. Erst als er es sich ans Ohr hielt und Leonora Quines Stimme hörte, wurde ihm klar, dass er gehofft hatte, Robin würde anrufen. »Wie geht's Ihnen?« fragte er. »Ich hab die Polizei hier gehabt«, sagte sie, ohne sich mit Höflichkeitsflosken aufzuhalten. »Sie haben Owens Arbeitszimmer auf den Kopf gestellt. Ich wollte das nicht, aber Edna hat gesagt, dass ich sie lassen soll. Können die uns nach allem, was passiert ist, nicht in Ruhe lassen?« »Sie haben gute Gründe für eine Durchsuchung«, sagte Strike. »Vielleicht ist in Owens Arbeitszimmer ein Hinweis auf seinen Mörder zu finden.« »Zum Beispiel?« »Das weiß ich nicht«, sagte Strike geduldig. »Aber ich glaube, dass Edna recht hat. Es war sicher gut, sie ins Haus zu lassen. Danach herrschte Schweigen.« »Sind Sie noch da?« fragte Strike. »Ja«, sagte sie. »Und beim Gehen haben Sie die Tür abgeschlossen, sodass ich dort nicht mehr reinkam. Und Sie wollen noch mal zurückkommen. Ich mag Sie nicht im Haus haben. Orlando mag Sie auch nicht. Einer von Ihnen«, sie klang empört, »hat mich sogar gefragt, ob ich nicht eine Zeit lang ausziehen will.« »Scheiße, nein«, habe ich gesagt, »das will ich ganz bestimmt nicht. Orlando hat noch nie woanders gewohnt und würde das nicht verkraften. Ich gehe nirgendwo hin.« »Aber die Beamten haben nicht gesagt, dass Sie sie vernehmen wollen, oder?« »Nein«, antwortete sie. »Sie haben nur gefragt, ob Sie sich ein bisschen in seinem Arbeitszimmer umsehen dürfen.« »Gut. Sobald Sie Ihnen Fragen stellen wollen, muss ich mir einen Anwalt nehmen. Ich weiß, das hat Edna auch schon gesagt.« »Wäre es Ihnen recht, wenn ich morgen Vormittag bei Ihnen vorbeikäme?« fragte er. »Klar«, sie klang erleichtert. »Kommen Sie gegen zehn, ich muss erst noch einkaufen. Ich konnte den ganzen Tag nicht aus dem Haus. Ich wollte nicht einfach gehen und Sie allein lassen.« Als Strike das Gespräch beendet hatte, dachte er einmal mehr darüber nach, wie wenig Leonoras schroffe Art dazu beitrug, die Polizeibeamten für sie einzunehmen. Würde Ernst es erkennen, wie Strikes tat, dass Leonoras Uneinsichtigkeit, ihr Unvermögen, ein Verhalten an den Tag zu legen, das andere als angemessen betrachteten, ihre hartnäckige Weigerung etwas anzuerkennen, das sie nicht anerkennen wollte, vermutlich genau die Eigenschaften, die sie überhaupt erst dazu befähigt hatten, das qualvolle Zusammenleben mit Quine zu ertragen, es ihr gleichzeitig unmöglich gemacht hätten, ihn zu ermorden? Oder würden ihre Eigenarten, das Unvermögen aufgrund ihrer angeborenen, aber womöglich unklugen Ehrlichkeit eine gewöhnliche Trauerreaktion zu zeigen, den bereits in Ernstes fantasielosem Verstand schlummernden Verdacht gegen sie nähren, bis er alle andere Möglichkeiten überschattete? Die Art, in der Strike zu seinen gekritzelten Notizen zurückkehrte, während er mit der anderen Hand weiter Essen in sich hineinschaufelte, hatte etwas Angespanntes, fast Fieberhaftes. Seine Gedanken strömten geradezu zwingend aus ihm hervor. Er notierte Fragen, die er beantwortet, Orte, die er durchsucht, und Fährten, die er verfolgt wissen wollte. Dies war ein Aktionsplan für ihn selbst und zugleich ein Mittel, um Ernstes in die richtige Richtung zu lenken, indem er ihm hoffentlich die Augen dafür öffnete, dass es nicht immer die Ehefrau war, wenn ein Mann ermordet wurde, auch wenn dieser Mann nichtsnutzig, unzuverlässig und untreu gewesen war. Irgendwann legte Strike den Stift weg, vertilgte die restlichen Nudeln mit zwei großen Bissen und räumte seinen Schreibtisch auf. Die Notizen landeten in dem Aktendeckel mit der Aufschrift »Owen Quine« auf dem Rückenschild. Das Wort »Vermisst« hatte er durchgestrichen und durch »Ermordet« ersetzt. Dann machte er das Licht aus und wollte gerade die Glastür abschließen, als ihm noch etwas einfiel. Er ging zurück an Robins Computer, und tatsächlich, er fand die Meldung auf der BBC-Webseite. Natürlich ohne große Schlagzeile, denn trotz Quines Selbstüberschätzung war er nicht übermäßig berühmt gewesen. Es war die vierte Meldung nach der wichtigsten Nachricht des Tages, dass die EU sich bereit erklärt hatte, die Republik Irland vor dem Staatsbankrotz zu bewahren. London. In einem Haus in der Talgath Road wurde die Leiche eines Mannes aufgefunden. Vermutlich handelte es sich dabei um den Schriftsteller Owen Quine, 58. Die Leiche wurde gestern von einem Freund der Familie gefunden. Die Metropolitan Police hat Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen. Es gab weder ein Foto von Quine in seinem Lodenumhang, noch Einzelheiten über den schaurig entstellten Leichnam. Aber dies war erst der Anfang. Mit der Zeit würde mehr kommen. Oben in seiner Wohnung büßte Strike umgehend einen Teil seiner Energie ein. Er setzte sich aufs Bett und rieb sich müde die Augen. Dann ließ er sich zurücksinken und blieb einfach liegen, vollständig bekleidet und mit angeschnallter Prothese. Gedanken, die er bisher hatte verdrängen können, stürzten jetzt von allen Seiten auf ihn ein. Warum hatte er der Polizei nicht mitgeteilt, dass Quine seit fast zwei Wochen verschwunden gewesen war? Weshalb war er nicht auf die Idee gekommen, Quine könne tot sein? Als D.I. Rawlins ihm diese Fragen gestellt hatte, hatte er Antworten parat gehabt, logische Antworten, vernünftige Antworten, aber sich selbst zufriedenzustellen, kam ihm wesentlich schwieriger vor. Er brauchte gar nicht erst sein Handy hervorzukramen, um den toten Quine vor sich zu säen. Das Bild des gefesselt verwesenden Leichnams schien auf seinen Netzhäuten eingebrannt zu sein. Wie viel Gerissenheit, wie viel Hass, wie viel Perversität war nötig gewesen, um Quines literarischen Erguß in die Realität umzusetzen? Welcher Mensch brachte es über sich, einen anderen aufzuschlitzen und mit Säure zu übergießen, ihn auszuweiden und Teller wie zu einem Festmahl um die Leiche herum aufzustellen? Strike konnte den unsinnigen Gedanken nicht abschütteln, er hätte, als der Aasgeier, zu dem er ausgebildet worden war, irgendwie imstande sein müssen, dies alles bereits von Ferne zu wittern. Wie hatte er, mit seinem einst berüchtigten Instinkt für das Merkwürdige, das Gefährliche, das Verdächtige, nicht erkennen können, dass der marktschreierische, sich selbst überhöhende, selbst beweihräuchernde Quine schon zu lange verschwunden gewesen war, schon zu lange geschwiegen hatte? Weil dieser Idiot immer wieder blinden Alarm geschlagen hat und ich vollkommen erledigt bin. Er wälzte sich vom Bett und ging ins Bad, doch seine Gedanken kehrten immer wieder zu dem Leichenarm zurück, zu dem gähnenden Loch im Rumpf, zu den leer gebrannten Augenhöhlen. Der Mörder musste um diese Monstrosität herumgeschritten sein, als sie noch geblutet hatte, als Quines Schreie in dem Hohen Atelier vermutlich gerade erst verheilt waren und feinsäuberlich die Gabeln ausgerichtet haben. Und daraus ergab sich eine weitere Frage für seine Liste. Wie viel, falls überhaupt etwas, hatten die Nachbarn von Quines letzten Augenblicken mitbekommen? Schließlich legte Strike sich aufs Bett, bedeckte die Augen mit seinem massiven, beharrten Unterarm und lauschte seinen eigenen Gedanken, die ihm zusetzten, wie ein von Arbeitswut besessener Zwilling, der keine Ruhe kannte. Die Spurensicherung war inzwischen seit mehr als 24 Stunden im Einsatz. Sie würden sich mittlerweile eine Meinung gebildet haben, auch wenn einzelne Untersuchungsergebnisse sicherlich noch ausstanden. Er würde Ernstes anrufen müssen, um zu erfahren, was sie dachten. »Genug«, ermahnte Strike sein müdes, hyperaktives Gehirn. »Genug!« Und mit derselben Willenskraft, die ihn in der Army dazu befähigt hatte, auf nacktem Beton oder felsigem Boden einzuschlafen oder auf krummen Feldbetten, die sich bei jeder Bewegung rostig quietschend über sein Gewicht beschwerten, glitt er sanft in einen tiefen Schlaf, wie ein Kriegsschiff in dunkler Gewässer.« »Ist er denn tot? Wahrhaftig tot, tot bis in alle Ewigkeit?« »William Congreve, die trauernde Braut« Am nächsten Morgen um Viertel vor neun quälte Strike sich mühsam die Metalltreppe hinunter und fragte sich beileibe nicht zum ersten Mal, warum er nichts unternahm, um den von einem Gitterkäfig umgebenen Aufzug reparieren zu lassen. Weil sein Knie nach dem jüngsten Sturz immer noch wund und angeschwollen war und er es sich nicht leisten konnte, ständig Taxi zu fahren, hatte er über eine Stunde für den Weg nach Ledbrook Rowe veranschlagt. Eine stechend eisige Böe stug ihm ins Gesicht, so wie er die Tür öffnete, und dann sah er nur noch weiß, weil direkt vor seinen Augen ein Kamerablitz explodierte. Er blinzelte, drei menschliche Silhouetten tänzelten vor seinen Augen und wehrte mit erhobener Hand eine Seife weiterer Blitze ab. »Warum haben Sie der Polizei nicht gemeldet, dass Owen Quine vermisst wurde, Mr. Strike?« »Wussten Sie, dass er tot war, Mr. Strike?« Für den Bruchteil einer Sekunde erwog er, den Rückzug anzutreten und ihn die Tür vor der Nase zuzuschlagen, doch dann hätte er in der Falle gesessen und sich ihnen später stellen müssen. »Kein Kommentar«, sagte er daher kühl und machte sich auf den Weg, nicht gewählt, auch nur um Haaresbreite von seinem Kurs abzuweichen, so dass sie gezwungen waren, beiseite zu treten, wobei ihn zwei Journalisten mit Fragen bombardierten, während der dritte pausenlos knipsend rückwärts neben ihm herlief. Das Mädchen, das mit Strike im Eingang des Gitarrenladens hin und wieder eine Zigarettenpause machte, verfolgte die Szene mit großen Augen durchs Schaufenster. »Warum haben Sie niemandem erzählt, dass er seit über zwei Wochen vermisst wurde, Mr. Strike? Warum haben Sie nicht die Polizei eingeschaltet?« Die Hände tief in den Taschen marschierte Strike schweigend und mit grimmiger Miene weiter. Sie liefen neben ihm her und versuchten, ihn zum Reden zu bringen. Zwei Möwen mit rasiermesserscharfen Schnäbeln, die Sturzangriffe auf einen Fischtrawler flogen. »Wollen Sie wieder mal die Polizei vorführen, Mr. Strike? Wollen Sie den eins auswischen? Ist die Publicity gut fürs Geschäft, Mr. Strike?« In der Armee hatte er geboxt. In seiner Fantasie wirbelte er herum und setzte in die neben ihm schwebenden Rippen einen linken Haken, unter dem der kleine Scheißer zusammensackte. »Taxi!« brüllte er. »Blitz, Blitz, Blitz«, machte die Kamera, und er stieg ein. Zum Glück schaltete die Ampel weiter vorn im selben Augenblick auf grün, und das Taxi fuhr zügig an, sodass seine Verfolger nach wenigen Schritten aufgaben. »Arschlöcher«, dachte Strike und sah noch einmal über die Schulter zurück, als das Taxi um die Ecke bog. Irgendein Mistkerl bei der Mett musste ihnen gesteckt haben, dass er die Leiche gefunden hatte. Enstis war es bestimmt nicht gewesen, der hatte diese Information aus der Presseerklärung herausgehalten. Bestimmt einer dieser verbitterten Armleuchter, die ihm Lula Landry immer noch nicht verziehen hatten. »Sind Sie berühmt?« fragte der Taxifahrer und fixierte ihn im Rückspiegel. »Nein«, antwortete Strike knapp, »setzen Sie mich am Oxford Circus ab, okay?« Verärgert über die kurze Fahrt, grummelte der Taxifahrer vor sich hin. Strike holte sein Handy heraus und schrieb Robin eine SMS. »Zwei Reporter vor der Tür, als ich raus wollte, behaupten sie, sie arbeiten für Crowdy.« Dann rief er Enstis an. »Bob, ein paar Journalisten haben mir vor der Tür aufgelauert. Sie wissen, dass ich die Leiche gefunden habe.« »Woher?« »Das fragst du mich?« »Schweigen.« »Irgendwann musste es rauskommen, Bob. Aber von mir haben Sie es nicht.« »Ach ja, ich habe das mit dem Freund der Familie gelesen. Sie versuchen es so hinzudrehen, als hätte ich euch nichts erzählt, weil ich publicity-süchtig wäre.« »Kumpel, ich würde auf keinen Fall, wäre schön, wenn eine offizielle Quelle das klarstellen könnte, Rich. Dreck bleibt kleben, und ich muss hiermit meinen Lebensunterhalt verdienen.« »Geht klar«, versprach Enstis. »Sag mal, willst du nicht heute zum Abendessen zu uns kommen? Die Rechtsmedizin hat die ersten Einschätzungen geliefert. Die würde ich gern mit dir besprechen.« »Ja, sicher«, sagte Strike, während sich das Taxi dem Oxford-Circus näherte. »Und wie viel Uhr?« In der U-Bahn blieb er stehen, denn wenn er sich hingesetzt hätte, hätte er wieder aufstehen und dabei sein schmerzendes Knie umso mehr belasten müssen. An der Haltestelle Royal Oak spürte er sein Handy vibrieren und sah zwei Textnachrichten. Die erste war von seiner Schwester Lucy. »Alles Gute zum Geburtstag, Stick. XXX«. Er hatte komplett vergessen, dass er Geburtstag hatte. Er öffnete die zweite SMS. »Hi, Comoran, danke für Warnung, habt ihr Reporter eben gesehen. Häng immer noch vor dem Haus rum. Bis später. R. X.« Vor, dass es vorübergehend trocken geblieben war, erreichte Strike um kurz vor zehn das Haus der Quines. Es sah unter der bleichen Sonne genauso heruntergekommen und deprimierend aus wie bei seinem letzten Besuch, allerdings mit einem Unterschied. Vor dem Haus stand ein uniformierter Polizist. Es war ein großer, junger Gesetzeshüter mit kampflustig vorstehendem Kinn, der streng die Brauen zusammenzog, als er Strike mit der Andeutung eines Humpelns auf das Haus zukommen sah. »Kann ich fragen, wer Sie sind, Sir?« »Das nehme ich doch an«, sagte Strike, ging an ihm vorbei und klingelte an der Tür. Ungeachtet der von Ernstes ausgesprochenen Einladung zum Abendessen, war er im Moment nicht sonderlich gut, auf die Polizei zu sprechen. »Soweit sollten Ihre Fähigkeiten gerade noch reichen.« Die Tür ging auf, und Strike sah sich einer großen, schlachsigen jungen Frau mit fahler Haut, wilden, hellbraunen Locken, breitem Mund und argloser Miene gegenüber. Die großen Augen, klar und hellgrün, lagen weit auseinander. Sie trug ein langes Sweatshirt oder ein kurzes Kleid, das über den knochigen Knien endete, dazu rosa Frotti-Socken und drückte sich einen großen Plüsch-Orang-Utan an die flache Brust. Der Spielzeug-Affer hatte Klettbänder an den Pfoten und hing um ihren Hals. »Hallo«, sagte sie. Sie schaukelte kaum merkbar hin und her und verlagerte dabei das Gewicht erst auf den einen, dann auf den anderen Fuß. »Hi«, sagte Strike. »Bist du Orlando?« »Ihr Namen bitte, Sir«, sagte der junge Polizist laut. »Schon gut, schon gut. Wenn ich fragen darf, warum Sie vor diesem Haus stehen«, entgegnete Strike lächelnd. »Die Presse war hier«, antwortete der junge Polizist. »Da war ein Mann«, sagte Orlando, »und mit einer Kamera«, »und Mom hat gesagt«, »Orlando«, rief Leonora von drin. »Was machst du da?« Hager und bleichgesichtig kam sie in einem uralten, dunkelblauen Kleid mit durchhängendem Saum hinter ihrer Tochter durch den Flur gestapft. »Ach, Sie sind das! Kommen Sie rein!« Strike trat über die Schwelle und drehte sich lächelnd zu dem Polizisten um, der ihm finster nachstarrte. »Wie heißt du?«, fragte Orlando, als die Haustür hinter ihnen zugefallen war. »Comeran«, sagte er. »Das ist ein komischer Name.« »Bestimmt«, sagte Strike und ergänzte ohne zu wissen, warum. »Ich wurde nach einem Riesen benannt.« »Komisch«, sagte Orlando und schaukelte hin und her. »Gehen Sie durch«, kommandierte Leonora knapp und zeigte zur Küche. »Ich muss schnell aufs Klo, bin sofort wieder da.« Strike ging den schmalen Flur entlang. Die Tür zum Arbeitszimmer war geschlossen und vermutlich immer noch verriegelt. Als er die Küche betrat, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass er nicht der einzige Besucher war. Jerry Walgrave, der Lektor von Robert Schardt, saß am Küchentisch und umklammerte, das blasse Gesicht nervös verzogen, einen Blumenstrauß in tristen, lila- und blautönen. Ein zweiter, noch in Cellophane gehüllter Strauß ragte aus der zur Hälfte mit schmutzigem Geschirr gefüllten Spüle. Links und rechts davon standen nicht ausgepackte Plastiktüten voller Lebensmittel. »Hallo«, Walgrave sprang auf und blinzelte Strike durch seine Hornbrille ernst an. Offenbar erkannte er den Detektiv nach ihrer Begegnung auf dem dunklen Dachgarten nicht wieder, denn er fragte, während er ihm die Hand gab, »Gehören Sie zur Familie?« »Ich bin ein Freund der Familie«, sagte Strike, während sie einander die Hände schüttelten. »Schreckliche Geschichte«, sagte Walgrave. »Ich musste einfach vorbeikommen und nachfragen, ob ich irgendwie helfen kann. Aber seit ich hier bin, war sie dauernd auf dem Klo.« »Ah«, sagte Strike. Walgrave setzte sich wieder. Den plüschigen Orang-Utan fest an die Brust gedrückt, schob sich Orlando im Krebsgang in die Küche. Eine endlos lange Minute verstrich, während Orlando, eindeutig die am wenigsten Verlegenen im Raum, die beiden Männer unbekümmert anstarrte. »Du hast schöne Haare«, sagte sie schließlich zu Jerry Walgrave. »Wie ein Haarhaufen.« »Da hast du wohl recht«, entgegnete Walgrave und lächelte sie an. Sie verdrückte sich wieder in den Flur. Erneut wurde es still, während Walgrave an den Blumen nestelte und seinen Blick durch die Küche urschte. »Ich kann es immer noch nicht glauben«, sagte er schließlich. Oben rauschte eine Toilettenspülung, es folgte ein Rumpeln von der Treppe, und dann kehrte Leonora zurück, dicht gefolgt von Orlando. »Entschuldigung«, sagte sie zu den beiden. »Bei mir geht's gerade drunter und drüber«, offensichtlich sprach sie von ihrer Verdauung. »Öhren Sie, Leonora«, Jerry Walgrave erhob sich in qualvoller Unbeholfenheit, »jetzt, da Ihr Freund hier ist, möchte ich mich nicht länger aufdrängen.« »Der? Der ist kein Freund, der ist Detektiv«, sagte Leonora. »Verzeihung«, Strike fiel wieder ein, dass Walgrave auf einem Ohr taub war. »Er heißt wie ein Riese«, sagte Orlando. »Er ist ein Detektiv«, übertönte Leonora, ihre Tochter. »Ach«, sagte Walgrave verdattert, »das... das wusste ich nicht. Warum...« »Weil ich einen brauche«, erklärte Leonora knapp. »Die Polizei glaubt, dass ich Owen umgebracht hätte.« Es wurde wieder still. Walgraves Unbehagen war deutlich zu spüren. »Mein Daddy ist gestorben«, verkündete Orlando den Anwesenden. Ihr offener, erwartungsvoller Blick schien eine Reaktion einzufordern. Strike hatte das Gefühl, dass einer von ihnen etwas sagen sollte. »Ich weiß, es ist sehr traurig.« »Edna hat auch gesagt, das ist traurig«, erwiderte Orlando, als hätte sie auf eine originellere Antwort gehofft, und schlurfte wieder aus der Küche. »Setzen Sie sich doch«, lud Leonora die beiden Männer ein. »Sind die für mich?«, fragte sie dann und deutete dabei auf die Blumen in Walgraves Hand. »Ja«, »linkisch«, reichte er ihr den Strauß. »Hören Sie, Leonora, ich will Ihre Zeit wirklich nicht länger beanspruchen. Bestimmt haben Sie alle Hände voll zu tun mit den ganzen Vorbereitungen und...« »Sie geben seine Leiche nicht frei«, erklärte Leonora mit niederschmetternder Offenheit. »Darum kann ich noch gar nichts vorbereiten.« »Ach ja, die Karte hätte ich fast vergessen«, murmelte Walgrave hilflos und tastete seine Taschen danach ab. »Ach ja, hier, also wenn wir irgendetwas für Sie tun können, Leonora, was immer es auch...« »Ich wüsste nicht, was man da tun könnte«, beschied Leonora ihm knapp und nahm den Umschlag entgegen. Sie setzte sich an den Tisch, wo sich Strike bereits niedergelassen hatte. Er war froh, sein Bein entlasten zu können. »Also, ich glaube, ich gehe dann lieber und lasse Sie beide allein«, sagte Walgrave. »Hören Sie, Leonora, ich frage das wirklich ungern in so einem Augenblick, aber... aber Bombyx Mori, haben Sie zufällig eine Kopie davon hier?« »Nein«, sagte sie, »die hat Owen mitgenommen.« »Es tut mir wirklich leid, aber es würde uns enorm helfen, wenn...« »Dürfte ich mal nachsehen, ob noch irgendwas davon in seinem Arbeitszimmer liegt.« Sie spähte durch ihre riesigen altmodischen Brillengläser zu ihm auf. »Die Polizei hat alles mitgenommen, was er hier gelassen hat«, sagte sie. »Die sind gestern wie ein Wirbelsturm durch sein Zimmer gefegt, dann haben Sie es abgesperrt und den Schlüssel mitgenommen. Ich kann selber nicht mehr rein.« »Oh, ach so, wenn die Polizei...« »Nein«, sagte Walgrave, »auch recht, nein, ich finde selbst hinaus, bitte, bitte bleiben Sie sitzen.« Er ging durch den Flur und sie hörten die Haustür in Schlossfallen. »Keine Ahnung, warum er gekommen ist«, sagte Leonora mürrisch. »Wahrscheinlich hat er jetzt das Gefühl, dass er was Nettes getan hat.« Sie öffnete die Karte, die er dagelassen hatte. Auf der Vorderseite war ein Aquarell mit Pfeilchen aufgedruckt, innen waren zahlreiche Unterschriften zu sehen. »Tch, jetzt tun alle ganz furchtbar nett, weil sie sich schuldig fühlen«, sagte Leonora und warf die Karte auf die Resopaltischplatte. »Schuldig?« »Sie haben nie kapiert, was sie an ihm hatten. Bücher müssen vermarktet werden«, erklärte sie zu seiner Überraschung. »Man muss Werbung dafür machen. Nur der Verlag kann sie bekannt machen. Sie haben Owen nie ins Fernsehen gebracht oder so, wie er es gebraucht hätte.« Strike vermutete, dass sie diese Klagen von ihrem Mann übernommen hatte. »Leonora«, sagte er und zog sein Notizbuch heraus, »ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle?« »Ich denke schon, aber ich weiß nichts.« »Haben Sie mitbekommen, ob irgendwer mit Owen gesprochen oder ob ihn noch jemand gesehen hat, nachdem er am fünften von hier verschwand?« Sie schüttelte den Kopf. »Keine Freunde, keine Angehörigen?« »Niemand«, sagte sie. »Wollen Sie einen Tee?« »Ja, gern«, sagte Strike, um die Unterhaltung in Gang zu halten, auch wenn er lieber nichts zu sich genommen hätte, was in dieser schmuddeligen Küche zubereitet worden war. »Wie gut kannten Sie die Leute aus Owens Verlag?«, fragte er, während sie geräuschvoll den Wasserkoch erfüllte. Sie zuckte mit den Schultern. »Eigentlich gar nicht. Diesen Jerry habe ich mal getroffen, als Owen Bücher signieren sollte.« »Und Sie sind mit niemandem bei Robert Schardt befreundet?« »Nein, wieso auch? Owen hat mit denen gearbeitet, nicht ich.« »Und Sie haben Bombyx Mori wirklich nicht gelesen?«, fragte Strike beiläufig. »Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich mag Sie erst lesen, wenn es fertige Bücher sind.« »Warum fragt mich das jeder?« Sie sah von der Plastiktüte auf, in der sie nach Keksen gesucht hatte. »Was ist eigentlich mit der Leiche?«, wollte sie unvermittelt wissen. »Was haben Sie mit ihm gemacht?« »Niemand will mir was sagen. Sie haben seine Zahnbürste mitgenommen, um einen Gentest zur Identifikation zu machen.« »Warum darf ich ihn nicht sehen?« Er hatte diese Frage schon früher gestellt bekommen, von anderen Witwen, von am Boden zerstörten Eltern. Wie schon so oft, behalf er sich mit einer Halbwahrheit. Er lag schon eine ganze Weile... »Wie lang?« »Das wissen Sie noch nicht.« »Wie ist das passiert?« »Ich glaube, auch das wissen Sie noch nicht genau.« »Aber Sie müssen doch...« Sie verstummte, weil in diesem Moment Orlando zurück in die Küche schlurfte, wobei sie diesmal neben ihrem Plüsch-Orang-Utan noch einen Stapel grellbunter Zeichnungen umklamatiert. »Wo ist Sherry?« »Wieder arbeiten,« sagte Leonora. »Er hat schöne Haare. Deine Haare mag ich nicht,« erklärte sie Strike. »Die sind so krisselig.« »Ich mag sie auch nicht so besonders,« sagte er. »Er will sich jetzt keine Bilder ansehen, Dodo,« ermahnte Leonora ihre Tochter, doch Orlando beachtete ihre Mutter nicht weiter und breitete ihre Gemälde vor Strike auf dem Tisch aus. »Die habe ich gemalt!« Strike konnte darauf Blumen, Fische und Vögel erkennen. Unter einer der Zeichnungen war die Kinderspeisekarte eines Restaurants auf der Rückseite des Blattes zu sehen. »Die sind sehr schön,« sagte Strike. »Leonora, wissen Sie, ob die Polizei irgendwelche Teile aus Bombyxmoore gefunden hat, als das Arbeitszimmer durchsucht wurde?« »Ja,« sagte sie und ließ Teebeutel in zwei angeschlagene Becher fallen. »Zwei alte Farbbänder von seiner Schreibmaschine. Die waren hinter den Schreibtisch gerutscht. Dann sind sie rausgekommen und haben mich gefragt, wo die restlichen sind. Ich habe ihnen gesagt, dass er die mitgenommen hat.« »Ich mag Daddys Zimmer,« erklärte Orlando. »Er gibt mir immer Papier zum Malen.« »Dieses Arbeitszimmer ist eine einzige Müllhalde,« sagte Leonora und schaltete den Wasserkocher ein. »Sie haben ewig gebraucht, bis sie alles durchsucht hatten.« »Tante Liz war drin,« sagte Orlando. »Wann?« Mit den beiden Teebechern in der Hand sah Leonora ihre Tochter finster an. »Als sie da war und du aufs Klo bist,« sagte Orlando. »Da ist sie in Daddys Zimmer gegangen. Ich habe sie gesehen.« »Sie hatte kein Recht, da reinzugehen,« sagte Leonora. »Hat sie rumgeschnüffelt?« »Nein,« sagte Orlando, »sie ist reingegangen und dann ist sie wieder rausgekommen. Und dann, dann hat sie mich gesehen und hat angefangen zu weinen.« »Ja,« stellte Leonora zufrieden fest, »bei mir hat sie auch geheult und alles. Noch eine, die sich schuldig fühlt.« »Wann war sie hier?« fragte Strike. »Gleich am Montag,« sagte Leonora, »hat sich erkundigen wollen, ob sie helfen kann. Helfen, nach allem, was sie angerichtet hat.« Der Tee war so schwach und milchig, dass man fast meinen konnte, er hätte nie einen Teebeutel gesehen. Strike trank seinen Tee am liebsten dunkel wie Kreosot. Während er einen kleinen Höflichkeitschluck nahm, musste er an Elizabeth Tassel denken, die sich gewünscht hatte, Quine hätte die Beißattack ihres Dobermanns nicht überlebt. »Ich mag ihren Lippenstift,« verkündete Orlando. »Du magst heute alles an jedem,« kommentierte Leonora ungerührt und setzte sich mit ihrem Becher voll wässrigem Tee. »Ich habe sie gefragt, warum sie das getan hatte, warum sie Owen gesagt hat, er dürfe das Buch nicht veröffentlichen, obwohl sie doch wusste, dass er durchdrehen würde.« »Was hat sie darauf geantwortet?« fragte Strike. »Dass er einen Haufen echter Leute in das Buch gepackt hat,« sagte Leonora. »Keine Ahnung, wieso das alle so schlimm finden. Das macht er doch immer.« Sie nahm einen Schluck Tee. »Er hat mich doch auch überall mit reingepackt.« Strike dachte an Succubar, die ausgeleierte Hure, und fand Owen Quine einmal mehr widerwärtig. »Ich wollte sie nach dem Haus in der Telgath Road fragen.« »Keine Ahnung, was er dort wollte,« sagte sie prompt. »Er hat es gehasst. Er wollte es seit Jahren verkaufen, aber Fancour hat ihn nicht gelassen.« »Sehen Sie, und genau das verstehe ich nicht.« Orlando hatte sich still auf dem Stuhl neben seinem niedergelassen, ein nacktes Bein untergeschlagen und malte mit Buntstiften, die sie scheinbar aus dem Nichts hervorgezaubert hatte, leuchtend bunte Flossen an einem großen Fisch. »Wie kommt es, dass Michael Fancour den Verkauf jahrelang verhindern konnte?« »Das hat irgendwas damit zu tun, unter welchen Bedingungen dieser Joe ihn das Haus hinterlassen hat. Irgendwas damit, wie es benutzt werden soll, keine Ahnung. Da müssen Sie Liz fragen, die weiß da besser Bescheid.« »Wissen Sie, wann Owen das letzte Mal dort war?« »Das ist Jahre her,« sagte sie. »Keine Ahnung, Jahre.« »Ich brauche mehr Malpapier,« verkündete Orlando. »Ich habe keins mehr,« sagte Leonora. »Das liegt alles in Daddys Zimmer. Nimm die Rückseite von dem hier.« Sie zog eine Wurfsendung von der überfüllten Küchentheke und schob sie ihrer Tochter über den Tisch zu. Doch Orlando wischte das Papier zur Seite und schlenderte mit dem schlenkernden Orang-Utan um den Hals aus der Küche. Im nächsten Augenblick hörten sie, wie sie versuchte, die Tür zum Arbeitszimmer aufzudrücken. »Orlando, nein!« bete Leonora, sprang auf und lief in den Flur. Strike nutzte die Gelegenheit, um sich zurückzulehnen und den milchigen Tee bis auf einen kleinen Rest in die Spüle zu kippen. Ein paar Spritzer landeten an dem Strauß und blieben verräterisch am Zellophan hängen. »Nein, Dodo, das darfst du nicht! Nein, wir dürfen da nicht rein! Wir dürfen da nicht rein! Jetzt lass los!« Ein schrilles Aufheulen, gefolgt von einem lauten Poltern, verriet Strike, dass Orlando nach oben geflüchtet war. Rotgesichtig kehrte Leonora in die Küche zurück. »Dafür kann ich jetzt den ganzen Tag büßen,« sagte sie. »Sie ist komplett durch den Wind. Mag es nicht, dass die Polizei hier ist.« Sie gähnte nervös. »Konnten Sie schlafen?«, fragte Strike. »Nicht lang, weil ich immer zu denken muss, wer? Wer kann so etwas tun?« »Er regt die Leute auf, ich weiß,« fuhr sie zerstreut fort, »aber so ist er eben, ein Hitzkopf. Er rastet bei den kleinsten Kleinigkeiten aus. So war er schon immer. Er meint das nicht so. Aber wer sollte ihn denn deswegen umbringen? Michael Fancore muss noch einen Schlüssel für das Haus haben.« Sie knetete ihre Finger, während sie von einem Thema zum nächsten sprang. »Das ist mir gestern Nacht wieder eingefallen, als ich nicht einschlafen konnte. Und ich weiß, dass Michael Fancore ihn nicht ausstehen konnte. Das war schon immer so. Dabei hat Owen überhaupt nie getan, was Michael Fancore ihm vorgeworfen hat. Er hat das damals nicht geschrieben. Aber Michael Fancore würde Owen nicht umbringen.« Sie sah Strike an, und ihre klaren Augen waren so unschuldig wie die ihrer Tochter. »Er ist reich, oder? Berühmt! Der würde so etwas nicht machen!« Es war Strike immer schon ein Rätsel gewesen, aus welchem Grund Prominente von der Öffentlichkeit mit einem Nimbus der Unantastbarkeit betrachtet wurden, selbst wenn die Presse ihnen nachstellte und sie verunglimpfte und verfolgte. So viele Berühmtheiten auch wegen Vergewaltigung oder Mordes verurteilt werden mochten, hielt sich doch der in seiner Intensität fast heidnische Glaube, die doch nicht. Auf keinen Fall. Die sind doch berühmt. »Aber dieser verfluchte Chart!« platzte es aus Leonora heraus. »Der hat Owen ziemlich unfreundliche Briefe geschickt. Owen hat ihn noch nie leiten können. Und dann unterschreibt er diese Karte. Von wegen, wenn er irgendwas tun kann. Tch, wo ist sie überhaupt?« Die Karte mit dem Fallchen-Aquarell war vom Tisch verschwunden. »Orlando!« Leonora lief vor Wut rot an. »Sie hat sie eingesteckt!« Und mit einer Lautstärke, bei der Strike den Kopf einzog, bellte sie in Richtung Zimmerdecke. »Do, do!« Es war der vernunftwidrige Zornesausbruch eines Menschen im hohen Anfangsstadium der Trauer. Er verriet genau wie Leonoras nervöser Magen nur allzu deutlich, wie sehr sie unter der sauer-töpfischen Schale tatsächlich litt. »Do, do!« brüllte sie noch einmal. »Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt? Du sollst nichts nehmen, was dir nicht...« Wie aus dem Nichts erschien Orlando in der Küche, den Orang-Utan immer noch fest an ihre Brust gepresst. Offenbar war sie katzengleich die Treppe heruntergeschlichen, ohne dass auch nur das leiseste Geräusch zu hören gewesen war. »Du hast die Karte eingesteckt!« rief Leonora zornig. »Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt? Du sollst nichts nehmen, was dir nicht gehört? Wo ist sie?« »Ich mag die Blume«, sagte Orlando und zauberte die glänzende, mittlerweile jedoch zerknitterte Karte hervor. Ihre Mutter riss sie ihr aus den Fingern. »Die gehört mir«, erklärte sie ihrer Tochter. »Sehen Sie«, sie drehte sich zu Strike um und deutete auf den längsten Eintrag, verfasst in gestochen scharfer, akkurater Handschrift. »Bitte lassen Sie mich wissen, wenn wir irgendetwas für Sie tun können. Daniel Schad, verfluchter Heuchler!« »Daddy kann Dantzla nicht leiden«, sagte Orlando. »Das hat er mir erzählt.« »Er ist ein verfluchter Heuchler, so viel steht fest«, sagte Leonora, während sie mit zusammengekniffenen Augen versuchte, die übrigen Unterschriften zu entziffern. »Er hat mir einen Pinsel geschenkt«, sagte Orlando, »als er mich angefasst hat.« Kurz wurde es ganz still im Raum. Leonora sah zu ihr auf. Strike war, mit dem Bächer auf halbem Weg zum Mund, mitten in der Bewegung erstarrt. »Was? Ich mag's nicht, wenn ich angefasst werde.« »Was? Was redest du denn da? Wer hat dich angefasst?« »Bei Daddy in der Arbeit.« »Red kein Unfug«, sagte ihre Mutter. »Als Daddy mit mir da war und ich gesehen habe, vor einem Monat hatte sie mit in den Verlag genommen, weil ich einen Arzttermin hatte«, erklärte Leonora. Sie wirkte sichtlich aufgewühlt und nervös. »Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet.« »Und, und ich die Bilder gesehen habe, die sie auf die Bücher drauf tun, alles ganz bunt«, fuhr Orlando fort. »Und da hat Dancha mich angefasst.« »Du weißt doch gar nicht, wer Daniel Chart ist«, sagte Leonora. »Er hat keine Haare«, sagte Orlando. »Und davor ist Daddy mit mir zu der Frau gegangen, und ich habe ihr mein allerbestes Bild geschenkt. Sie hat schöne Haare.« »Was für eine Frau! Was redest du? Und da hat Dancha mich angefasst«, übertönte Orlando sie. »Er hat mich angefasst, ich habe geschrien, und da hat er mir einen Pinsel geschenkt.« »Du wirst sowas nicht in der Gegend rum erzählen«, sagte Leonora gepresst und mit zittriger Stimme. »Haben wir nicht schon genug?« »Sei nicht dumm, Orlando.« Orlando wurde knallrot. Mit einem wütenden Blick auf ihre Mutter stürmte sie erneut aus der Küche. Diesmal knallte sie die Tür mit so viel Wucht hinter sich zu, dass sie nicht ins Schloss fiel, sondern wieder aufsprang. Strike hörte Orlando die Treppe hinaufpoltern. Nach ein paar Stufen begann sie unverständlich zu kreischen. »Jetzt regt sie sich wieder auf«, sagte Leonora erschöpft, und aus ihren hellen Augen rollten die ersten Tränen. Strike griff nach der ausgefransten Küchenrolle neben der Spüle, riss ein paar Blatt ab und drückte sie ihr in die Hand. Stumm ließ sie ihren Tränen freien Lauf, und ihre Schultern bebten, während Strike schweigend bei ihr saß und den Rest seines grässlichen Tees trank. »Wir haben uns im Papp kennengelernt«, murmelte sie schließlich unerwartet, schob die Brille nach oben und tupfte ihr nasses Gesicht ab. »Er war auf dem Festival. Hey, on why? Ich hätte noch nie von ihm gehört, aber mir war sofort klar, dass er jemand sein musste, so wie er angezogen war und wie er geredet hat.« Und auf einmal erglühte hinter ihren müden Augen ein schwacher Widerschein der einstigen Heldenverehrung, beinahe erloschen, während all der Jahre der Vernachlässigung und des Ungemachs, in denen sie seinen Dünkel und seine Wutausbrüche hatte ertragen müssen, und in denen sie in dieser heruntergekommenen Behausung versucht hatte, Rechnungen zu bezahlen und ihre gemeinsame Tochter zu versorgen. Vielleicht war der Funke wieder aufgeglimmt, weil ihr Held, wie alle wahren Helden, gestorben war. Vielleicht würde er jetzt für immer leuchten wie ein ewiges Licht, und sie würde das Schlimmste vergessen und nur mehr an jener Idee von ihm festhalten, in die sie sich einst verliebt hatte. Aber solange sie sein letztes Manuskript nicht las und erfuhr, wie bösartig er sie darin porträtiert hatte. »Eine Frage habe ich noch, Leonora«, sagte Strike sanft, »dann gehe ich wieder. Sind in der letzten Woche wieder Hundeexkremente in ihrem Briefschlitz gelandet?« »Letzte Woche?« Ich holte sie mit belegter Stimme und tupfte sich wieder die Augen. »Ja, am Dienstag, glaube ich, oder war es am Mittwoch? Aber ja, noch einmal.« »Und haben Sie noch mal die Frau gesehen, von der Sie sich verfolgt fühlten?« Sie schüttelte den Kopf und schnurzte sich. »Vielleicht habe ich mir das ja bloß eingebildet, keine Ahnung.« »Und finanziell kommen Sie aus?« »Ja«, sagte sie und tupfte sich erneut die Augen. »Owen hatte eine Lebensversicherung. Ich habe ihn gezwungen, eine abzuschließen, wegen Orlando. Wir kommen schon über die Runden. Edna hat gesagt, sie leiht mir was, bis das Geld da ist.« »Dann verabschiede ich mich jetzt.« Strike stemmte sich aus dem Stuhl. Immer noch schniefen, folgte sie ihm durch den düsteren Flur, und noch ehe die Tür hinter ihm entschloss, fiel, hörte er sie rufen. »Dodo! Dodo, komm runter, bitte! Ich hab's nicht so gemeint!« Der junge Polizist vor dem Haus versuchte, Strike den Weg zu verstellen. Er sah wütend aus. »Ich weiß jetzt, wer Sie sind«, sagte er. Er hielt immer noch das Handy in der Hand. »Sie sind Comer and Strike!« »Wow, Sie sind ja ein ganz aufgeweckter was«, entgegnete Strike. »Und jetzt aus dem Weg, Jungchen. Einige von uns haben zu tun.« Welcher Mörder, Höllenhund, Teufel muss das sein? Ben Johnson, Episcene oder das stille Frauenzimmer? Ohne daran zu denken, wie schwer ihm mit dem wunden Knie das Aufstehen fallen würde, ließ Strike sich in der U-Bahn auf einen Exits fallen und rief Robin an. »Hi«, sagte er. »Sind die Presseleute wieder weg?« »Nein, Sie lungern immer noch vor dem Haus herum. Sie sind in den Nachrichten, wussten Sie das?« »Ich hab's auf der BBC-Webseite gelesen. Ich hab Enstis schon angerufen und ihn gebeten, meine Rolle herunterzuspielen. Hat er?« Er hörte die Tastatur unter ihren Fingern klappern. »Ja, er wird zitiert. D.I. Richard Enstis hat Gerüchte bestätigt, dass die Leiche von Comer and Strike gefunden wurde, von demselben Privatdetektiv, der in diesem Jahr schon einmal Schlagzeilen machte, als er...« »Das können Sie überspringen.« »Mr. Strike wurde von der Familie beauftragt, Mr. Quine ausfindig zu machen, der oft über längere Zeit verschwand, ohne jemanden über seinen Aufenthaltsort zu informieren. Mr. Strike steht nicht unter Verdacht. Seine Angaben hinsichtlich des Leichenfunds seien glaubwürdig, so ein Sprecher der Polizei.« »Hm. Guter alter Dickie«, sagte Strike. »Heute Morgen haben Sie mir noch unterstellt, ich würde tagelang auf Leichen hocken, um mein Geschäft anzukurbeln. Kaum zu glauben, dass sich die Presse derart für einen toten 58-Jährigen interessiert. Dabei wissen Sie noch nicht einmal, wie grausam er ermordet wurde.« »Sie interessieren sich weniger für Quine«, stellte Robin fest, »sondern vor allem für Sie.« Der Gedanke bereitete Strike Unbehagen. Er wollte sein Gesicht weder in der Zeitung noch im Fernsehen sehen. Die Fotos von ihm, die man in der Folge des Falls Lula Landry abgedruckt hatte, waren überwiegend winzig gewesen. Man hatte den Platz für die Bilder des atemberaubend schönen, vorzugsweise knapp bekleideten Models gebraucht. Sein finsteres, mürrisches Gesicht ließ sich in schmieriger Druckerschwärze nur schlecht wiedergeben, und er hatte Porträtaufnahmen seiner selbst vermeiden können, als er das Gerichtsgebäude betreten hatte, um im Mordfall Landry auszusagen. Daraufhin hatte man Bilder von ihm in Uniform ausgegraben, aber die waren Jahre alt und er darauf bedeutend schlanker gewesen. Niemand hatte ihn seit jener kurzlebigen Berühmtheit auf der Straße wiedererkannt, und ihm war nicht daran gelegen, seine Anonymität erneut zu gefährden. »Ich will nicht in eine Meute von Reportern rennen.« »Nicht«, ergänzte er sarkastisch, während prompt sein Knie wieder zu pochen begann, »dass ich im Moment überhaupt rennen könnte.« »Treffen wir uns«, das Tottenham war sein Lieblingspub, aber er wollte ihn nicht der Gefahr aussetzen, dass in Zukunft die Presse dort einfiel. »In vierzig Minuten im Cambridge, in Ordnung?« »Kein Problem«, sagte sie. Erst nachdem Strike aufgelegt hatte, fiel ihm ein, dass er sich weder nach dem trauernden Matthew erkundigt, noch sie gebeten hatte, seine Krücken mitzubringen. Der aus dem neunzehnten Jahrhundert stammende Pub befand sich am Cambridge Circus. Robin erwartete ihn im ersten Stock auf einer Lederbank unter Messing-Kronleuchtern und Spiegeln mit vergoldeten Rahmen. »Ist alles in Ordnung?«, fragte sie besorgt, als er auf sie zuhumpelte. »Das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt«, sagte er und ließ sich zaghaft und unter einem Stöhnen auf den Stuhl gegenüber sinken. »Ich habe mir am Sonntag schon wieder das Knie verdreht, als ich versucht habe, eine Frau dingfest zu machen, die mich beschattet hat.« »Was für eine Frau?« »Sie ist mir vom Haus der Quines bis zur U-Bahn nachgegangen.« Dann bin ich wie ein Vollidiot der Länge nach hingeknallt, und sie ist abgehauen. Der Beschreibung nach war es dieselbe Person, die Leonora nach Quines Verschwinden vor ihrem Haus gesehen hat. Ich könnte wirklich was zu trinken gebrauchen. »Ich hole Ihnen was«, sagte Robin. »Schließlich haben Sie heute Geburtstag. Ich habe übrigens ein Geschenk für Sie.« Sie hob ein in Cellophane gehöltes und mit einer Schleife verziertes Körbchen auf den Tisch, das mit Lebensmitteln aus Cornwall gefüllt war. Bier, Cider, Süßigkeiten und Senf. Er war geradezu lächerlich gerührt. Also, das wäre nicht nötig gewesen. Aber sie war schon in der Bar und außer Hörweite. »Vielen Dank«, sagte er, als sie mit einem Glas Wein und einem Pint London Pride zurückkam. »Gern geschehen. Sie glauben also, dass diese Unbekannte Leonoras Haus observiert?« Strike nahm einen lang ersehnten großen Schluck Bier. »Ja. Und möglicherweise Hundescheiße durch ihren Briefschlitz stopft, ja«, sagte Strike. »Allerdings verstehe ich nicht ganz, was sie sich davon erhofft hat, mich zu beschatten. Esser Densy hat geglaubt, ich würde sie zu Quine führen.« Er hob das lidierte Bein auf einen Hocker unter dem Tisch und verzog dabei das Gesicht. »Eggentlich sollte ich diese Woche Brocklehurst und Burnett's Ehemann beschatten. Wirklich der beste Zeitpunkt, um sich das Knie zu demolieren.« »Ich könnte für sie einspringen.« Das begeisterte Angebot war spontan aus Robin herausgesprudelt, doch Strike machte nicht den Anschein, es gehört zu haben. »Wie geht es Matthew?« »Nicht besonders,« antwortete Robin. Sie hätte nicht sagen können, ob Strike ihren Vorschlag zur Kenntnis genommen hatte oder nicht. Er ist nach Hause gefahren zu seinem Dad und seiner Schwester. »Nach Massim, nicht wahr?« »Ja.« Sie zögerte und sagte dann, »wir werden die Hochzeit verschieben müssen.« »Das tut mir leid.« Sie zuckte mit den Schultern. »Wir können unter keinen Umständen so kurz danach Hochzeit feiern. Es war für die ganze Familie ein furchtbarer Schock.« »Haben Sie sich gut mit Matthews Mutter verstanden?«, fragte Strike. »Ja, natürlich, sie war...« »Tatsächlich war Mrs. Canliffe immer schon ein schwieriger Mensch gewesen, hypochondrisch, wie Robin insgeheim gedacht hatte. Seit 24 Stunden hatte sie deswegen ein schlechtes Gewissen.« »Sie war wirklich reizend,« sagte Robin. »Und wie geht es der armen Mrs. Quine?« Strike berichtete ihr von seinem Besuch bei Leonora und schloss in seinem Bericht auch den kurzen Auftritt von Walgrave und die Begegnung mit Orlando ein. »Was hat sie eigentlich genau?«, fragte Robin. »Eine Entwicklungsstörung nennt man sowas heutzutage, glaube ich.« Er musste wieder an Orlandos argloses Lächeln und ihren Plüsch-Orang-Utan denken und verstummte. »Während ich bei Ihnen war, hat sie etwas Seltsames gesagt, was offenbar auch für die Mutter neu war. Sie hat erzählt, dass sie einmal mit ihrem Vater im Verlag gewesen sei und dass Quines Verleger, Daniel Chart, sie angefasst habe. Er sah, wie sich auf Robins Gesicht die gleichen uneingestandenen Ängste breitmachten, die jene Worte auch in der schmuddeligen Küche heraufbeschworen hatten.« »Wie angefasst?« »Mehr hat sie nicht gesagt. Sie sagte nur, er hat mich angefasst, und ich mag's nicht, wenn ich angefasst werde, und dass er ihr hinterher einen Pinsel geschenkt habe. Vielleicht war es auch ganz anders,« fügte Strike hinzu, als er Robins angespannte Miene sah, »doch sie schwieg nur bedeutungsschwer.« Vielleicht ist er nur versehentlich mit ihr zusammengestoßen und hat ihr etwas geschenkt, um sie zu besänftigen. Während ich bei ihnen war, ging sie alle paar Minuten in die Luft und fing an zu kreischen, weil sie irgendetwas haben wollte oder weil ihre Mom mit ihr geschimpft hat. Ihm knurrte der Magen, und er riss die Folie über Robins Geschenk auf, zog eine Tafel Schokolade heraus und wickelte sie aus, während Robin ihm weiter nachdenklich gegenüber saß. »Die Sache ist die«, brach Strike das Schweigen, »Quine hat in Bombecks Mori angedeutet, dass Chart schwul sei. Jedenfalls glaube ich, dass er das andeuten wollte.« »Hm«, Robin wirkte wenig beeindruckt, »und glauben Sie alles, was Quine in diesem Buch geschrieben hat?« »Naja, offenbar hat Chart sich ziemlich darüber aufgeregt. Immerhin hat der Quine diverse Anwälte auf den Hals gehetzt«, sagte Strike, brach ein Stück Schokolade ab und steckte es sich in den Mund. »Allerdings dürfen Sie nicht vergessen«, fuhr er mit vollem Mund fort, »dass Chart in Bombecks Mori ein Mörder ist, womöglich ein Vergewaltiger, und außerdem fällt ihm der Pimmel ab, also hat er sich womöglich gar nicht so sehr über das Schwulsein aufgeregt.« »Sexuelle Dualität scheint ein wiederkehrendes Motiv in Quines Büchern zu sein«, sagte Robin. Kaunt und mit hochgezogenen Brauen sah er sie an. »Ich habe auf dem Weg zur Arbeit einen Abstecher zu Falls gemacht und mir dort Hubert Sünde besorgt«, erklärte sie. »Darin geht es um einen Hermaphroditen«, Strike schluckte. »Offenbar haben die es ihm angetan. Im Bombecks Mori gibt es auch einen«, sagte er und blickte auf die Schokoladenverpackung. »Hm, die kommt aus Mulien. Das ist ein Stück weiter unten an der Küste, wo ich aufgewachsen bin. Wie ist Hubert Sünde so? Halbwegs lesbar?« »Ich hätte es garantiert nach ein paar Seiten weggelegt, wenn der Autor nicht gerade ermordet worden wäre«, gab Robin zu. »Umgelegt zu werden, beflügelt bestimmt die Verkaufszahlen.« »Ich will damit sagen«, setzte Robin unbeirrt nach, »dass man sich nicht unbedingt auf Quime verlassen kann, wenn es um das Sexualleben anderer Leute geht. Seine Figuren scheinen grundsätzlich mit allem und jedem zu schlafen. Ich habe mir seinen Wikipedia-Artikel angesehen. Eines der Schlüsselmotive in seinen Büchern ist wohl, dass die Figuren ständig das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung wechseln.« »Das ist in Bombecks Mori auch so«, grunzte Strike und brach noch ein Stück Schokolade ab. »Mh, das schmeckt gut. Wollen Sie auch was?« »Theoretisch bin ich auf Diät«, sagte Robin traurig, »wegen der Hochzeit.« Strike war nicht der Ansicht, dass sie abnehmen musste, sagte aber nichts, und sie nahm sich ebenfalls ein Stück. »Ich habe nachgedacht«, sagte Robin schüchtern, »über den Mörder.« »Und was sagt die Psychologin? Schießen Sie los?« »Ich bin keine Psychologin«, widersprach sie und lachte. Sie hatte ihr Psychologiestudium abgebrochen. Strike hatte nie auf eine Erklärung gedrungen, und sie hatte nie von sich aus eine gegeben. Dass sie von der Universität abgegangen war, hatte sie mit ihm gemeinsam. Er hatte sein Studium hingeworfen, nachdem seine Mutter an einer mysteriösen Überdosis gestorben war, und nahm daher womöglich unbewusst an, dass auch Robin ihr Studium aufgrund einer traumatischen Erfahrung abgebrochen hatte. Ich habe mich nur gefragt, warum der Täter sich so eng an das Buch gehalten hat. Oberflächlich sieht es nach einem vorsätzlichen, gemeinen Racheakt aus, mit dem der Welt gezeigt werden soll, dass Quine nur bekommen hat, was ihm dafür zustand, dass er dieses Buch geschrieben hat. »Ja, sieht ganz so aus«, flichtete Strike ihr bei. Er war immer noch hungrig, beugte sich zum Nachbartisch und zog eine Speisekarte zu sich herüber. »Ich nehme ein Steak mit Pommes. Möchten Sie auch was essen?« Robin wählte spontan einen Salat und ging dann, damit Strike sein Knie schonen konnte, zur Bar, um ihre Bestellung aufzugeben. »Andererseits«, fuhr sie fort, als sie sich wieder gesetzt hatte, »könnte man, indem man die letzte Szene des Buches nachstellt, auch gut ein ganz anderes Motiv verschleiern, oder nicht?« Sie bemühte sich, so sachlich wie nur möglich zu klingen, als würden sie ein abstraktes Problem diskutieren, doch die Bilder von Quines Leichnam gingen ihr nach wie vor nicht aus dem Kopf, die dunkle Kaverne des ausgeweideten Rumpfs, die ausgebrannten Risse und Höhlen, wo Mund und Augen gewesen waren. Wenn sie allzu lange darüber nachdachte, was man Quine angetan hatte, würde sie ihr Mittagessen nicht mehr hinunterbringen, das war ihr klar, und womöglich würde ihr Entsetzen dann auch Strike auffallen, dessen dunkle Augen sie beunruhigend eindringlich ansahen. »Hm, Sie können ruhig zugeben, dass Ihnen bei der Vorstellung, was mit ihm passiert ist, bei übel wird,« sagte er, den Mund voller Schokolade. »Wird es mir gar nicht,« log sie unwillkürlich, »und dann, na ja, also, ein bisschen schon, ich meine, es war grässlich.« »Ja, das war's.« Wenn er noch unter seinen Kollegen von der SIB gewesen wäre, hätte er inzwischen Witze darüber gerissen. Strike konnte sich an unzählige von nachtschwarzem Humor durchzogene Nachmittage erinnern, manche Ermittlungen stand man anders nicht durch. Robin hingegen hatte sich noch keinen Schutzpanzer aus professioneller Kaltschnurzigkeit zugelegt. Das zeigte auch ihr Versuch, leidenschaftslos über einen Mann zu diskutieren, dem man die Eingeweide entnommen hatte. »Motive sind eine heikle Angelegenheit, Robin. In neun von zehn Fällen kennt man das Warum erst, wenn man weiß, wer es war. Wir suchen vor allem nach Mitteln und Möglichkeiten. Ich persönlich glaube, und damit nahm er einen großen Schluck Bier, dass wir nach jemandem mit medizinischen Kenntnissen Ausschau halten sollten. »Medizinischen oder anatomischen? Was Quine angetan wurde, sieht nicht nach der Arbeit eines Amateurs aus. Man hätte ihn genauso gut in Stücke hacken und versuchen können, seine Eingeweide rauszureißen. Aber ich habe nichts entdeckt, was auf irgendwelche Fehlversuche hingedeutet hätte. Nur einen sauberen, sicher geführten Schnitt.« »Ja«, Robin gab sich alle Mühe, weiterhin objektive, klinische Distanz zu wahren. »Das stimmt.« »Es sei denn, wir haben es mit einem Literaturfanatiker zu tun, der zufällig an eine exzellente Vorlage geraten ist,« sinnierte Strike. »Das klingt zwar ziemlich weit hergeholt, aber wer weiß. Falls er gefesselt war und unter Drogen stand, hätte man das alles mit der nötigen Skrupellosigkeit fast wie eine Biologiestunde gestalten können.« Robin konnte sich nicht länger zurückhalten. »Ich weiß, Sie sagen immer, Motive seien was für Anwälte,« fiel sie ihm mit einem Anflug von Verzweiflung ins Wort. Strike hatte diese Maxime oft genug wiederholt, seit sie begonnen hatte, für ihn zu arbeiten. »Aber lassen Sie mich das kurz ausführen. Der Mörder muss das Gefühl gehabt haben, dass es aus irgendeinem Grund die Anstrengung lohnte, Quine so umzubringen, wie es in seinem Buch geschildert wurde, und zwar trotz der offensichtlichen Nachteile.« »Was da wären?« »Na ja«, sagte Robin, »die logistischen Probleme, die bestimmt mit einem so... naja, so aufwendigen Tötungsszenario verbunden sind, und dann die Tatsache, dass dadurch der Kreis der Verdächtigen auf diejenigen begrenzt wird, die das Buch gelesen haben, oder einzelne Details gehört haben«, warf Strike ein. »Außerdem sagen Sie begrenzt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir es tatsächlich noch mit einer so kleinen Gruppe zu tun haben. Christian Fischer hat alles unternommen, um den Inhalt des Romans so schnell und so weit zu verbreiten, wie nur möglich. Bei Robert Chart lag das Manuskript in einem Safe, zu dem offenbar die Hälfte der Belegschaft Zugang hatte. Aber sie verstummte, als ein schlecht gelaunter Kellner an ihrem Tisch trat und Besteck und Papierservierten darauf ablud. »Aber«, setzte sie erneut an, als der Mann sich wieder verzogen hatte, »Quine kann noch nicht erst in den letzten Tagen ermordet worden sein, oder? Ich meine, ich bin keine Expertin.« »Ich bin auch kein Experte«, sagte Strike, verputzte das letzte Stück Schokolade und fasste ein bisschen weniger begeistert den Erdnusskrokant ins Auge. »Aber ich weiß, was Sie sagen wollen.« Die Leiche sah so aus, als hätte sie mindestens eine Woche dort gelegen. Außerdem, vor Robin Ford, muss es eine zeitliche Verzögerung zwischen der Lektüre des Manuskripts und dem eigentlichen Mord gegeben haben. Schließlich war dafür eine Menge Organisation nötig. Seile und Säure und Geschirr mussten in ein unbewohntes Haus geschmuggelt werden. Und falls der Täter gar nicht wusste, dass Quinders Haus in der Talgath Road aufsuchen wollte, musste er ihn dort erst aufspüren. Strike versagte sich den Erdnusskrokant, weil sein Steak im Anmarsch war. Oder aber ihn dorthin locken. Der Kellner stellte Strikes Teller und Robin's Salatschale ab, nahm ihren Dank mit einem gleichgültigen Grunzen entgegen und verschwand wieder. Wenn man die Planung und die notwendigen Vorbereitungen mit einrechnet, sieht das Ganze aus, als könnte der Mörder das Buch unmöglich später als zwei, drei Tage nach Quinders verschwinden gelesen haben, fasste Strike zusammen und lud seine Gabel voll. Dumm nur, dass es umso schlechter für meine Klientin aussieht, je weiter wir den Zeitpunkt, an dem der Mörder mit seinen Vorbereitungen begonnen haben muss, in die Vergangenheit schieben. Schließlich brauchte Leonora nur kurz über den Flur zu gehen. Sie konnte nach Belieben in dem Manuskript schmökern, sobald Quine damit fertig war. Davon mal ganz abgesehen, hätte er ja auch schon vor Monaten erzählen können, wie er es enden lassen wollte. Robin aß ihren Salat, ohne etwas zu schmecken. Und erscheint ihnen Leonora Quine, setzte sie zaghaft an, wie eine Frau, die ihren eigenen Mann ausweiden würde? Nein, aber die Polizei wird sich auf sie einschießen, und wenn sie nach Motiven suchen, sieht es für Leonora wirklich düster aus. Er war ein beschissener Ehemann, unzuverlässig, untreu, und er stellte sie in seinen Büchern gern auf äußerst unappetitliche Weise dar. Sie glauben trotzdem nicht, dass sie es war, oder? Nein, sagte Strike, aber wir werden mehr brauchen als nur meine Überzeugung, wenn sie nicht ins Gefängnis wandern soll. Robin brachte ohne zu fragen die leeren Gläser an die Bar zurück und ließ sie nachfüllen. Strike fühlte sich ihr überaus zugetan, als sie das nächste Bier vor ihm abstellte. Außerdem müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass irgendjemand Fracksausen bekam, weil Quine seinen Roman in Eigenregie als E-Book herausbringen wollte, sagte er und schaufelte sich Pommes in den Mund. Eine Drohung, die er angeblich in einem vollbesetzten Restaurant ausgesprochen hat. Auch das könnte unter den richtigen Umständen ein Motiv für einen Mord sein. Sie meinen, sagte Robin langsam, falls der Mörder etwas in dem Manuskript entdeckt hatte, das nicht an die Öffentlichkeit gelangen durfte? Mhm, ganz genau. Das Buch ist in weiten Teilen ziemlich kryptisch. Was, wenn Quine nun etwas Belastendes über irgendwen herausgefunden und einen verschleierten Hinweis darauf in seinem Buch versteckt hätte? Ja, ja, das wäre eine Möglichkeit, sagte Robin langsam, denn mir geht immerzu im Kopf herum, warum ihn gleich umbringen. Tatsächlich hätten so gut wie alle Betroffenen viel einfachere Mittel gehabt, um ihn wegen übler Nachrede mundtot zu machen, oder nicht? Sie hätten Quine erklären können, dass sie ihn nicht mehr vertreten oder das Buch nicht veröffentlichen wollten, oder sie hätten ihm wie dieser Chart rechtliche Schritte androhen können. Quines Tod macht es für alle, die in diesem Buch auftauchen, doch nur noch schlimmer, oder nicht? Schon jetzt wurde viel mehr Staub aufgewirbelt, als es sonst der Fall gewesen wäre. Alles korrekt, sagte Strike, aber Sie gehen davon aus, dass der Mörder rational handelte. Es war kein Verbrechen im Affekt, gab Robin zurück. Es war geplant und genau durchdacht. Der Täter muss sich der Konsequenzen bewusst gewesen sein. Na, auch wieder wahr, sagte Strike und aß noch ein paar Pommes. Ich habe heute Morgen ein wenig im Bombyxmore geblättert. Ist Ihnen Horvaths Linde zu langweilig geworden? Also, ach, es lag da im Safe und... Lesen Sie ruhig den ganzen Schmöker, je mehr umso besser, sagte Strike. Wie weit sind Sie gekommen? Ich habe wirklich nur ein bisschen darin herumgeblättert, sagte Robin. Aber den Abschnitt über Succuba und die Zecke habe ich beispielsweise gelesen. Quine spuckt Gift und Galle, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendetwas darin... Na ja, versteckt. Mehr oder weniger beschuldigt er seine Frau und seine Agentin, ihn bis aufs Letzte auszusaugen. Habe ich recht? Strike nickte. Aber weiter hinten, als es um... Ippi... Ippi... Wie spricht man das überhaupt aus? Ippi Sin? Den Hamaphroditen? Glauben Sie, dass es ihn wirklich gibt? Und was hat es mit diesem Gesang auf sich? Es klingt nicht so, als würde es dabei tatsächlich ums Singen gehen, oder? Und warum lebt seine Freundin Hapu hier in einer Höhle voller Ratten? Ist das Symbolik oder etwas anderes? Und der blutbefleckte Sack über der Schulter des Schnittmeisters, fuhr Robin fort, und dann diese Zwergen, die er versucht zu ertränken, und die Brandeisen im Feuer in Pahlhans Haus, sagte Strike. Sie sah ihn verdutzt an. Ach, so weit sind Sie noch nicht. Die Stille hat Jerry Walgrave mir und ein paar anderen auf der Party bei Robert Shard erklärt. Es geht darum, um Michael Fancour und seine erste... Strikes Handy klingelte. Er zog es heraus. Dominic Culpeppers Name stand auf dem Display. Leise seufzend nahm er das Gespräch entgegen. Strike! Am Apparat. Was ist denn da los, verfluchte Scheiße? Strike vergeudete keine Zeit, damit sich ahnungslos zu stellen. Darüber kann ich nicht sprechen, Culpepper. Es könnte die polizeiliche Untersuchung beeinflussen. Ach, scheiß drauf! Wir haben einen Bullen aufgetrieben, der mit uns spricht. Er sagt, dieser Quine sei auf genau die gleiche Weise abgeschlachtet worden, wie irgend so ein Typ, der in seinem letzten Buch vorkommt. Ach ja? Und wie viel zahlen Sie diesem dämlichen Mistkerl dafür, dass er die Klappe aufreißt und die Ermittlungen gefährdet? Ach, scheiße noch mal, Strike! Sie sind in so einen Mord verwickelt und denken nicht daran, mich anzurufen? Ich weiß nicht, wie Sie unsere Beziehung sehen, sagte Strike. Aber soweit es mich betrifft, erledige ich Aufträge für Sie, und Sie bezahlen mich dafür. Basta! Ich habe Sie mit Nina zusammengebracht, damit Sie auf diese Verlagsfeier gehen konnten. Das war auch das Mindeste, nachdem ich Ihnen einen Haufen zusätzliches Material über Parker geliefert habe, um das Sie mich gar nicht gebeten hatten, sagte Strike und spießte mit der Gabel ein paar Fritten auf. Ich hätte das auch behalten und damit bei den anderen Boulevardblättern abkassieren können. Also, wenn es um Geld geht? Nein, es geht nicht um Geld, Sie Betonschädel, fiel Strike ihm gereizt ins Wort, während Robin sich taktvoll in die BBC-Webseite auf ihrem Smartphone vertiefte. Ich werde keinesfalls die Ermittlungen in einem Mordfall gefährden, indem ich die News of the World mit ins Boot hole. Zehn Riesen, wenn Sie zwischendurch Zeit für ein persönliches Interview hätten. Bei Carl... Warten Sie! Sagen Sie mir wenigstens, welches Buch es war, das, in dem er den Mord beschreibt. Strike gab sich zögerlich. Die Brüder Baller... Ballsack, sagte er schließlich, drückte schmunzelnd das Gespräch weg und griff nach der Speisekarte, um einen Blick auf die Desserts zu werfen. Hoffentlich würde Carl Pepper einen langen Nachmittag darauf vergeuden, sich durch eine gepeinigte Syntax und abgetastete Testige zu quälen. Gibt's was Neues? fragte Strike, als Robin von ihrem Smartphone aufsah. Ja, nichts, außer, dass die Daily Mail behauptet, Freunde der Familie seien der Meinung, dass Peepa Middleton die bessere Ehefrau für William wäre als Kate. Strike sah sie stirnrunzelnd an. Ich habe einfach nur im Netz gesurft, während Sie telefoniert haben, verteidigte sich Robin unwillkürlich. Nein, sagte Strike, darum geht es nicht. Mir ist eben etwas eingefallen. Peepa 2011. Ähm, ich weiß nicht, was Sie meinen, gab Robin verwirrt zurück. Sie war in Gedanken immer noch bei Peepa Middleton. Peepa 2011. Aus Catherine Kens Block. Hat sie nicht behauptet, einen Auszug aus Bombecks Mori zu kennen? Robin schnappte nach Luft und tippte eilig auf ihr Smartphone ein. Hier ist es, sagte sie einen Augenblick später. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzählen würde, dass er mir daraus vorgelesen hat? Und das war, Robin scrollte nach oben, am 21. Oktober. Ja, am 21. Oktober. Vielleicht kannte sie sogar schon das Ende, bevor Quine untertauchte. Ganz genau, sagte Strike. Ich nehme ein Apple Crumble. Möchten Sie auch noch was? Nachdem Robin die nächste Bestellung an der Bar aufgegeben und sich wieder gesetzt hatte, sagte Strike. Ernst, es hat mich heute zum Abendessen eingeladen. Er sagt, es gebe erste Ergebnisse aus der Rechtsmedizin. Weiß er, dass Sie heute Geburtstag haben? fragte Robin. Oh Gott, nein! sagte Strike und klang dabei so entsetzt, dass Robin lachen musste. Wäre das denn so schlimm? Ich hatte schon ein Geburtstagsessen, sagte Strike düster. Das schönste Geschenk, das Ernstes mir machen könnte, wäre ein Todeszeitpunkt. Wie gesagt, je früher der wäre, desto weniger Verdächtige gäbe es, die Leute, die das Manuskript als erste in die Hände bekamen. Leider schließt das Leonora mit ein, aber daneben hätten wir noch diese, diese mysteriöse Pieper Christian Fischer. Wieso Fischer? Mittel und Möglichkeit, Robin. Er hatte früh Zugriff auf das Manuskript, also muss auch er auf die Liste. Und außer ihm hätten wir da noch Elizabeth Tessels Assistenten Ralph, Elizabeth Tessels selbst und Jerry Walgrave. Daniel Schad hat das Manuskript mutmaßlich kurz nach Walgrave gesehen. Catherine Kent bestreitet, es gelesen zu haben, aber das würde ich nicht unbesehen glauben. Und dann wäre da noch Michael Fancour. Robin sah verdutzt auf. Wie soll er? Wieder klingelte Strikes Handy. Diesmal war es Nina Lassels. Er zögerte aber, nachdem ihr Cousin ihr womöglich verraten hatte, dass er gerade erst mit Strike telefoniert hatte, nahm er den Anruf lieber entgegen. »Hi«, sagte er. »Hi, berühmter Mann«, sagte sie mit leichter Schärfe in der Stimme, unbeholfen übertüncht durch aufgesetzte Fröhlichkeit. »Ich hatte schon Angst, dich anzurufen, weil du dich vor lauter Presseanfragen und Groupies bestimmt kaum noch rühren kannst.« »Es geht«, sagte Strike. »Wie läuft's bei Robert Schad?« »Ach, da läuft gar nichts mehr. Kein Mensch arbeitet noch. Alle reden nur noch über Quine. War's wirklich ein richtiger Mord?« »Sieht ganz so aus.« »Gott, ich kann das gar nicht glauben. Wahrscheinlich darfst du mir nichts erzählen, oder?« Nur mit Mühe konnte sie die Neugier in ihrer Stimme unterdrücken. »Die Polizei will nicht, dass jetzt schon Einzelheiten bekannt werden.« »Es hatte was mit dem Buch zu tun, stimmt's?« fragte sie. »Mit Bombix Mori.« »Dazu darf ich nichts sagen.« »Und Daniel Schad hat sich das Bein gebrochen.« »Verzeihung?« fragte er, überrumpelt durch den abrupten Themenwechsel. »Zurzeit passieren einfach zu viele merkwürdige Dinge«, fuhr sie überreizt und aufgedreht fort. »Jerry ist überall und nirgends zugleich. Daniel hat ihn eben aus Devon angerufen und wieder einmal angeschrien. Das halbe Büro hat mitgehört, weil Jerry aus Versehen auf Lautsprecher gestellt hatte und den Knopf zum Abschalten nicht finden konnte. Jetzt sitzt er mit einem gebrochenen Bein in seinem Wochenendhaus fest. Daniel, meine ich, wieso hat der Walgrave angeschrien? »Weil er Bombix nicht sicher genug aufbewahrt hat,« antwortete sie. »Irgendwie ist der Polizei eine Kopie des vollständigen Manuskripts in die Hände gefallen, und Daniel ist gar nicht glücklich darüber. »Jedenfalls«, fuhr sie fort, »wollte ich nur kurz anrufen und dir gratulieren. Ich nehme an, man gratuliert einen Privatdetektiv, wenn er eine Leiche gefunden hat, oder nicht? Ruf an, wenn du wieder Land siehst.« Und noch ehe er etwas sagen konnte, hatte sie auch schon aufgelegt. »Nina Lessels«, sagte er, während der Kellner seinen Apple Crumble und einen Kaffee für Robin an den Tisch brachte. »Die Frau, die das Manuskript für sie gestohlen hat,« fiel Robin ihm ins Wort. »In dieser Personalabteilung wäre ihr Gedächtnis wirklich verschwendet gewesen,« sagte Strike und griff nach dem Löffel. »Haben Sie das mit Michael Fankow ernst gemeint?«, fragte sie leise. »Klar«, sagte Strike. Garantiert hat Daniel Chart ihm erzählt, was Quine angestellt hatte. Er hätte ganz sicher nicht gewollt, dass Fankow es von jemand anderem erfährt. Fankow ist für den Verlag eine große Nummer. Nein, ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass er schon früh wusste, was in »Zur Abwechslung« klingelte jetzt Robins Handy. »Hi«, sagte Matthew. »Hi, wie geht's dir?«, fragte sie nervös. »Nicht besonders.« Irgendwo im Hintergrund drehte jemand Musik auf. »First day that I saw you, thought you were beautiful.« »Wo bist du?«, fragte Matthew scharf. »Äh, in einem Pub,«, antwortete Robin. Mit einem Schlag schienen nur mehr laute Pappgeräusche den Raum zu füllen. Gläser klirren, heißeres Gelächter von der Bar. »Comran hat heute Geburtstag«, erklärte sie schnell. Schließlich gingen Matthew und seine Kollegen auch immer in den Pub, wenn einer von ihnen Geburtstag hatte. »Wie nett«, Matthew klang zornig. »Ich rufe später noch mal an.« »Matt, nein, warte!« Mit dem Mund voller Crumble sah Strike mit an, wie sie aufsprang und ohne eine weitere Erklärung an die Bar ging, wo sie versuchte, Matthew zurückzurufen. Der Bilanzbuchhalter war offenkundig nicht erfreut darüber gewesen, zu erfahren, dass seine Verlobte zum Mittagessen ausgegangen war, statt für seine Mutter Shiva zu sitzen. Robin wählte wieder und wieder seine Nummer. Schließlich kam sie durch. Strike vertigte seinen Apple Crumble und sein drittes Bier. Allmählich musste er zur Toilette. Sein Knie, das sich nicht mehr gemeldet hatte, seit er sich hingesetzt hatte, um zu essen, zu trinken und sich mit Robin zu unterhalten, beschwerte sich bitterlich, als er aufstand. Bis er an seinen Platz zurückkehrte, schwitzte er vor Schmerz. Nach Robins Miene zu urteilen, war sie immer noch darum bemüht, Matthew zu besänftigen. Als sie schließlich auflegte und zu Strike an den Tisch zurückkam, antwortete er nur knapp auf ihre Frage, ob mit ihm alles in Ordnung sei. »Ich könnte an Ihrer Stelle Miss Brocklehurst observieren«, bot sie ihm noch einmal an. »Falls Ihr Bein zu sehr wehtut.« »Nein«, fauchte Strike. Er hatte Schmerzen, er war wütend auf sich selbst. Er ärgerte sich über Matthew und ihm war leicht übel. Er hätte die Schokolade weglassen sollen, die er vor dem Steak mit Pommes, dem Nachtisch und den drei Pints vertickt hatte. »Ich brauche Sie im Büro. Machen Sie Gunfrees Abschlussrechnung fertig und schicken Sie mir eine SMS, ob diese verfluchten Reporter immer noch da sind. Wenn ja, fahre ich direkt von hier aus zu Enstis. Wir brauchen wirklich dringend Verstärkung«, ergänzte er halblaut. Robins Miene versteinerte. »Dann gehe ich wohl mal los und setze mich wieder an den Computer«, sagte sie, griff nach Mantel und Handtasche, und weg war sie. Strike hatte die Verärgerung in ihrem Gesicht gesehen, aber eine unerklärliche Gereiztheit hielt ihn davon ab, sie an den Tisch zurückzurufen. Ich zweifle, dass so gottlos ihre Seele ist, zu blutrünstig war diese Tat. John Webster, die weiße Teufelin Ein Nachmittag im Pub mit hochgelagertem Bein hatte die Schwellung in Strikes Knie nur geringfügig zurückgehen lassen. Nachdem er sich auf dem Weg zur U-Bahn Schmerztabletten und eine billige Flasche Rotwein besorgt hatte, trat er die Fahrt nach Greenwich an, wo Enstis mit seiner Frau Helen, gemeinhin bekannt als Halley, ein Haus bewohnte. Wegen einer Verzögerung auf der Central Line brauchte er über eine Stunde bis Ashburn im Grove. Die ganze Zeit über musste er stehen, das Gewicht auf dem linken Bein, und erneut ärgerte er sich über die hundert Pfund, die er für die Taxifahrten zu Lucy und zurück ausgegeben hatte. Als er aus der Docklands Light Railway stieg, prasselten ihm erneut Regentropfen ins Gesicht. Er schlug den Kragen hoch und humpelte drauflos in die Dunkelheit. Normalerweise waren es zu Fuß nur fünf Minuten, doch er brauchte fast eine Viertelstunde für die Strecke. Erst als er in die Straße mit den ordentlichen Reihenhäusern und gepflegten Vorgärten einbog, kam ihm der Gedanke, dass er seinem Patensohn etwas hätte mitbringen sollen. So gespannt Strikes darauf war, mit Enstis über die Ergebnisse der Obduktion zu diskutieren, so sehr graute ihm vor dem geselligen Teil des Abends. Strikes konnte Enstis Frau nicht ausstellen. Sie verbarg ihre Neugier nur unzureichend unter einer fast schon erstickenden Liebenswürdigkeit, doch immer wieder blitzte ihre Wissbegier auf wie ein Springmesser zwischen den Falten eines Pelzmantels. Halley sprudelte über vor Dankbarkeit und Fürsorge, sobald Strikes ihre Umlaufbahn betrat, und er sah ihr regelrecht an, dass sie nach Einzelheiten aus seiner wechselvollen Vergangenheit dürstete, nach Informationen über seinen Vater, den Rockstar, und über seine tote, drogensüchtige Mutter, und er konnte sich nur zu gut vorstellen, dass sie auch nach einer genauen Schilderung seiner Trennung von Charlotte gieren würde, die sie stets mit einer Überschwänglichkeit behandelt hatte, die weder ihre Abneigung noch ihr Misstrauen hatte verhehlen kann. Auf der Feier anlässlich der Taufe des kleinen Timothy Comeran Enstis, die das Kind erst mit 18 Monaten empfangen hatte, weil sowohl Vater als auch Pate zuvor aus Afghanistan hatten ausgeflogen und dann aus ihren jeweiligen Krankenhäusern hatten entlassen werden müssen, hatte Halley darauf bestanden, in einer tränenreichen Ansprache leicht beschwipst hervorzuheben, dass Strike, dem Vater ihres Kindes, das Leben gerettet habe und wie viel es ihr bedeute, dass er sich obendrein dazu bereit erklärt hatte, fortan auch Timmys Schutzengel zu sein. Strike, dem keine glaubhafte Ausrede eingefallen war, um die Patenschaft auszuschlagen, hatte während Hallys Rede das Tischtuch angestarrt und krampfhaft Charlottes Blick gemieden aus Angst, sie könnte ihn zum Lachen bringen. Sie hatte damals, wie ihm noch lebhaft in Erinnerung war, sein Lieblingskleid getragen. Ein faunblaues Wickelkleid, das sich Zentimeter um Zentimeter an ihre perfekte Figur geschmiegt hatte. Dass er, obgleich immer noch an Krücken, von einer derart schönen Frau begleitet wurde, hatte wie ein Kontrapunkt, zu dem noch immer nicht für eine Prothesereifen stumpf gewirkt. Es hatte ihn vom Mann mit nur einem Bein in denjenigen verwandelt, der sich wundersamerweise, wie mit Sicherheit jeder glaubte, der mit ihr in Berührung kam, eine so atemberaubende Verlobte geschnappt hatte, dass andere Männer mitten im Satz verstummten, sobald sie den Raum betrat. »Call me, Schatz!«, gurte Hally, als sie die Tür aufmachte. »Sieh dich an, ein richtiger Promi! Ach, und wir dachten schon, du hättest uns vergessen!« Niemand sonst nannte ihn Call me. Er hatte sich nie die Mühe gemacht, ihr zu erklären, dass er diesen Spitznamen nicht leiden konnte. Ohne, dass er sie irgendwie dazu ermuntert hätte, umfing sie ihn in einer zärtlichen Umarmung, die, wie er wußte, Mitleid und Bedauern angesichts seines Single-Status ausdrücken sollte. Nach dem feindseligen Winterabend draußen strahlte das Haus Wärme und Helligkeit aus, und als er sich aus Hallys Umarmung löste, sah er zu seiner Erleichterung Ernstes auf ihn zukommen, mit einem Glas Doomba als Willkommensgabe in der Hand. »Lass ihn doch erst mal ins Haus, Richie, also ehrlich!« Aber Strike hatte das Bier bereits entgegengenommen und dankbar einen tiefen Zug genommen, ehe er auch nur seinen Mantel ablegte. Dann kam Strikes dreieinhalbjähriger Patensohn unter schrillem Motorengekreisch in den Flur gerannt. Er ähnelte seiner Mutter, deren Züge, so fein und hübsch sie auch waren, sich in der Mitte ihres Gesichtes eigenartig zu bündeln schienen. Timothy trug einen Supermann-Schlafanzug und fegte mit einem Plastik-Lichtschwert über die Wände. »Oh, Timmy, Schätzchen, nicht! Der schöne neue Anstrich! Er wollte noch aufbleiben und seinem Onkel Comran Hallo sagen,« erklärte Hedy. »Wir erzählen ihm so oft von dir.« Freudlos betrachtete Strike die kleine Gestalt und konnte im Gegenzug nur geringfügiges Interesse bei seinem Patensohn feststellen. Timothy war das einzige Kind, dessen Geburtstag Strike sich wenigstens halbwegs merken konnte, was ihn allerdings noch nie dazu verleitet hatte, ihm ein Geschenk zukommen zu lassen. Der Junge war zwei Tage vor jenem Tag zur Welt gekommen, an dem der Viking auf einer staubigen Straße in Afghanistan zerfetzt worden war und mit ihm Strikes rechter Unterschenkel sowie ein guter Teil von Ernstes Gesicht. Strike hatte nie jemandem anvertraut, wie oft er sich während der langen Stunden im Krankenhausbett gefragt hatte, warum er ausgerechnet Ernstes gepackt und in dem Raupenfahrzeug nach hinten gezarrt hatte. Zahllose Male war er die Sekunden im Kopf durchgegangen, die eigenartige Vorahnung, fast schon Gewissheit, dass sie in die Luft gesprengt würden und das Vorbeugen, um Ernstes zurückzureißen, obwohl er genauso gut Sergeant Gary Topley hätte packen können. Hatte er sich für Ernstes entschieden, weil dieser fast den ganzen Vortag in Strikes Hörweite mit Helen geskypt und seinen neugeborenen Sohn bewundert hatte, den er andernfalls vielleicht nie kennengelernt hätte? Hatte Strikes Hand darum, ohne zu zögern, nach dem Älteren, dem Polizisten der Territorial Army gegriffen, statt nach dem Militärpolizisten Topley, der zwar verlobt, aber kinderlos gewesen war? Strikes wusste es nicht. Er mochte Kinder nicht besonders, und noch viel weniger mochte er die Frau, die er davor bewahrt hatte, Witwe zu werden. So wie er es sah, war er lediglich einer unter Millionen von Soldaten, tot oder lebendig, die mit einer spontanen, durch Instinkt und Ausbildung ausgelösten Handlung das Schicksal anderer Menschen für alle Zeiten abgeändert hatten. »Möchtest du, Tim, eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, Call me? Wir haben ein neues Buch, nicht wahr, Timmy?« Strikes konnte sich kaum etwas vorstellen, was er weniger gern getan hätte, vor allem, wenn der hyperaktive Junge währenddessen auf seinem Schoß sitzen und womöglich gegen sein rechtes Knie treten würde. Ernstes ging voraus in den offenen Koch- und Essbereich. Die Wände waren cremefarben gestrichen, das Parkett blank, und vor den Terrassentüren am anderen Ende des Raumes stand ein langer Holztisch, der von schwarz gepolsterten Stühlen umgeben war. Strikes hatte das unbestimmte Gefühl, dass sie eine andere Farbe gehabt hatten, als er zuletzt mit Charlotte hier gewesen war. Hallie kam ihnen nachgelaufen und drückte Strikes ein schreiend buntes Bilderbuch in die Hand. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich an den Tisch zu setzen, wo sein Patensohn energisch an seiner Seite platziert wurde, und ihm aus »Kaila, das Känguru, das so gern hüpfte« vorzulesen, einem Buch, das, wie ihm ansonsten bestimmt nicht aufgefallen wäre, von Robert Schardt verlegt worden war. Timothy schien sich absolut nicht für Kailas Eskapaden zu interessieren und spielte stattdessen die ganze Zeit mit seinem Lichtschwert. »So, Zeit fürs Bett, Timmy, gib Cormie noch einen Kuss«, befahl Hallie ihrem Sohn, der daraufhin mit Strikes stillem Segen von seinem Stuhl rutschte und unter Protestgeschrei aus der Küche rannte. Hallie folgte ihm, die Stimmen von Mutter und Sohn verklangen allmählich, während sie nach oben stampften. »Er weckt noch Tilly auf«, prophezeite Anstice, und verhaftig kehrte Hallie nach einer Weile mit einer brüllenden Einjährigen im Arm zurück, die sie ihrem Ehemann in die Hände drückte, ehe sie selbst vor die Küchenzeile trat und den Backofen einschaltete. Phlegmatisch blieb Strike am Küchentisch sitzen, wurde immer hungriger und war zugleich zutiefst erleichtert, dass er selbst keine Kinder hatte. Die Anstice brauchten fast eine Dreiviertelstunde, bis sie die kleine Tilly dazu gebracht hatten, sich wieder schlafen zu legen. Endlich landete begleitet von einem weiteren Glas Doom-Bar der Schmortopf auf dem Tisch. Endlich hätte sich Strike entspannen können. Hätte er nicht die dumpfe Ahnung gehabt, dass Hallie Anstice gleich zum Angriff übergehen würde. »Das mit dir und Schade tut mir so leid«, erklärte sie. Mit vollem Mund mimte er halbherzig Dankbarkeit für ihr Mitgefühl. »Richie«, sagte sie neckisch zu ihrem Mann, als dieser ansetzte, ihr ein Glas Wein einzuschenken. »Doch nicht für mich. Wir bekommen noch mal Nachwuchs«, erklärte sie voller Stolz und mit einer Hand auf dem Bauch. Strike schluckte. »Glückwunsch«, sagte er, fassungslos darüber, dass sie angesichts der Aussicht auf einen weiteren Timothy oder eine zweite Tilly derart begeistert zu sein schienen. Wie auf Kommando erschien der Sohn wieder auf der Bildfläche und verkündete, Hunger zu haben. Zu Strikes Enttäuschung stand Anstice vom Tisch auf, um sich um den Jungen zu kümmern, während Hallie ihn mit glänzenden Augen über eine Gabel voll Boeuf-Bourguignon hinweg anstarrte. »Am vierten heiratet sie also. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das für dich sein muss.« »Wer heiratet?«, fragte Strike. Hallie sah ihn verwundert an. »Charlotte«, gedämpft gelte das Geheul seines Patensohns vom Treppenhaus herüber. »Charlotte heiratet am vierten Dezember«, stellte Hallie klar, und die Erkenntnis, dass sie ihm diese Neuigkeit als erste eröffnet hatte, ließ ihr Gesicht vor Aufregung erblühen, bis sie irgendetwas an Strikes Reaktion zu verunsichern schien. »Das, ähm, das habe ich zumindest gehört«, sagte sie und blickte betreten auf ihren Teller hinab. Ernstice kehrte an den Tisch zurück. »Der kleine Scheißer«, sagte er, »ich habe ihm gesagt, wenn er noch einmal aus dem Bett steigt, gibt's was hinter die Löffel.« »Er ist doch nur aufgeregt«, sagte Hallie. Sie wirkte immer noch ein wenig verstört angesichts des Zorns, den sie bei Strike verspürt hatte. »Weil Kormi da ist.« Der Schmortopf hatte sich in Strikes Mund in Gummi und Styropor verwandelt. Woher wußte Hallie Enstice, wann Charlotte heiraten würde? Die Enstice bewegten sich wohl kaum in denselben Kreisen wie Charlotte oder ihr zukünftiger Gemahl, der Sohn des vierzehnten Viscount of Croy, wie sich Strikes zu seiner Schande erinnern konnte. Was wußte Hallie Enstice schon von der Welt privater Herrenclubs, maßgeschneiderte Anzüge aus der Savile Row und zugekokster Supermodels, in der der ehrenwerte Iago Ross Zeit seines Treuhandfonds versüßten Lebens verkehrt hatte. Nicht mehr als Strikes selbst. Charlotte, die auf jenem Terrain zu Hause war, hatte sich während ihrer gemeinsamen Zeit zu Strikes in ein soziales Niemandsland geflüchtet, an einen Ort, an dem keiner sich mit den gesellschaftlichen Kontakten des jeweils anderen wohlgefühlt hatte, an dem zwei grundverschiedene Wertesysteme aufeinandergeprallt waren und immer wieder um Gemeinsamkeiten hatte gerungen werden müssen. Inzwischen war Timothy lautholend in die Küche zurückgekehrt. Diesmal standen beide Eltern auf und buxierten ihn mit vereinten Kräften in sein Zimmer, während Strikes, der ihr Verschwinden nur am Rande registrierte, allein in einem Miasma von Erinnerungen zurückblieb. Charlotte war so sprunghaft und unberechenbar gewesen, dass einer ihrer Stiefväter einst sogar versucht hatte, sie einweisen zu lassen. Das Lügen fiel ihr so leicht wie anderen Frauen das Atmen, sie war verdorben bis ins Mark. Die längste zusammenhängende Zeitspanne, die Strikes und sie ein Paar gewesen waren, hatte sich über zwei Jahre erstreckt, doch so oft ihr wechselseitiges Vertrauen auch zersplittert war, es hatte sie immer wieder zueinander gezogen, allerdings mal ums Mal, wie Strikes erschien, zerbrechlicher als zuvor, dafür mit umso wilderem Verlangen. Sechzehn Jahre lang hatte Charlotte ihren fassungslosen und bestürzten Freunden und Verwandten getrotzt und war wieder und wieder zu dem ungeschlachten, unehelichen und zuletzt auch noch kriegsversehrten Soldaten zurückgekehrt. Jedem seiner Freunde hätte Strikes geraten, sie zu verlassen und kein Gedank mehr an sie zu verschwenden, aber inzwischen betrachtete er Charlotte als ein Virus in seinem Blut, das er wahrscheinlich nie vollends loswerden würde. Bestenfalls konnte er darauf hoffen, die Symptome in den Griff zu kriegen. Zum endgültigen Bruch war es vor acht Monaten gekommen, kurz bevor die Presse durch den Fall Landry auf ihn aufmerksam geworden war. Nach einer letzten unverzeihlichen Lüge ihrerseits hatte er sie ein für allemal verlassen, woraufhin sie in eine Welt zurückgekehrt war, in der die Männer noch Moorhühner jagen gingen und die Frauen Diademe zu ihrer Aussteuer zählten. Eine Welt, die sie erklärtermaßen immer verachtet hatte, obwohl es inzwischen so aussah, als wäre auch das eine Lüge gewesen. Die Ernstes kehrten minus Timothy, dafür aber mit einer schluchzenden und hixenden Tilly ins Esszimmer zurück. »Ich wette, du bist froh, dass du keine hast, stimmt's?« sagte Hallie unbekümmert und setzte sich mit Tilly auf dem Schoß wieder an den Tisch. Strike lächelte freudlos und ersparte sich den Widerspruch. Denn es hatte ein Baby gegeben, oder genauer die Schimäre, die Verheißung eines Babys, und dann angeblich den Tod eines Babys. Charlotte hatte ihm erklärt, dass sie schwanger sei, sich dann jedoch geweigert, zum Arzt zu gehen, dazu willkürlich Daten geändert und zuletzt verkündet, dass alles vorbei sei, ohne ihm auch nur den Hauch eines Beweises an die Hand zu geben, dass irgendetwas davon wahr gewesen war. Es war eine Lüge gewesen, die kaum ein Mann vergeben konnte, und für Strike, wie ihr von Anfang an hätte klar sein müssen, eben jene Lüge, die allem ein Ende setzen und auch den letzten Rest vertrauen, der all die Jahre ihrer Mythomanie überlebt hatte, unter sich begraben würde. Am 4. Dezember, in elf Tagen, würde sie also heiraten. Woher wusste Hallie Enst es das nur? Inzwischen war er auf perverse Weise dankbar für das Gejammer und die Wutanfälle der beiden Kinder, die bis nach dem Nachtisch einem Rhabarberkuchen mit Vanillesoße praktisch jedes Gespräch verhinderten. Enstes Vorschlag, sich mit einem Bier in sein Arbeitszimmer zurückzuziehen, um den Bericht aus der Rechtsmedizin durchzugehen, erschien Strike als die beste Idee des Tages. Sie überließen es der leise schmollenden Hallie, die eindeutig das Gefühl hatte, nicht genug aus Strike herausgeholt zu haben, mit der todmüden Tiddy fertig zu werden und mit dem nervtötend hellwachen Timothy obendrein, der inzwischen erneut aufgetaucht war, um zu verkünden, dass er sein Wasserglas über dem Kinderbett ausgekippt habe. Enstes Arbeitszimmer war in einem kleinen Raum voller Bücher abseits des Flurs untergebracht. Er bot Strike den Schreibtischstuhl an und setzte sich selbst auf einen alten Futon. Die Vorhänge waren nicht zugezogen. Im Licht einer orangefarben strahlenden Straßenlaterne sah Strike draußen den Nieselregen niederschweben, als wären die Tropfen Staubfädchen. Die Mediziner meinten, sie hätten sich noch nie so schwer getan, begann Enstes, und mit einem Schlag war Strike wieder hellwach. Noch ist das alles nicht offiziell, nur damit wir uns richtig verstehen. Es sind immer noch nicht alle Ergebnisse da. Konnten sie dann schon feststellen, woran er tatsächlich gestorben ist? An einem Schlag auf den Schädel, antwortete Enstes. Der Hinterkopf wurde zertrümmert. Selbst wenn er nicht sofort daran gestorben sein sollte, hätte ihn allein das Hirntrauma getötet. Sie können nicht bestimmt sagen, ob er schon tot war, als er aufgeschlitzt wurde, aber ziemlich sicher war er da bereits bewusstlos. Eine kleine Gnade. Irgendeine Idee, ob er schon bewusstlos war, als er gefesselt wurde? Darüber sind sie sich uneinig. An einem der Handgelenke ist die Haut unter den Seilen aufgeschürft, was ihrer Meinung nach darauf schließen lässt, dass er erst gefesselt und dann erst getötet wurde. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, ob er noch bei Bewusstsein war, als ihm die Seile angelegt wurden. Bedauerlicherweise hat diese verfluchte Säure überall auf dem Boden sämtliche Spuren weggeätzt, an denen man vielleicht hätte erkennen können, ob es einen Kampf gab oder ob der Körper dorthin geschleift wurde. Er war ein großer, schwerer Kerl. Aber verschnürt bestimmt leichter zu handhaben, stimmte Strike ihm zu und musste an die kleine, dünne Leonora denken. Trotzdem würde mich interessieren, aus welchem Winkel der Hinterkopf getroffen wurde. Von schräg oben, sagte Enstes. Allerdings wissen wir nicht, ob Quine dabei stand, saß oder kniete. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er in diesem Raum umgebracht wurde, sagte Strike, der unterdessen seinen ganz eigenen Gedankengang verfolgte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand stark genug wäre, einen so schweren Körper die Treppen hochzubuchten. Sie sind übereinstimmter Meinung, dass er mehr oder minder am Fundort starb. Dort befand sich auch die größte Konzentration an Säure. Wisst ihr schon, was für eine Säure es war? Ach, ähm, habe ich das noch nicht gesagt? Chlorwasserstoffsäure. Strike versuchte verzweifelt, sich an seinen Chemieunterricht zu erinnern. Ist das nicht Salzsäure? Braucht man die nicht zum Galvanisieren von Stahl? Unter anderem, sie ist so ungefähr das schärfste Etzmittel, das man legal kaufen kann und wird bei verschiedensten industriellen Prozessen verwendet. Außerdem ist sie ein extrem starkes Reinigungsmittel. Interessanterweise kommt sie auch im menschlichen Körper vor, in der Magensäure. Strike nahm nachdenklich einen Schluck Bier. In seinem Buch wird er mit Vitriol übergossen. Vitriol nennt man die Salze der Schwefelsäure, aus der man wiederum Salzsäure gewinnen kann, zersetzt menschliches Gewebe extrem schnell, wie du mit eigenen Augen sehen konntest. Woher zum Teufel hatte der Mörder so viel davon? Ob du es glaubst oder nicht, es sieht so aus, als wäre sie schon im Haus gewesen. Wie in aller Welt, wir haben noch niemanden gefunden, der es uns erklären könnte. Auf dem Küchenboden standen mehrere leere Kanister und unter der Treppe ein paar verstaubte, volle und ungeöffnete Behälter mit der gleichen Beschriftung. Sie stammen von einer Industrie-Chemie-Firma aus Birmingham. Auf den näheren Kanistern waren Abdrücke, die aussahen wie von einem Handschuh. »Sehr interessant«, sagte Strike und kratzte sich am Kinn. »Wir versuchen immer noch herauszufinden, wann und wo sie gekauft wurden. Was ist mit dem Gegenstand, mit dem ihm der Schädel zertrümmert wurde? In dem Atelier gibt es einen altmodischen Türstopper aus massivem Eisen, der geformt ist wie ein Zylinder mit Handgriff. Der war es, garantiert. Er passt zu der Wunde in seinem Schädel. Außerdem wurde dieser Türstopper mit mehr Salze darüber gossen als alles andere. Wie sieht es mit dem Todeszeitpunkt aus? Tja, da wird es knifflig. Der Entomologe will sich nicht festlegen, weil er meint, der Zustand des Leichnams würde alle üblichen Berechnungen wertlos machen. Allein die Dämpfe der Salzsäure haben anfangs alle Insekten ferngehalten, so dass der Todeszeitpunkt nicht anhand des Insektenbefalls bestimmt werden kann. Keine Schmeißpflege mit einem Funken Selbstachtung würde ihre Eier in Salzsäure ablegen. Es gab ein, zwei Marden an Körperstellen, die nicht mit dem Zeug in Berührung gekommen waren, aber der übliche Befall blieb aus. Gleichzeitig war die Heizung im Haus aufgedreht, so dass der Leichnam unter Umständen ein wenig schneller verweste, als bei diesem Wetter zu erwarten gewesen wäre. Außerdem hat die Salzsäure höchstwahrscheinlich den natürlichen Zersetzungsprozess beeinflusst. Manche Körperstellen sind bis auf den Knochen zerfressen. Der entscheidende Faktor wären die Verdauungsorgane gewesen, von wegen letzte Mahlzeit und so, aber die wurden fein säuberlich aus der Bauchhöhle entfernt. Sieht so aus, als wären sie mit dem Mörder verschwunden, sagte Anstice. So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Du etwa, dass jemand kiloweise rohes Gedärm davon schleppt? Nein, sagte Strike. Das ist auch für mich neu. Unterm Strich, die Rechtsmediziner weigern sich, einen genauen Zeitrahmen vorzugeben und haben lediglich feststellen können, dass er mindestens zehn Tage tot gewesen sein muss. Allerdings war ich auf ein Wort bei Underhill, dem Besten in diesem Laden, und der hat im Vertrauen zu mir gesagt, dass Quine seiner Einschätzung nach vor gut zwei Wochen gestorben sei. Aber selbst wenn sie alles berücksichtigen, wird das Ergebnis vermutlich immer noch so ungenau bleiben, dass es dem Verteidiger reichlich Spielraum geben wird. Was ist mit dem pharmakologischen Befund? fragte Strike, der in Gedanken schon wieder bei Quines massigem Leib und den Schwierigkeiten beim Transport eines derart großen Körpers war. Also, er könnte unter Drogen gestanden haben, antwortete Anstice. Die Ergebnisse der Bluttests stehen noch aus, und wir untersuchen auch den Inhalt der Flaschen in der Küche. Aber er trank sein Bier aus und stellte das Glas mit Nachdruck ab. Er könnte seinem Mörder auch auf andere Weise die Arbeit erleichtert haben. Quine ließ sich gern fesseln. Bei Sexspielchen. Woher wisst ihr das? Von seiner Freundin, sagte Anstice. Catherine Kent. Ihr habt schon mit ihr gesprochen? Oh ja, sagte Anstice. Wir konnten einen Taxifahrer ermitteln, der Quine am fünften um neun Uhr ein paar Straßen von seinem Haus entfernt abgeholt und ihn an der Lily Road abgesetzt hat. Direkt vor dem Stafford Cripps Haus, mummelte Strike. Er ist also von Leonora direkt zu seiner Geliebten gefahren. Nicht ganz. Kent war nicht da. Sie war bei ihrer sterbenden Schwester und hat die Nacht im Krankenhaus verbracht. Wir haben das überprüfen lassen. Sie behauptet, sie habe ihn zuvor bereits einen Monat lang nicht mehr gesehen, aber dafür war sie überraschend freimütig, als es um ihr Sexleben ging. Hast du nach Einzelheiten gefragt? So wie ich es sehe, dachte sie wohl, wir wüssten mehr, als wir tatsächlich wussten. Es sprudelte nur so aus ihr heraus, ohne dass wir lange nachzubohren brauchten. Das sagt einiges, meinte Strike. Sie hat mir erzählt, sie hätte Bombüx Mori nie gelesen. Das hat sie uns auch erzählt. Aber im Buch fesselt ihre Figur den Helden und macht sich dann über ihn her. Vielleicht wollte sie offiziell festgehalten wissen, dass sie die Menschen nur beim Sex fesselt und nicht, um sie zu foltern oder zu ermorden. Was ist mit der Kopie des Manuskripts, die er laut Leonora mitgenommen hat? Die ganzen Notizen und Farbbänder aus seiner Schreibmaschine. Habt ihr die gefunden? Nein, sagte Ernstis, solange wir nicht wissen, ob er noch irgendwo anders Stationen machte, bevor er in die Talga Throat fuhr, gehen wir davon aus, dass der Mörder sie mitgenommen hat. Das Haus war leer, bis auf ein paar Essens- und Getränkereste in der Küche und eine Isomatte mit Schlafsack in einem der Schlafzimmer. Sieht ganz so aus, als hätte Quine dort gehaust. Übrigens wurde auch in diesem Raum Salzsäure verschüttet, vor allem über Quines Bett. Keine Fingerabdrücke, Fußabdrücke, Haare, Straßendreck, nichts, Unsere Leute sind immer noch dort, aber die Säure hat alles zerfressen, was mit ihr in Berührung kam. Die Kollegen tragen Masken, damit ihnen die Dämpfe nicht die Atemwege verätzen. Gibt es außer diesem Taxifahrer noch jemanden, der Quine nach seinem Verschwinden gesehen hat? Anscheinend hat niemand gesehen, wie er das Haus in der Talga Throat betrat. Dafür haben wir in Nummer 183 eine Nachbarin aufgetan, die beschwört gesehen zu haben, wie er es morgens verlassen hat. Am frühen Morgen des Sechsten, da kam die Nachbarin nach der Bonfire Night gerade wieder heim. Es war dunkel und sie wohnt zwei Häuser weiter, also hat sie genau genommen die Umrisse einer großen Gestalt in einem Mantel gesehen, die eine Reisetasche bei sich hatte. Eine Reisetasche? wiederholte Strike. Genau, sagte Anstice. Ist die Gestalt im Mantel in ein Auto gestiegen? Nein, sie marschierte außer Sichtweite, aber natürlich hätte um die Ecke ein Auto parken können. Sonst noch jemand? Es gibt noch einen alten Kauz in Putney, der beschwört, Quine am 8. gesehen zu haben. Er hat beim örtlichen Polizeirevier angerufen und ihn genau beschrieben. Und was soll Quine dort gemacht haben? Er hat Bücher gekauft, im Bridlington Bookshop, wo der Kerl arbeitet. Wie überzeugend ist seine Aussage? Naja, er ist alt, aber er behauptet, er könne sich noch genau daran erinnern, was Quine gekauft hat und seine Beschreibung passt ebenfalls. Und dann hätten wir noch eine Frau, die in dem Mehrfamilienhaus gegenüber vom Tatort wohnt und meint, Michael Fancourt dabei beobachtet zu haben, wie er ebenfalls am Morgen des 8. an dem Haus vorbeiging. Du weißt schon, der Autor mit dem großen Kopf, der berühmte. Ja, ich weiß, sagte Strike langsam. Die Zeugin behauptet, sie habe sich noch mal nach ihm umgedreht und ihm hinterher geschaut, als sie ihn wiedererkannte. Aber er ging nur am Haus vorbei? Behauptet sie jedenfalls. Ist Fancourt dazu schon befragt worden? Er ist gerade in Deutschland, aber er sagt, er werde natürlich gern mit uns zusammenarbeiten, sobald er wieder hier ist. Seine Agentin reißt sich ein Bein aus, um uns zu helfen. Sonst noch irgendwelche auffälligen Aktivitäten rund um die Tigerthroat? Gibt es dort Kameras? Die einzige Kamera erfasst nicht das Haus, sie dient nur zur Verkehrsüberwachung. Aber das Beste kommt noch. Wir haben einen weiteren Nachbarn, zur anderen Seite vier Eingänge weiter, der beschwört, dass er am Nachmittag des 4. beobachtet hat, wie eine dicke Frau in einer Burka die Haustür aufschloss und mit einer Plastiktüte aus einem Halalimbiss im Haus verschwand. Er sagt, es sei ihm nur deshalb aufgefallen, weil das Haus so lange leer gestanden hatte. Seiner Aussage nach war sie eine Stunde dort und ist dann wieder gegangen. Und er ist sich sicher, dass sie Quines Haus betreten hat? Behauptet er zumindest. Und sie hatte einen Schlüssel? Angeblich ja. Eine Burka, wiederholte Strike. Verfluchter Mist. Ich würde allerdings nicht darauf wetten, dass er besonders gut sieht. Er hat Brillengläser so dick wie Panzerglas. Er hat mir erzählt, er sei auf sie aufmerksam geworden, weil in der Straße keine Moslems wohnen, so weiter weiß. Demnach wollen zwei Leute Quine gesehen haben, nachdem er seine Frau sitzen gelassen hat. Einmal am frühen Morgen des 6. und einmal am 8. in Putney. Genau, sagte Anstas, aber ich würde ihnen keine der Aussagen allzu große Hoffnungen setzen. Du glaubst, dass er noch in derselben Nacht gestorben ist, als er verschwand, sagte Strike. Es war eher eine Feststellung als eine Frage. Und Anstas nickte. Anderhild glaubt das jedenfalls. Keine Spur von einem Messer? Nichts, das einzige Messer in der Küche war ein stumpfes, gewöhnliches Küchenmesser. Definitiv nicht für sowas geeignet. Wer hatte nach jetzigem Stand alles einen Schlüssel zu dem Haus? Deine Klientin, wie du weißt, und Quine muss ebenfalls einen gehabt haben. Fancore hat zwei, das hat er uns am Telefon gesagt. Einen haben die Quines dieser Agentin geliehen, als sie ein paar Reparaturarbeiten für sie organisieren musste. Sie behauptet, sie habe ihn zurückgegeben. Außerdem hat noch ein direkter Nachbar einen Schlüssel, damit er ins Haus kommt, falls irgendwas passieren sollte. Aber als es anfing zu stinken, ist er nicht drüber gegangen. Ein anderer Nachbar hat tatsächlich einen Zettel durch den Briefschlitz geschoben und sich über den Gestank beschwert, aber der Mann mit dem Schlüssel ist vor vierzehn Tagen für zwei Monate nach Neuseeland gereist. Wir haben mit ihm telefoniert. Das letzte Mal war er irgendwann im Mai drüben, als er für ein paar Arbeiter Pakete angenommen und sie im Flur abgestellt hat. Mrs. Quine will sich nicht festlegen, wer im Lauf der Jahre sonst noch einen Schlüssel gehabt haben könnte. Eine eigenartige Frau, diese Leonora Quine, fuhr Enstis ohne zu zögern fort. Findest du nicht auch? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, log Strike. Du weißt, dass die Nachbarn gehört haben, wie sie ihm nachgeschrien hat, als er an dem Abend loszog? Das wusste ich nicht. Oh ja, sie rannte ihm auf die Straße nach. Die Nachbarn behaupten übereinstimmend. Enstis behielt Strike genau im Blick. Sie habe gebrüllt, ich weiß genau, wohin du gehst, Owen. Sie hat ja auch geglaubt, dass sie es wüsste, sagte Strike mit einem Schulterzucken. Sie hat gedacht, er würde in dieses Schriftsteller-Refugium fahren, von dem Christian Fisher ihm erzählt hatte, Bigley Hall. Sie weigert sich, das Haus zu verlassen. Sie hat eine geistig behinderte Tochter, die noch nie woanders geschlafen hat. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie Leonora ihren Mann ausweidet? Nein, sagte Enstis, aber wir wissen, dass sie darauf stand, gefesselt zu werden, und ich bezweifle, dass sie dreißig Jahre und ein paar zerquetschte miteinander verheiratet waren, ohne dass sie das mitbekommen hätte. Du glaubst also, sie haben sich erst zerstritten, und dann hat sie ihn aufgespürt und ihm ein Bondage-Spielchen vorgeschlagen? Enstis quittierte die Vorstellung mit einem kurzen Schnauben und sagte dann, es sieht nicht besonders gut für sie aus, Bob. Eine wütende Ehefrau mit einem Schlüssel zum Tatort, reichlich Gelegenheiten, das Manuskript zu lesen, ein ganzer Haufen guter Motive. Besonders, wenn sie von der Geliebten wusste und die Frage aufgekommen war, ob Quine sie und die Tochter für Ken verlassen könnte, und nur sie allein weiß, ob sie mit »Ich weiß, wo du hin willst« tatsächlich dieses Schriftstellerhaus meinte und nicht das Haus an der Talguth-Road. »So zusammengefasst klingt es überzeugend«, sagte Strike, »aber du glaubst nicht daran. Sie ist meine Klientin«, erwiderte Strike, »ich werde dafür bezahlt, nach Alternativen zu suchen.« »Hat sie dir erzählt, wo sie früher gearbeitet hat?«, fragte Enstis mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, der gleich seine Trumpfkarte auszuspielen gedachte, »damals in Heyon Y., bevor sie Quine geheiratet hat?« »Erzähl«, sagte Strike mit leichtem Unbehagen, »in der Metzgerei ihres Onkels.« Strike hörte, wie draußen vor dem Arbeitszimmer Timothy Comeran Enstis die Treppe heruntergestürmt kam und sich aufgrund irgendeines neuerlichen Ungemachs die Seele aus dem Leib schrie. Zum ersten Mal in ihrer unbefriedigenden Bekanntschaft fühlte Strike sich dem Jungen wirklich verbunden. Alle wohlerzogenen Personen lügen. Über dem sind sie ein Frauenzimmer und dürfen niemals sagen, was sie denken. William Congreve Liebe für Liebe Die Träume, die Strike in jener Nacht plagten waren, von stetigem Doombarkonsum und dem Gerede über Blut, Säure und Schmeißfliegen beflügelt, ebenso befremdlich wie abstoßend. Charlotte würde heiraten und er, Strike, rannte auf zwei gesunden funktionierenden Beinen auf eine gespenstische gotische Kathedrale zu, weil er wußte, dass sie soeben sein Kind zur Welt gebracht hatte und er es sehen und retten mußte. Er sah, wie sie allein in dem weiten dunklen leeren Raum am Altar stand und sich in ein blutrotes Kleid zwängte, während irgendwo außerhalb seines Blickfelds, vielleicht in einer kalten Sakristei, nackt, hilflos und alleingelassen, sein Baby lag, Wo ist es? rief er. Du bekommst es nicht zu Gesicht, du wolltest es nicht haben, außerdem, stimmt etwas nicht damit, beschied sie ihm. Er fürchtete sich davor, was ihn erwartete, wenn er das Baby finden würde. Ihr Bräutigam war nirgends zu sehen, während sie sich unter ihrem dichten, scharlachroten Schleier bereit machte für die Trauung. Lass es einfach, es ist grässlich, sagte sie kühl, dann drängte sie sich an ihm vorbei und ging allein vom Altar weg und den Mittelgang entlang zur fernen Kirchentür. Du würdest es nur anfassen, rief sie ihm über die Schulter zu, ich will nicht, dass du es anfasst, du wirst es schon noch zu sehen bekommen, wir werden es bekannt geben müssen. Ihre Stimme verhalte, während ihre Gestalt zu einem scharlachroten Spahn zusammenschmolz, der in der offenen Tür im Gegenlicht tanzte. In der Zeitung! Im morgendlichen Halbdunkel schreckte er abrupt auf, sein Mund war ausgetrocknet und das Pochen im Knie trotz der langen Nachtruhe verhieß Unheil. Über Nacht hatte der Winter sich wie ein Gletscher über London geschoben, heftiger Frost hatte die Außenseite seines Dachfensters vereist und in der Wohnung mit ihren schlecht schließenden Fenstern und Türen und der fehlenden Dachisolierung waren die Temperaturen in den Keller gesackt. Strike stand auf und griff nach einem Pullover, der am Fußende seines Bettes lag. Als er seine Prothese befestigen wollte, merkte er, dass sein Knie seit seinem Ausflug nach Greenwich wieder stark angeschwollen war. Unter der Dusche brauchte das Wasser länger als üblich, um warm zu werden. Er drehte den Thermostat auf, weil er geplatzte Leitungen und zugefrorene Abflüsse, Raumtemperaturen unter dem Gefrierpunkt und teure Klempner Arbeiten fürchtete. Nach dem Abtrocknen wühlte er aus einer der Kisten auf dem Treppen Absatz seiner alten Sportbandagen und verbannt sein Knie. Inzwischen wusste er so sicher, als hätte er die ganze Nacht darüber gebrütet, woher Hallie Anstess von Charlottes Heirats Plänen wusste, wie dumm, dass er nicht gleich darauf gekommen war. Seinem Unterbewusstsein war es klar gewesen. Nach dem Duschen, Ankleiden und Frühstücken ging er nach unten. Ein Blick aus dem Fenster hinter seinem Schreibtisch verriet ihm, dass die messerscharfe Kälte den kleinen Reporter-Trupp vertrieben hatte, der am Vortag vergeblich auf seine Rückkehr gewartet hatte. Eisregen schepperte gegen die Fensterscheiben, als er ins Vorzimmer zurückkehrte und sich an Robbins Computer setzte, wo er in die Suchmaschine eintippte, Hochzeit Charlotte Campbell Yago Ross Ehren Punkt. So unbarmherzig wie unverzüglich kamen die Ergebnisse. Tetler Dezember 2010 Model Charlotte Campbell über ihre Hochzeit mit dem zukünftigen Viscount of Croy. Der Tetler erklärte Strike dem leeren Büro. Von der Existenz dieser Zeitschritt wusste er nur, weil die Gesellschaftsseiten darin von Charlottes Freunden bevölkert waren. Charlotte hatte den Tetler hin und wieder gekauft, um ihm daraus vorzulesen und Kommentare über die Männer abzugeben, mit denen sie mal geschlafen oder in deren Herrenhäusern sie Partys gefeiert hatte. Und jetzt war sie das Covergirl der Weihnachtsausgabe. Trotz der Bandage beklagte sich sein Knie darüber, dass es ihn die Metalltreppe hinab und hinaus in den Eisregen tragen musste. Vor dem Zeitschriften Kiosk hatte sich eine frühmorgendliche Warteschlange gebildet. Seelenruhig suchte er die Regale mit den Zeitschriften ab. Soapstars auf den Billigen, Filmstars auf den teuren Magazinen. Die Dezember Ausgaben waren fast schon vergriffen, obwohl es immer noch November war. Emma Watson in Weiß auf dem Cover der Vogue, die Superstar Edition, Rihanna in Pink auf der Mary Claire, die Glamour Edition und auf dem hohen Wangenknochen wehte und große Augen, haselgrün gesprenkelt wie ein Russet-Apfel. Zwei riesige Diamanten, die an ihren Ohren baumelten, dazu ein Dritter an der Hand, die leicht an ihrer Wange ruhte. Ein dumpfer, ungebremster Hammerschlag aufs Herz, ohne jedes sichtbare Zucken absorbiert. Er nahm das letzte Exemplar aus dem Regal, zahlte und kehrte damit in die Denmark-Street zurück. Es war zwanzig vor neun. Er schloss sich in seinem Arbeitszimmer ein, setzte sich hinter den Schreibtisch und legte die Zeitschrift vor sich hin. In Croyer Bill Charlotte Campbell Erst White Girl, jetzt Vicontess Die Schlagzeile verlief quer über Charlottes Schwanenhals. Es war das erste Mal, dass er sie ansah, seit sie ihm in genau diesem Büro die Fingernägel ins Gesicht getrieben hatte und dann weggerannt war, direkt in die Arme des ehrenwerten Iago Ross. Er nahm an, dass die Titelbilder allesamt retuschiert waren. Ihre Haut konnte unmöglich so makellos und das Weiß in ihren Augen unmöglich so rein sein, aber ansonsten hatte man nichts verändert, weder die feine Knochenstruktur noch, davon war er überzeugt, die Größe des Diamanten an ihrem Finger. Langsam blättete er zum Inhaltsverzeichnis und dann zu dem Artikel vor. Ein doppelseitiges Porträt von Charlotte, super schlank in einem glitzernden bodenlangen Kleid, in einer langen Galerie voller Wandteppiche neben ihr, auf einen Kartentisch gestützt und mit der Mine eines verlotterten Polarfuchses Iago Ross. Es gab noch mehr Fotos, Charlotte auf einem uralten Himmelbett, den Kopf im Sitzen lachend zurückgeworfen, so dass ihr Hals wie eine weiße Säule aus einer schlichten cremefarbenen Bluse ragte, Charlotte und Iago in Jeans und Gummistiefeln, während sie Hand in Hand über das Parkgelände vor ihrem zukünftigen Zuhause spazierten, zwei Jack Russells zu ihren Füßen, Charlotte, die auf dem Wind umtoßen Burgturm über eine mit dem Tatern des Viscounts verhüllte Schulter blickte. Zweifellos hatte Halley Anstis die vier Pfund zehn als gute Geldanlage betrachtet. Am vierten Dezember dieses Jahres wird die aus dem siebzehnten Jahrhundert stammende Kapelle des Castle of Croy, niemals Croy Castle, damit zieht man den Unmut der Familie auf sich, für die erste Hochzeit seit über hundert Jahren herausgeputzt. An diesem Tag vermählt sich Charlotte Campbell, die atemberaubend schöne Tochter von Fernsehmoderator Anthony Campbell und sechziger Jahre It-Girl Tula Clermont mit dem ehrenwerten Iago Ross, Erbe des Schlosses und der vielen Titel seines Vaters, deren wichtigster, der des Viscount of Croy ist. Die zukünftige Viscountess ist ein nicht unumstrittener Zugang zu den Rosses of Croy. Trotzdem muss Iago bei der Vorstellung lachen, dass das ehemalige Partigall nicht begeistert in der altehrwürdigen schottischen Familie willkommen geheißen worden wäre. Ehrlich gestanden hat meine Mutter immer schon gehofft, dass wir eines Tages heiraten würden, sagt er. Wir waren bereits in Oxford ein Paar, aber damals waren wir wohl zu jung. Dann fanden wir uns in London wieder. Wir hatten beide gerade eine Trennung hinter uns. Ach, wirklich? dachte Strike. Hattet ihr beide gerade eine Trennung hinter euch? Oder hast du sie zur selben Zeit gefögelt wie ich, so dass sie nicht wusste, wer von uns beiden der Vater des Kindes war, das sie empfangen zu haben fürchtete? Für das sie wechselnde Daten angab, um alle Eventualitäten abzudecken und um sich alle Optionen offen zu halten? Machte in ihrer Jugend Schlagzeilen, als sie sieben Tage lang aus Midels verschwand und eine landesweite Suchaktion auslöste, landete mit fünfundzwanzig in einer Entzugsklinik. Alles Schnee von gestern, das liegt lange hinter mir, kommentiert Charlotte Fröhlich. Ja, ich hatte in meiner Jugend eine Menge Spaß, aber jetzt wird es Zeit, sesshaft zu werden und offengestanden kann ich es kaum erwarten. Spaß war das also? fragte Strike ihr atemberaubendes Foto. Hat es dir wirklich Spaß gemacht, auf dem Dach zu stehen und damit zu drohen, dass du springen würdest? Hat es dir Spaß gemacht, mich aus der Psychiatrie anzurufen und mich anzubetteln, dich dort rauszuholen? Ross hat indes kürzlich erst eine schmutzige Scheidung durchgestanden, die die Klatschspalten füllte. Ich wollte, wir hätten das alles ohne Anwälte regeln können, seufzt er, und Charlotte frohlockt, ich kann es kaum erwarten, Stiefmami zu werden. Wenn ich noch einen einzigen Abend mit diesen Enstes Gönn verbringen muss, kaum, dann schlag ich einem von beiden den Schädel ein, das schwöre ich dir, und in Lucys Vorstadtgarten, während Strikes Neffen Fußball spielten. Warum sind diese Blagen solche Arschlöcher? Der Ausdruck auf Lucys runden Gesicht, als sie das hörte. Dann sprang ihn sein eigener Name von der Seite an, darunter die überraschende Affäre mit Johnny Rockabys ältestem Sohn Comoran Strike, der im Frühjahr Schlagzeilen machte. Die überraschende Affäre mit Johnny Rockabys ältestem Sohn. Johnny Rockabys ältestem. Reflexhaft stug er das Magazin zu und ließ es in den Papierkorb gleiten. Sechzehn Jahre hin und her, sechzehn Jahre Folter, Wahnsinn und gelegentliche Ekstase. Dann hatte er, nachdem sie ihn zahllose Male verlassen und sich in die Arme fremder Männer geworfen hatte, so wie andere Frauen sich vor einen Zug warfen, Schluss gemacht, womit er den Rubikon auf unverzeihliche Weise überschritten hatte, denn es hatte sich bis dahin immer von selbst verstanden, dass er unverzagt und unerschütterlich ausharrte, wie ein Fels in der Brandung, den sie nach Belieben hinter sich lassen und zu dem sie jederzeit wieder zurückkehren konnte. Doch in jener Nacht, in der er das Lügengespinst um das ungeborene Kind in ihrem Leib zerrissen und sie sich daraufhin in einen bergendlich bewegt und zwar zur Tür hinaus, gefolgt von einem geschleuderten Aschenbecher. Sein blaues Auge war kaum verheilt gewesen, da hatte sie auch schon ihre Verlobung mit Ross bekannt gegeben. Nicht mehr als drei Wochen hatte sie dazu gebraucht, weil sie nur auf eine einzige Weise zu reagieren vermochte, sobald ihr Schmerz zugefügt wurde, indem sie ihrerseits ungeachtet aller Konsequenzen für sich selbst ihren Angreifer so schwer wie irgend möglich verletzte und auch wenn seine Freunde es für eine Anmaßung halten würden, wußte Strike tief im Inneren, dass die Tettler-Bilder, die herablassende Erwähnung ihrer Beider Beziehung in einer Begrifflichkeit, die ihn am schmerzhaftesten treffen mußte, er konnte fast hören, wie sie den Reporter diktierte, er ist der Sohn von Johnny Rockabee, das beschissene Castle of Croy, das all das, all das inszeniert worden war, um ihn zu treffen, damit er seines Fehlers gewahr wurde, damit er bereute und bedauerte, sie wußte genau, worauf sie sich mit Ross einließ, sie hatte Strike von seinem dürftig verschleierten Alkoholproblem und den Gewaltausbrüchen erzählt, von denen sie aus dem blaublütigen Klatschnetzwerk wußte, das sie über die Jahre auf dem Laufenden gehalten hatte, sie hatte darüber gescherzt, dass sie all dem gerade noch entkommen sei, gescherzt, eine Selbstverbrennung im Hochzeitskleid, sieh, wie ich in Flammen die Hochzeit sollte in zehn Tagen stattfinden und falls er in seinem Leben je etwas mit Sicherheit gewußt hatte, dann dies, dass Charlotte auch nach all den schmutzigen Szenen, nach ihren hasserfüllten Beschimpfungen, den Lügen, dem Chaos und dem tonnenschweren Gepäck, unter dem ihre Beziehung letztlich zersplittert war, Ja sagen würde, wenn er sie heute anriefe und ihr Vorschlüge Brenn mit mir durch. Wegzurennen lag in ihrer Natur und er war stets ihr erstes Ziel gewesen, Freiheit und Sicherheit in einer Person. Das hatte sie ihm immer wieder erklärt, nach jeder ihrer Auseinandersetzungen, die sie beide umgebracht hätten, wenn seelische Wunden bluten würden. Ich brauche dich, du bist mein Ein und Alles, das weißt du doch, du bist der Einzige, bei dem ich mich je sicher gefühlt habe, Bluey. Er hörte die Glastür zum Treppenhaus auf und wieder zugehen und die vertrauten Geräusche, als Robin ins Büro kam, ihren Mantel auszog, den Wasserkocher füllte. Jedes Mal hatte ihn die Arbeit gerettet. Charlotte hatte es nicht ertragen können, dass er nach den exzessiven, brutalen Auseinandersetzungen, nach all den Tränen und Bitten und Drohungen von einem Moment auf den anderen abschalten und sich in einen Fall vertiefen konnte. Sie hatte ihn nicht davon abhalten können, die Uniform anzulegen, sie hatte nie verhindern können, dass er zur Arbeit ging, hatte ihn nie von einer Ermittlung fernhalten können. Sie hatte seine Konzentration verflucht, seine unerschütterliche Treue zur Army, seine Fähigkeit, sie auszuschließen, weil sie dies als Verrat empfand, als hätte er sie damit im Stich lassen wollen. Gerade jetzt, an diesem kalten Wintermorgen, mit ihrem Antlitz im Papierkorb zu seinen Füßen, verzehrte sich Strike nach Befehlen, nach einem Auslandseinsatz, einem erzwungenen Aufenthalt auf einem anderen Kontinent. Er wollte nicht länger untreuen Ehemännern und Geliebten nachschnüffeln oder sich in die kleinlichen Dispute zwielichtiger Geschäftsleute einmischen, nur ein einziges Thema hatte auf ihn je die gleiche Faszination ausgeübt wie Charlotte. Unnatürliche Todesfälle. Morgen, sagte er und humpelte ins Vorzimmer, wo Robin soeben zwei Becher Tee zubereitete. Mit denen werden wir uns sputen müssen, wir gehen aus. Wohin? fragte sie überrascht. Schneeregen glitschte nass an den Fensterscheiben hinab. Robin konnte immer noch spüren, wie er ihr im Gesicht gebrannt hatte, als sie über die rutschigen Gehwege gehastet war, um schnellstmöglich ins Trockene zu kommen. Wir müssen im Fall Quine etwas erledigen. Das war gelogen. Die Polizei hatte viel mehr Möglichkeiten. Was konnte er schon ausrichten, dass ein Polizeibeamter nicht besser konnte? Und doch wusste er intuitiv, dass Ernstes kein Gespür für das Seltsame und Bizarre hatte, ohne dass sie den Mörder nicht finden würden. Caroline, Ingalls kommt um zehn. Scheiße. Egal, dann muss ich den Termin eben verschieben. Die Sache ist die, der Rechtsmediziner glaubt, dass Quine bereits kurz nach seinem Verschwinden gestorben ist. Er nahm einen großen Schluck heißen, starken Tee. Er wirkte zielstrebiger und energiegeladener, als sie ihn in letzter Zeit erlebt hatte. Damit richtet sich das Augenmerk wieder auf die Personen, die das Manuskript schon früh zu Gesicht bekamen. Ich will wissen, wo sie wohnen und ob sie allein leben. Danach werden wir ihre Wohnungen auskundschaften, herausfinden, wie schwer es für sie wäre, einen Sack voll Innereien nach Hause und wieder hinaus zu schaffen, oder ob es irgendwo einen Ort gibt, an dem sie Beweise verbrennen oder vergraben könnten. Es war nicht viel, aber mehr würde er heute nicht tun können, und er wollte um jeden Preis beschäftigt sein. Sie kommen mit, ergänzte er, Sie sind gut in solchen Sachen. Was, als ihr Watson? fragte sie und gab sich den Anschein der Gleichgültigkeit. Der Gräuel, mit dem sie am Vortag aus dem Cambridge marschiert war, war noch nicht vollends verraucht. Wir könnten das alles auch im Internet aufrufen, uns die Häuser auf Google Earth ansehen. Hervorragende Idee, sagte Strike, warum sich mit eigenen Augen ein Bild machen, wenn man sich auch veraltete Fotos ansehen kann. Ein wenig pikiert gab sie zurück. Natürlich komme ich gern gut. Ich sage den Ingels-Termin ab, Sie gehen online und suchen die Adressen von Christian Fischer, Elizabeth Tessel, Daniel Chart, Jerry Walgrave und Michael Fankow heraus. Außerdem machen wir noch einen Abstecher zum Glam-Adley-Court und sehen uns dort noch einmal um, diesmal um festzustellen, wie gut sich dort Beweise verstecken ließen. Soweit ich es im Dunkeln erkennen konnte, gab es dort reichlich Mülltonnen und Gebüsch. Ach ja, und rufen Sie den Britt Lincoln Bookshop in Putney an. Wir sollten uns mit dem Alten unterhalten, der behauptet, Quine noch am Achten gesehen zu haben. Er verschwand wieder in seinem Büro und Robin setzte sich an den Computer. Aus ihrem Schal tropfte es eisig auf den Boden, aber das war ihr gleich. Die Erinnerung an Quines verstümmelte Leiche setzte ihr immer noch zu, aber gleichzeitig war sie besessen von dem Matthew gegenüber wie ein schmutziges Geheimnis verschwiegenen Drang, mehr herauszufinden, alles herauszufinden, und es machte sie rasend, dass Strike, der dies von allen Menschen am besten verstehen sollte, in ihr nicht erkannte, was so unübersehbar in ihm selbst loderte. So geht es, wenn man in der Unwissenheit geschäftig ist, Dienste erzeigen will und es doch nicht anzufangen weiß. Ben Johnson, Episcene oder das stille Frauenzimmer Mit den aus einem Online-Telefonbuch übertragenen Adressen auf Robin's Handy verließen sie in einem jähen, federigen Schneeflockengestöber das Büro. Weil Strike erst noch einmal zu Talga Throat fahren wollte, berichtete Robin ihm auf der Fahrt in einem U-Bahn-Wagen, der gegen Ende der morgendlichen Stoßzeit zwar immer noch voll, aber nicht mehr heillos überfüllt war, von den Ergebnissen ihrer Internetrecherche. Sie teilten sich die Haltestange mit drei jämmerlich aussehenden italienischen Rucksack-Touristen. Der Geruch von nasser Wolle, Dreck und Gore-Tex stach ihnen in die Nase. Der Mann, der in der Buchhandlung arbeitet, ist im Urlaub, erzählte sie Strike. Er kommt erst nächsten Montag wieder. Na schön, dann verschieben wir ihn bis dahin. Was ist mit unseren Verdächtigen? Sie kommentierte das Wort mit einer hochgezogenen Augenbraue, sagte dann aber, Christian Fischer wohnt in Kempten mit einer 32-Jährigen zusammen, seine Freundin nehme ich an. »Wahrscheinlich,« stimmte Strike ihr zu. »Das passt nicht. Unser Mörder brauchte Ruhe und Abgeschiedenheit, um unbesehen die blutbefleckte Kleidung loszuwerden, ganz zu schweigen von mehreren Kilo menschlicher Organe. Ich suche nach einem Haus, das man unbemerkt verlassen und betreten kann.« »Also, ich habe mir sein Haus auf Google Street View angesehen,« erklärte Robin mit einem Anflug von Trotz. »Den Hauseingang teilen sich insgesamt vier Wohnungen. Außerdem wohnt er meilenweit von der Talgath Road entfernt. Sie glauben ohnehin nicht wirklich, dass es Christian Fischer war, oder?« fragte Robin. »Es kommt mir nicht sehr wahrscheinlich vor,« gab Strike zu. »Er kannte Quine kaum und er kommt in dem Buch nicht vor. Ich denke nicht.« Sie stiegen in Holborn aus, wo Robin ihre Schritte taktvoll Strikes Tempo anpasste, ohne ein Wort über sein Hinken zu verlieren oder darüber, wie er bei jedem Schritt mit dem Oberkörper Schwung holte. »Was ist mit Elizabeth Tessa?« fragte er. »Fulham Palace Road, allein.« »Gut,« sagte Strike, »dann werden wir uns dort mal umsehen, ob es irgendwelche frisch umgegrabenen Blumenbeete gibt.« »Macht die Polizei das nicht auch?« fragte Robin. Strike zog die Stirn in Falten. Ihm war durchaus bewusst, dass er an der Peripherie der Ermittlungen herumschlich wie ein Schakal, der nur darauf hoffen konnte, dass ihm die Löwen ein paar Brocken oder ein Knöchelchen übrig ließen. »Vielleicht«, sagte er, »vielleicht auch nicht. Enstis ist überzeugt, dass es Leonora war, und er ändert seine Meinung nicht so schnell. Ich kenne ihn. Ich habe in Afghanistan mit ihm zusammengearbeitet. Aber da wir gerade von Leonora sprechen,« ergänzte er beiläufig, »Enstis hat herausgefunden, dass sie früher bei einem Metzger gearbeitet hat.« »Ach du Liebescheiße!« entfuhr es Robin. Strike grinste. Wenn sie angespannt war, verstärkte sich ihr Yorksche Akzent. Sie stiegen um in einen deutlich leereren Zug der Piccadilly-Line, der sie zum Barons Court bringen würde. Erleichtert ließ Strike sich auf einen Sitz fallen. »Jerry Walgrave lebt mit seiner Frau zusammen, richtig?« fragte er Robin. »Ja, falls sie Fenella heißt. In der Hazlitt Road in Kensington, im Untergeschoss wohnt eine gewisse Joanna Walgrave.« »Das ist die Tochter,« sagte Strike, »eine Jungautorin. Sie war auch auf dieser Party bei Robert Chart. Und Daniel Chart? »Sussex Street in Pimlico, gemeinsam mit einem Paar namens Ninita und Manny Ramos.« Hört sich nach einem Haushälter-Ehepaar an. Außerdem besitzt er ein Anwesen in Devon, Ty Barn House, wo er vermutlich mit seinem gebrochenen Bein festsitzt. »Und Fencourt ist nicht gelistet,« schloss sie ihre Aufzählung. »Dafür findet man über ihn eine Menge biografischer Einträge. Er besitzt am Rand von Schumegner ein elisabethanisches Anwesen namens Ensacourt.« »Schumegner?« »Ein Ort in Somerset, wo er mit seiner dritten Frau lebt.« »Ein bisschen weit, um heute noch hinzufahren,« meinte Strike bedauernd. »Keine Junggesellenbude in der Nähe der Talgath Road, wo er einen Beutel voller Derme in die Tiefkühltruhe stopfen könnte?« »Nicht so weit ich eruieren konnte.« »Und wo hat er übernachtet, als er vorbeikam, um einen Blick auf den Tatort zu werfen? Oder hat er bloß um der alten Zeitenwillen einen Tagesausflug nach London unternommen?« »Falls er es wirklich war.« »Ja, falls er es wirklich war.« »Und dann wäre dann noch Catherine Kent. Ihre Adresse haben wir und wir wissen auch, dass sie allein lebt.« Enstess hat erzählt, dass Quine sich am Abend des Fünften in der Nähe ihrer Wohnung absetzen ließ, aber da war sie nicht zu Hause. Vielleicht hatte Quine vergessen, dass sie bei ihrer Schwester war,« überlegte Strike, »und ging nur deshalb weiter zu Talgath Road, weil er sie daheim nicht angetroffen hat. Sie könnte nach ihrem Besuch im Hospiz dort mit ihm verabredet gewesen sein. Bei ihr sehen wir uns als Zweites um.« Während sie weiter gen Westen fuhren, erzählte Strike Robin von den Zeugen, die beobachtet haben wollten, wie eine Frau in einer Burka am 4. November das Gebäude betreten und wie Quine am frühen Morgen des Sechsten das Haus verlassen hatte. »Natürlich könnte einer von ihnen oder sogar beide sich geirrt haben oder lügen,« schloss er. »Eine Frau in einer Burka? Und die halten es nicht für möglich,« fragte Robin vorsichtig, »dass dieser Nachbar ein durchgeknallter Islamhasser sein könnte?« Die Arbeit mit Strike hatte Robin die Augen dafür geöffnet, wie breit gefächert und ausgeprägt die Phobien und Antipathien waren, die in der Bevölkerung gärten und von denen sie bis dato nichts geahnt hatte. Die Flutwelle an Publicity nach der Lösung des Falls Landry hatte eine erkleckliche Anzahl von Briefen auf ihren Schreibtisch gespült, die sie abwechselnd verstört oder erheitert hatten. Ein Mann hatte Strike angefleht, mit seinem nachweislich beachtlichen Talent endlich offen zu legen, in welchem Wirrgegriff des internationalen Judentums das Weltbanksystem steckte, ein Unterfangen, für das er Strike bedauerlicherweise nicht bezahlen könne, das ihm aber zweifelsohne weltweite Anerkennung einbringen werde. Eine junge Frau hatte einen zwölfseitigen Brief aus einer psychiatrischen Einrichtung geschickt und Strike um Hilfe bei der Beweisführung gebeten, dass all ihre Familienangehörigen entführt und durch Doppelgänger ersetzt worden seien. Ein anonymer Briefeschreiber unbekannten Geschlechts hatte Strike zur Mithilfe bei der Aufdeckung einer landesweiten Serie von satanistischen Missbrauchsfällen aufgefordert, die, wie der oder diejenige mit Sicherheit zu wissen meinte, von den Büros der Bürgerberatung ausgeplant worden waren. Es könnten Samt und Sonders Spinner sein, stimmte Strike ihr zu. Verrückte lieben Mordfälle, die stehen auf sowas, schon allein, weil ihnen dann jemand zuhören muss. Eine junge Frau mit einem Hijab verfolgte ihre Unterhaltung vom Sitz gegenüber. Sie hatte große, süße, milchschokoladenbraune Augen. Angenommen, es war tatsächlich jemand am 4. November im Haus, dann wäre eine Burka zugegebenermaßen eine verflucht gute Verkleidung, um unerkannt hinein und wieder herauszukommen. Oder können sie sich eine andere Methode vorstellen, Gesicht und Körper komplett zu verhüllen, ohne dass man darauf angesprochen wird? Und die Person hatte eine Tüte aus einem Halal-Imbiss dabei? Angeblich. Hat er ein Halal-Gericht als Henkers Mahlzeit bekommen? Hat der Mörder deshalb vielleicht die Gedame beseitigt? Und diese Frau, die auch ein Mann gewesen sein könnte, wurde eine Stunde später beim Verlassen des Hauses beobachtet? Behauptet Ernstess. Sie hat sich also nicht im Haus auf die Lauer gelegt? Nein, aber vielleicht hat sie schon mal den Tisch für Quine gedeckt, sagte Strike und Robin verzog das Gesicht. Die junge Frau mit dem Hijab stieg an der Gloster Road aus. Ich glaube nicht, dass es in dieser Buchhandlung Videokameras gibt, sagte Robin. Seit dem Falandry ließ sie das Thema Videoüberwachung nicht mehr los. Das hätte Ernstess erwähnt, stimmte Strike ihr zu. Am Barons Court wurden sie vor neuerlichem Schneegestöbe empfangen. Die Augen gegen die federigen Flocken zusammengekniffen, marschierten sie unter Strikes Führung zu Talga Throat. Mit jedem Schritt wünschte er sich sehnlicher einen Stock. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hatte Charlotte ihm einen eleganten antiken Malacca Gehstock geschenkt, der angeblich ihrem Urgroßvater gehört hatte. Der hübsche alte Stock war allerdings zu kurz gewesen, so dass sich Strike beim Gehen immer nach rechts hatte beugen müssen. Als sie die Sachen zusammengepackt hatte, die er aus ihrer Wohnung mitnehmen sollte, war der Stock nicht dabei gewesen. Schon von weitem war klar, dass das Team der Spurensicherung in Nummer 179 immer noch am Werk war. Der Eingang war mit Absperrband gesichert, und mit gegen die Kälte verschreckten Armen stand eine Polizeibeamtin einsam davor Wache. Als sie näher kamen, drehte sie sich zu ihnen um. Sobald ihr Blick auf Strike fiel, wurden ihre Augen schmal. »Mr. Strike!« sagte sie barsch. Ein rothaariger Polizist in Zivil, der in der Tür gestanden und mit jemandem im Haus gesprochen hatte, fuhr herum und eilte die Lästigkeit bewunderte, so beklommen fühlte sie sich zugleich. Sie hatte den Respekt vor dem Gesetz zutiefst verinnerlicht. »Was wollen Sie hier?« fragte der rothaarige Schroff. Robin empfand den Blick, mit dem er sie von Kopf bis Fuß musterte, fast schon als anzüglich. »Sie können hier nicht rein!« Schade, sagte Strike, »dann müssen wir wohl draußen bleiben.« Ohne sich darum zu scheren, und stieg die Stufen zur Haustür empor. Robin fiel nichts anderes ein, als ihm zu folgen, auch wenn sie zutiefst verunsichert und sich der Blicke in ihrem Rücken nur zu bewusst war. »Was machen wir hier?« murmelte sie, als sie unter dem Schutz des Backstein Vordachs standen und den kritischen Blicken der Polizisten entkommen waren. Das Haus schien näher zu stehen. Trotzdem fürchtete haben könnte, die um zwei Uhr morgens mit einer Reisetasche aus Haus Nummer 179 kam, sagte Strike. Und wissen sie was? Ich glaube, sie konnte. Es sei denn, die Straßenlaterne war ausgefallen. In Ordnung, und jetzt probieren wir das Ganze von der anderen Seite aus. Frisch heute, was? rief Strike der argwöhnischen Polizistin und ihrem Begleiter zu, als er und Robin erneut an den beiden vorbeispazierten. Vier Häuser weiter hat Ernst es gesagt, rannte Robin zu, das wäre dann Nummer 171. Wieder Schritt Strike die Stufen vor dem Haus hinauf und Robin tappte ihm hinterher. Wissen Sie, ich habe mich gefragt, ob er vielleicht das Haus verwechselt haben könnte, aber tatsächlich steht vor Nummer 177 ein roter Mülleimer. Die Burka wäre direkt dahinter die Stufen hochgestiegen und dadurch wäre gut zu erkennen gewesen. Die Haustür ging auf. Kann ich Ihnen behilflich sein? fragte ein Mann mit dicker Brille. Er klang ausgesprochen höflich. Während Strike ansetzte, sich dafür zu entschuldigen, dass er sich wohl in der Hausnummer geirrt habe, rief der rothaarige Polizist vor Nummer 179 etwas zu ihnen herüber. Als niemand reagierte, kletterte er über das Absperrband und rannte auf sie zu. Dieser Mann, rief er unnötig laut und deutete dabei auf Strike, ist nicht von der Polizei. Das hat er auch gar nicht behauptet, erwiderte der bebrillte Mann leicht verblüfft. Schön, ich glaube, wir sind hier fertig, sagte Strike zu Robin. Machen Sie sich denn gar keine Gedanken, fragte Robin ihn auf dem Rückweg zur U-Bahn amüsiert und vor allem erleichtert, von dort verschwinden zu können, Ich glaube nicht, dass er besonders glücklich darüber sein wird, antwortete Strike und hielt nach Überwachungskameras Ausschau, aber nirgends in meiner Jobbeschreibung steht, dass ich ihn glücklich machen muss. Aber es war doch ziemlich anständig von ihm, die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung mit ihm zu teilen, sagte Robin. Das hat er nur gemacht, um mich von dem Fall fernzuhalten. Er glaubt, alles auf Leonora hinweist, und dummerweise scheint es im Augenblick tatsächlich so zu sein. Der Verkehr staute sich auf der Straße, soweit Strike erkennen konnte, wurde sie von einer einzigen Kamera überwacht. Außerdem zweigten hier zahlreiche Querstraßen ab, auf denen ein Mensch in Owen Quines Loden umhang oder in einer Burka verschwunden sein konnte, ohne dass sich seine Identität je feststellen lassen würde. Strike erstand im Metro-Café im U-Bahn-Bau zwei Kaffee zum Mitnehmen, dann durchschritten sie wieder die erbsengrüne Schalterhalle und fuhren weiter nach West Brompton. Eins müssen sie bei all dem im Gedächtnis behalten, sagte Strike, als sie am Earl's Court ausstiegen, um auf die nächste U-Bahn zu warten, wobei Strike, wie Robin bemerkte, sein Gewicht ganz auf sein gesundes Bein verlagerte. Nämlich dass Quine am fünften verschwand, in der Bonfire Night. Oh Gott, das stimmt, sagte Robin. Feuerwerk und Böllerschüsse, sagte Strike und kippte seinen Kaffee hinunter, damit der Becher leer war, ehe sie in den nächsten Zug steigen mussten. Er traute sich nicht zu, gleichzeitig einen vollen Kaffeebecher und sich selbst über den nassen vereisten Boden zu balancieren. Raketen, die in alle Richtungen fliegen und sämtliche Blicke auf sich ziehen. Es ist also nicht gerade verwunderlich, dass in jener Nacht niemand beobachtet hat, wie eine Gestalt in einem Umhang in dem Haus nach. Glauben Sie, der Mann in der Buchhandlung hat gelogen, als er behauptet hat, Quine sei am achten dort gewesen? Das weiß ich nicht, sagte Strike. Es ist noch zu früh, um sich darüber ein Urteil zu erlauben, oder? Doch im Grunde musste er sich eingestehen, glaubte er genau das. Die plötzliche Aktivität rund um ein leerstehendes Haus am vierten und fünften war überaus verdächtig. Komisch, was den Menschen so auffällt, sagte Robin, als sie in West Brompton die rot-grünen Treppen hinaufstiegen. Inzwischen verzog Strike jedes Mal das Gesicht, wenn er das rechte Bein aufsetzte. Das Gedächtnis ist schon eine komische Sache, nicht wahr? Auf einmal schoss ein so glühender Schmerz in Strikes Knie, dass er gegen das Geländer der Gleisüberführung sagte. Hinter ihm fluchte ein Mann im Anzug über das unerwartete Hindernis und Robin ging noch ein paar Schritte weiter, ehe sie bemerkte, dass Strike nicht mehr an ihrer Seite war. Sie eilte zurück und sah ihn zusammengekrümmt bleich und schweißgebadet am Geländer lehnen, so dass die Pendler gezwungen waren, einen Schlenker um ihn herumzumachen. Oh, irgendwas ist hinüber, erklärte er mit zusammengebissenen Zähnen. In meinem Knie. Scheiße, Scheiße, wir nehmen ein Taxi. Bei diesem Wetter kriegen wir nie eins. Dann gehen wir wieder runter zum Bahnsteig und fahren zurück ins Knie hatte er seine Ohnmacht so deutlich empfunden, wie in diesem Moment auf der Fußgängerüberführung mit dem eisernen Gitterwerk als Geländer und unter der gewölbten Glasdecke, auf der sich immer mehr Schnee sammelte. Früher hatte ihm ein Dienstwagen zur Verfügung gestanden. Er hatte Zeugen einbestellen können. Damals hatte er in verantwortlicher leitender Position bei der Special Investigation Branch gearbeitet. Wenn Sie das wirklich durchziehen wollen, brauchen wir ein Taxi, erklärte Robin entschieden. Von hier bis zur Lily Road Langermarsch, haben Sie denn kein... Sie zögerte. Noch nie hatte sie offen über Strikes Behinderung gesprochen. Ich meine, haben Sie denn kein Stock oder so? Ich wollte... Ich hätte einen, presste er zwischen Taubenlippen hervor, wozu ihr etwas vorspielen, ihm graute allein schon vor dem Weg bis zum Ende der Überführung. Wir besorgen ihn ein, sagte Robin. Ich habe in Drogeriemärkten schon mal welche gesehen. Und dann nach kurzem Zögern sagte sie, stützen Sie sich auf. Nein, ich bin zu schwer für Sie, nur um das Gleichgewicht zu halten. Nehmen Sie mich als Stock. Na los, sagte sie fest entschlossen. Nachdem er den Arm um ihre Schultern gelegt hatte, passierten sie langsam die Überführung und mussten beim Ausgang eine Pause einlegen. Es hatte vorübergehend aufgehört zu schneien, doch die Kälte war, wenn überhaupt, noch beißender geworden. Warum sind denn hier nirgends Sitzbänke? fragte Robin und sah sich wütend um. Willkommen in meiner Welt, sagte Strike, der den Arm von ihrer Schulter genommen hatte, sobald sie stehen geblieben waren. Was glauben Sie ist passiert? fragte Robin und starrte auf sein rechtes Bein. Ich habe keine Ahnung. Es war schon heute Morgen ziemlich angeschwollen. Wahrscheinlich hätte ich die Prothese nicht anlegen dürfen, aber ich gehe so ungern auf Krücken. So können Sie bei diesem Wetter jedenfalls nicht die Lily Road hochkriechen. Wir rufen ein Taxi und dann fahren sie zurück ins Büro. Nein, ich muss noch was erledigen, fiel er ihr verärgert ins Wort. Enstess ist von Leonora Schuld überzeugt, aber er irrt sich. Unter der derartigen Schmerzen wurde alles auf das Wesentliche reduziert. Na schön, sagte Robin, wir teilen uns auf und Sie fahren im Taxi, okay? Okay, packte sie nach. Er gab sich geschlagen. Meinetwegen, Sie fahren zum Clem Adlicard. Und wonach halte ich Ausschau? Nach Kameras, möglichen Verstecken für Kleidung und Innereien. Falls Ken sie mitgenommen hat, kann sie beides unmöglich in ihrer Wohnung aufbewahren, das würde stinken. Machen sie Fotos mit ihrem Handy, alles was ihnen sinnvoll erscheint. Im selben Moment begriff er, wie armselig sich das anhörte, aber er musste einfach etwas unternehmen, denken. Und dann? fragte Robin. Sussex Street, sagte Strike, nachdem er kurz überlegt hatte, die gleiche Vorgehensweise und hinterher rufen sie mich an, damit wir uns treffen können. Geben Sie mir lieber die Adressen von Tessel und Wargrave. Sie notierte sie auf einen Zettel. Ich rufe ihnen jetzt ein Taxi und noch ehe er sich bei ihr bedanken konnte, war sie schon hinaus auf die kalte Auf diesem glatten Eispflaster braucht man gut beschlagene Sohlen, um nicht den Hals zu brechen. John Webster, die Herzogin von Amalfi. Praktischerweise trug Strike immer noch die 500 Pfund im Portemonnaie, die man ihm dafür gegeben hatte, dass er einen Teenager aufschlitzte. Er bat den Taxifahrer, ihn in die Fulham Palace Road zu fahren, wo Elizabeth Tessel wohnte, prägte sich die Route ein und wäre nach nur vier Minuten bei ihrem Haus angekommen, hätte er nicht unterwegs eine Boots Filiale entdeckt. Er forderte den Fahrer auf, kurz am Straßenrand zu warten und trat nur wenig später mit einem ausziehbaren Stock und deutlich leichterem Schritt wieder aus dem Drogeriemarkt. Eine fitte Frau, mutmaßte er, würde den Weg in nicht einmal einer halben Stunde zu Fuß zurücklegen können. Elizabeth Tessel wohnte zwar weiter vom Tatort entfernt als Catherine kennt, doch Strike, dem die Gegend einigermaßen vertraut war, konnte sich durchaus vorstellen, dass sie den einen oder anderen Schleichweg durch die Wohnstraßen kannte, wo man von keiner Kamera erfasst wurde und dass sie unter Umständen selbst in einem Auto unerkannt geblieben wäre. Ihr Haus sah an diesem trüben Wintertag trist und trostlos aus. Es war ebenfalls ein viktorianisches Backsteingebäude, allerdings ohne die Grandeur oder Schrulligkeit der Häuser an der Targetthroat und stand an einer Straßenecke hinter einem nasskalten Garten, der von wildwucherndem Goldregen beschattet wurde. Es hatte wieder angefangen zu schnallen, als Strike neugierig über das Gartentor spähte, die Zigarette in der hohen Hand, damit sie nicht erlosch. Vor und hinter dem Haus gab es je einen Garten. Beide waren durch die dunklen, unter dem Gewicht des eisigen Niederschlags bebenden Büsche vor unerwünschten Einblicken geschützt. Die Fenster im Obergeschoss boten jetzt, einen Monat vor der Wintersonnenwende, einen deprimierenden Ausblick auf den Friedhof an der Fullham Palace Road, wo nackte Bäume ihre knochigen Arme in den weißen Himmel reckten und die alten Grabsteine sich in der Ferne verloren. War es vorstellbar, dass Elizabeth Tessel mit ihrem schicken schwarzen Kostüm, dem scharlachroten Lippenstift und ihrem unverholenen Zorn auf Owen Quine im Schutz der Nacht Blut und Säure befleckt und mit einer Tüte voller Eingeweide in dieses Haus zurückgekehrt war? Die Kälte fraß sich hinterhältig in Strikes Hals und Finger. Er trat den Zigarettenstummel aus und bat den Taxifahrer, der mit argwöhnischer Neugier verfolgt hatte, wie er Elizabeth Tessels Haus inspizierte, ihn nach Kensington in die Haslet Road zu fahren. Während der Fahrt kauerte Strike zusammengesunken auf dem Rücksitz und spülte mit einer Flasche Wasser, die er ebenfalls in der Drogerie gekauft hatte, ein paar Schmerztabletten hinunter. Das Taxi war muffig und roch nach kaltem Tabak, festgefressenem Dreck und altem Leder. Die Scheibenwischer fegten wie stumme Metronome über das Glas und gaben im immer gleichen Takt verschwommene Blicke auf die breite, belebte Hammersmith Road frei, wo sich kleinere Büroblocks und kurze Häusereien abwechselten. Strike sah das Nessareth Haus vorüberziehen, ein Pflegeheim, ebenfalls aus rotem Backstein erbaut, Kirchengleich und in stiller Heiterkeit, aber mit hohen Toren und Pförtnerhäuschen gesichert, um die Gepflegten von den Ungepflegten zu scheiden. Hinter den beschlagenen Fenstern kam Blythe Haus in Sicht weiter, ein weitläufiger palastartiger Baum mit weißen Kuppeltürmchen, der wie ein großer, rosabrauner Kuchen im Schneeregen aufragte. Strike meinte, sich vage daran erinnern zu können, dass es inzwischen als Lager für eines der großen Museen diente, das Taxibog rechts ab in die Hazlet Road. Welche Nummer? fragte der Fahrer. Ich steig gleich hier aus, sagte Strike, der nicht direkt vor dem Haus aus dem Auto klettern wollte und auch nicht vergessen hatte, dass er das Geld, das er soeben zum Taxifenster hinauswarf, irgendwann zurückgeben musste. Schwer auf seinen Stock gestützt und froh über den Gummiüberzug an der Spitze, der ihm auf dem rutschigen Gehweg Kaltboot, bezahlte er den Fahrer und spazierte die Straße entlang, um die Walgravesche Wohnstadt in Augenschein zu nehmen. Hier standen ausgewachsene Stadthäuser vier Stockwerke hoch, wenn man die ausgebauten Zutauerns mitzählte, mit goldbraunen Backsteinfronten und klassischen weißen Simsen, Stuckspiegeln unter den Fenstern in den Obergeschossen und schmiedeeisernen Balustraden. Die meisten Häuser waren in Wohnungen aufgeteilt worden, es gab keine Vorgärten, nur Treppenabgänge zu den Zuteraumwohnungen. Die Straße war durchdrungen von einem leicht schmuddeligen Flair und der freundlichen mittelschichttypischen Verschobenheit, die sich in einer planlosen Kollektion von Topfpflanzen auf dem ersten Balkon, einem Fahrrad auf dem nächsten und der schlaffen, nassen und möglicherweise bald im Eisregen gefrorenen Wäsche auf einem dritten äußerte. Das Haus, das Walgrave mit seiner Frau bewohnte, gehörte zu den wenigen, die nicht in Wohnungen aufgeteilt worden waren. Strike sah an der Fassade hoch und fragte sich, was ein erfolgreicher Lektor wohl verdienen mochte, bis ihm Ninas Bemerkung wieder einfiel, dass Walgraves Frau aus einer stinkreichen Familie stamme. Auf dem Balkon im ersten Stock, er musste die Straße überqueren, um einen unverstellten Blick darauf zu haben, sah er zwei mit Titeln alter Penguin Taschenbücher bedruckte Liegestühle, die einen zierlichen Eisentisch wie aus einem Pariser Bistro flankierten. Er zündete sich eine Zigarette an, überquerte erneut die Straße, um einen Blick auf die Souterra Wohnung zu werfen, in der die Tochter der Walgraves wohnte, und überlegte, ob Quine den Inhalt von Bombyx Mori wohl vor der Manuskriptabgabe mit seinem Lektor besprochen hatte. Hatte er Walgrave womöglich anvertraut, wie er sich die Schlussszene im Bombyx Mori vorstellte? Und hatte der liebenswerte Mann mit der Hornbrille womöglich begeistert genickt und Quine dabei geholfen, die Szene in ihrer lachhaften Schauerlichkeit weiter zuzuspitzen, wohlwissend, dass er sie eines Tages nachstellen würde? Rund um die Tür zu der Souterra Wohnung häuften sich schwarze Müllsäcke. Es sah aus, als hätte Joanna Walgrave ihre Wohnung gründlich entrümpelt. Strike drehte dem Haus den Rücken zu und blickte nachdenklich auf die vorsichtig geschätzt rund fünfzig Fenster, von denen aus man die zwei Haustüren der Familie einsehen konnte. Walgrave hätte schon großes Glück haben müssen, wenn ihn niemand dabei beobachtet hätte, wie er dieses schwer bewachte Haus betrat oder verließ. Doch selbst falls jemand beobachtet hätte, übelte Strike düster, würde für die Jury längst nicht feststehen, dass Owen Quine zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Leben und bei bester Gesundheit gewesen war. Der Todeszeitpunkt war immer noch viel zu ungewiss. Der Mörder hatte inzwischen volle neunzehn Tage gehabt, um Beweismittel verschwinden zu lassen, eine lange und äußerst nützliche Zeitspanne. Wo konnten Owen Quines innere Organe nur gelandet sein? Was, fragte sich Strike, tat man mit mehreren Kilo frisch ausgenommener menschlicher Därme und einem Magen? Vergraben? In einem Fluss versenken? Auf den Müll werfen? Verbrennen konnte man sie jedenfalls nicht so leicht. Die Tür zum Haus der Wargraves ging auf, und eine Frau mit schwarzen Haaren und tiefen Stirnfalten kam die drei Stufen vor dem Haus herab. Sie trug einen kurzen grellroten Mantel und sah zornig aus. Ich habe sie vom Fenster aus beobachtet, rief sie, während sie auf Strike zustürmte. Es war Wargraves Frau Fenella. Was soll das? Wieso interessieren sie sich so für mein Haus? Ich warte auf den Makler, antwortete Strike spontan und ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist doch die Soutara-Wohnung, die zu vermieten ist, richtig? Ach so, sagte sie verdutzt. Nein, die ist drei Häuser weiter, sagte sie und deutete ein Stück die Straße hinab. Er sah ihr an, dass sie kurz davor stand, sich zu entschuldigen, dann aber beschloss, es bleiben zu lassen. Stattdessen klapperte sie auf Stilettos, die sich denkbar schlecht für dieses Winterwetter eigneten, auf einen in der Nähe gepackten Volvo zu. Ihr schwarzes Haar war am Ansatz grau und bei ihrem kurzen Wortwechsel hatte ihn ihr alkoholgeschwängerter schlechter Atem angeweht. Weil ihm klar war, dass sie ihn im Rückspiegel sehen konnte, humpelte er ein Stück weiter, wartete dann, bis sie ausgepackt hatte, wobei sie den Citroënen vor ihr nur um Haaresbreite verfehlte und ging anschließend bedächtig weiter bis zum Ende der Hazlet Road, wo er in eine Querstraße einbog, von der aus er über ein Mäuerchen eine lange Reihe von kleinen Gärten überblicken konnte. Im Garten der Walgraves war außer einem alten Schuppen nichts Bemerkenswertes zu sehen. Der Rasen war fleckig und verkümmert und am hinteren Ende stand traurig eine Gartenmöbel Garnitur, die aussah, als wäre sie seit einer Ewigkeit nicht mehr benutzt worden. Strike startete zu dem ungepflegten Grundstück hinüber und sah düster über mögliche weitere Schuppen, Schrebergärten und Garagen nach, von denen er nichts wusste. Bei dem Gedanken an den langen, kalten, feuchten Weg, der vor ihm lag, stöhnte er in sich hinein und wägte seine Möglichkeiten ab. Am nächsten lag die U-Bahn-Haltestelle Kensington Olympia, aber von dort, wo die District Line, die er nehmen wollte, nur an den Wochenenden. Und nachdem Hammersmith als oberirdischer Bahnhof weniger anstrengend für ihn sein würde als Barons Court, wählte er den längeren Weg. als ein Handy klingelte Ernstis. Was hast du dir dabei gedacht, Bob? Was meinst du? Strike humpelte inzwischen, als steckte ihm ein Messer im Knie. Du treibst dich am Tatort herum. Ich wollte ihn mir nur noch mal ansehen. Das ist doch nicht verboten. Kein Grund für eine Anzeige. Du wolltest seinen Nachbarn befragen. Ich hab doch nicht ahnen können, dass er die Tür aufmachen würde, entgegnete Strike. Außerdem habe ich zu ihm kein Wort über Quine gesagt. Hör mal, Strike! Der Detektiv bemerkte ohne jedes Bedauern, dass Ernstis ihn wieder mit dem Nachnamen ansprach. Er hatte den Spitznamen, den Ernstis ihm gegeben hatte, nie gemocht. Ich hab dir doch gesagt, dass du dich raushalten sollst. Das kann ich nicht, Ernstis, erwiderte Strike ungerührt. Ich hab eine Klientin. Vergiss deine Klientin, fiel Ernstis ihm ins Wort. Je mehr Erkenntnisse wir zusammentragen, desto schlechter sieht es für sie aus. Wenn du mich fragst, solltest du Schadensbegrenzung betreiben, weil du dir andernfalls eine Menge Feinde machst. Ich hab dich gewarnt. Stimmt, sagte Strike, unmissverständlich. Niemand kann dir einen Vorwurf machen, Ernstis. Ich warne dich nicht, weil ich mich absichern will, fuhr Ernstis ihn an. Strike presste sich das Handy schräg ans Ohr und ging schweigend weiter. Nach einer kurzen Pause sagte Ernstis, wir haben den pharmakologischen Befund erhalten, eine kleine Menge Alkohol im Blut, sonst nichts. Okay, und wir schicken noch heute Nachmittag ein paar Hunde nach Mucking Marshes raus, bevor uns das Wetter ein Strich durch die Rechnung macht. Sie rechnen mit heftigen Schneefällen. Mucking Marshes war die größte Mülldeponie im Vereinigten Königreich, wie Strike wusste. Dort wurden die städtischen und gewerblichen Abfälle aus ganz London deponiert, die in hässlichen Barken über die Themse dorthin geschippert wurden. Ihr glaubt also, dass die Organe in einer Mülltonne gelandet sind? In einem Container. Ganz in der Nähe der Talga Throat wurde zurzeit ein Haus renoviert. Davor standen bis zum achten gleich zwei davon. Womöglich hat die Kälte dafür gesorgt, dass die Organe keine Fliegen angelockt haben. Wir haben es überprüft und dort landet alles, was bei den Bauarbeiten anfällt, in Mucking Marshes. Na dann viel Glück, sagte Strike. Ich will nur nicht, dass du deine Zeit und Energie vergeudest, Kumpel. Ja, danke vielmals. Nach einem weiteren unaufrichtigen Dank für den gastfreundlichen Empfang am Vorabend legte Strike auf, behielt das Handy aber in der Hand, blieb stehen und lehnte sich an eine Mauer, um leichter wählen zu können. Eine winzige Asiate mit Kinderwagen, die er hinter sich nicht hatte kommen hören, musste ihm auf dem Gehweg ausweichen, doch im Gegensatz zu dem Mann auf der Brücke im Bahnhof West Prompton fing sie nicht sofort an zu schimpfen. Der Stock verlieh ihm einen besonderen Schutz Status ähnlich dem einer Burka. Im Vorbeigehen lächelte sie ihn flüchtig an. Leonora Quine war nach dem dritten Klingeln am Apparat. Die verfluchte Polizei ist schon wieder da, lautete ihre Begrüßung. Was wollen Sie diesmal? Jetzt wollen Sie das ganze Haus und den Garten durchsuchen, antwortete sie. Muss ich sie wirklich reinlassen? Strike zögerte. Ich hielt es für vernünftig, sie alles tun zu lassen, wonach ihnen der Sinn steht. Hören Sie Leonora, sagte er, ohne die geringsten Bedenken mit militärischer Entschlossenheit vorzugehen. Haben Sie einen Anwalt? Nein, warum? Sie haben mich doch nicht verhaftet. Noch nicht. Ich glaube, Sie werden einen brauchen. Es blieb still in der Leitung. Können Sie mir jemanden empfehlen? fragte sie schließlich. Ja, sagte Strike, rufen Sie Ilsa Herbert an. Ich schicke Ihnen gleich die Nummer. Orlando mag es nicht, wenn die Polizei überall ich schicke Ihnen die Nummer per SMS und ich möchte, dass Sie Ilsa auf der Stelle anrufen. Verstanden? Auf der Stelle. Na gut, antwortete sie verdrossen. Er legte auf, rief die Kontaktdaten seiner alten Schulfreundin auf und schickte sie an Leonora. Danach rief er Ilsa an und erklärte ihr unter vielfachen Entschuldigungen, was er soeben getan hatte. Wofür entschuldigst du dich? erwiderte sie fröhlich. Wir lieben Menschen, die mit der Polizei aneinander geraten. Sie sind unser täglich Brot. Vielleicht hat sie Anspruch auf Prozesskostenhilfe. Die bekommt inzwischen kaum noch jemand, sagte Ilsa. Hoffen wir mal, dass sie arm genug ist. Strikes Hände waren mittlerweile taub und er hatte Hunger. Er ließ das Telefon wieder in die Manteltasche gleiten und hinkte weiter zur Hammersmith Road. Dort entdeckte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen gemütlich aussehenden Papp, schwarz angestrichen und mit einer Galeone unter vollen Segeln auf dem eisernen runden Fassadenschild. Er hielt geradewegs darauf zu und nahm erstaunt zur Kenntnis, wie geduldig die Autofahrer warteten, wenn man am Stock ging. Innen war das Albion genauso heimelig, wie es von außen ausgesehen hatte. Der Raum war tief und schmal und am hinteren Ende brannte ein Feuer im Kamin. Es gab eine Galerie mit Balustrade und viel poliertes Holz. Unter der nach oben führenden Wendeltreppe aus schwarz lackiertem Gusseisen standen zwei Verstärker und ein Mikrofon Ständer. An einer cremefarbenen Wand hingen Schwarz-Weiß Fotografien berühmter Musiker. Die Tische am Kamin waren allesamt besetzt. Stryke holte sich ein Bier, nahm sich die Speisekarte mit und ging zu einem hohen, von Barhockern umstandenen Tisch vor dem Fenster zur Straße. Als er sich setzte, fiel sein Blick auf ein Bild seines Vaters, eingezwängt zwischen Fotos von Duke Ellington und Robert Plant, auf dem Rockabee, Speed einfach nicht zu gebrauchen, hatte Ledder ihrem verständnislosen neunjährigen Sohn anvertraut. Wieder klingelte sein Handy, den Blick immer noch auf das Foto seines Vaters gerichtet, nahm er das Gespräch entgegen. Hi, sagte Robin, ich bin jetzt wieder im Büro, wo sind Sie? Im Albion an der Hammersmith Road. Sie haben einen eigenartigen Anruf bekommen, er war auf dem Anruf Beantworter, als ich ins Büro kam. Ich höre. Es kam von Daniel Chart, sagte Robin, er will sich mit Ihnen treffen. Stirnrunzelnd wandte Strike den Blick von dem Lederoutfit seines Vaters und starrte auf das flackernde Kaminfeuer am hinteren Ende des Pubs. Daniel Chart will sich mit mir treffen? Woher weiß Daniel Chart überhaupt, dass es mich gibt? Mein Gott, Sie haben die Leiche gefunden, das stand doch in allen Zeitungen. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Hat er auch gesagt, warum? Er möchte Ihnen ein Angebot machen, meinte er. In Strikes Geist blitzte das schrille Bild eines nackten kahlen Mannes mit erigiertem eiterndem Penis auf. Er schob es umgehend beiseite. Ich dachte, er sitzt mit einem gebrochenen Beinen Devin fest. Tut er auch. Er fragt, ob sie eventuell bereit wären, dort hinzufahren und ihn zu besuchen. Ach ja? Strikes sahen über den Vorschlag nach und ging dabei die übrigen Aufträge und die Termine durch, die in dieser Woche noch auf ihn warteten. Schließlich sagte er, ich könnte am Freitag hinfahren, da müsste ich nur Burnett absagen, aber was zum Teufel will er von mir? Und ich werde einen Leihwagen brauchen, mit Automatik, ergänzte er, sein Es gibt eine Menge zu erzählen, sagte er. Möchten Sie mir bei Mittagessen Gesellschaft leisten? Die Speisekarte sieht ganz anständig aus. Wenn Sie sich ein Taxi nehmen, sollten Sie in spätestens 20 Minuten hier sein. An zwei Tagen hintereinander? Wir können nicht ständig Taxi fahren und auswärts essen, sagte Robin, obwohl ihr die Vorstellung hörbar gefiel. Schon okay, Burnett gibt nur zu gern das Geld von ihrem Ex aus. Ich setze sie auf die Rechnung. Strike legte auf, entschied sich für einen Steak and Ale Pie und humpelte zur Bar, um seine Bestellung aufzugeben. Nachdem er zu seinem Platz zurückgekehrt war, blickte er versonnen auf das Bild seines Vaters in hautenger Lederhose und mit schmalem lachendem Gesicht, an dem die verschwitzten Haare klebten. Die Frau weiß von »Wohin du gehst, Owen?« Strikes Blick wanderte über die Reihen der schwarz-weißen Stars an der Wand gegenüber. »Mache ich mir etwas vor?« fragte er in Gedanken John Lennon, der sardonisch und schmalnasig durch seine runde Brille auf ihn herabsah. Warum glaubte er nicht, dass Leonora ihren Mann ermordet hatte, obwohl so viele unbestreitbar schlüssige Indizien darauf hindeuteten? Warum war er immer noch überzeugt, dass sie richtig wütend war, nachdem Quine einmal mehr wie ein trotziges Kindreis ausgenommen hatte. Er hätte beschwören können, dass ihr überhaupt nicht in den Sinn gekommen war, dass ihr Mann tot sein könnte. In derlei Gedanken vertieft hatte er unversehens das erste Pein gelehrt. »Hi!« »Das ging aber schnell,« sagte Strikes überrascht. »Eigentlich nicht,« entgegnete Robin. »Der Verkehr ist ziemlich dicht. Soll ich noch was holen?« Auf ihrem Weg zur Bar sahen ihr die Männer nach, doch Strikes bemerkte es überhaupt nicht. Er waren Gedanken immer noch bei Leonora Quine, dünn, reizlos, ergraut, gehetzt. Als Robin mit einem weiteren Bier für Strikes und einem Tomatensaft für sich selbst zurückgekommen war, zeigte sie ihm die Bilder, die sie am Morgen mit ihrem Handy von Daniel Schartz Stadtwohnung gemacht hatte. Er residierte in einer weißen Stuckwiller mit Balustrade, deren glänzend schwarze Haustür von Säulen flankiert war. Es gibt dort einen von der Straße abgeschirmten süßen kleinen Hinterhof, sagte Robin und zeigte Strikes das entsprechende Bild. Wüsche wuchsen dort aus dickbauchigen griechischen Amphoren. Ich nehme an, in einer davon hätte Chart die Eingeweide versenken können, meinte sie leichthin. Er hätte nur den Strauch herausziehen und sie darin vergraben müssen. Ich kann mir Chart einfach nicht bei einer derart kräftezehrenden und schmutzigen Tätigkeit vorstellen, aber trotzdem gut gedacht, sagte Strikes, der den makellosen Anzug und die extravagante Krawatte des Verlegers vor Augen hatte. Wie sieht es rund um den Clem Adley Court aus? Gibt es dort so viele Verstecke, wie vorstellen, wie man dort irgendetwas verstecken sollte, ohne dabei beobachtet zu werden, oder ohne dass die Sachen im Handumdrehen gefunden würden? Dort sind permanent Leute unterwegs und wo man geht und steht, befindet man sich im Blickfeld von ungefähr 100 Fenstern. In der Nacht könnte man das vielleicht noch hinbekommen, aber es gibt dort überdies Kameras. Dafür ist mir etwas anderes aufgefallen. Also das ist medizinischen Abfall entsorgen müssen. Strike stellte sein Bier ab. Gute Idee, verdammt! Soll ich mich dahinter klemmen? Robin war bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, wie stolz und glücklich Strikes bewundernder Blick sie machte. Ich könnte doch versuchen herauszufinden, wie und wann, aber ganz eindeutig, rief Strike. Diese Spur ist viel besser als die von Ernst ist. Er glaubt, erläuterte er auf ihren Also möglich wäre es, setzte Robin an, aber er runzelte genauso die Stirn, wie Matthew es tat, wann immer sie ihm von Strikes Überzeugungen oder Gedanken erzählte. Dieser Mord war von Anfang bis Ende durchgeplant. Wir haben es hier nicht mit einem Mörder zu tun, der eine Reisetasche voller Gedame gleich hinter der nächsten Straßenecke in die Mülltonne werfen würde. Schweigend saßen sie da, während Robin darüber nachdachte, ob Strike Enstas Theorien tatsächlich aufgrund einer objektiven Einschätzung ablehnte oder weil er unbewusst mit ihm konkurrierte. Robin kannte sich mit männlichem Stolz aus, nicht nur dank Matthew, sondern auch dank ihrer drei Brüder. Und wie sieht es bei Elizabeth Tassel und Jerry Walgrave aus? Strike erzählte ihr, wie Walgraves Frau auf ihn losgegangen war, weil er ihr Haus beobachtet hatte. Sie war richtig stinkig. Eigenartig, sagte Robin, wenn ich jemanden dabei ertappen würde, wie er auf unser Haus starrt, würde ich nicht sofort zu dem Schluss kommen, dass er es, Sie wissen schon, observiert. Sie trinkt genau wie ihr Mann, sagte Strike. Ich konnte es riechen. Elizabeth Tassels Haus wäre dagegen das ideale Versteck für einen Mörder. Wie meinen Sie das? fragte Robin halb amüsiert, halb gespannt. Sehr abgeschieden, kaum einsehbar. Also, ich glaube trotzdem nicht, dass es eine Frau war, das haben sie schon gesagt. Dann verfiel er in längere Schweigen, nahm ein paar Schlucke von seinem Bier und dachte darüber nach, ob er einen Weg einschlagen sollte, auf dem er definitiv mit Enstis aneinander geraten würde. Er hatte kein Recht, Verdächtige zu befragen, man hatte ihn bereits ermahnt, sich nicht in die Ermittlungen einzumischen. Er griff nach seinem Handy, betrachtete es nachdenklich und rief schließlich bei Robert Chart an, wo er darum bat, mit Jerry Walgrave verbunden zu werden. Enstis hat ihn doch gesagt, sie sollen der Polizei nicht in die Quere kommen, haute Robin erschrocken. Stimmt, antwortete Strike das stumme Telefon am Ohr, ein Ratschlag, den er gerade erst wiederholt hat. Aber ich habe Ihnen noch längst nicht alles erzählt, was inzwischen passiert ist. Das hole ich aber gleich nach. Hallo, meldete sich Jerry Walgrave am anderen Ende. Mr. Walgrave, sagte Strike und stellte sich noch einmal vor, obwohl er Walgraves Assistentin seinen Namen bereits genannt hatte. Wir sind uns gestern Vormittag bei Mrs. Quine begegnet. Ja, natürlich, erklang höflich überrascht. Ich glaube, Mrs. Quine hat Ihnen erzählt, dass sie mich engagiert hat, weil sie befürchtet, dass die Polizei sie verdächtigen könnte. Das kann unmöglich sein, erklärte Walgrave sofort. Dass man sie verdächtigt oder dass sie ihren Mann umgebracht hat. Naja, beides. Wenn ein verheirateter Mann stirbt, steht für gewöhnlich zuerst die Ehefrau unter Verdacht, sagte Strike. Mag ja sein, aber ich kann mir nicht, also ehrlich gesagt kann ich das alles nicht glauben, sagte Walgrave. Die ganze Sache ist ebenso unbegreiflich wie schauerlich. Das stimmt, sagte Strike. Ich habe mich gefragt, ob wir uns vielleicht treffen könnten und ob sie mir ein paar Fragen beantworten würden. Natürlich komme ich auch gern, ergänzte der Detektiv mit einem Seitenblick auf Robin, zu ihm nach Hause, nach der Arbeit, wie es ihm am besten passt. Walgrave ließ sich mit der Antwort Zeit. Selbstverständlich würde ich alles tun, um Leonora beizustehen, aber inwiefern sollte ich ihn dabei behilflich sein können. Ich interessiere mich für Bombex Mori, sagte Strike. Mr. Quine hat in dem Buch eine Reihe von wenig schmeichelhaften Porträts gezeichnet. Allerdings, sagte Walgrave. Strike fragte sich, ob der Lektor schon von der Polizei befragt worden war, ob man ihn schon gebeten hatte, den Inhalt blutiger Säcke und die Symbolik einer ertränkten Zwergen zu erläutern. Na schön, sagte »Diese Woche ist mein Terminkalender schon voll. Wie wär's mit, mal sehen, Montag zum Mittagessen?« »Sehr gut«, sagte Strike, obwohl er damit auf der Rechnung sitzen bleiben würde und außerdem zu gern einen Blick in Walgraves Haus geworfen hätte. »Und wo?« »Am liebsten in Verlagsnähe. Am Nachmittag ist bei mir die Hölle los. Was halten Sie vom Simpsons in the Strand?« Strike fand die Wahl eigenartig, stimmte aber zu, den Blick auf Robin gerichtet. »Um eins, meine Sekretärin soll uns einen Tisch reservieren. Bis dann.« »Er trifft sich mit Ihnen?« fragte Robin, so wie Strike das Handy weggelegt hatte. »Ja«, sagte Strike, »das stinkt zum Himmel.« Sie schüttelte schmunzelnd den Kopf. Soweit ich es hören konnte, war er nicht besonders begeistert. »Und spricht die Tatsache, dass er sich überhaupt mit Ihnen treffen will, nicht für ein reines Gewissen?« »Nein«, widersprach Strike, »das habe ich Ihnen doch schon mal erklärt. Viele Menschen suchen die Nähe von Leuten wie mir, weil sie in Erfahrung bringen wollen, wie die Ermittlungen vorangehen. Sie können es einfach nicht lassen. Sie müssen sich immerzu erklären. Ich muss mal, ich bin gleich wieder da. Es gibt noch mehr.« Robin nippte an ihrem Tomatensaft, während Strike auf seinen neuen Stockgestütz davonhumpelte. Wieder zog ein kurzes Schneegestöber vor dem Fenster vorbei und löste sich gleich darauf wieder auf. Robin sah zu den Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand gegenüber auf und erkannte fast erschrocken auf einem der Bilder Johnny Rockabee, Strikes Vater. Abgesehen davon, dass beide über 1,80 Meter groß waren, hatten sie nichts gemeinsam. Rockabee hatte seine Vaterschaft erst nach einem DNS-Test anerkannt. Strike wurde in Rockabees Wikipedia-Eintrag unter den diversen Kindern des Rockstars geführt. Getroffen hatten sich die beiden, wie Strike ihr irgendwann erzählt hatte, genau zweimal. Nachdem Robin eine Weile Rockabees Hautenge und wenig verhüllende Hose betrachtet hatte, zwang sie sich wieder aus dem Fenster zu sehen, damit Strike sie nicht dabei ertappte, wie sie das Gemächt seines Vaters anstarrte. Gerade als Strike an den Tisch zurückkehrte, kam auch ihr Essen. Die Polizei durchsucht jetzt auch den Rest von Leonoras Haus, erklärte Strike und griff nach seinem Besteck. Warum? fragte Robin die Gabel halb in der Luft. Was glauben sie denn? Um die blutigen Klamotten zu finden, um den Garten nach frisch ausgehobenen Gruben abzusuchen, in denen die Eingeweide ihres Mannes liegen. Ich habe ihr die Nummer einer Anwältin gegeben. Noch haben sie nicht genug in der Hand, um sie zu verhaften, aber sie sind wild entschlossen, irgendwas zu finden. Und sie glauben ehrlich nicht, dass sie es war? Nein, glaube ich nicht. Strike sprach erst wieder, nachdem er seinen Teller leer gegessen hatte. Ich würde zu gern mit Fancourt sprechen. Ich will wissen, warum er zu Robert Schad gegangen ist, obwohl dort auch Quine unter Vertrag war, den er angeblich gehasst hat, wie die Pest. Irgendwann wären sie sich dort doch über den Weg gelaufen. Sie glauben, Fancourt könnte Quine ermordet haben, um ihm nicht auf einer Firmenfeier begegnen zu müssen? Gut gekontert, sagte Strike mit einem Schmunzeln. Er leerte sein Bierglas, griff wieder nach dem Handy, wählte die Nummer der Auskunft und wurde kurz darauf zur Literaturagentur Elisabeth Tessel durchgestellt. Tessels Assistent Ralph nahm den Anruf entgegen. Als Strike seinen Namen nannte, klang der junge Mann sofort ebenso eingeschüchtert wie aufgeregt. Oh, ich weiß nicht, ich frag mal nach, ich stell sie kurz in die Warteschleife. Allerdings schien er sich mit der Telefonanlage nicht allzu gut auszukennen, denn nach einem lauten Klicken blieb die Leitung offen. Strike konnte hören, wie Ralph am Apparat sei und wie sie laut und ruppig antwortete, Was will er denn diesmal verflucht noch eins? Das hat er nicht gesagt. Schwere Schritte und das Geräusch eines vom Schreibtisch gehobenen Hörers. Hallo? Elisabeth meldete Strike sich freundlich. Hier ist Comeran Strike. Ja, das hat mir Ralph schon gesagt. Was gibt's? Ich habe mich gefragt, ob wir uns vielleicht treffen könnten. Ich arbeite immer noch für Leonora Quine. Sie ist davon überzeugt, dass die Polizei sie verdächtigt, ihren Mann umgebracht zu haben. Und worüber wollen sie da mit mir reden? Ob sie es war oder nicht, kann ich ihnen doch nicht sagen. Strike sah im Geiste die schockierten Minen von Ralph und Sally, die ihr Gespräch in dem miefigen alten Büro mit anhörten. Ich würde gern ein paar Dinge über Quine erfahren. Mein Gott, wenn es denn sein muss, knurrte Elizabeth. Also wenn es ihnen passt, könnte ich morgen noch einen Termin zum Mittagessen einschieben. Ansonsten bin ich voll bis morgen passt wunderbar, sagte Strike. Aber muss es zum Mittagessen sein? Ich könnte auch da passt es mir am besten. Sehr schön, sagte Strike sofort. Im Pescatory in der Charlotte Street, sagte sie, um halb eins, wenn sie nichts ist zu weit hergeholt anzunehmen, dass sie mich vielleicht deswegen nicht in ihren Häusern haben wollen, weil ich in der Tiefkühltruhe Quines Innereien finden könnte? Robins lächelnd erlosch. Wissen sie, sie könnten einen Freund verlieren, sagte sie und schlüpfte in ihren Mantel. Wenn sie weiterhin überall anrufen und die Leute bitten, ihn ein paar Fragen zu beantworten. Strike grunzte. Ist ihnen das so egal? fragte sie, als sie in die beißende Kälte traten. Die Schneeflocken brannten ihnen im Gesicht. Ich hab genug Freunde, sagte Strike nüchtern und ohne jede Prallerei. Wir sollten mittags immer ein Bier trinken gehen, fügte er schwer auf sein Stock gestützt hinzu, während sie mit eingezogenen Köpfen in Richtung U-Bahn marschierten. Das lockerte den Arbeitstag auf. Robin, die arbeiten. Trotzdem brauchte Matthew, der mittlerweile in Yorkshire die Beerdigungsfeier seiner Mutter vorzubereiten, half, nichts von ihrem zweiten Pappbesuch in ebenso vielen Tagen zu erfahren. Ich soll einem Mann vertrauen, der den eigenen Freund verriet. William Congreve Doppelspiel